Ja, machen wir mal Anmoderation jetzt hier, ne? Kommt, wann kommt denn Edge of Empires raus? Ist ja gestern raus, ah, okay. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Stream mit Gideon Roleplay. Mein Name ist Dennis und das ist Walli Weiß, der Chief of Police mit dem Schnäuzer. Mein Gott, ey. Was eine Zeit. What a time to be alive, oder? Herzlich willkommen, liebe Leute. Zum Streamen. Gestern hatten wir ja den großen, ähm, ich stelle Sachen hin, Streamen, ja? Achso, Beam. Ihr könnt direkt bei den neuen Westen auch das Icon reinmachen hier, ne? Und, äh, jetzt geht's ja. Es soll jetzt wohl ein Update da sein, dass die Flasche jetzt richtig steht. Und wir haben nochmal das Platzieren überarbeitet, ja? Das heißt, man kann jetzt mit der Maus platzieren. Warte mal, hier stehen die ganzen... So, warte mal, seht ihr? Ich hab das Trink hier vor mir. Ne? Aber ich mach das mal kurz weg. Hier stehen die ganzen Flaschen noch. Die kann man wegmachen. Warte mal. Die kann man ja alle aufheben. So, hier stehen die immer noch hier rum. Also, pass auf. Du kannst jetzt... Wir haben das nochmal überarbeitet. Also, ne? Du kannst jetzt... Pass auf. Du gehst jetzt hin. Du sagst, ich hab hier, äh, ne? Ne Wasserflasche. Dann kannst du mit der Maus... Siehste? Wo ist denn das jetzt? Hier. Kannst du jetzt mit der Maus hin bewegen. Siehste? Ist einfacher. Vorher war es mit WASD. Jetzt haben wir es mit der Maus. So, kannst du hinstellen. Und die schwebt nicht mehr. Guck mal. Sie schwebt einfach nicht mehr. Robin zockt auf fünf Subgifts in den Stream. Dankeschön. Wer war denn davor? War davor noch jemand? Dankeschön. Also, sie schwebt nicht mehr. Ja? Haut mal ein halb bitte in den Chat, Leute. Das ist jetzt auch gefixt. Man hebt sie mit F5 auf. F5 hebt man auf. Ja? Und, ähm... Genau. Warte mal. Ich hab sie aufgehoben. Aber nicht im Inventar. Warte mal. F5. Oder, warte mal. Platzieren. Und mit linker Maustaste platziert man. Also, ich erkläre das einmal ganz kurz. Ihr hebt die auf. Warte mal. Wir machen das nochmal Step by Step. Doch, habt ihr im Inventar. Pass auf. Platzieren. Maus bewegen. Ja? Dann linke Maustaste. Wenn du die wieder aufheben willst, F5. Ja? Das kannst du mit allen Items so machen, die wir einstellen. So. Warte mal. Ich wollte was trinken. Kimmel! Alright. So, nehmen wir uns noch ein bisschen was zu essen mit. Pyrosuppe. Was auch sonst? Und ein Fruit-Mix. Milchreis. Leute, mögt ihr Milchreis? Erstmal was essen. Ach so. Leute, ich habe ja was ganz vergessen. Der Wald hat jetzt schon seit einigen Tagen die Klamotten an. Aber wie kann ich das denn vergessen? So. Warte mal eben. Ein Hallo. So geht's ja nicht, Freunde. Und hinlegen. Duschen. So. 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 Wir sind auch hier unter den Armen. Muss das ja sein. So. Haben wir auch erledigt. Oh. Ah so. Huch, da gucken wir aber nicht hin. Schön mit der Seife ins Gesicht. Ja, da sehe ich mich. So. Warte mal. Gibt es eigentlich abtrocknen? Warte mal. Ab. Abschützen. Ne, abtrocknen gibt es nicht. Ne. Ne. Na gut. Abtrocknen. So. Erledigt. Ah. Da fühlen wir uns ja viel frecher, Leute, in den Tag, oder? Warte mal. Ich habe gestern. Warte mal. Gibt es eigentlich wieder Events? Hürbis tragen. Ah ja, guck mal. Äh. Arbeiten. Ich habe gesehen, dass gestern wieder neue Dinger reingekommen sind. Gezogen wurden. Warte mal. Ach, lol. Oh. Hier, der Topf mit dem Essen. Warte noch. Okay. Was? Jungs, Abstellkammer. Als ob ich das... Ach so. Da würde ich nicht rein in den Channel. Zeigen. Soll das, glaube ich, wahrscheinlich nicht zeigen, aber... Hier ist mein Ausweis. Geil. Es tut mir leid. Junge, was sind das alles für Sachen? Homelandsurfer? Homelandsurfer? Geht gleich wieder so safe Ärger von Jasmin, weil ich die Sachen zeige. Oh mein Gott. Was? Geh mir. Was? Ach so. Was ist das denn? Ich gleich wieder safe Ärger. Das halt lieber, Leute. Hier. Ein Kürbis. Der ist so groß. Warte, warte, ich will das mal kurz nissen. Es tut mir so leid, ich kriege so safe Ärger. Oh. Oh. Was ist das denn da? Das zeige ich aber noch nicht. Warte mal, MD-Tasche tragen. MD-Tasche tragen. Oh, ey. Oh mein Gott. Es ist so gut. Was? Ne, P. ist eine Lieblingstaste. Was mich interessiert, was ist Homeland Surfer? Äh? Äh? Was? 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 Geldwagen schieben. What the fuck, Alter? Was? Hier. Ja, ich möchte die Wohnung, bitte. Machst du den Geldwagen weg? So. Jetzt stellt mal vor, das kann man koppeln mit Leuten, die im Rollstuhl sitzen. Also Homeland geht surfen. Ja, okay. So sieht es also aus. Ja, gut. So, jetzt gehen wir uns umziehen. Es ist so geil, was die Jungs da und die Mädels da alle machen, Leute. Das kann man nicht anders sagen. Wirklich. Was ziehen wir denn heute mal an? Flieder. Heute ist mal Flieder-Day, Leute. Was kann ich denn nicht? Wie geht denn das aus? Nee. Nee, Leute. Wann ich den Kragen schließen? Warte mal. Nee, ohne Krawatte. Aber ohne Krawatte, Leute. Oh, warte mal. Die Ärmel gucken da unten raus. Ich glaube, ich muss das andere Hemd nehmen. Unterschied? Nee, die gucken da unten raus. Warte mal, ist das hier auch? Ja, okay. Das klippt ja. Das ist blöd. Können wir die in dem Chat? Was ist das denn? Oder warte mal, habe ich das? Warte mal hin. Ja, jetzt ist das richtig, ne? Nee. Guck mal. Wie geht das? Schade. So geht's eigentlich. Aber ist nicht identisch die gleiche Farbe, aber ich finde, das passt. Kann man das Hemd denn zumachen? Ah, nee. Lassen wir lieber. Oh. Ist echt so cool hier, ja, ja. Homeland spielt nur in ihrer Freizeit Bongo und sie spielen mit dem Surfbrett, Leute. Wir haben es raus, Chat. Welches Auto nehme ich denn heute mal? Ich habe Rollstuhl sitzen. Ja, aber ich glaube, du kannst den Rollstuhl nicht... Ich glaube, du kannst ihn nicht bewegen. Also... Wie sieht es denn hier aus, da hinten? Wir haben ja erst mal Scheiben, Alter, Bro. Geil. Was ist das denn? Und er rasselt auch schon ordentlich, ne? Nimm das, Navadou Bitch. Spaß. Katalea. Ne, das hier ist kein Dominator. Das hier ist ein Fistler, ähm... Bongo 2. S2. Warte mal. Boah, was ist das für ein Unterschied machen, wenn man mit Controller fährt? Alter, du kannst viel geiler Auto fahren. Guck mal. Es ist okay. Ist jemand bei... Ah ja. Sie haben ja eine Freude. Hören Sie, ich habe ein Komet und da ist wohl irgendwie was mit dem Rücklicht und einer Scheibe. Könnten Sie sich das mal angucken? Natürlich. Wo steht der? Ja, ich komme vorbei. Ich komme zu Ihnen, ja? Ah ja, okay. Wir sind alle da. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute gerade auf dem Server sind. Ich weiß es nicht. Jetzt sind 76. Ah, okay. Ja, 15... Halb 3, 76 Leute. Ich nehme auch der Meinung, der Spoiler muss vom Auto runter, Chad, oder? Ja. Ey, Sie im Taxi! Ja. Schauen Sie mal das Schild genau hinter Ihrem Fahrzeug. Nochmal. Steigen Sie mal aus Ihrem Fahrzeug und schauen Sie sich das Schild genau hinter Ihrem Fahrzeug an. Was steht denn da? So, rechts abbiegen. Nee. Do not block intercept. Ach, das Schild. Ja, ja, genau. So, jetzt haben wir hier Ihr Trinkgeld. Wunderbar. Ja, ich danke Ihnen. Hä? Hallo Herr Melenksi, kommen Sie mal bitte um 14.45 Uhr ins LSPD, wir müssen mal etwas klären, wegen eines Falls, ja? Okay, alles klar, kein Problem. Bis gleich. Bis gleich, dabei. Nein! Oh! Digga, Auto fahren und ans Telefon gehen, ganz dumme Idee. Wie? Äh, ja, Herr Maximus, der Herr Melenksi ist gleich im PD und dann klären wir das, ja? Wunderbar, ich denke. 14.45 Uhr von meinem Büro, bitte, ja? Bis gleich. Bis gleich, ciao. Du hast recht, auf der Straße anhalten ist auch nicht so clever. Wir sind alle da, ja, das sehe ich. Da drin? Lol, alter Dimmen. Moin, wie geht's Ihnen? Gut. Kann man nicht, kann mich nicht mehr gelangen. Tschüss. Äh, wie geht's Ihnen? Wunderbar, also, kommen Sie mal mit. Hier, schauen Sie mal. Hinten die Scheibe und die Rückspiegel, der rechte Rückspiegel. Äh, Rückleuchte meine ich, Entschuldigung. Mhm. Ja? Alles klar. Wie lange dauert das? Ähm, so um die zweieinhalb Stunden. Wir müssen die Scheibe trocknen lassen. Okay. Äh, ja gut, dann hole ich mir ein Taxi. Ja, dann hast du uns brauchen die Schüssel, nehme ich an, ne? Ja, gerne. Bitteschön. Dann. Dankeschön. Walter Weiß, ich denke, ich brauche noch mal, Sie brauchen noch mal einen Ausweis bestimmt, ne? Das wäre nett, ja. Bitteschön. Alles klar. Bissen wir Bescheid, Herr Weiß. Äh, zweieinhalb Stunden und, äh. Da ist der Ausweis. Alles klar. Äh, zweieinhalb Stunden können Sie das Fahrzeug wieder aufmachen. Alles klar, ich danke Ihnen, ja? Bis nachher. Gerne, gerne. Bis dann. Herr Weißen, einen wunderschönen. Guten Tag, Herr Weiß. Grüß Sie. Wie geht's Ihnen? Ja, gut. Äh, Autos demoliert. Das brauche ich ein Taxi. Aber sonst geht's mir nicht ganz gut. Wie kann ich Ihnen helfen? Sehr gut. Und zwar etwas Wichtiges, was ich Ihnen mitzuteilen habe. Ja. Nachdem ich mir gestern Abend ein bisschen die Zeit genommen habe, die Fallakte zum Sorgenfighters durchzulesen. Ja. Sind Sie gerade alleine? Ja, ich bin alleine. Ja. Okay. Und zwar folgender Punkt, der ziemlich negativ aus unserer Perspektive aussieht. Und zwar. Mhm. Ich habe mir die erste Aussage von Herrn Ramirez durchgelesen. Mhm. Und habe dort gesehen, dass ihm die Rechte als Beschuldigter falsch verlesen wurden. Oh nein. Von PD16 und PD05. Oh nein. Oh nein. Das heißt, all das, was Herr Ramirez in dieser beschuldigten Infektivung gesagt hat, ist schlichtweg leider nichtig. Oh nein. Mhm. Welche PD... Welche PD-Nummer waren das? PD16. Ich glaube, das ist der Herr Doody. Und die PD05 ist die Frau Shaw. Denn es wurde ihm als Beschuldigter gesagt, er muss die Wahrheit sagen. Das stimmt allerdings nicht. Er hat ja das Recht zu schweigen. Ja. Also das für sie nur so als Information, denn... Ich denke nicht, dass wenn wir ihn erneut vorladen, dass er dann die Aussage wiederholen wird, richtig? Richtig, genau. Ja. Das ist bitter. Von daher für sie ist so Information, wie sie es intern jetzt weiter verfallen ist, ist natürlich ihre Sache, aber zumindest... Wenn sie jetzt gleich zwei Police Officer hängend an einer Brücke sehen, das war ich. Sie können dann direkt eine Akte gegen mich eröffnen. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Also die haben gesagt in der Verlesung der Rechte, dass der Tatverdächtige die Wahrheit sagen muss. Das muss er ja allerdings nicht, weil er ja der Tatverdächtige ist. Richtig. Das muss ein Zeuge. Ein Zeuge muss zur Wahrheitsfindung beitragen. Mhm. Du kannst ihn auch genau vorlesen. Ich hab's grad nochmal geöffnet. Genau, du wirst hier als Beschuldigter vernommen. Das heißt, du musst hier die Wahrheit sagen. Und dann und so weiter. Du hast das Recht auf einen Anwalt. Wenn keiner da ist, wird hier einer gestellt. Und wenn keiner erreichbar ist, musst du dich selbst verteidigen. Und dann kommt auch so rum. Das kann nicht wahr sein. Und das können Sie auch ruhig weitergeben. Sie müssten diese rechte Verlesung im besten Fall nicht in dieser Aussage halt mit dokumentieren, weil eben genau das dann passiert. Steht das da drin, dass er das so vorgelesen hat? Es steht genau so drin, ja. Oh nein. Dumm kann man sein. Das heißt, es wurde halt dokumentiert. Warum schreibt denn die Belehrung in die Aussage rein? Weil sie ihm wahrscheinlich mehrmals während dieser Aussage diese Rechte verlesen haben. Weil es kommen erstmal so ein paar kleinere Geplänkel, Diskussionen. Und dann kommt die 16 eben mit dieser Aussage. Und dieses so rum impliziert zumindest aus meiner Perspektive, dass halt im Vorfeld entweder die Beschuldigtenbelehrung halt falsch verlesen wurde oder zumindest nochmal verlesen musste. Aber dass sie dort dokumentiert so steht, ist halt ein gefundenes Fressen für Herrn Goldbaum letztendlich. Also das Problem ist jetzt folgendes. Also Herr Ramirez ist ja der Eingangsindikator für diesen Fall, ja? Also auf ihm basiert ja die restlichen Aussagen auf und alle Datenschutzaufhebungen. Richtig. Da er allerdings diese Aussage wahrscheinlich nicht wieder treffen wird, heißt es, dass der Fall sozusagen in sich hier zusammenfällt. Richtig. Ja. Das darf der Mr. Doody dann den Kollegen selber erzählen. Das ist... Also ich wollte explizit nochmal die Aussagen durchgehen. Gerade um diese nächsten Schritte jedenfalls vorzubereiten. Ja. Und dann ist mir das sofort halt in den ersten Zeilen halt leider aufgefallen. Ich muss jetzt nochmal Stück für Stück wie gesagt die Aussagen nochmal durchgehen. Notfalls laden wir trotzdem Herrn Ramirez nochmal vor. Ja. Aber ich glaube das ist effektiv. Ich hatte ihn tatsächlich auch... Ich hatte ihn tatsächlich auch heute Abend nochmal hier. Mhm. Und ähm... Herr Goldbaum weiß auch davon. Er hat auch mitgeteilt die Zeugenaussagen von Herrn Winters und Herrn Weißlein. Wurde die Hörensagen. Finde ich im Übrigen sehr interessant aus seiner Perspektive selbst behaupten zu können, was Hörensagen ist und was nicht. Das ist absoluter Blödsinn. Wir standen genau gegenüber. Ja, ja. Deswegen also... Aber warten Sie mal kurz eine Frage. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich habe gehört, in Anwesenheit von anderen Police Officern, dass er das gesagt hat, gilt es dann dann nicht auch als Indiz? Dann gilt es auch als Indiz. Ja, aber das steht doch in meiner Aussage so drin, oder nicht? Da steht in Ihrer Aussage drin. Was ich halt meine, ist nur die Aussage, die Herr Ramirez getroffen hat. Ja, ja. Ist das Beweismittel. So in dem Sinne nicht. Aber das ist ja dann... Ist ja im Grunde trotzdem irrelevant tatsächlich. Weil ich sage in meiner Aussage ja, die auch von anderen Police Officern bestätigt wird, dass Ramirez in der Zelle das gesagt hat. Das bedeutet, dass die Aussage von Ramirez, die ja sowieso relativ schwammig war, glaube ich, oder? Ja, mehr oder weniger, weil sich einige Dinge, die danach gefolgt sind, halt darauf basieren teilweise tatsächlich. Weil der hat sich ja mehrmals wieder schwammt, unter anderem. Hat auch genannt, dass eine unbekannte Nummer ihn angerufen hätte, was jetzt so nicht stimmt. Ja. Das ist ja so gefundenes Fressen gewesen, weil... Das sind zum Beispiel Fragen gewesen. Ich habe ein, zwei Fragen mir explizit rausgenommen und ihn gestern gestellt. Und Herr Goldbaum meinte, darauf werden wir jetzt nicht antworten. Und er weiß auch bewusst, er weiß es selbst, dass sie halt darauf keine Antwort haben. Okay. Ja, dann müssen wir das vielleicht an... na, Strategiewechsel machen. Ja. Also ich gehe jetzt eh davon aus, die Zeugenaussage nochmal explizit durchzugehen. Um zu gucken, was für Optionen für uns jetzt zur Verfügung stehen. Aber für Sie nur zur Info, dass die... Dass die Aussage, die Herr Ramirez jetzt erstmal getätigt hat, so erstmal nicht... Wäre die Aussage in dem Fall essentiell gewesen? Sie wäre zumindest insoweit essentiell gewesen, als dass, wenn ich Anklage erhoben hätte, auf diese Widersprüche eingegangen wäre. Das heißt zum Beispiel, die unbekannte Telefonnummer könnte ja nicht erklären, weil entlang der Datenschutzaufhebung explizit nachweisbar ist, dass keine... dass keine unbekannte Nummer angerufen hätte. Was wiederum uns die Möglichkeit gegeben hätte, Herrn Tyler Harris zumindest in Verbindung zu bringen, weil gerade eben diese Aussage unter anderem dafür zuständig ist, ihn auch in gewisser Art und Weise in Verbindung zu bringen. Und das ist jetzt praktisch aus der Luft gegriffen da mit ihm, ne? Wir könnten dir das argumentieren. Richtig. Aber wiederum habe ich gehört, dass er Tyler Harris erwähnt hat. Und so habe ich das ja in meiner Aussage auch niedergeschrieben. Genau. Jetzt müssen wir schauen, hat noch jemand das mitbekommen oder nur Sie. Ne, da waren schon einige Police Officer drumherum. Dann müssten wir gegebenenfalls nochmal schauen, ob es noch weitere Police Officer gibt, die nochmal eine Zeugenaussage tätigen können in unserem Fall. Weil dann haben wir zumindest Ramirez handfest, oder zumindest einige Ansetzungen, zumindest für mich eine erfolgreiche Perspektive zu sehen. Hat Herr Winters nicht an dem Abend mit involviert? Hat er nicht da auch eine Aussage gemacht? Genau, er hat eine Aussage gemacht. Aber vor allem halt ganz speziell mit dem Fokus darauf, dass sie Herr Ramirez ja mit dem Auto angetroffen hatten, oder zumindest in der Kontrolle gemacht hätten. Und Herr Winters hat ihre Aussage bestätigt, dass Herr Ramirez gesagt hat, er habe wohl Frau Sorge nach Hause gefahren. Das stimmt ja nicht. Er hat ihn ja nicht nach Hause gefahren. Ja gut, dann ist doch die Aussage, dann passt das doch. Zumindest aus diesem Aspekt. Ja, das sollte doch trotzdem weiterhin als Indiz reichen. Also ich sage ganz ehrlich, ich glaube, dass man den Angeklag bekommt. Allein wegen dem Widersprüchen, alleine wegen der falschen Aussage, allein wegen der Datenschutzaufhebung. Ne, Jalatanko, was weiß ich nicht alles. Es ist bitter, ich würde ihn auch nochmal vorladen und seine Aussage aufnehmen. Vielleicht können wir das heute Abend... Ist er heute Abend bei Ihnen? Äh, er ist heute Abend nicht bei mir, nein. Achso, er war gestern Abend bei Ihnen. Er war gestern Abend bei mir, genau. Und dann haben Sie ihn nochmal verhört in dem Fall? Genau, er hat nochmal wiedergegeben, wie es, oder Herr Golbaum hat eher wiedergegeben, was der, in Anführungsstrichen, wahre Verlauf des Abends war. Und hatte nur gesagt, dass sie zur Tanke gefahren sind. Er würde auch gerne einen Kontoauszug bereitstellen, um zu zeigen, dass er sehr viel gezahlt hätte. Das wird aber nicht ausreichen für ihn. Und hat dann mitgeteilt, dass dann plötzlich eben Leute ausgestiegen sind, mit schwarzen Masken, Frau Sorke mitgenommen haben. Und das war es dann aber auch in der Aussage. Ja, aber das ist ja Quatsch. Als ich dann... Das ist ja Quatsch, genau. Und als ich explizit einige Fragen gestellt habe, hat der Herr Golbaum im Namen seines Mandanten halt darauf geantwortet, dass sie nicht darauf antworten möchten. Ja, okay, okay. Das wiederum zeigt, dass sie nicht antwortfähig sind. Ja gut, dann würde ich... Also ich würde ihn einfach nochmal... Vielleicht machen wir das heute, dass wir ihn nochmal vorladen, im Namen des LSPDs. Dass wir ihn herholen, dass wir ihn befragen. Ich denke, er wird keine Aussage tätigen. Ähm, aber ich glaube nicht... Also sage ich ganz ehrlich, es ist bitter. Aber ich glaube nicht, dass das so essenziell ist, dass seine Aussage auf den ganzen Fall dann basiert. Ich glaube, dass es... Wir sollten mit ihm anfangen und uns dann weiter nach oben arbeiten. Müssen wir in jedem Fall nochmal prüfen und schauen. Also wie gesagt, ich werde nochmal in jedem Fall die Aussagen nochmal durchgehen. Ich werde auch nochmal die Datenschutzaufhebung durchgehen. Sicher ist sicher. Nicht, dass nämlich die Beweismittel dann unzulässig sind, weil sie eben hauptsächlich auf Basis der Aussagen von Herrn Ramirez getätigt wurden. Von daher nur damit wir aus der Prüfung sicher sind. Ja, das kann aber gar nicht sein. Ja, verstehe ich. Aber das kann ja nicht sein, weil ich habe das mit Tyler Harris ja auch mitbekommen. Und das habe ich ja meiner Aussage ja auch so niederschrieben. Das bedeutet, dass... Dann wäre ja meine Aussage ja komplett nichtig. Ihr muss ja auch als Beweismittel praktisch oder Indiz gewertet werden. Mir geht es nur um wesentlichen Darum, nur für Sie als Verständnis, damit eine gewisse Argumentation, die eine Verteidigung aufbauen kann, ich zumindest ihm entgegensetzen kann. Ja, ich verstehe das. Klar, klar, klar. So, ich muss auch diese Perspektive des Strafverteidigers noch da berücksichtigen. Aber klar, ich sehe durchaus noch Chancen, auch wegen Ihrer Aussagen, nach dem Beweismittel, die Ihnen zur Verfügung stehen. Nur für Sie als Information, dass das mir gestern auf jeden Fall aufgefallen ist und sehr schade ist, leider. Okay, Mr. Wilson, dann danke ich Ihnen für das Briefing. Äh, in den sauren Apfel müssen wir dann beißen. Ich werde mich darum kümmern, ja? Perfekt, ich danke Ihnen. Mr. Wilson, schönen Tag Ihnen noch, ja? Machen Sie es gut. Ihnen auch. Machen Sie es gut. Bis dann. Ciao, ciao. Das ist bitter. Das ist bitter. Gut, dass er es nochmal beprüft hat. Also morgen, 17 Uhr, Brandschutzbegehung, Gebäude 5. 19 Uhr, U-Boot fahren, 22 Uhr Schnittsjagd. Das sind jetzt schon wieder hier. Sonntag den 7.11. um 20 Uhr. Der 7.11. sollte ich schaffen, ja. Aber geklärt. Sie sind mit der Plastikmariert in die Kirche gelaufen. Ich weiß nicht, wovon die reden. Wer erzählt denn so etwas? Er weiß, nächster Chris Knight safe. Okay. Mein Gott, nee. Ist der Gamble heute überhaupt da, Leute? Haben sich ja einige OOC im Support beschwert, dass ich getrollt hätte in der Kirche. Und warum Cops in der Kirche wären. Die müssen doch arbeiten. Ja. Da dürfen Cops nicht in der Kirche, weil Cops müssen arbeiten gehen. Die dürfen nicht in die Kirche. Die dürfen nicht in die Kirche. Die müssen arbeiten gehen. Ja. Der ist eigentlich, wie es geht. Die Tür wird. Das ist eigentlich. Am PD vorbei. Judy, Hallöchen. Nordmann, danke für sieben Monate. Weißt du, statt Exo-Stream an, macht auch hier zwölf Stunden Stream, Leute, für euch. Aber er hat ja den Hals voll gekriegt diesen Monat. Macht ja nur bei Sub-Goals, ne? Bro, ich muss arbeiten. Die alle fahren. Guck mal, der auch. Apropos Sub-Go, Leute, bei 3500 machen wir am Sonntag einen Zwölf-Stunden-Stream. Los geht's, jeder von euch einen Sub, dann hab das. Dann hättet ihr, dann hättet ihr drei Zwölf-Stunden-Streams, das wär ne wilde Woche nächste Woche. Mann, 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 Chat. Stormhorn, danke schön. Jemand, die Kürbisse stehen da nicht mehr. Ja, doch. Moin, Socken, wie geht's? Moin, Pearson. Welcher Mensch schließt immer dieses Police Department ab? Ich raff es nicht. Wie viel Geld hat Walli denn? Oh, 11.000, Leute. Die Kasse wird heute wieder voller. Moment. 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 Ehhhhhh... Was kommt denn da so? Herr Kollege, bitte passt auch Sargent Marshall auf meine Führung. Ich habe immer noch diese Tastenbelegung. Ich habe immer noch diese Tastenbelegung. Dann gucken wir uns jetzt erstmal diesen Maximusfall an. Einstempeln. Hier sieht es einfach wieder aus. Ich kriege Plug. Ich kriege Plug. Ich kriege die Tastenbelegung. 99 Funkcheck. Check. Frage Funkfeuer. Also negativ. Ich kriege die Tastenbelegung. Huch. Ah, jetzt kann ich noch mich noch... Das ist so nerf. Sorry. Ich muss nochmal neu starten. I'm sorry. Xo, danke nochmal für dein Sub-Gift und Schub-Raketen-Mischer. Danke für drei Monate, Bro. Dankeschön. Wie, wie, keine Lust hier zu starten. Ist wieder ausgegangen. Nice. Warte mal. Oh, Olbi. Okay, kein Bock mehr. Nee. Es reicht! Jetzt geht's, glaube ich. Let's go. Let's go. Timmel! Timmel! Dankeschön. Der Stream ist der Beste. Ich freue mich jedes Mal, wenn du streamst. Ehrenbruder. Und liebe Grüße an die Alex. Danke. Riecht sich aus. Die ist gerade mit einer Freundin unterwegs. Die ist mit der Freundin unterwegs. Die ist mit der Freundin unterwegs. Musst du die ganze Zeit von meinem Büro warten, ne? Scheiße. Du hast es mit der Freundin unterwegs. Du hast es mit der Freundin unterwegs. So, let's go. 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 Okay, let's go. So, Entschuldigung für die Verspätung. Entschuldigung, sieh. Es ist kein Problem. Der Herr Maximus gehört dazu. Herr Maximus, legen Sie mal auf und kommen Sie her. Mit dem Oberstaatsnummer telefonieren wir gerne. Ja, das ist mir jetzt egal, weil der macht jetzt seit drei Tagen hier Terz und dann will ich jetzt das eben klären. Okay. Ich denke, ich weiß schon, um was das geht. Entschuldigen Sie, das war der Herr Wilson. Gut. So. Also, folgende Geschichte hier. Es gibt eine Akte gegen Mr. Maximus. Jetzt hat der Maximus das Problem, dass er denkt, dass sie ihn angezeigt haben. Oder es ist nicht ganz klar, wie das zustande kam. Nein. Es ist tatsächlich ganz anders gelaufen. Ich hatte ein Verhör mit einer Tatverdächtigen, der Miss Feather. Sie ist tatverdächtig, auch nachgewiesen, schuldhaft bei dem Sub-Woods-Flat-Shooting. Darüber habe ich sie ja gebrieft, Chief. Ja, dass da sechs Tatverdächtige sind, die allesamt auch verurteilt werden. Sehr gut. Unter anderem, weil die Forensik da sehr eindeutig ist und weil die Leute in den Verhören in der ziemlichen Unsinn labern. Und ganz am Ende dieses Verhörs hat die Miss Feather dann erwähnt, dass das LSPD im Umgang mit schwer verletzten Personen ja ganz schön, ich drücke es mal so aus, unglücklich handelt. Und dann habe ich mich erkundigt, was sie denn damit meine. Weil irgendwo bin ich ja auch Repräsentant des Los Anderes Police Departments, wie jeder Officer. Und dann meinte sie, ja, sie wurde kurzzeitig nach ihrer Operation, Schulterdurchschuss meines achtens war das, dann in Handschellen gelegt. Die Handschellen wurden ihr hinter dem Rücken angelegt. Dann habe ich gemeint, glaube ich, dass es natürlich ihr Recht ist, dagegen vorzugehen. Ich habe eigentlich ursprünglich die Staatsanwaltschaft vorgeschlagen. Durch dieses Gespräch hat die Miss Feather aber so eine gewisse, ja, ich konnte so eine gewisse Vertrauensbasis aufbauen. Habe auch nach Kräften versucht, das LSPD so gut wie möglich da stehen zu lassen, dass wir natürlich sowas auch nachgehen mit aller Neutralität und Professionalität. Dann hat Miss Feather gemeint, gehabt, sie überlegt sich, sie würde mir dann eventuell eine E-Mail schreiben oder zur Staatsanwaltschaft gehen. Ich bin dann direkt im Anschluss des Verhörs zu Commander Gamble und Captain Anderson gegangen. Habe dort Bericht erstattet, weil ich mich natürlich auch keiner Strafvereidlung oder ähnlichem schuldig machen möchte. Ja, richtig. Mr. Anderson hat dementsprechend eine Supervisorakte angelegt, das die 2010, 2021, 03, glaube ich, dort verweist er dann auch auf die Akte, die ich einen Tag später erstellt habe, weil da quasi per Mail die Anzeigenstellung bei mir einging. Weil ich ja nicht für interne Ermittlungen zuständig bin, habe ich mich informiert. Richter Colt hat dann gesagt gehabt, dass wir den Aktenkopf so weiter stellen sollen und quasi sofort via Administration, das hat Mr. Winters übernommen, an Justiz weiterleiten sollen. Und seither halte ich quasi die Hände aus dieser Akte raus. Ich habe die in E-Mail-Text reinkopiert. Ich habe die medizinische Akte in die Fallakte kopiert. Und ja, dann habe ich, dass Mr. Winters zukommen lassen. Er hat sich auch sehr zeitnah darum gekümmert. Sprich, Commander Winters weiß über den Fall auch beschwert. Also zwei Commander plus einen Käpt'n. Herr Maximus? Genau. Ja, ich hatte mit Herrn Gamble darüber gesprochen, zwei Tage später. Und also der war etwas überrascht, dass gegen mich ein Verfahren läuft, aber vielleicht hat er es irgendwie vergessen. Ja, bei Mr. Gamble muss ich dazu sagen. Deswegen hat auch Mr. Anderson wahrscheinlich die Akte öffnet. Mr. Gamble hat diverse Verdauungsprobleme, wie man ihn halt so kennt. Okay, verständlich. Gut, dann verstehe ich jetzt, wo das her wird. Alles gut. Okay, Anderson und Winters. Ja, Winters hat halt die Akte dann weitergeleitet. Ich habe ihm auch noch gesagt, warum die entstanden ist. Bei SMS sogar geschrieben. Also Sie haben, Herr Maximus, jemanden Handschellen angelegt, wo jemand eine Verletzung an der Schuld hatte. Nachdem sie sich mehrfach in der Durchsuchung widersetzt hatte und es das geringste Mittel war, habe ich das getan. Genau. Wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen. Die Dame hat es halt mir gegenüber so geäußert, dass sie... Ja, ich weiß ja durch die Aktenhinsicht ungefähr, was in der E-Mail drinsteht. Mir hat es halt verbal so geäußert und ich behandle das völlig neutral, weil letzten Endes glaube ich bin sehr, sehr neutraler, wenn es was sowas angeht. Dass sie auch darauf hingewiesen hätte, dass sie die Arme nicht weiterheben könne. Blablub. Ist anhand des verletzten Bildes auch nachvollziehbar. Für den Officer vor Ort ist es allerdings dann wieder schwer nachvollziehbar. Das ist so ein Ding, ich würde es nicht beurteilen wollen. Also ich bin auch ganz ehrlich, das Problem ist halt, ich wusste ja, ihr habt ja den absoluten Tatverdacht, dass die eine Schusswaffe hat. Auch wichtiges Beweismittel, wie sich jetzt herausstellt. Und im Endeffekt musste ich sie durchsuchen. Also da hat kein Weg mehr rumgeführt. Einfach, also ich bin ehrlich, hätte ich sie nicht durchsucht, hätte ich eine schlechte polizeiliche Arbeit geleistet. Darf ich Ihnen einen Tipp geben? Also ich nehme mal die Freiheit raus. Vielleicht auch deutlich kommunizieren, dass Sie die Handschellen vorne anlegen oder aber Sie können eine zweite Set Handschellen nehmen, die aneinander binden. Dann sind die Hände und die Belastung auf den Schulterbereich viel, viel geringer. Wissen Sie, wie ich meine? Ich verstehe, was Sie meinen. In der rettigen Perspektive hätte ich das auch tun sollen. Genau. Lessons learned und so. Also wenn ich mich jetzt nochmal aus dem Fenster lehnen darf, Tief. Werden Sie? Ich glaube nicht, dass da so viel bei rumkommen wird in Staatsanwaltschaftsseite. Ich würde jetzt da auch das tatsächlich irgendwo bei Lessons learned belassen und vielleicht auch nochmal die Kollegen ein bisschen sensibilisieren auf solche Themen. Haben Sie eine Porno-App auf Ihr Handy an, Mr. Melanxi, oder was sind das für Sounds? Er ist euch ein Stöhnen oder euch ein Klopfen? Ich frage ja nur an, dass das bestimmt irgendwo wieder unten Radio ist. Ich weiß nicht, ob die Laptops lautgestellt ist, ich weiß nicht. Ja, ja, da muss ich mal gucken, ob der Winters wieder unten sitzt. Der in den letzten Zeiten sagt ja immer ein Tennisarm. Naja, wie dem auch sei. Ich dachte, der sei vergeben. Ja, ja. So, okay. Äh, gut, dann ist das ja geklärt. Haben Sie sonst noch Fragen, Mr. Maximus? Negativ, Sir. Gut, alles klar. Dann können Sie weiter Ihren Dienst machen. Danke. Tschüss. Gut, ähm, sorry, zu Ihnen. Also, ich habe gestern ein sehr langes Gespräch mit Herrn Muschera gehabt. Ähm, und auch mit einigen anderen Kollegen. Okay. Und, ähm, da habe ich, Sie haben ja mit Muschera über die Detective-Einheit gesprochen, korrekt? Ähm, Muschera hat mir mitgeteilt, also wir haben nicht drüber gesprochen, er hat mir mitgeteilt, dass er aus der Einheit abgezogen wurde. Genau. Ähm, folgendes Problem, schauen Sie. Wir haben gestern mal alles so, also ich habe das jetzt seit mehreren Tagen reflektiert und tatsächlich gibt es jetzt wieder einen Fall, der sehr ausschlaggebend ist und der mich tatsächlich auch zu dieser Entscheidung bringt. Ähm, es ist so, wir haben, äh, einen Haufen an unfähigen Police Officern. Wenn Sie jetzt einen Haufen von unfähigen Police Officern kombinieren mit der Beweislast oder Beweismöglichkeit, die wir in diesem Starte haben, dann haben Sie ein großes Problem. Ne? Und, ähm, wir können dadurch nicht arbeiten. Jetzt habe ich zum Beispiel mit Muschera, ähm, ich habe mitbekommen, dass er sich anderweitig im LSPD schon selbstständig angegliedert hat, indem er, ähm, bei der Ausbildungseinheit immer aktiv mitfährt und, äh, die Leute prüft mit Mr. Kukum. Und wir suchen gerade, ähm, auch Grund, auch wegen des Wegfalls von Mr. Pearson, weil er immer noch im Koma ist und wir müssen ja im LSPD auch mal vorwärts kommen, ähm, müssen wir natürlich die Ausbildungseinheit einmal ein bisschen nach oben pushen. Das bedeutet, Herr Kukum übernimmt den Posten von Herrn Pearson, Herr Johnson übernimmt den Posten von Herrn Kukum und da bleibt einen Lieutenantstelle frei und da sehe ich, nachdem der seine Sergeant-Ausbildung auch mit Bravour gemeistert hat, so wie ich es verstanden habe, Herrn Muschera. Er ist auch mit der Idee sehr, sehr glücklich, hat er zumindest zu mir gemeint und deswegen, ähm, würde ich ihn dort als Vertreter sehen. Das heißt, die Ausbildungsabteilung hat dann auch seine, seine, äh, Einheit, also praktisch die Einheit ist komplett, ja, Sie müssen sich vorstellen, wir haben dann noch die Frau Marshall und die Frau Ivanov, die da auch extrem Gas geben. Das bedeutet, das Buch ist geschlagen. So, jetzt müssen wir weiterschauen. Jetzt haben wir den Fuhrparkmanagement, da macht der Herr Harper einen ausgezeichneten Job, ähm, der ist da auch sehr hinterher und der bemüht sich, da mache ich mir auch keine Sorgen. Die Abteilung läuft, ja. Der Streifendienst läuft, also da ist der Herr Anderson, äh, tätig mit Mr. Bischloff, äh, wobei ich Mr. Bischloff jetzt einige Tage nicht gesehen habe, aber der hat sich wahrscheinlich mal ein bisschen Urlaub gegönnt. Also das läuft auch. Jetzt habe ich ein großes Problem. Die einzige Abteilung, die mir immer noch Bauschmerzen macht, ist die Detective-Einheit. Also warum macht die, ähm, das ist nicht mal Ihre Schuld. Ähm, warum macht die Abteilung mir Sorge? Schauen Sie. Ähm, ja, wie definiere ich das? Wir hatten, ähm, eine Situation, in der wir, ähm, Sie haben ja die Entführung von Mr. McGarrett vielleicht mitbekommen? Ja. Gut, Mr. McGarrett wurde wohl höchstwahrscheinlich von den Mayhems entführt. Ähm, denn bei der Entführung haben die einen Namen gesagt, der auch in einem anderen Fallakte eine Rolle spielt. Und dies ist eine enorme Beweislast, ja, oder ein Anfangsverdacht, um eine Spur nachzugehen. Mein logisches Verständnis ist jetzt, dann hinzugehen und zu sagen, schauen Sie, wir haben hier einen Anfangsverdacht, der sich auch erhärten wird, aber dafür brauchen wir eine Datenschutzaufhebung. Dann sagt die Mrs. Hodgins allerdings zu mir, er weiß, ja, Sie können allerdings nicht einen Querverweis auf die andere Akte nehmen, weil diejenigen noch nicht verurteilt sind. Ergibt ja auch Sinn. Allerdings ist das für unsere Ermittlungsarbeit ziemlich problematisch, weil wir wissen ja, wie, in welchem Abstand Prozesse stattfinden. Und wir müssen dann jetzt rein theoretisch sagen, hey, wissen Sie was, wir schließen den Sorkin-Fall so lange, bis in der anderen Akte eine Verurteilung erfolgte, um dann einen Querverweis zu nehmen. Ja? Denn bei der Entführung von Frau Sorkin fielen ebenfalls die Namen, äh, von Mrs. Kane, Entschuldigung, fielen die Namen, fielen die Namen Boom Boom und Jack. Diese beiden Namen fielen aber auch wiederum bei der Entführung von Mr. McGarrett. Also sehe ich einen Querverweis. Auf die Mayhams quasi. Richtig, ein Querverweis von vielen. Ich habe dies dann an der Staatsanwaltschaft vorgebracht, allerdings, ne, dieser Punkt, den ich Ihnen gerade genannt habe, plus, das ist auch ein großes Problem. Die sagen mir, ich muss einen Beweis für einen Beweis bringen, was schwierig ist, ja? Also eine Beweis-Seption. Ja, Sie wissen, es ist sehr, sehr schwierig. So, ähm. Mein täglich Brot tatsächlich, ja. Richtig, so. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, ähm, und ich wollte ja eigentlich die MCD aufbauen, aber ich merke, dass, das hat nichts mit Ihnen zu tun, das hat nichts mit Herrn Buskerer zu tun, das hat nichts mit Herrn Bischloff zu tun, das hat eigentlich mit niemandem was zu tun. Aber ich bin der Meinung, dass wir gerade im LSPD, also Sie sind absolut, so wie ich das sehe und mitbekomme, auch durch Kollegen, Sie sind, ähm, darin gebunden jeden Tag, ähm, Sie sind ja gar kein, Sie kommen ja gar nicht mehr raus. Sie sitzen ja nur noch im, im PD, im Mission Road Department, glaube ich, und machen die Forensik. Richtig? Stunden über Stunden. Sagen wir mal zu 80 Prozent, die restlichen 20 Prozent sind jetzt die zwei Fälle, die ich betreut hatte. Ja. So, und das ist ja meiner Meinung nach eigentlich überhaupt gar nicht das, was ihr Potenzial ausschöpft, ne? Ähm. Das Problem ist halt bei der Forensik, da muss man einige Fälle voranbringen und sonst macht's ja keiner. Richtig. Ich hab jetzt gestern Dipan geschult, aber der kann, ne, vorgestern war das, der kann das jetzt ansatzweise, weil, gut, Kane ist ja in Streifendienst beordert worden, das war derjenige, der da 50 Prozent, 70 Prozent der Arbeitslast abgenommen hat, was die Forensik anging, aber der ist da weggefallen und dann seither war das quasi dann wieder mir zugefallen, gänzlich. Ja, was ich also... Und wenn das nicht gemacht wird, ist halt dann beim Pferde liegen, verlieren und kommt zu keinem Vorurteilung. Richtig. Das ist absolut mir im Klaren, aber ich würde tatsächlich, ähm, ich würde das ganz anders, also, weil es hat, also, wie definiere ich das? Die MCD ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, also der Einheit ist es nicht möglich, einen Fall so zu Ende zu bringen, wie es eigentlich sein müsste. Verstehen? Wissen Sie, was ich meine? Also, sagen wir, eine, diese Abteilung beruht ja auf Beweismittel, Spurensicherung, bla, 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 ja? Und die führt ja dann das Organ weiter aus. Ist ja aber etwas schwierig manchmal, ne? Wenn Sie verstehen. Ja, in wenigen Fällen klappt das ganz gut, wie aktuell eben bei der Cypress-Geschichte. Ja, sagen wir mal, sagen wir mal, die Dichte liegt bei zehn Prozent des Erfolges, ja? Ja, die Kane-Sache wäre auch erfolgreicher gewesen, wenn, na, Sie wissen schon, nicht gewesen wäre. Ja. Also, was ich glaube, was ich glaube ist, wir sollten vielleicht den Ansatz nochmal überarbeiten, dass wir aus der, aus dieser Detektive-Einheit eigentlich diese Detektives anderweitig, ähm, bei uns ins LSPD eingliedern. Zum Beispiel, ich bin der Meinung, wir sollten, ähm, ein normaler Police Officer kann in einem Fall ja ermitteln, ja? Das heißt zum Beispiel, das mache ich ja gerade auch in einem Sorgenfall. Ich bin mit Oberstaatsanwalt Wilson tagtäglich am Sprechen, dass wir, äh, Ergebnisse bringen. Und ich sehe eher folgenden Vorschlag. Also, ich würde tatsächlich die Forensik, würde ich als Team aufbauen, so. Das sind drei Leute, ne? Sie machen das ja sehr gut. Dann würde ich den Herrn Kane da wieder reinholen und den Herrn Dupont. Das sind diese drei Menschen. Wo ich sage, ich meine, ihnen wird ja ein hoher Vertrauen entgegengebracht, weil sie haben, ja, die, wenn schon, dann diese eine einzige Beweislast in der Hand, ja? So. Also, ich würde ein Forensik-Team aufbauen, aber ich bin der Meinung, dass die Detektives, die wir, also, oder was wir versuchen zu etablieren, es funktioniert nicht. Warum funktioniert es nicht? Weil ein Detektiv ist man, entweder, weil man ein, äh, ein, ich mache mal ganz kurz mein Telefon aus, ein Detektiv ist man, weil man ein Detektiv ist oder weil man es gelernt hat, ja? So, wenn man jetzt ein Detektiv ist, also, wissen Sie, schauen Sie ja, mir längst hier, der Punkt ist, ich habe das gestern mit Miss Musqueira wunderbar auf den Punkt gebracht. Wie kann man es am besten erklären? Also, Sie könnten der beste Detektiv der Welt sein, es bringt Ihnen nun nichts. Weil Sie Handschellen umhaben, die Sie aber nicht sehen und merken, ja? Ähm, und das ist ziemlich schwierig. Ich komme zu einem Fallbeispiel. Wir haben in dem Fall Sorkin Aussagen gehabt, die uns dazu gebracht haben, dass wir herausgefunden haben, durch mehrere Datenschutzaufhebungen, durch Indizienketten, dass wohlmöglich Joseph Napier der Drahtzieher hinter der ganzen Entführung von, äh, von, äh, Frau Sorkin war. So, legen wir dem Richter vor. All dies in vier unterschiedlichen Herangehensweisen, in vier unterschiedlichen Argumentationswegen, in vier unterschiedlichen Anträgen. Alle Anträge wurden abgelehnt. Die drei anderen Anträge davor, die uns zu diesem Endergebnis gebracht haben, wurden zugelassen. Ja? Jetzt ist die Frage für mich, wenn wir vier unterschiedliche Wege nutzen, um Joseph Napier hinter Gittern zu kriegen, wo die Wahrscheinlichkeit, wenn wir sein Handy durchsuchen würden, zu 100% gegeben wäre, warum sträubt sich ein Richter in vier Angriffspunkten so dermaßen? Da schließt sich für mich dann Folgendes heraus. Schauen Sie, entweder wird er bedroht oder er kassiert Geld oder er hat Angst, weil die anderen drei Datenschutzaufhebungen haben wunderbar geklappt mit dem Fingerschnipsen. Ja? Nur diese eine nicht. Die Zielführende hat nicht geklappt. Und das ist für mich ein Paradebeispiel, wie unsere Polizeiarbeit in diesem Staate eingeschränkt wird. Und dann komme ich zu dem anderen Fall. Hotchins. Sie sagt mir, er weiß, Sie müssen mir einen Beweis bringen, damit ich eine Datenschutzaufhebung durchbringe, weil Beweis, er bringt den nächsten Beweis. Aber ich kann keinen Beweis bringen. Ja? Weil, jetzt gucken Sie, Sie haben unten in der Zelle jemanden und der wird viermal getasert. Aber seine Aussage dort ist eigentlich die essentielle, weil wir haben ihn praktisch, ich sag mal, auf frischer Tat ertappt. Er kann keine Kenntnis haben. So, dann wird er viermal getasert, bekommt Schmerzmittel. Er ist nicht mehr vernehmungsfähig. Ergo, geht er nach Hause oder ins Krankenhaus, kriegt die Info, die er braucht, um seine Aussage zu ändern und schon ist der Fall wieder weg. Wissen Sie, was ich meine? Ja. So. Und das ist ein Problem. Und solange ich der Meinung bin, dass wir beim LSPD so eingeschränkt werden, also das ist, da muss man sagen, das ist nicht die Schuld der Staatsanwaltschaft, das ist nicht unsere Schuld, sondern es ist so ein bisschen die Schuld des Rechtsstaates und der Richter, weil die zu hart urteilen. Verstehen Sie? Also wenn ich als Richter oder ich als Police Officer gehe zum Richter und versuche, ein konstruktives Gespräch mit ihm zu führen, um eine Herangehensweise zu finden, wie wir die Datenschutzaufhebung für Napier bekommen, dann sagt der Richter mir, ja nee, Herr Weiß, Sie können mir das nicht erzählen, weil ich bin der Richter in dem Fall, was ich ja verstehe. Dann ist er ja involviert und beeinflussbar. So, dann sage ich mir, okay, dann gehe ich zu seinem Vorgesetzten. Der Vorgesetzte hat aber gar keine Interesse darüber zu reden, weil er sagt, ja, der Richter ist der Entscheidungsträger hier. So, das heißt, der Fall schwebt komplett. Es gibt keine Entscheidungsgewalt darüber. Ja? Und das ist für mich ein Problem. Okay, so, und deswegen sage ich Ihnen, ich sehe bei Ihnen, sehe ich massives, verschenktes Potenzial aktuell. Sie sind jemand, ich, es tut mir wirklich leid, ich sage Ihnen das lieber aus meiner Perspektive, nicht, dass Sie Ihnen das sagen, ich habe Ihnen eine Aussage gesagt, dass Sie inzwischen ein Sesselfurzer sind. Ja? Ich sage Ihnen auch, dass mir vor Wochen schon zugetragen wurde, dass Sie einzelnen Officer mitgeteilt haben, dass Sie die Abteilung schließen werden. Nein, 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 das stimmt nicht. Sie überraschen mich gerade nicht. Das stimmt nicht. Nein, 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 das stimmt nicht ganz. Ich glaube, das musste Anderson im Funk durchgeben, dass diese Nachfragen und Gerüchte zur MCD jetzt ein Ende haben sollen. Okay, das ist interessant, weil, das ist wichtig, wieso wird das im Funk durchgegeben? Weil Anderson es so auf den Sack ging, dass er da gefragt wird, ob die MCD jetzt zu ist oder was da los ist und überhaupt. Okay, das ist interessant, weil ich habe nur mit einer einzigen Person darüber gesprochen, das war Herr Mosquera. Das ist richtig interessant. Genau, und ich habe ihm gesagt, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, und Winters, glaube ich, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, dann, also wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, dann mache ich mir final Gedanken darüber. Bis dahin ist das noch nicht bestätigt. Ich habe das nämlich selber gar nicht mitbekommen im Funk oder sonst wo. Anderson hat es mir dann tatsächlich gesagt, weil es war genau der Tag, wo ich die Sache mit Maximus mit ihm gesprochen hatte. Da hat er mich gefragt, willst du mit mir reden wegen der Dingsgeschichte, wegen den Gerüchten? Da habe ich gefragt, was für Gerüchte? Okay, das ist verrückt. Daher musst du eine Ansage im Funk machen. Das ist ja echt verrückt. Ich wurde auch schon von der Karte darauf angesprochen. Nach einem Kurzurlaub von mir bin ich letztlich zufall begegnet, weil mein Auto nicht mehr im Flughafen stand, habe ich einen Spaziergang gemacht, da war am PD vorbei. Da wurde ich dann auch schon in die Richtung grob angesprochen. Also Herr Melenksi, schauen Sie, der Witz ist, ich habe klipp und klar gesagt, dass wenn ich zurückkomme, ich da eine finale Entscheidung treffe, zu dem Zeitpunkt, wo ich gegangen bin. Und das habe ich zu einem sehr, sehr, sehr kleinen Kreis gesagt. Aber man kann ja anscheinend niemandem mehr hier was sagen. Hört ja jeder mit. Gut, ich bin ja auch nicht völlig auf den Kopf gefallen. Ich meine, 50 Prozent der Einheit wurden abgezogen. Die Aufstockung des MAPDs hat nicht stattgefunden. Ja, wissen Sie, stopp, 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 stopp. Warten Sie, warum wurde die Einheit nicht auf, warum wurde das Department nicht aufgestockt, wissen Sie das? Weil das Problem ist, da müssen Sie sich selber auf die Nase fassen. Schauen Sie. Ich habe Sie eingestellt, Herr Melenksi. Weil Sie waren für mich, in einer Zeit waren Sie der goldene Detektor für mich. Sie haben eigenständig mir Reportings geschickt. Keine Schweine hat das gemacht. Ich denke an den Officer Baker damals, der sich undercover in die Tuning-Szene einschleusen wollte und gesagt hat, er ist Polizist. Das sind solche Geschichten. Sie waren ein Vorzeigebeispiel. Dann gebe ich Ihnen diesen Posten. Ich versuche es zu etablieren. Ich versuche, da Kops reinzustecken. Ich kriege allerdings einen Haufen von Beschwerden hier auf den Tisch gelegt über Ihre Person. Auch von einem anderen Commander, der Sie massiv belastet hat. So, dann bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich denke, okay, Moment mal, war das denn die richtige Entscheidung, ihn auf diesen Posten zu setzen? Wir haben darüber gesprochen und mir ist dann bewusst geworden, das ist jetzt der Witz. Also wir haben uns ausgesprochen, Sie haben mir dann wieder Briefings geschickt, alles Paletto. Das habe ich auch noch eine Anmerkung tatsächlich. Ja, warten Sie, war für mich kein Problem mehr. Das ist, passen Sie auf, das ist ja nicht mal Ihre Schuld jetzt. Das Problem ist, wie ich Ihnen am Eingang das erklärt habe, wir haben eine, ich nehme, passen Sie auf, ich nehme einen Goldblock, ja, also ich nehme Sie jetzt und stecke Sie irgendwo hin, obwohl ich sagen könnte, wenn ich den Goldblock da rein tue, habe ich mehr Profit davon. Aber gerade sind Sie eine Ressource, die nur versauert. Sie stehen in diesem Büro, unten alleine, in diesem Department und machen die Forensik. So 80 Prozent, sagen Sie es ja selber gerade. So, und dann denke ich mir, wie dumm eigentlich, den kannst du viel mehr anderswo einsetzen. Und da bin ich am Überlegen, genau wie bei Pearson damals, was bei Ihnen mehr Sinn macht. Und da Sie eine gute Pflege zur Staatsanwaltschaft haben, sehe ich es deutlich sinnvoller, Ihnen einen Posten zu geben, der eher ein Bindemitglied zwischen diesen beiden, ich sage mal, ja, wie kann man das bezeichnen? Behörden. Ja, genau, zwischen diesen beiden Behörden darstellt. Weil wir haben das Problem, und da versuche ich ja die ganze Zeit dran zu arbeiten, dass Polisofficer wegkommen von den Gedanken, dass die Staatsanwaltschaft immer der böse Faktor ist. Frau Hutchins steht unten, muss mich und Herrn Winters die ganze Zeit und den Herrn Gamble argumentativ überzeugen, dass wir eine Beweispflicht haben. Ich verstehe das, aber es frustriert, ja, es frustriert mich. Es frustriert Herrn Gamble, weil wir wissen alle, der Pisser, der da drin steht, der hat McGarrett entführt, aber wir können nichts tun. Ja, so, und sie argumentiert und sie argumentiert und sie versucht, uns das klarzumachen. Und das ist ja auch richtig, was sie versucht. Aber wir sehen automatisch in ihr dann ein Feindbild, weil wir sagen dann, also ich inzwischen nicht mehr, weil ich weiß, dass sie das nicht ändern kann. Aber der Officer, der kommt dann zu mir und sagt, ja, Herr Weiß, die Staatsanwaltschaft, die macht ja gar nichts. Dann sage ich, ja, weil es liegt nicht nur an der Staatsanwaltschaft. Schauen Sie über den Tellerrand hinweg. Es gibt ja auch Leute, die über der Staatsanwaltschaft sind und Beschlüsse entscheiden, die Beweislast entscheiden, dass dies pipapo. Und da müssen sie das ankreiden. Das ist der Unterschied von Ihnen zu ganz, ganz vielen unserer Officer, die halt einen kleinen Blick über den Tellerrand wagen. Es ist aber auch die Sache, ich sehe das auch schon lange so tatsächlich. Und ich habe versucht, mit diversen Mitteln, diverse Officer drauf hinzustupsen. Zieht euch frühzeitig die Staatsanwaltschaft dran. Das sind Rechtsexperten, die helfen euch von Anfang an weg. Ich habe letztens wieder einen Fall ausgegraben oder eine Akte. Die wurde jetzt zweieinhalb Monate geführt. Und da ist bis heute, bis gestern kein Staatsanwalt hinzugezogen worden. Das war diese Vukovic-Klimann-Geschichte betreffend Horizon. Und ich habe da forensisch die Beweise geliefert, dass sie sich gegenseitig angeschossen haben. Und bis heute ist kein Staatsanwalt hinzugezogen. Wer ist denn der Aktenführer? Seit kurzem hat es übernommen. Boah, ganz frisch übernommen. Ich muss nochmal nachschauen. Soll ich Ihnen jetzt erzählen, was sehr traurig ist? Vorher hat Carter diesen Fall geführt und wurde sie suspendiert. Und dann hat es ein anderer Officer übernommen. Ich weiß nicht mehr hundert Prozent, wer. Erst seit ein paar Tagen tatsächlich. Ich glaube, Aziz sogar. Herr Dudi. Dudi, Dudi, ja. Nein! Okay, der wird wahrscheinlich, wenn der Pech hat, wird er gekündigt. Ach du Scheiße, okay. Ich muss aber erstmal nachschauen. Also er hat einen Fall gehabt und in der Aussage hat er seine Belehrung reingeschrieben. Die Belehrung war falsch. Und dadurch ist der ganze Fall wohl wahrscheinlich zusammengebrochen. Ja gut, die eine lässt die Belehrung weg, der andere macht sie falsch. Ja, ich schreibe doch nicht, ich bin doch nicht dumm und schreibe in der Zeugenaussage meine Belehrung ein. Verstehen Sie, was ich meine? Ich weiß nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Tatsächlich hat er reingeschrieben, dass der Tatverdächtige nicht lügen darf. Oh, das ist doch Quatsch. So, und das ist die Aussage. Warten Sie, das ist die Aussage, jetzt kommt es. Diese Aussage ist von Ramirez, der Frau Sorkin entführt hat oder der erste Indikator der Entführung war. Und das ist zweifelsohne zu belegen, denn er hat es in der Aussage, hat er gelogen und was wir wiederum belegen können. Aber, wenn jetzt der, die Aussage ist wertlos und jetzt kommt es, alle anderen Datenschutzaufhebungen basieren auf dieser Aussage. Ja, geil. Und ich sage Ihnen jetzt auch ganz ehrlich aus meiner Erfahrung raus, Beweismittel, was Sie vorhin gesagt haben und die Abhängigkeit davon bei Ermittlungen, völlig korrekt. Aber der Anteil an Dingen, welche Officer versauen, ist gar nicht so klein. Ich habe diese Cypress-Akten übernommen. Wissen Sie eigentlich, warum ich da Interesse dran hatte? Nee. Ich habe die Beweise gesehen, ich habe darauf hingewiesen auf diese Beweise und habe zwei Tage später gesehen, dass an den Akten nichts passiert ist. Wer war da denn der Aktenführer? Maximus. Ja, und dann habe ich gesagt gehabt, gut, dann ermittle ich, dann kann ich ein bisschen verhöre und ist auch eine nette Abwechslung, um ehrlich zu sein. Ich mag verhören und Vollgas. Und seither, man kann sich diese History von diesen sieben Akten angucken, das läuft einfach. Das Problem ist, schauen Sie, das Problem ist, der Officer, ich kriege das ja sehr häufig mit, deswegen mache ich ja inzwischen auch vieles selbst. Ich mache es besser. Man versucht dem Officer, das ja zu erklären und beizubringen. Aber manche Officer, es gibt einige, also zum Beispiel Herr Maximus hat ein Riesenproblem. Wissen Sie, was das Problem ist? Seine Arbeitszeit. Durch seine hohe Arbeitszeit ist er in viele Fällen involviert und kommt mit seinen eigenen Akten nicht mehr hinterher. Eigentlich müsste man ihn einen Monat lang einsperren und sagen, alle Akten abarbeiten. Und das ist das Problem. Aber, kurzum, wir müssen, tatsächlich habe ich überlegt, ich würde gerne mit der Staatsanwaltschaft und mit den Richtern mal sprechen, dass wir eine Rechtsschulung machen, die allerdings nicht vom LSPD abgehalten wird, sondern extern von der Justiz. Also, das... Soll ich denn dazu was sagen? Ja. Vor drei bis vier Monaten habe ich die feste Zusage dafür durch meine Kontakte gehabt, habe das der Ausbildungsabteilung weitergegeben. Ähnlich übrigens wie beim MD. Da gibt es auch schon längst fertige Ausbildungsmodule für uns. Das habe ich auch x-fach mit... Wurde gestern besprochen, ja. Sie meinen wegen erweiterte Erste-Hilfe-Kurs und Comeback-Medic, ne? Genau, richtig. Ja, 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 ja. Genau. Habe ich 30 Mal an Mr. Korkum und auch Pearson und überhaupt weitergegeben. Die haben sich dann teilweise sogar bei mir erkundigt. Haben Sie es vergessen, das weiterzugeben? Ne, habe ich wirklich schon x-fach gemacht. Das ist halt auch ein bisschen langsam gewesen hier und da, muss ich sagen. Ja, also ich würde jetzt tatsächlich mit Mr. Wilson später mal das Gespräch führen. Ich habe es auf meiner Agenda, dass wir das auslagern, weil das könnte nochmal die Bindung zur Staatsanwaltschaft und zu den Officern verbessern, ja, dass da so eine Brücke geschlagen wird. Und ich würde das gerne als Pflichttermin machen. Das bedeutet, wenn man Officer 1 ist, dann muss man dorthin gehen, um eine Beförderung zum Officer 2 zu bekommen. Man muss dorthin gehen und das DOJ stellt mir, dem Chief of Police, ein Dokument aus, also wirklich nur mir, wo drin steht, Officer X war da, Officer X. Ich finde auch, die sollten dann das so konzeptionieren, dass sie auch Fragen in den Anschluss stellen, wie so ein Test, um zu gucken, ob der Officer zugehört hat. Ja, immer wieder variieren und dadurch kann meiner Meinung nach das Rechtswissen beim Police Officer besser geschult werden. Aber auch, keine Ahnung, es sind auch solche Kleinigkeiten, wie sich ja ich richtig ab. Wir hatten jetzt hier die Situation, wo wir in, hier mit den Mayhems beim Yellowjack-In hatten, die Cops, die diskutieren vier Stunden lang mit den Leuten gefühlt. Ich sage, nehmen Sie die jetzt fest und bringen Sie die zum PD, bevor hier noch mehr Leute auftauchen. Ja, das Endergebnis war, dass da mehr Leute aufgetaucht sind. Wir müssen dafür sorgen, dass wir... Warten Sie mal, warum ich so unbeliebt bin und warum es so viele Beschwerden über mich gibt. Ja, was soll ich denn sagen, aber... Ja gut, aber sie traut sich ja keiner, sich zu beschweren. Na doch, klar, das gibt es auch. Es gibt tatsächlich Kollegen hier, und das finde ich sehr gut, die herkommen, die sagen, er weiß, das war scheiße von ihnen. Und das ist in letzter Zeit so häufig. Und das sorgt dafür, und das finde ich sehr gut, muss ich sagen, dass ich einen Änderungsprozess an meinem Charakter vollzogen habe. Weil wenn Sie mal schauen, und da müssen Sie so fair sein, wenn einer hier früher ins Büro kam und der hatte eine dicke Krawatte, dann habe ich ihn gekündigt. Und inzwischen sage ich Ihnen, gehen Sie, ziehen Sie eine andere Krawatte an. Ja, ich bin leider, das ist leider auch ein negativer Aspekt, ich bin zu nett geworden. Und das ist das Problem. Und ich sage Ihnen, ich werde Herr Dudy nicht kündigen können, weil er mir leid tut. Aber hart auf hart hat er den Fall Frau Sorkin, einer ermordeten Police Officerin, hat er zu verschulden, dass dieser Fall wahrscheinlich nie aufgelöst wird. Und das ist eigentlich für mich ein Kündigungsgrund, weil er muss es besser wissen, nach dieser Leistung und dieser Erfahrung, die der im LSPD hat. Und das ist für mich, nach mehrmaligem Degradieren und Ausnehmen aus einer Abteilung, ist das für mich keine polizeiliche Leistung, die er den Tag gelegt hat. Das ist miserable Polizeiarbeit. Vor allem in dem Maße, wo wir Herr Napier ohnehin an den Eiern hätten. Aber da gibt es so viele Sachen. Wenn jemand ein Auto anfährt und weiterfährt, also eigentlich Sachbeschädigung begeht und quasi Fahrerflucht, wird das von den Officern als unterlassene Hilfeleistung gesehen. Heute habe ich eine Akte gelesen mit, da wusste ich ein bisschen lachen, öffentlicher Waffenbesitz. Ich weiß bis jetzt noch nicht, was öffentlicher Waffenbesitz sein soll. Öffentlicher Waffenbesitz? Ja, das ist nämlich schon was öffentlichem Waffengebrauch und illegalem Waffenbesitz, schätze ich mal. Weil das ist diesmal halt massig und man sieht das massig, was da gemacht wird. Und ich bin halt jemand, ich habe mir auf die Fahne geschrieben, ich bin nicht hinten rum. Ich gehe zu den Leuten hin und sage, hey, das ist Bullshit. Das ist eines meiner Größte-Worte geworden. Nee, ist der übelste Lester-Halny. Das geht so nicht. Ich mache so, mache so, mache so. Letztens auch, ich komme hier ins BPD, weil ich ein Verhör hatte. Sind sie hier unten am rumeskaldieren, weil da ein Mr. Guterres ist, der einen offenen Strafbefehl aus dem Juni hat. Und dann sage ich, und wo ist jetzt das Problem, wir erreichen die Staatsanwaltschaft nicht. Habt ihr mit dem gesprochen? Ja, nee, dann gehe ich zu diesem Mr. Guterres hin, frage ihn, ist ihm die Strafe bekannt? Nee. Ja, alles klar, dann Abfahrt. Ich habe von zwei Minuten gekleidet und die haben da vorher schon eine gefühlte halbe Stunde rumgemacht. Ja, dann haben sie den in die Zelle gesteckt, ne? Und dann wurde der in die Zelle gesteckt und, ja. Das ist aber mit der Maximus genauso. Der kommt zu mir, er weiß, der hat mir längst hier eine Anzeige erstellt. Der will mich in den Knast stecken. Dann sage ich, ja, Moment mal. Haben Sie denn schon mit ihm darüber gesprochen? Ja, nee. Wahrscheinlich nicht. So, und das Gespräch resultiert jetzt daraus, dass ich jetzt seit zwei Tagen versucht habe, sie ja zu erreichen. Sie sind ja, glaube ich, immer relativ oft morgens da, ne? Auch abends, aber ich hatte sie gestern knapp verpasst, schon einmal zum Beispiel. Genau, und dann sage ich, ja, wir machen ein Dreiergespräch und reden das miteinander, klären das miteinander und dann wird die Sache sich schon erledigen. Ich glaube nicht, dass der jetzt die bewusst hinter Gittern bringen möchte. Da wird es ja einen Grund geben, warum er diese Akte erstellt hat. Aber das habe ich dann auch festgestellt, hinter Gittern bringen wollen, wenn sie keine Riesenscheiße bauen. Ja, absolut. Und wenn das gerechtfertigt ist und sie da eine Anzeige erstellen, weil eine Person eine Anzeige eingereicht hat, dann ist das auch korrekt so. Muss ich ja tatsächlich, ne? Ja, ja. Also, ja, ich nehme das schon sehr ernst, aber ich beurteile das nicht, weil da nehme ich meine Finger raus. Ich bin selber Officer und ich finde nicht, dass wir intern zu viel ermitteln sollten. Also, ja, also... Strafrechtlich halt, ne? Ne, 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 schauen Sie, wir sollten schon, wir sollten schon, und das ist ja sehr wichtig, wir sollten schon auf... Also, wir machen ja jetzt dieses Gebäude 5, heute ist ja die Begehung davon. Und mir ist es wichtig, dass ein Police Officer, ein Police Officer das Recht hat, sich zu verteidigen, auch innerhalb des LSPDs, ja? Das heißt zum Beispiel, wir gründen ja jetzt so eine Art, ja, wie sagt man, Tribunal. Das bedeutet, sie bauen Scheiße. Ich denke an Filme. Ja, ja, genau, genau. Sie bauen Scheiße, ja, dann kommen sie dorthin und dann haben sie die Möglichkeit, einen anderen Police Officer mitzubringen. Und dann sitzen sie dort und müssen dann die Commander oder die Captains oder whatever, wer da sitzt, müssen überzeugen dafür, dass man, wie so ein Mini-Gerechtsprozess unter dem LSPD, ja, so ein internes Verfahren. Das ist halt aber etwas Internes da, ne? Es gibt wieder strafrechtliche quasi und das dienstrechtliche. Genau, aber wenn was Strafrechtliches entsteht, ist es immer wichtig, weil die interne Ermittlung liegt ja beim Chief of Police, dass immer der Chief of Police als erstes darüber informiert wird, der das dann weiter in die Staatsanwaltschaft trägt. Es sollte niemals der Fall sein, dass Police Officer das untereinander machen, weil dadurch entsteht dann das Problem, was wir jetzt im Maximus-Fall haben. Also, dass sie die Anzeige jetzt aufgenommen haben, ist absolut korrekt. Muss nicht wegen der Verjährung tatsächlich. Ja, ja, ist ja auch korrekt. Ich meine, da kam eine Dame zu Ihnen hin, hat eine Straftat gemeldet, der Straftat sind Sie nachgegangen, ist ja, der Herr Maximus ist in dem Fall ja auch ein normaler Mensch. Ich sage Ihnen, ich habe mir viele Gedanken drüber gemacht, deswegen habe ich auch die Commander mit eingeschaltet und dann wurde ich nochmal auf die Verjährung hingewiesen und dann musste ich halt vorher frei, sonst hätte ich das Ding halt im Grunde genommen vertuscht. Ja, richtig, also da müssen wir auf jeden Fall, bin ich ja auch ganz, ist ja auch okay. Wir müssen, wie gesagt, nur schauen, dass wir die Pflicht der Hierarchie einbehalten und dass wir die Meldepflicht einbehalten. Ja klar, das sehe ich auch so. Aber jetzt machen wir das mal kurz um. So, ich würde jetzt Folgendes machen. Also, ich bin heute eigentlich sehr viel eingespannt, weil heute ist diese komische Schnitzeljagd, dann habe ich heute diese Brandschutzbegehung, dann dies, das. Ich würde mir noch das Recht rausnehmen, bis Sonntag oder nächsten Mittwoch mir Gedanken zu machen, wie wir da fortfahren. Na ja, gut, das ist recht, haben Sie ja so oder so. Ja, bei der MCD. Wenn ich jetzt Nö sage, sagen Sie Honza. Ja, ja, ne, also mir lenken Sie, passen Sie auf. Ich sage es nochmal, es geht letztendlich nicht, also die Reformen dieser Abteilung war eigentlich immer dazu, dadurch eine neue Führung, einen anderen Hauch oder einen Windhauch da reinzukriegen, einen anderen Ansatz zu finden, um ein besseres Ermittlungsergebnis an den Tag zu legen. Es bringt allerdings nichts, weil Sie können dort, wie gesagt, den besten Detective reinsetzen, es ist das Problem, entweder brauchen Sie Connections auf der Straße, wo Leute sich verpfeifen, Sie brauchen Geld oder Sie brauchen Falschaussagen, beziehungsweise widersprüchliche Aussagen. Die Beweispflicht an sich ist immer etwas schwieriger. Ja, das spielt auch damit rein, Forensik und so weiter, aber ich denke, das ist ein minimaler Anteil. Schauen Sie sich die Aktenlast an von uns und schauen Sie sich die Ergebnisse der Aktenlast an durch Prozesse. So, deswegen würde ich vorschlagen, Sie können sich ja mal überlegen derweil, ob Sie vielleicht daran Interesse hätten, eine, ich sage jetzt nicht Abteilung, aber so eine, es ist eine Abteilung bestehend aus einer Person, so würde ich das glaube ich ganz gut sehen, dass Sie einen Bindemitglied darstellen zwischen der Staatsanwaltschaft und dem LSPD. Ich würde sogar fast schon sagen, Sie arbeiten mit Herrn Winters da eng und eng zusammen, weil das wäre glaube ich ganz gut für Sie und dass Sie da eine Brücke schlagen, dass die Verbindung zwischen Staatsanwaltschaft und dem LSPD besser läuft. Und ich glaube, dass, wenn das jemand kann, dann können Sie das, weil ich glaube, dass Sie ohnehin da schon, auch mit Ihrem privaten Verhältnis zu Mrs. Hamilton, dass Sie da glaube ich ganz gut aufgestellt sind. Ach, wissen Sie, mir wird auch was zur Direktorin vom MD nachgesagt, deswegen. Ich habe aber schon mit Mrs. Hamilton, habe ich da schon andere Infos. Ich ermittle da auch, Mr. Benixi. Die eigene Leute, das ist eine Sauerei. Ja, ich ermittle da auch. Nee, aber es ist mir so wichtig praktisch, dass Sie würden dann, wie soll ich sagen, in dieser Abteilung würden Sie etwas machen, was wir im LSPD noch nie hatten. Wir haben das ja noch nie explizit so gemacht, aber Sie sind da praktisch der, der die Officer an die Staatsanwaltschaft führt und die Staatsanwaltschaft an die Officer. Aber natürlich immer in Absprache mit meiner Person und das ist ja wichtig. Sie werden ja dann praktisch auf einen Posten gehoben, der Sie, ja, wie sagt man, Sie sind eine beratende Funktion für diese beiden Behörden. Ja, ich mache sowas ähnliches schon diesen Samstag. Mich hat Mr. Williams, das ist glaube ich noch Rekrut, angesprochen, dass er bei dieser Feather Maximus Geschichte der Streifenpartner war von Mr. Maximus. Dann hatte ich ihn kurz darauf angesprochen, also ich habe das erst gehört, dann habe ich ihn gefragt, ob das so war. Dann meinte er, ja, das war seine erste oder zweite Streifenfahrt. Da habe ich gemeint, ich habe jetzt erstmal keine Sorgen machen, da kann es natürlich sein, dass ihm nochmal Fragen gestellt werden. Jetzt kam es ja zu dieser Akte, dann wurde er von Maximus angesprochen, dann hat der Rekrut mich nochmal darauf angesprochen, da habe ich gemeint, ich habe alles halb so wild, nicht einschüchtern lassen, nicht irgendwie verrückt machen lassen, einfach dann beim Termin bei der Staatsanwaltschaft die Wahrheit sagen, so wie Sie das wahrgenommen haben. Sagen Sie auch ruhig dazu, das war Ihre erste oder zweite Streifenfahrt, das ist natürlich für das Gesamtbild auch wichtig. Dann hat er mich gefragt, ob ich ihn begleiten würde. Dann habe ich gesagt, kann ich gerne machen. Ja, richtig. Aber ich werde da einfach nur durch Anwesenheit quasi so ein bisschen Ruhe vermitteln. Ja, es geht mir darum, dass ein Bindemitglied entsteht zwischen eben diesen beiden Behörden und dass Officer wissen, dass, also sie sind dann praktisch, wie soll man sagen, sie sind zwischen Administrative und dem, ja, das ist schwierig. Man muss da eine Definition für finden. Der freie Radikale, die ich schon immer so ein bisschen war, wenn man ganz ehrlich ist. Das ähnliche Spiel mit dem MD. Das, was sie mir ja eigentlich mal so ein bisschen bei dem Suspendierungsgespräch ja auch nicht ganz positiv ausgelegt haben. Naja, weil sie haben das Problem, ich sage Ihnen, sie sind manchmal auch etwas, so, wie habe ich sie mal genannt? Sie waren eine Zeit lang, oder wie hat ein Kollege sie genannt, dass sie, also so hat er es nicht gesagt, aber ein abgehobenes Arschloch. Ja, so kann man es, glaube ich. Das kann ich verstehen. Ja. Ich kann es tatsächlich verstehen, aber es hat auch seine guten Gründe, weil ich hasse es, wenn sich Leute besonders dumm anstellen. Ich verstehe das, klar, absolut. Aber schauen Sie, Melenksi, wenn ich Ihnen diesen Posten gebe, erwarte ich von Ihnen, dass diese Kommunikation, dass wenn ein Ermittlungsverfahren gegen PD-Officer läuft, wenn irgendwas passiert mit der Staatsanwaltschaft, Sie sind in der Pflicht, das sage ich Ihnen jetzt, jeden Furz mir per E-Mail, so wie Sie es früher gemacht haben, in Stichpunkten zu schicken. Waren heute bei der Staatsanwaltschaft den und dem Fall, darum geht es. So, weil ich gebe Ihnen ein, das ist eigentlich noch mehr Vertrauensvorschuss, als ich es Ihnen gebe bei der Forensikgeschichte, sondern hier ist es so, ich möchte, dass Sie dem Officer zeigen, dass, also Sie vertreten das LSPD, aber Sie vertreten aber auch die Staatsanwaltschaft und Sie geben dem Officer das Gefühl, hey, wenn du zur Staatsanwaltschaft musst, ist das nicht schlimm. Das hat seine Gründe, aber Sie gehen auch zur Staatsanwaltschaft und vertreten das LSPD. Es ist praktisch so ein Mittelding und Sie sind die neutrale Person zwischen, wenn ich Deutschland bin und einer ist die Schweiz, sind Sie die Grenze. Ja, so. Ich dachte, das sei ein Land, das ist eigentlich ein Bundesstaat von einem anderen. Ey, ich habe keine Ahnung, ich habe das nur mal in so eine Doku gesehen, da gibt es auch noch Österreich und... Das ist eher das Russland, also... Ja, richtig, ne, aber kurzum, ja, dann müssen wir uns da mal eine Definition überlegen, aber, ähm, ja, ich habe hier noch was für Sie, machen Sie ganz gut. Ja, okay, was ich halt jetzt noch sagen wollen würde, ist, dass eben das mit der Forensik, wenn ich den Cain wieder haben könnte und den Deport da mit drin habe, wäre mir das sehr recht, weil die Arbeitslast ist ein bisschen zu extrem tatsächlich. Ja, ähm, ich sehe es aber auch sinnvoller an, die Abteilung der Forensik wieder zum LSPD herzuholen, ähm, weil ich finde, Sie sind zu weit weg. Also, Sie sind ja, ne, und das ist auch nicht schön für Sie, Sie fallen ja ineinander da rein so, ne, es ist ja überhaupt keine soziale Interaktion mehr. Sie sollen nach, zum Arbeitsplatz kommen und da soll was los sein, Sie sollen einen Officer treffen, Sie sollen in Gespräche kommen und ich glaube, wenn Sie dann, ich sage mal, wieder nach Hause kommen. Beim Mission Road Department, ähm, das würde... Das trifft sich ja eh ganz gut, weil wir aufs Wochenende hin, falls ich es jetzt zeitlich hinbekomme, ähm, ich weiß noch nicht genau, ähm, die Forensik, äh, Asservatenkammer lernen wollten, aber ich würde dieses Mal ganz gerne, wir hatten ja mal drüber gesprochen, da gerne eine kleine Liste noch anfertigen, damit da eine gewisse Sicherheit diesmal drin ist. Ja, natürlich, das muss protokolliert werden, was da alles drin ist, ja. Sie sagen natürlich, aber es ist, ähm, in der Vergangenheit hier und da schon mal nicht geschehen, nachweislich. Okay, also da muss eigentlich ein externer Police Officer, der nicht in der Forensik ist, äh, da können Sie dann zum Beispiel, wer das tadellos könnte, wäre zum Beispiel ein Mr. Winters oder eine Frau Marshall oder sowas, ja, die, äh, gut in sowas sind. So ein 4-6-Augen-Prinzip. Genau, nehmen Sie es zur Seite, die protokollieren das, dann wird das alles bei der Übergabe protokolliert und dann, ähm, so wie wir es früher mit Tanaka gemacht haben. Also da gab es wohl, ich habe da ein bisschen nachgeforscht, ich habe auch viel mit Winters gesprochen, weil er ja auch die Arbeitsweise von Tanaka kannte und, äh, da auch nochmal wegen, ähm, Wischloff war ja auch einer der Hauptverantwortlichen. Das Jahr wird so langsam voll. Er wusste zum Beispiel nichts von Dokumentation und war sich auch ziemlich sicher, dass es da keine Stadt gefunden hat. Okay, aber ich weiß, dass Tanaka das eigentlich immer gemacht hat. Oder das haben wir über... Tanaka hat ja alles aufgeschrieben eigentlich. Ja, ja, deswegen gut. Ähm, früher haben wir es so gemacht, es stand ein Officer bei der Ausgabe der Asservatenkammer, es stand ein Officer beim Truck, ähm, ein hochrangiger Officer stand bei der, wie gesagt, bei der Ausgabe und beim Truck und die beiden haben Listen geführt und die hintereinander angeglichen. Okay. Also mit Dings mit, ähm, Brian Gamble bin ich schon im Kontakt, deswegen, das ist alles am Anlaufen. Okay. Das sind nämlich um die 40 Schusswaffen, glaube ich, ähm, 100 Gramm Koks sind da mit dabei, Gras. 100 Gramm Koks? Ja, ja, also wenn nächste PD-Party ist gesichert, ne, eher MD-Party würde ich sagen. Ich hab heute lange geschickt, bringen Sie mal ein Paket. Ich frag noch ein bisschen was. Ne, 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 war schon. Ne, aber genau, ne, da machen wir uns bis Mittwoch mal Gedanken, Sie können ja selber sich Gedanken machen und dann würden wir am Mittwoch uns nochmal austauschen darüber. Okay, wie sind Sie denn Mittwoch da, auch abends, denke ich. Ja, 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 Mittwoch bin ich. Also ich bin jetzt, äh, heute da, äh, Sonntag bin ich da, aber ich hab heute sehr viele Termine und Sonntag sehr viele Termine. Ähm, am Sonntag ist ja auch diese komische Hochzeit, ne? Ja, aber ich, äh, hab davor ein bisschen ein paar Hungerfilme zu gucken und soll ich, äh, am Sonntag ist das, am Sonntag sind ja auch Beförderungen. Um 21 Uhr. Ja gut, auf mich wartet eigentlich nur noch der Weg nach unten, nach oben geht's ja wohl nicht mehr. Na, ne, sie gehen ja nicht nach unten. Also keine Sorge, ne, da wird jetzt keiner degradiert oder so. Ähm, ne, also wie gesagt, ach, Beförderung ist am Sonntag auch, stimmt, da war was. Genau, um 21 Uhr. Das wird noch lustig, ich glaub, die werden sich richtig abfacken, dass es während der Hochzeit stattfindet. Das ist so, völlig. So. Ja, das ist, äh, dass die, 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 die Wasseranlage für den, für das, für die Grünenfläche da unten, wissen Sie? Ach so, gut, dass ich um die Ecke gefragt habe. Genau, ne, ähm, wegen der Hochzeit, ich weiß, dass einige Kollegen sich darüber beschweren werden oder, ne, ich hab da schon die Info bekommen, aber der Punkt ist, ich kann, ich, also ich kann jetzt nicht wegen der Hochzeit das LSPD-Leben stilllegen und sagen, ja, ihr geht jetzt alle zur Hochzeit und die Beförderung machen wir dann. Ist jetzt Sonntag und gut ist. Außerdem war danach die Idee, dass ich das Brautpaar einlade, wir wollen die überraschen, also so hab ich's mir vorgestellt, dass wir sie dann entführen von ihrer eigenen Hochzeit und die zum Gruseldorf oben bringen. Da ist nämlich so ein Creepy-Dorf und da sind so Schauspieler aus Los Angeles, die die Leute erschrecken mit so einem... Ja, da wär ich gestern fast in die Baustelle gefahren. Oh Gott, das Willen. Ja, war schon zweit und dunkel. Ja, deswegen, ähm, ja. Okay, gut. Gut, dann... Langsie, Mittwoch sprechen wir nochmal in Ruhe, ne? Mittwochabend, genau, dann setzen wir uns da in Kontakt. Check, gut, dann grüßen Sie mir die Kollegen und wir sehen uns. Alles klar, dann bis denn. Bis denn. Tschüss. Oh, nee, okay. Hallo. Hallo, wie geht es Ihnen? Ja, ganz gut, und dir? Boah, super. Wie kann ich... Was ist los? Du hast angerufen. Ähm, die Verkündung, dass am Sonntag die Beförderung sind, hat gestern große, große Wellen geschlagen. Ich hab grad noch dabei... Wo bist du denn? Im Streifenwagen in der Southside. Mit wem? Mit der Frau Jäger. Okay, ja, dann hol mich... Ich warte, dann fahr ich mit. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Ja! Hass und Beef. Mütze dabei? Ja. Äh? Ach, das ist schon geändert. Lol. Das ist auch schon das Icon. Ihren Team. Ja. Natschi! Oh, Pisskopf. Wie geht's dir? Alles easy peasy bei dir. Geht mal kurz, kurz noch pinkeln. Da können wir auf die Streife fahren, Leute. Raus aus der Bude! Raus! Warte. Einen Kaffee mehr, ey. Och ein�inen. Raus aus der Bude. Vielen Dank. 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 Sorry. Sorry. Ja. Ja. Moin. Ja. 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 Ja, und wie ging es dann weiter? Dann hat er gesagt, dass es die Beförderung sind. Er hat halt nicht gesagt, dass es die Beförderung sind, sondern dass es am 31. und 21. Nee, die Uhrzeit stand, glaube ich, da auch noch nicht so genau fest. Oder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hieß es am 31. Anwesenheitspflicht für die Kollegen. Und dann hat es sie halt gemeint, was ist denn da so Besonderes? Ist das wirklich so dringend wichtig? Und dann hieß es Beförderung. Und dann ging so das Gemäckle halt darüber los. Bitte? Hat sie gemeldet oder reingerufen? Weiß ich nicht. Ich glaube, reingerufen. Sie hat die ganze Zeit so vor sich hingebrudelt, aber so richtig laut. Sie war schon sehr angekratzt. Ja. Und sehr zickig. Ich komme sofort wieder. Eine Sekunde. Ich muss kurz was am Computer ändern. Ich bin sehr gut. Ja. Der alte Weiß ist wieder da. Also, am Sonntag, am Sonntag, am Sonntag sind Beförderungen und Anwesenheit ist Pflicht. Wer nicht da ist, wird nicht befördert. Das ist doch schön. Ja, wir sind das LSPD. Was zur Hölle. Der kommt tatsächlich mit einem blauen LKW. Der hat das Spiel dabei. Aber da können wirklich die Absperrungen sein, oder? Oder Frau Collins kommt zur Arbeit, ich weiß es nicht. Der wäre nicht, aber eher rot. Wieso rot? Cypress hat eigentlich gelbe Zugmaschinen und heller blaue Trailer. Aber das ist, glaube ich, der Warehouse, Mann. So, sie können jetzt alle mithelfen tragen. Dass ich verletzt bin. Juhu hinzu. Achso, wenn Leute aus Gründen der Abwesenheit nicht bei den Beförderungen beiwohnen können, also wirkliche Gründe, dann werden die natürlich später befördert. Also nur, dass sie, ich bin ja kein ganz böser Mensch. Ja. Ein bisschen. Let's go. Ja. Deine Schuld, ne? Was denn? Lass die Beförderung heute nicht klappen. Oh, ich bin doch eh Hassbild Nummer eins von dem her. Ich nehme alles mit. Hassbild Nummer eins bist du? Ah. Warum? Ich hab doch gesagt, ich bin die, die sich hochgeschlafen hat. Wann kriegen die Form, möchtest du? Das ist aber nicht mal erfolgreich und nicht mal gut. Ne. Immer noch ziemlich weit in der Mitte von der Nahrungskette hier. Hallo. Hallo. Wunderschön. Guten Tag. Ich hab jetzt was für euch. Ich hoffe ihr habt hier gefrühstückt heute Morgen. Ja. Negativ, aber wir kriegen das schon... Das ist der Herr von Cypress Warehouse. Wissen Sie, der Herr von Cypress Warehouse hat mir ein Foto geschickt, wie der mit dem Herrn Smith und mit dem Elektriker zusammen an einem Pokertisch saßen und die haben mich nicht eingeladen. Ja. Das war eine wilde Hunde. War eine wilde Hunde. War eine wilde Hunde, ja. Kommen Sie mit. Ja, kommen Sie mit. Illegales Glücksspiel. Ist notiert. Ey, Poker ist doch kein illegales Glücksspiel. Allgemein, Glücksspiel ist eh nicht illegal in diesem Stand. Aber was doch die wichtigste aller Fragen ist, wann bekommen wir Frauen passende Mützen? Gar nicht. Das war die passende Antwort. Gimmel! Frau Jäger, können Sie den Herrn Smith mal anrufen, der soll bitte auch helfen. Versuchen Sie den mal zu erreichen. Ja. Wir rufen doch eben den Kollegen Smith an, vielleicht kann der helfen ihm, wissen Sie? Da brauchen wir auch welche oben beim Esti. Ja, 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 ja. Ich hab auch ein paar Wessen mit dem Esti. Ich hab auch drin. Wessen muss ich essen. Was? Wollen Sie einen Keks? Ne, ne, danke. Ein bisschen Sport. Nur Salat. Salat essen Sie nur. Ja, ja, Salat. Haben Sie Salat dabei? Ne. Ich kann Ihnen eine Gyrosuppe geben. Ne, ne, ne. So, dann packen Sie mal hier ein. Am besten so ein bisschen saltig. Dann sind Sie besser hier. Ah. Ja, viel Erfolg. Ah, du Scheiße! Ja, 500 Stück. Was kostet das? Okay, das werden Sie einen Sinn auf der Rechnung. Ja. Wir brauchen mehr Kollegen. Dinge verkaufen müssen dafür, wissen Sie? Warten Sie mal, ich nehme mal hier so eine... Moment. Oh je. Womit fangen wir denn an? Mal so gefragt. Ja, warten Sie kurz. Ich stelle mal... Was entscheidet Ihr Chef? Oh. Oh, Chief, wo sollen die Barrikaden hin? Können Sie erst mal hier hinstellen, das Dingin? Die Hütchen direkt in die Autos verteilen, oder? Ja. Fünf Hütchen pro Streifenwagen. Check. Maximos, Sie koordinieren. Check. Gut. Die Shows, Westen, wenn das geht, eins zu eins austauschen. Okay. Das ist lustig. Westenfalls, dass Sie jemanden einbauen. Ja. Ich hoffe, es klappt. Gut. Dann, Lacey, du machst die Fahrzeuge vorne. Shaw, du machst die Fahrzeuge auf der minus eins. Mhm. Ach, schön. Peters, du machst die hier auf der minus drei. Was mache ich mit den Fahrzeugen? Ja. Ja, die Dinger rein. Die Hütchen. Die Fahrzeuge in jedes Fahrzeug. Können Sie sich mal hier schon mal unterschreiben? Ja. Ja. Guck mal her. Bitteschön. Mhm. Der war fünf Stück. Mhm. Mhm. 500. Ja, Südchen, 10 Barrikaden, jeweils 50 Schuss Westen, 20 Schuss Westen für das SD jeweils. Ja. Ja. Ja, das war's. Bitteschön. Wir brauchen bestimmt noch mal einen Ausweis, oder? Warten Sie eben. Ja. Können Sie kurz mich auf dem Brett oder so sagen Sie mir, das ist sehr schön. Mhm. Ja, bitteschön. Dankeschön. Das bin ich auf dem Foto, sehen Sie, ne? Ja, das sieht sehr fotogen aus. Sie sind sehr fotogen aus. Ich bin fotogen. Dann, ähm, ich will sagen, erst mal die Barrikaden, ne? Ich nehme mir Jäger mit. Die Westen haben versucht, zu eins von uns auszutauschen. Sie stellen alle die Barrikaden hier hin. Ähm. Sie schaffen das schon. Ja. Ich warte dann mal mit den Hütchen. Au. Ah. Kann man in die Kuck jetzt auch Hütchen? Ähm. Einfach davor stellen, die fünf Stück. Stellen Sie die einfach erst mal davor. Okay. Ah. Das Geile ist, die Sachen bleiben auch nach Server Restart da stehen, Leute, ne? Ah. Ich bin klar. Ich bin klar. Ich bin klar. Ich bin klar. Sollen in die linken Units auch Hütchen rein? Ja. Die müssen sie hinten festmachen, ne? Wie bitte? Die müssen sie hinten festmachen. Ne, der hat doch hinten die Klappe. Okay, dann packen sie rein. Wo die Griffe dran sind. Stellen sie mal so ein Hütchen hin. Wir müssen mal eine Qualitätskontrolle machen. Stellen sie mal eins hin. Äh, ja. Ja. Okay, ich muss los. Ciao. Ich muss los. Hä? Warum? Send die Chance. Dispatch anfangen. Mhm. Checkt sie für die Dispatch. Alle. Gleiche Ende. Was denn? Das ist für dich, weil du das gestern kaputt gemacht hast. 1000 Dollar kriege ich von dir. Kannst mich mal, ich kriege von dir noch 15.000 Dollar. Nein, das ist das... Im Namen des L.S.P.D.s. Dann kannst du es verrechnen. Das ist nicht wahr, ist das denn? Ich kenne meinen Pin leider nicht. Okay. 1, 1, 1, 1. Das kann man sich nicht merken. Ne. Wir brauchen ein Hütchen-Emote, Leute. Dringend. 0, 4. Check. Check. Oh. Gestern habe ich eine Wasserflasche bei mir in eine Wohnung gestellt, aber diese war weg, als ich wieder in die Wohnung kam. Die freuen sich Sachen, wenn man weg geht. Ne. Also bei mir, meine Wasserflasche und so waren alle da. Dann hast du was falsch gemacht. Die Kürbisse... Die Kürbisse sind ja auch alle oben und so weiter. Das heißt mir davon, dass die Leute ihren Schlagstock einfach so im Auto liegen lassen. Ist gut, oder? Nein, das fragt mir gar nicht mehr. Moin. Hallo, Chief. Hallo, Hanni. Du bist Ed. Information für die zwei Streifen. Nikita de Jong. Anwalt Nikita de Jong ist vor Ort, war auch der Anrufer. Falls die Nummer fragen brauchen... Da lag auch mal eine Schott. Aber nicht dein Schlagstock. Hallo? Hä? Aber nicht dein Schlagstock, oder? Ich habe jetzt die Hose oben. Also ich weiß nicht, was du meinst. Achso. Ja, in dem Auto. Ach, sag mal. Entschuldigung, ich habe einen guten Tag. Komm, lustig war der nicht. Der war lustig war der nicht. Nee, stimmt. Lustig war der nicht. Richtig. Aus welche Richtung fahren Sie gerade ankommen? Was denn? Das ist mein Schlagstock. Ja, okay. Das ist nämlich dein Auto. Wird doch sein, dass es meiner ist. Ja, also mit. Fahren Sie mit dem Rated und fahren dann von Nord-Osten nach Südwesten durch Sendi-Schuss. Wir machen das genau andersrum. Wir kommen von Westen und begeben uns Richtung Osten durch Sendi-Schuss. Oh Mann. Du bist ein kleiner Mensch, dann könntest du die gar nicht tragen. Positiv, komm. Richtig, ist ja traurig. Ja, Linde. Jetzt nach unten spazieren, Schuss. Nee. Ja, helf mir mal. Ja, doch, muss Verkehrshütchen in Autos bringen. Ja, ist ja gut. Ja. Jemme! Achso, warte mal. Was ist mein Winklitz? Noch mal kurze Informationen an alle Einheiten in diesem Einsatz. Wir fahren mit Code 1 an. Das könnte eventuell eine Falle sein. Deswegen wollen wir nicht zu viel Aufmerksamkeit erlegen. Erlende. Achso, die müssen wir da ja auch noch alle bekämpfen, ne? Ist das für notwendiger Desinfektionsmittel bei so einer Einzelstreife oder Verkehrshütchen? Ähm. 54, Funkcheck. Dann musst du ja abrufen. Check. Brauchen die denn da ne Zigarre? Natürlich. Na klar. So. Ja. Wie viele Hülchen kann man dem übereinander stapeln? Zehn, ne? Schaff ich doch. Fünf. Fünf. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn sie den LKW unten nach... Also, können sie den einmal drehen und hinten reinfahren? Ich kann ja hinten reinfahren, ja. LKW, ne? Straße 3 für die EL, komm. Straße 3 hört, komm. Wir haben jetzt gerade Hinweise von Anlegern bekommen, dass hier beim Alien-Dorf die Schüsse gefallen sein sollen. Unterstützen sie unseren Entwickler, denn wir sind bereits in der Anfahrt vom Alien-Dorf. Check. Check. 1040, EL-JERN-Dorf, komm. Elende. Der kommt hier runtergefahren. Ich denke, ja, wenigstens mal mit. Okay. Ist ja bei dir dann nicht so weit, ne? Nee. Was habe ich gehört? Fee? Was? Was? Fee sind nicht alle gleichzeitig mit mir. Hey? Was ist los, Fee? Was ist Fee? Weiß ich nicht. Ich glaube, sie ist am Telefonieren noch. Oh, oh, was ist der denn da? Gucken Sie lieber nicht dahin. Ja, okay. Ich glaube, der kann das ziemlich fahren. Gibt es schon... Haben Sie noch ne? Ich steht einen Meter weg von Ihnen. Entschuldigung. Ja. Gibt es schon eine Regelung, wo die Absperrungen rein, also hin oder hin sollen? Die Barrikaden. Die Search and Rescue und in den Speedo. Die Search and Rescue ist sehr voll, weil da die ganze Taucherausrüstung drin ist. Ja, wir gucken gleich mal. Mann, wenn wir die Tür aufhören. Der Typ hat auch eine Geduld. Wer ist das? Ich meinte eher den Typen da im LKW. Aber das ist der Herr Barton. Ach, der Herr Barton. Wo ist denn die Iwanoff? Die geht jetzt zur Authentic-Botest-Bot, dass wir um 19 Uhr endlich U-Boot fahren können. Nee. Was nee? Ich bin in der Allendorf. Ich habe recht von einem zu Fuß. Machen wir nicht das U-Boot-Fahren kaputt. Iwanoff, schwingen Sie Ihren russischen, hässlichen Arsch hierher und helfen Sie Hütchen ausladen. Hinterhof LSPD. Los, Dalli, Dalli. Dabei, dabei, dabei. 23, 23, 20, Eljandorf, Nahbereichsfahndung. Okay, schon, komm, wir gehen nach dem U-Boot fahren. Ja. Ich muss die Unterweise für das U-Boot-Fahren machen. Ja, danach, das dauert fünf Minuten, kommen Sie her. Boah. Da ging noch eine Null hinten dran. Ganz kurz zu den Barrikaden noch. Und wir hätten auch noch den anderen Transporter, also hier in der Garage stehen. Der wird für nichts genutzt momentan. Und sieh den mal raus. Ja, da steht der LKW jetzt vor. Ja, wir sind vorbei, ja. Weil der stand vorher beim SD oben. Ah, okay. Die haben ja einen neuen bekommen. Den meine ich halt. Ja, da können wir Barrikaden reintun, da haben Sie recht. Gute Idee. Bleiben Sie mal stehen. Die 99 für die EL, komm. 99 hört, komm. Wäre es dann möglich, einen Overwatch zu besitzen und den Nahbereich abzusuchen, komm. Gerade schwer, da wir in der Ausladung sind, komm. Also mit EL Ende. EL für Strafe 3, komm. EL hört, komm. Sollen wir danach schon, komm, komm. Nicht, dass Sie dort ein Sieg im Weg finden, so positiv komm. Wie macht... Check, streife 3, du. Wie macht sie eigentlich meine Mitarbeiterin bei Ihnen? Wer? Die Frau Sohn. Oh. Ich würde sagen, so eine Leistung, 4 von 10, ne? 4 von 10, okay. Sollten wir mit der mal richtig ordentlich reden, seit er mit dem Smith nur am rumlooten ist, verliert ihr echt den Alltag, also den... Wollen Sie den Keks? Nee, nee, haben wir schon gefragt, aber ich muss sagen, dass sie beim Wehrhaus ziemlich gut Arbeit leistet. Ja? Kann mich nicht beschweren, ne? Dann hör mal auf. Hm? Ich hab auch gehört, dass sie mal einen Termin haben wollen mit der Frau Sohn und meine Wenigkeit und der Frau Evans. Ja, richtig. Für was? Die Frau Sohn meinte, dass sie mal den Arbeitgeber kennenlernen möchte. Wo sie jetzt arbeitet, also meine Wenigkeit. Will man Sie kennenlernen? Weiß ich nicht, ich bin ein guter Geschäftsmann. Haben eine gute Firma. Läuft, hab genug Geld, hab ein schickes Auto. Was haben Sie denn für ein Auto? Bin Winster, Cabrio. Hä? Moment. Was machen wir mit der Frau Sohn? mit den Westen, die kommen gleich in die Waffenkammer, richtig? Richtig, Hannimarshall, PD33. Wunderbar. 66. Schick dich. Was? Was? Was bist du denn für ne Grantige? Ich schick dich gleich zu der Hochzeit von der bösen Tante da, da kannst du dann... Ja, hab ich Bock drauf. Ähm, fährt der nachher noch ins SD hoch, dass wir da dann die Fahrzeuge zurückstücken oder müssen wir dieselbe hochfahren? Streife 3 für die L kommen. Die können wir hier lassen, sondern das müsste ich abholen. Irgendwelche Auffälligkeiten haben? Dann auf der Minus 3 im Schrank lagern. Ja, oder hier unten haben wir da bestimmte Platz, ne? Nein, hier unten ist halt der Schrank, den wir eigentlich für Weißmittel lagern. Warte, wir gucken gleich mal. Ähm, holen wir noch andere 5 Hütchen, ja? Du kannst auch 10 auf einmal schletten, ne? 5 hier, 5 da, die wieder nix. Ja, klar, mach ich, mach ich, mach ich. Für die Kokett oder was? Ja. Achso, für die Kokett 5. Okay. Okay. Ist heute richtig ohne Fire. Ja. You got higher power! Chat, ihr seid einfach kacke! Chat, ihr seid einfach kacke! Chat, ihr seid einfach kacke! Oh yeah! Musi! Ist ein Dooley! Nein, Chat, ihr seid nicht kacke! Ihr seid die beste Community ever! Lieber euch! Hier! Hütchen ist in Arbeit! Hütchen-Emote! Der Kofferraum bei diesen Kraftfahrzeugen ist meistens vorne! Oder? Ne, hinten, oder? Hinten! Hinten! Vorne ist der Motor! Hab nix gesagt, Hanni Marshall! Du musst trotzdem aufmachen! Ist auf! Kannst du reintun, junge Dame! Ja, ich krieg den Kofferraum nicht auf! Du bist ein Holzkopf! Ja! Dann mach du mal! Was bist denn heute so grantig? Ich fahr bestimmt nicht heute mit dem U-Boot! Du bringst uns alle um! Ja! Das war mein Plan! Und du hast ihn durchkreuzt! Deswegen bin ich grantig! Darf ich jetzt heute kein U-Boot fahren? Ja! Du hast keinen Bootsführerschein! Und außerdem hat keiner die Unterweisung, wenn die Frau Ivanov da nicht hin darf! Also nicht! Doch, die geht da jetzt hin! Und ich hab einen Bootsführerschein! Hast du nicht! Steht nämlich nicht auf seinem Führerschein, wie du verkackt hast und es in der Fahrschule nicht gesagt hast! Das stimmt nicht! Gib mal auf die Hütchen! Ja! Bitteschön! Dankeschön! Dankeschön! Bitteschön! Als ob du eines Tages Frau Weiß heißt! Ja! So frech wie du bist! Ja! Aber du fällst hin! Niemals! Ja! 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 Kommen Sie zu Ihren Fahrzeugen zurück. Wir leiten die Nahbereichsverhandlung südlich von Sandyshaws, westlich von U-Tool und nordöstlich von Yellowjack in ein. Halten Sie sich an den Straßen auf und versuchen, das Gelände zu sichten. Aber das Gelände ist sehr groß, deswegen brauchen wir vermutlich noch ein Ende. So, Barton, fahren Sie mal den Transporter hoch. Funktioniert nicht. Warum? Weil irgendjemand den Tank leer gemacht hat. Also so komplett leer. Dann helfen Sie es zu schieben, dann räumen wir den hoch. Kommen Sie. Ja, ansonsten würde der ACLS den gleich zur Tankstelle schleppen. Das hatte ich schon abgeklärt mit dem Herrn. Dann räumen wir den mal raus hier, Herr Barton. Das wollten wir hinkriegen. Dagen Sie mal Ihre Muskeln jetzt, junger Mann. Moment. Oh, kommen Sie. Stück nach rechts. Hanni, schau du mal, dass vorne alles passt. Ich schau, ich schau. Ja, ja. Es sieht ganz toll aus. Ja, ja. Ihr solltet ein bisschen weiter nach rechts. Setz dich mal rein und schie... Lenk mal bitte. Rechts, 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 rechts. Setz dich mal rein und lenk. Nee, nee. Ich will nicht da reinsetzen. Ich mache das Ding noch kaputt. Brauchen Sie ein bisschen Benzin? Haben Sie? Ja, ein bisschen. Haben Sie noch einen Kanister dabei? Ja, habe ich. Moment. Ja, auf geht's. Den räumen wir jetzt erstmal raus hier, den Koffer. So. Herr Barton, jetzt gib mir noch ein bisschen Mühe hier. Ja, ich bin dabei. Oh, ich glaube, das reicht, oder? Ja, reicht auch. Ja, ich glaube auch. Oh, sind wir stark. Ja, sind wir. Klar. Oh. Ach, Gott sei Dank habe ich noch mein Pausenbrot dabei. Ja, dann guten Appetit. Werner lacht. Toll. Gut, nee, aber an den Transporter hatte ich halt gedacht, weil der wird sonst für absolut Jahre nicht genutzt. Aber da kriegen wir fünf Stück nur rein, ne? Ich weiß nicht, wie groß die sind, wie man die auseinanderbauen kann. Holen Sie mal eine oben runter. Ja, alles klar. Eine. Die sind schwer. Hi. Weiß. Ja, ich habe was für Sie. Oh. Oh, nett von dir. Nehmen Sie mal auf. Hören Sie sich, du Luder. Ja, klar, ich heb's auf. So. Dankeschön. Sehr nett von Ihnen. Also. Nicht, dass Sie noch verdursten. So, gehen Sie sich jetzt mal hier einstempeln. Ja, selbstverständlich. Tschüss. Bist du denn heute so fies? Ich bin nicht fies, du bist voll fies. Du bist fies. Nee. Du bist zweimal mehr fies, Gummiband, Spiegel. Uno-Cut. Uno-Reverse. Was ist denn mit dir? Warum bist du denn heute so grantig? Weiß nicht. Hat die dich gestern so geärgert, die Frau? Nee, die haben mich alle genervt. Warum? Weil die immer alle zu mir rennen. Ja, mach mal das, mach mal das. Jetzt reden wir mit dem darüber, der soll das ändern. Du machst das schon. Ja, scheiße. Nee. Wenn wir eines Tages heiraten sollten, dann gehen die Leute dir noch mehr auf den Sack. Ich verzichte. Die Leute sind so schon anstrengend. Wirklich. Nein, ich kann checken. Ja, tschüss. Du schaltest nicht aus. Warum? Und zwischendrin kommen noch Rekruten. Hallo, können wir das Modul jetzt noch machen? Ja. Äh. Nein? Ja, aber da muss man sich doch nicht, ne? Kann man einfach mal. Ich weiß nicht. Kann man auch einfach mal. Da muss man halt gucken, dass man mal ein bisschen locker durch die Hose abt mit Hanni, ne? Da muss ja nicht alles immer. Nee. Da bin ich gerade echt nicht bereit. So. Achso, hast du es jetzt gerade abgelehnt dann, ne? Was? Ja, ist doch gut. Was denn? Nichts. Okay. Das ist eine Schlepperei hier. Ist das so staubig, oder was? Das ist jetzt halt schleppen alles hier. Oh, hey. Ich dachte, man ist schief, damit man nicht schleppen muss. Oh, jetzt aber. Ich habe so viel aus dir. Ich habe wirklich geärgert, oder? Was haben wir denn jetzt eigentlich? Oh, mal eine neue Uhr. Ja, sieht schick aus, so luftig. Und holst du dir noch ein Halloween-Kostüm? Nee. Nee. Hätte ich in so einem Alien gesehen, glaube ich. Echt jetzt? Mhm. Ach schon. Entweder das ist oder so ein Kürbis auf dem Kopf. Information von der Leiststelle. Gerade hat unser Kollege 84 Seiler uns angerufen. In Harmony ist ein weißer Emporer unterwegs mit drei maskierten Personen. Alle haben schwarze Vendellers an. Einer hat ein Diamond Bulli ist ein schwarzer. Sie übernehmen das. Wir müssen den Oberwatch besetzen. Ja. Kommen Sie. Mit der Ivanov, ja? Alles klar. Korrigiere. Außen Raum. GPD-99 besetzt einen Oberwatch. Ja, check. Scheiße, der fährt nur auf die drei, die Karre hier. Ungünstig. Boah, jetzt geht das Telefon. Ich werde bekloppt. Irgendwann auf Helfen Sie einfach da eben. Stell jetzt. Okay, entschuldigen Sie mich rein. Muss jetzt Helikopter fliegen. Los jetzt. Oder fliegen Sie den Helikopter? Overwatch für die Helikopter. Oh, 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 oh. Overwatch, halt, komm. Ja, Auftrag für Sie. Suchen Sie den Nahbereich südlich, ähm, südlich vom Sandy Shores ab. Einer, komm. Ähm, östlich vom U-Tools und nordwestlich, äh, korrigieren. Ja. Ist ja den Funk abgebrochen, ja, ne? Irgendwie schon, ja. Also bei U-Tool. Komm mal los. Ja, let's go. Wo machst du denn da im Flugstein? Nee, ich glaub, das sollte ich nicht machen. Warum? Ich mein, guck, guck dir an, wie ich Auto fahre. Hatte gestern einen richtig wilden Traum. Weitere Anmerkungen von der Leitstelle, dieser weiße Emperor ist bei Binko reingegangen, wo er die Kollegen gesehen hat, ist jetzt voll wieder auf. Welcher Binko? Welcher Binko genau? Der ist auf. Ja, das schickt. Ich habe geträumt, dass ich Paul Turner gesehen habe. Also, er wurde nicht gemeldet, aber es kam in, äh, nach. Die Homeland Turner? Ja. Okay, was habt ihr jetzt getan? Die stand nur so vor mir. Okay. Mhm. Also, die stand einfach nur da, oder was? Ja, und die hat auf einmal eine neue Frisur gehabt. Das war aber ein wilder Traum. Das sieht jetzt gut aus. Dann hat die nur mit dem Finger auf mich gezeigt. Die hat nur mit dem Finger auf mich gezeigt. Das ist die einzige Frau, wofür ich dich verlassen würde. Ach so. Ja, dann. Oh, kein Scherz, weißt du doch. Wo müssen wir denn jetzt gucken? Äh, Harmony und bei YouTube, so das Gebiet. Ist? Das Gebiet, das, das Gebiet. Sind du, die bist du schon, ne? Ich bin voll dumm. Oh. Ich bin gleich. Problem ist, ich habe die letzten Nächte auch, zu dem noch nicht so viel geschlafen ist. Warte. 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 Wir sind gestern halt bei dieser ganzen Geschichte auch, da unten ist ein weißes Auto. Wo denn? Direkt unter uns. Ah ja, das ist auch ein Emperor, oder? Ich erkenne es und höre es nicht. Ja, dann funkt mal eine Einheit an, die... Doch, das ist ein Emperor, oder? Ist es? Guck mal in der Kamera. Warte, warte, warte. Ja, Kamera. Nee, das ist nicht die Kamera. Warte, warte. Ich krieg das hin. Ja, also mit, dann suchen Sie den Nahbereich. Oh, Nelo. Das ist ein Emperor. Das ist ein Emperor. Äh, Emperor gesichtet, Emperor gesichtet. Wir befinden uns auf der Höhe. Sandy Shaws Zufahrt jetzt Richtung Stadt einwärts am Osthighway. Benötigen einmal eine Streife. Fahrzeug befindet sich unter uns. Weißes Fahrzeug, Emperor, nun Richtung Stadt einwärts. Öh, Stay Prison. Biegt ab Richtung... Richtung Westen, ne? Ja, Richtung Osthighway. Süden, 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 Süden. Nee, der fährt auf Osthighway. Ach so, jetzt Osthighway, ja. Ach, hauptsache kommt es nach Süden. Streife, dreife dann. Uso, als Kofilo warst du, das ist echt gut. Ja, ich, ich hab die Kamera gefunden. Hä, bist du lost? Ja, ich, ich, ich mach das nicht so oft. Guck mal, ob du das sehen kannst, wie viele Leute, guck mal, wie viele, guck mal, wie viele, guck mal, wie viele Leute da drin sind, warte. Warte, 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 warte. Ich glaube, hinten sitzt eine oder so, wie es aussieht. Wir sind die maskiert, um zu sehen. Das sehe ich jetzt gerade nicht, nee. Nee, Maskierung sehe ich nicht, aber es sind drei Leute. Kennzeichen? Kenn ich nicht. Man soll zoomen, ne? Ja, ich bin komplett dran, aber ich sehe das Kennzeichen nicht. Wir befinden uns selbst am Ost-Ost-Tighway, gleich auf Höhe der 24-7. Er wusste. Er ist eingehalten. Fahrzeug hat gestoppt. Wird weiter. Wird jetzt weiter, Richtung Ost-Ost-Tighway, Höhe der Tankstelle. Kennzeichen keine Chance. Sie ist nicht. Ja, passt. Hält jetzt an der Tankstelle. In unserer Einheit, Ada. Ja, da ist sie. Fahrzeug flieht. Oder? Ja, zumindest ist er nicht angehalten, aber. Nee, er hält und flieht nicht, oder? Streife 3 jetzt auf Ost-Ost-Tighway. Der haut ab. Der macht keinen Anstreiten, nee. Äh, haben wir eine 1060, Fahrzeug flieht. Äh, Moment, kurz Break. Halt er an. Wird er nicht unter der Brücke halten, der soll weiterfahren. Jetzt Höhe Nuss-Gelände. Fahrzeugstopp bedrückt in eine weitere 1010. Drei Personen im Fahrzeug gesichtet. Streife 3 ist auf dem Weg. Streife 1 mit einer 1026. Weitere Ancora ist südlich, ähm, das Staatsgelände auf Ost-Highway. Ich habe jetzt gleich die Brandschutzvergängung, oder? Um 17 Uhr, ja. 29 Minuten. Ich streife eine Information, Börd, unten, bitte. Die Streife, Sie fahren gerade dran vorbei. Die Streife auf dem Freeway, Sie fahren vorbei. U-Turn machen und zur Abfahrt zurück. Check. Äh, ich wende bei der nächsten, äh, Unterbrechung, der... Bleibt flanken. Es sind doch sogar Staatsgebäude, alles. Mhm. So einfach. Heute bist du richtig tiltet, ne? Mein Gott. Irgendwie schon, ich weiß auch nicht warum. Das wird auch lustig heute. Ich mach mich halt selber nicht. Ah. Die Frage, wo du dich also selber machst, okay? Ja. Mhm. Gibt es das? Als ob du dich jeden Tag cool findest. Ich bin cool. Tromm. Mag? Es gibt doch bestimmt einen Tag, wo du sagst, okay, nee, am liebsten bleib ich fliegen. Nö. Und ich seh heute niemanden. Nein. Echt nicht? Mhm. Als ob jetzt. Einmal kurz im Funk, was wird dem Tatverdächtigen vorgeworfen? Also nochmal, die 4 Nacht, der Angerufung, ich hab, dass die drei maskierte Personen gesehen hat, die in diesem Fahrzeug. Dieses Fahrzeug hat sie bei Winkus angehalten, ist reingegangen, hat den Kollegen gesehen, ist wieder ausgestiegen. Also ist dann fast eingestiegen und sich abgehauen hat. Und die reicht, es wurde aber kein Stillalarm oder sonst irgendwas gemeldet. Ja, check. Wir haben hier Vermummungsverbot, daher bitte einmal überprüfen, ob die Personen Masken dabei haben oder auch im Kofferraum. Ja, hier 46 hat ein aktuelles Vermummungsverbot, der aufgerufen kann. Oh, lol. Ja, dieses gilt aber nur für Halloween-Masken. Und vor allem müssen die sich auch so... 46, 46. Das gilt, glaube ich, nicht fürs Allgemeine. Doch, doch, es gilt fürs Allgemeine. Doch, es gibt einen Sonderbeschluss, Maskierung dürfen die, aber für polizeiliche Maßnahmen müssen die es abziehen und die müssen sich definitiv trotzdem ausweisen. Ja gut, die hatten ja Police Officer Vorsicht und haben die nicht abgezogen. Check. Der ergibt sich direkt. Und wer hat sie gefunden? Danke. Ja, du, weil du so cool bist. Hatte Leute, voll die komische Situation. Ist doch auch hier in der Nähe. Ähm... Komm, wir gucken uns das von oben an. Oh, ich muss mal eine Mütze festhalten. Ja, was hattest du für eine Situation, Honey Marshall? Also, ja, wir hatten auch irgendwelche TVs gesucht. Ich glaube, da ging es auch um einen Shop-Hop. Und dort hinten am Strand, da ist es wie so ein Hügel, saßen einfach drei Leute. Wir haben die kontrolliert. Hey, die sind so aufmüpfig geworden. Nur, weil wir da mit Taser und Waffe angekommen sind. Hey, nicht nochmal. Hast du Durst? Nee. Warum? Hast du Durst? Nee. Nee. Aber ein Wasser für dich. Hier, guck mal. Das ist aber nett. Darauf esse ich jetzt mal was. Mal das. Was, Gyros? Nee. Wie schmeckt dir die Gyros so fast toll, ne? Voll lecker. Ja. Halt mir Mühe mitgegeben. Habe ich immer hier in meiner Tüte, siehst du? Auch die ist innen beschichtet, nicht, dass die Gyrosuppe da ausläuft. Naja. Das ist mir, glaube ich, so gut. Ja, gönn dir. Was ich mir jetzt frage, ne? Ja. Warum guckt die Frau Thorne gerade nur das Auto an? Äh, die Frau schau nur das Auto an. Ich weiß nicht. Fällt doch mal in den Funk. Welche PD-Num hat die Dame nochmal? 0,5. Die 0,5 für die PD99 kommen. Hört, komm. Ja, sichern Sie den Streifenwagen ab, komm. Negativ, komm. Ja, check. Für die 19e. Erwischt. Wo gehe ich jetzt hin? Da hin oder? Nee. Ich gehe da hin. Ah, doch, links darüber. Der ist gut. Ich glaube, er ist gut. Das ist der Wahnsinn. Ich mag die, aber der ist eine gute. Ja. Das war jetzt echt so ein bisschen ankoordiniert. Funkcheck. Wer war denn das? Das war der Ralf Seiler. Ja, check. 84. Rufen Sie die 999 an und erklären Sie nochmal die Sache mit dem Emperor. 10, 3. So negativ, da Sie unten an dem Einsatzort gebunden sind und wir Sie nur aus der Luft unterstützt haben, müssen Sie das untereinander klären kommen. Die 84 ist nicht vor Ort, Sir. Sie waren außerdem während der Sitzung. Ja, check. Dann kontaktieren Sie bitte einmal Frau Jäger. Komm. Wird so gemacht, Sir. Es sind doch nicht die, die es gerade abzuhören. Einer machen die schon echt kompliziert, oder? Ja. Aber gut, er kann ja nicht wissen, dass die Frau Jäger jetzt hier gerade steht. Er ist ja nicht hierbei, oder? Oder ist er hierbei der MacGarrett? Ich weiß nicht, wo der MacGarrett ist, aber sein Anliegen war, damit man es dir nochmal erzählt, dass du Bescheid weißt, was Sache ist. Komm mal mit, wir gehen mal da runter. Das macht das jetzt hier selber, das dauert mir zu lang. Kommen wir dann doch wieder hier hoch? Nee, du schubst mich. Nee, er meint nicht. Ah! Boah! Hola, amigos! Wie geht's Ihnen? Gut und selbst. Wenn wir Sie sehen, geht's Ihnen immer gut. Oh, im Auto rauchen Sie, Sir. Das geht doch in den Sitz. Das ist doch nicht schön. Scheiße, ich habe auch schon in den Fußraum geascht. Was geht Ihnen denn? Ich habe schon mal gesehen, das ist egal. Scheiße. Okay, das ist ja dann Ihr Auto. Das ist ja nicht mein Problem. So. Wissen Sie, was Ihnen vorgeworfen wird? Wie heißen Sie denn, Sir? Wer sind Sie denn? Senor Estrella, wieso verfolgen Sie mich mit dem Scheiß Hubschrauber? Naja, Sie werden gesucht, Sir. Werfen, geschehen. Oder Sie sind eher vielmehr der Tatverdächtige in einer möglichen Straftat. Und wir werden natürlich, wenn wir eine Information bekommen, der Sache nachgehen. Und das Profil Ihres Fahrzeugs passt mit dem Ort, wo wir Sie gefunden haben. Und deshalb werden wir Sie jetzt einmal kurz kontrollieren. Ich danke Ihnen. Sehr nett von Ihnen. Also, es geht um folgendes. Mister? Wie ist Ihr Name? Senior. Senior weiter. Estrella. Estrella. Okay, Senior. Also folgendes. Wo waren Sie vor einer halben Stunde? Sagen wir vor 20 Minuten. Ey, das ist so. Auf dem I-Wing. Ja. Ich kann bezeugen, ich kann bezeugen, dass der Mann auf dem I-Wing. Ja, ich kann bezeugen, dass der Mann auf dem I-Wing ist. Okay, Sir, warten Sie mal ganz kurz. Hier, Sie im Auto. Ich verstehe es nicht. Wer redet denn hier gerade? Wer hat gesagt? Ja gut, folgendes. Kann ich Ihnen kurz zur Frage stellen. Wissen Sie denn, was dem Herrn vorgeworfen wird? Was wollen Sie ihm denn dann bezeugen, Sir? Ich kann bezeugen, dass er vor einer halben Stunde mit mir von der Haustür rausgegangen ist. Ja, das ist wunderbar, weil Sie sind nämlich alle drei in der Tat involviert. Das ist ja das Tolle an der Geschichte. Was? Ja, das ist ein Jackpot, Gentleman. So, jetzt lassen Sie mich doch jetzt. Jetzt lassen Sie mich doch erst mal reden. Und wenn Sie mich noch mal Puto nennen, Sir, dann wohnen Sie hier gleich an der Leitplanke. Also sagen Sie ruhig jetzt. Drohen Sie mir oder was? Drohen Sie mir oder was? Wer bist du, dass du mir drohst? Jetzt bleiben Sie im Auto ruhig da jetzt. Mein Gott. Darf ich wenigstens erst mal ein bisschen verruhen? Okay, warten Sie kurz. Weil eben war ich doch in der Allgemeine. Warten Sie kurz, Sir, warten Sie kurz. Wie heißen Sie da? Hier, Sie am Steuer. Ich bin Carlos, Mr. Weiß. Carlos, können Sie mir einen Gefallen tun, Carlos? Wie heißt der, Schweiß? Nee. Weiß. So wie Ihr Oberteil. Ach so. Sie witzbohlt. Sie sollten bei einem Comedy-Club auftreten. Also folgendes. Hören Sie mir zu. Ich erkläre dem Gentleman jetzt, was vorgefallen ist. Wenn wir das geklärt haben, können Sie weiterfahren. Sie können allerdings auch diese Maßnahme die ganze Zeit blockieren und wir stehen noch eine Stunde hier. Ich werde bezahlt, Sie nicht. Wie wollen Sie es jetzt haben? Sie dürfen fortsetzen. Ich danke Ihnen, Sir, Carlos. Also, Sir, wo waren Sie denn vor 20 Minuten? Auf der My Way. Ja. Und waren Sie vorher in Sandyshaws? Vorbeigefahren, Sie? Ja. Waren Sie bei einem Binko, Sir? Nein. Okay, Sie waren bei keinem Binko? Nein. Okay, waren Sie in Harmonie? Wo ist das? Wo das ist? Sie. In Sandyshaws. In Besscher, was sind die Shows? Gut. Sir, wir suchen etwas. Wir haben hier vier Klamotten, wo die wahrscheinlich waren. Nennt sich meine Suburban. Waren Sie bei einem Suburban, Sir? Nein. Ah ja. Gut, passen Sie auf. Wir suchen etwas. Und Sie sind ja bestimmt sehr kooperativ. Ja? Sie, glaube ich. Wunderbar. Meine Kollegen werden jetzt auf einem dringenden Tatverdacht Sie durchsuchen. Ich erkläre Ihnen nämlich Folgendes. Die Personbeschreibung passt zu Ihnen, denn Sie wurden gesehen, wie Sie vor einem Suburban beziehungsweise vor einem Binko, also vor einem Klamottenladen in Harmony, maskiert aufgetaucht sind. Und Sie kennen ja das Gesetz in diesem Staat, oder? Haben Sie eine Maskierung dabei, Sir? Wenn Sie jetzt sagen, ich habe eine Maskierung dabei und die anderen zwei auch, dann lasse ich Sie gehen. Ohne Momento. Ich habe eine Maskierung dabei, ich bin Biker. Haben Sie eine? Es ist Halloween. Ich bin Biker. Ja, cool, 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 alles gut. Richtig, sehr gut, Sir. Was haben Sie denn für eine Halloween-Maske? Ich habe meine Biker-Bantane-Schwarze Maske. Jetzt seien Sie doch mal da ruhig im Auto. Ich rede doch mit dem Herrn hier, habe ich Ihnen doch gerade erklärt. Ich sehe, ich habe auch schon eine Biker-Maske. Ja, zeigen Sie mal. Ja, wo da? Ziehen Sie die an? Wie ziehen Sie die an? Was soll das? Ich glaube, er meint das Bandane, Sir. Ja, aber Sie haben keine Maskierung fürs Gesicht dabei. Eine Bandanne, Alter. Ja, das binden Sie sich ja, ne, dann wegen Fliegen und so, ja? Ja. Okay, was haben Sie denn so schönes im Kofferraum? Haben Sie einen Verbandskasten, Sir? Ja, den habe ich, ja. Zeigen Sie mir den mal. No, den habe ich. Hat er mir schon gezeigt. Maxi muss jetzt so ein. Den habe ich schon dem Officer hier gezeigt. Kofferraum. Ja, gut. Also, Sir. Ähm, folgendes. Ja, es ist Halloween. Und manch einer von uns braucht keine Maske. Wissen Sie, ich arbeite im LSPD. Da kann ich Ihnen sagen, dass ich das tagtäglich sehe. Aber was ich Ihnen sagen möchte, Sir. Ich bitte Sie, ja, in Zukunft, wenn Sie unterwegs sind, dass Sie mir den Gefallen tun. Und bitte keine Maskierung tragen, sowohl in der Stadt, aber auch hier im Norden. Wenn Sie ein Motorrad oder Sie sitzen auf einem Motorrad und Sie binden sich ein Bandana ums Gesicht, ist da natürlich vollkommen das Verständnis da, Sir. Wenn Sie aber in ein Bekleidungsgeschäft gehen und haben dieses Bandana oder eine Maske auf dem Kopf und Kollegen melden das, dann können wir natürlich davon ausgehen, dass Sie gerade vorhatten, den Laden zu überfallen. Ach so, das wäre mir nicht bewusst. Ja, deswegen, ich bitte Sie, in Zukunft, ja, es ist Halloween, Sie können gerne eine Halloween-Maske tragen, aber sobald Police Officer in der Nähe sind, nehmen Sie bitte die Maske ab. Und was Sie auch machen, Sie ist immer wichtig, ja, immer schön den Ausweis zeigen, ja? Wurde der schon kontrolliert? Der wurde schon kontrolliert. Die anderen zwei Gentlemen auch? Die noch nicht. Gut. Beim Herrn ist alles in Ordnung, ja? Äh, der Herr hat keinen Führerschein dabei, da kommen wir gleich nochmal zu Recht. Ach nein. Doch, klar. Sie haben keinen Führerschein dabei. Ja. Sie. Wo ist denn Ihr Führerschein? Der ist, äh, nicht in dieser Hose. In einer anderen Hose? Sie. Wo wohnen Sie denn? Zu Hause. Ja. Das dachten wir uns fast. Wo ist denn Ihr Zuhause, Sir? Wieso ist denn das wichtig? Weil wir natürlich schauen müssen, dass wir den Führerschein finden, sonst sind Sie ohne Fahrerlaubnis gefahren. Ah, du, ich suche selber, alles in Ordnung, ne? Bitte? Ich suche schon selber. Ne, 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 Sie müssen uns den Führerschein jetzt vorzeigen, Sir. Und solange Sie uns den Führerschein nicht zeigen, sind Sie eigentlich in Gewahrsam. Deswegen mache ich Ihnen einen Vorschlag. Wir fahren jetzt mit Ihnen nach Hause mit einer Besetzung der Streife und Sie zeigen mir einfach Ihren Führerschein. Und wenn Sie das gemacht haben, ist das alles beendet und wir drücken ein Auge zu. Wenn Sie keinen Führerschein haben, muss ich Sie leider mitnehmen. Haben Sie einen Führerschein oder haben Sie keinen Führerschein, Sir? Gut, dann fahre ich bei Ihnen mit, ne? Aber warum muss er denn mitfahren, wenn er keinen Führerschein hat? Na ja, er hat uns das gerade auch angelogen, oder? No, ich habe gesagt, ich habe in dieser Hose keinen Führerschein. Ja, wo ist der Führerschein? Das war keine Lüge. Okay, dann haben Sie den Führerschein in einer anderen Hose. Das habe ich nicht gesagt. Das ist clever. Aber Sie haben mich auch wegen der allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und jetzt soll ich irgendeine Straftat begangen haben. Ja, weil Sie gefahren sind ohne Führerschein, Sir. Und Sie waren zufällig mit einem Hubschrauber über meinem Auto. Das ist doch aber eine Ordnungswidrigkeit, oder ist das eine Straftat? Für mich ist das eine Straftat, weil der Herr mich angelogen hat. Und dann machen wir das ganze Programm. Wir fahren zum LSPD, nehmen seine Personalien auf, prüfen das alles, ob der Herr schon mal aktenfällig war. Das dauert natürlich alles ein bisschen. Wissen Sie, das sind die Behörden, Sie kennen es. Aber für Sie ist das eine Straftat? Es gibt doch genaue Definitionen, was eine Straftat ist und was eine Ordnungswidrigkeit ist. Eine Ordnungswidrigkeit kann man aber auch an einem bestimmten Ort abhandeln. Die muss ja nicht hier abgehandelt werden, wissen Sie. Ja, aber jemanden festzusetzen und mitzunehmen erforderlich ist eine Voraussetzung, oder? Schön, sind Sie Anwalt, Sir, finde ich gut. Aber dem Herrn biete ich ja an, dass wir ihn zu Hause nach Hause begleiten und dass er uns dann seinen Führerschein zeigt. Korrekt? Habe ich dir angeboten. Hat er ja nicht. Somit hat er eine Falschaussage gemacht, weil wir wissen ja selber, dass er keinen Führerschein besitzt. Ich kann nämlich jetzt gleich bei der Fahrschule anrufen und das nachfragen, ob der Herr dort einen Führerschein gemacht hat. Hat er es nicht gemacht, hat er sogar eine Falschaussage getätigt. Mr. Weiß, bei allem Respekt. So, jetzt hören wir mal auf zu diskutieren, Herr Maximus, Sie werden jetzt doch... Ich will auch nicht diskutieren, ich will nur mal was sagen, was mir aufgefallen ist. Ja, Sie können ja sofort was sagen, warten Sie kurz. Herr Maximus, jetzt überprüfen Sie bitte mit den Kollegen einmal die zwei anderen Herrschaften. Natürlich. Damit die schon wieder gehen können, wenn nichts vorliegt. Gut. So. Ich sehe... Sie kommen mal mit, Sir. Natürlich, eh. Alejandro Alvarez Limoneneis. Limoneneis? Das ist... Ja, dann hör mal genau zu. Was habe ich Ihnen gerade gesagt? Wofür steht denn der Begriff Limoneneis? Ja, die... Sag mal, hast du was mit den Worten? Die gehen doch keine Rausweise aus, aktuell, eh. Warum holst du denn jetzt schon wieder die Waffe raus? Ach so, das ist das Codewort. Sie. Das ist das Codewort, Mr. Maximus Limoneneis. Verdammte Axt. Endlich war einer mit Gehirn im Kopf. Sie trifft man nicht oft, eh. Weil warum haben Sie denn keinen Führerschein dabei? Mein Gott, ich hätte Sie doch jetzt gehen lassen. Haben Sie Hunger? Sie, ich habe immer Hunger. Ich habe leider nichts mehr dabei. Ja, das ist schon der... Wieso bieten Sie es denn an? Ja, ich dachte, ich hätte noch was dabei. Leider... Das ist ganz schön frech gewesen. Tut mir leid. Ich sage ja auch nicht, wollen Sie was trinken? Sie sagen Sie und ich sage, oh, ich sage... Tut mir leid, ist meine Tüte leer hier. Ich habe nichts mehr. Gut, gut. Tut mir leid, Sir. Also, ne? Ich hätte Sie jetzt, wie gesagt, fahren... Also, Sie hätten jetzt weiterfahren können, Sir, aber... Ja, auch, dass das alles ordnungsgemäß läuft. Leben Sie in Vespucci oder wo leben Sie? So ist es wichtig. Interessiert mich einfach. Smalltalk. Vielleicht komme ich mal vorbei. Was machen Sie beruflich, Sir? Ich bin Kurier. Kurier, wofür? Briefe. Ah. Sie. Ja. Sie sind schwierig aktuell. Ja, warum? Weil die Sau seitlich beschissen ist. Warum? Weil die alle ausschrauben, die da rumlaufen. Ach so, dann können Sie die Briefe nicht zustellen. Und Sie rauben niemanden aus. No, wieso soll ich? Sag ja nur. Wenn ich jemanden ausrauben würde, dann würde ich keine Briefe verteilen, oder? Ja, wer weiß, wie viel Profit das bringt. 50 Dollar ist. Lass das ausrauben, dann wissen Sie es ja schon. No, das Briefe verteilen, ne? Ach so. Ja, gut. Warten Sie kurz. Auf was? Lass die Kollegen jetzt Ihre beiden Kollegen überprüfen. Ach so. Sag mal, leben Sie hier, Sir? Äh, das ist ein Andreas. Mhm. Sie. Seit wann? Ach so, seit wann? Gefällt mir mal einen Monat oder so. Und? Gut, alles klar. Gut. So, Herr Maximus. Rechnen Sie das mit dem Herrn ab? Natürlich. Und, ähm, rufen Sie ein Taxi. Ich ruf das Taxi. Der fährt nämlich jetzt in die Stadt mit dem Taxi und nicht mit dem Auto. Und die beiden stehe ich hier weg. Genau. So, Sie fahren jetzt schon mal los. Äh, und warten am Stadtpark auf Ihren Herren, ja? Wir bringen ihn dort hin. Ja, Mr. Weiß, ich will trotzdem was sagen. Das liegt mir auf der Zunge. No, warte mal. Sagen Sie es. Wieso muss ich mit dem Taxi fahren, wenn die mit dem... Weil Sie keinen Führerschein haben und ich kann Sie mit zum LSPD nehmen. Ihre Strafe ist, dass Sie mit dem Taxi fahren und das Taxi bezahlen. Oder ich nehme Sie mit zum LSPD wegen Falschaussage. Was wollen Sie, Sir? Nimm Taxi. Nimm das Taxi. Nimm das Taxi, verdammt. Verstehe gar nichts mehr. Glaub dem kein Wort, das ist der Chunk. Darf ich ganz kurz was sagen? Ich will nicht diskutieren. Ja, sagen Sie es. Wissen Sie, wie oft ich einen Biker sehe, der bei Binko mit einer Bandana rein und raus geht? Ja, die lernen es nicht. Bei allem Respekt, ich kann das nicht verstehen, nur weil einer vielleicht mal mit einer Bandana da lang geht oder ein Bandana drauf hat. Warum der Helikopter kommt? Ja, dass man gleich davon ausgeht, dass da ein Überfall durchgeht. Soll ich Ihnen erklären, warum? Sie? Ähm, hier in der Nähe ist so ein Ort, da wurden Schüsse gemeldet. Tatsächlich hat gerade ein Zivilist angerufen und hat gesagt, dass das... Glauben Sie mir oder nicht? Doch, doch, natürlich. Da hinten ist ja dieses Aliencamp und da wurden Schüsse gemeldet. Dann fährt ein weißer Emperor mit drei maskierten Leuten rum. Da müssen Sie dann natürlich auferstehen, dass das ziemlich seltsam ist, oder? Ja, natürlich. Ich glaube nicht, dass Sie damit was zu tun haben, Sir. Ich möchte Sie ja da nicht irgendwie jetzt, ne, belästigen oder so, sondern... Das ist jetzt leider dumm gelaufen. Wer hätte der Herr jetzt einen Führerschein dabei, hätte ich Sie weiterfahren lassen, ohne Probleme. Aber jetzt hat er leider keinen Führerschein dabei. Und Sie fahren jetzt zum Stadtpark. Genau, das wirft natürlich ein ganz anderes Licht auf die ganze Sache und wir sehen uns dann am Stadtpark. Machen Sie es gut. Machen Sie es. Kommen Sie, Maximus, runter von der Straße. Hast du überhaupt einen Schlüssel? Haben Sie einen Schlüssel, Sir, für das Auto? Lollo, ich brauche den Schlüssel, verdammt. Entschuldigen Sie, ich hatte gerade Druck auf den Ohren. Kein Problem. Gut, er hat bezahlt alles gut. Wie viel? 200 Dollar, Sir. Ja, gut. Maximus? Ja? Haben die anderen zwei einen Führerschein? Die anderen brauchen... Doch, der... Ja, ich kann ihn... Also, ich habe die nicht kontrolliert, weil sie ja nur Beifahrer waren. Aber jetzt, wenn Sie fahren... Wenn jetzt einer von denen fährt... Sie sind ja... Sie sind ja eine Ausgewuffte. Ich könnte meinen, Sie verstehen was von dem Business. Das wäre auch zu schön gewesen, wenn Sie das jetzt vergessen hätten. So, Sir. Frau Marshall, rufen Sie dem Herrn doch mal netterweise ein Taxi. Ja? Ich weiß nicht mal, wo wir sind. Adios, Susan. Schöne Fahrt Ihnen. Kinken Sie doch mal Ihren Freunden. Jetzt fahr' auch schon, finde ich unangenehm. Und, kommt das Taxi? Anni? Ich habe mit dem FC telefoniert. Okay. Ich muss mit dem Taxi unternehmen. Frau, schau, rufen Sie mal ein Taxi unternehmen an und holen Sie es her, bitte, ja? Angenommen, ich würde mir jetzt selber ein Taxi holen. Was müsste ich denn sagen? Ja, wie? Hallo, ich brauche ein Taxi. Ja, wo bin ich denn hier? Äh, gute Frage, Sir. Wir müssen ja jetzt auch los. Ja, gute Frage. Was? Haben Sie noch einen schönen Tag, dass das Taxi kommt, ja? Einfach hier stehen bleiben und warten. Gut. Ja? Haben Sie eine Zigarette? Äh, hat irgendeiner eine Zigarette von Ihnen? Nein. Negativ. Aber wir sind hier südlich von dem staatlichen Gebäude an der East Highway. Oh. Gut. Wie war Ihr Name nochmal, Ihr Vorname? Vorname? Ja. Philippe. Philippe. Mhm. Ja, gut. Mr. Philippe, schönen Tag Ihnen noch. So, jetzt machen Sie mal hier, ne? Rein in die Karren und wir fahren wieder. Zack, zack. Ähm, wir fahren nur noch zur Brandschutzregierung. Sind die schon da? Ja, abbiegen. Ja, wir kommen jetzt. Sie können schon mal einsteigen. Sie können schon mal einsteigen. Oh, schau, Sie können schon mal währenddessen einsteigen. Und... Und... Philippe! Philippe! Oh, Hilfe, 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 ja. Weißt du, mir hat gesagt, ich kann sie es. Warum? Ruf den jetzt an. Ja? Herr Maximus, Sie sind nicht die hellste Kerze auf der Torte. Kann das sein? Warum denn? Weil Sie immer reinreden, wenn ich mit den Leuten rede. Das ist ein STVO-Delict. Das ist mir doch bewusst. Ja, sorry. Es ging um die Falschaussage. Wenn Sie noch einmal sowas machen, Herr Maximus, schlafen Sie einen Monat lang im SD bei Herrn Smith im Bett. Äh, im Overwatch. Ich muss jetzt aber mit zur Brandschutzbegehung gleich. Was? Ja, ja, ja. Gehst du zum U-Boot, links, bei uns? Freiferein. Haben die alles ausgeladen? Highway, danke. Hanni? Alles klar, ciao. Check. Bitte? Haben die alles ausgeladen? Weiß ich nicht, ich kann Harper fragen. Ja. Ja, Harper, habt ihr schon alles ausgeladen? Jetzt kommt der hier hoch, ich glaub's nicht. Ähm, okay, weiß ich Bescheid. Außer den Westen ist alles draußen schief, aber die Westen können wir nicht verladen, wer keine Zugriff zur Waffenkammer hat. Ja, ich komm mal jetzt zum PD. Okay. Ja, wir sind gleich da, Harper, ja? Wer ist weg? Mit den Westen. Nein! Du verarschst mich doch. Er ist mit den Westen weggefahren. Ey, das sind alles so unfähige Leute im PD. Es gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Ja, okay. Das ist gescheit. Ja. Ich hab gedacht, sie gehen mit wem anders. Nein, alles gut. Verschauen, sie müssen... Alles gut. Alles super, ja? Passt. Alles gut. Okay. Ja. Mein Gott, ey. So. Der ist weggefahren, ja, mit den Westen. Ja, weil die alle Dulli im Kopf sind. Mhm. Der Maximus die ganze Zeit. Ich sag so, ja, das ist eine Falschaussage. Nee, das ist ein SCVO-Delikt. Hä? Warum labert der denn die ganze Zeit da rein? Das ist genau das, was ich meine mit Autorität untergraben. Das ist voll sein Ding. Gibt's doch nicht, ey. Doch, gibt's. Der versucht den halt auszuspielen und der labert da immer rein. Check. Können wir bei Gebäude 5 auf dem Dach landen oder so? Weiß es nicht. Ich glaube, das ist nicht, oder? Mal gucken. Hey. Sicher Geldanlage, ja klar. Ach, ist doch unterschwellig immer, ne? Ja. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Aber das sieht nicht aus, als können wir hier auf dem Dach landen, wenn ich ehrlich bin. Ja, die Grünfläche reicht auch. Nee, wir können ja nicht mitten in der Stadt landen. Wo sind die denn? Weiß nicht. Der hat gemeint, die wären da. Steht nur der Sheriff. Ah, da. Kann man beim MD hier oben landen? Nee. Weiß nicht. Also die anrufen und sagen, wir müssen kurz in den Overwatch landen. Ja. McGarrett, ich kann gerade nicht. Ich rufe sie später zurück, ja? Oh Gott, das dauert lange. Ich bin im Overwatch. Okay, tschüss. Ja, wir sind auf den Sack. McGarrett ist ein cooler Typ. Lass den in Ruhe. Ich mag den voll. Das ist doch der LKW. Wollt ihr mich verarschen? Der steht doch da mit dem Westen. Hallo, Hanni Marschall hier. Ich wollte nur kurz Bescheid geben. Wir sind gleich bei der Brandschutzbegehung. Wir müssen nur noch kurz unseren Helikopter wegbringen. Wir sind dann gleich da, ja? Alles klar, danke. Ciao. Ich greife ein. Wieder aktiv. Passiert den Besten, ne? Oh, der kommt zu. Äh? Ähm. Strasse 2 10 20 VPD. Check. Aber restart. Ah, chat. Hm. Nee, nee. Server sagt, nein. Jetzt ist ein Server restart, Leute. Ah, bis, ja. Also, die Hütchen haben wir doch alle schon, Leute. Die Hütchen sind alle da. Ja. Die Hütchen sind ja alle da. Den brauchen die Westen. Wieder live der Server, oder? Oder? Sind die wieder da? Doch, ingame. Welche Leute gerade schon spielen? Holy fuck. Oh, da knackt es alles, Leute. Beim alten Mann. Wurde sie real live E-Mails gucken. So. Okay. All righto. Oh. ich habe das ist der arsch ab so so So, wieder da? Nee. Für Leute vor allem erstmal raus. Ja, mach das, mach das. Hallöchen, Dennis. Hallöchen. Danke für deinen Zap. Danke für deinen Zap. Hey, das sieht lustig aus. Danke für das Hütchen. Heute ist noch U-Boot fahren. Alles, Leute, heute. Heute haben wir noch so viel zu tun. Holy fuck, Alter. Vor 19 Jahren wurde Gitya Boy City released. Alter. Alter. Weil er ist total nett geworden im Verhältnis zu True Life Tier. Zeiten erinnern sich, Bro. Okay. Alter. 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 Mhm. 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 Ich muss was nachgucken. Geht das selber wieder? Ja, ewig, ja, Quadfahrer, ja, ja. Die Tour, die Quad-Tour mit Knussmann, Alter. Da hat man noch die Standard-GTA-Uniform. Yo, Alter, es ist ewig her. Ja. Crazy. Crazy. Ach, Server ist wieder da. Nice, nice, nice. Rein da, rein da. So. Ich hoffe, dass wir, ähm, ich hoffe, dass wir im Helikopter nicht mehr sind, Leute. Dass wir uns rechtzeitig ausgelockt haben. We will see jetzt. Dirk, wir müssen vermissen dich, du kleiner Dreck-Sack. Wir vermissen den Knuss, die auch. Schau, Hand hoch. Komm, wir sehen. Leo, danke für 50 Bits. Die, 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 die Elsa. Nee, die Sela. Ah, so, danke für fünf Monate, danke schön. Komm, wir sind Knussi auch, Leute. Knussi! Ich gehe kurz pinkeln. Hab das aber fertig sein, ja. Kimme! Der 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Äh? Ah. 3,5,5, 20, Verwahrung, check. Wie eine besenkte Sau fährt der schief. Ja, da vorne aber auch. Wie eine besenkte Sau fährt der schief. 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 Wie eine besenkte Sau fährt. So, Sir. Entschuldigung, wir machen jetzt folgendes. Wir nehmen die besenkte Sau fährt der schief. Ja, weil wenn wir jetzt jeden einzelnen austauschen brauchen wir ewig. Ich glaube, so ist es deutlich einfacher. Haben Sie nicht schon welche irgendwo noch im Lager drin, die ich schon mitnehmen kann? Ähm. Weil die Rechnung muss ich halt ordentlich schreiben. Ansonsten wird es halt eine Gutschrift werden für die Zukunft. Ja, muss ich nachgucken. Aber wir haben welche. Gut, Hapa. Ich kann nur meins abgeben. Ja. Nehmen Sie jetzt mal einen Karton der Westen da raus. Und der Kollege ebenfalls hier. Und dann bringen wir die hoch und bringen wieder einen Karton von den alten Westen wieder runter. Jo, perfekt. Ja, ich hole noch mehr Kollegen. Ja, ich habe noch mehr Kollegen. Die PD99 hier. Haben wir gerade zwei Kollegen, die noch im Westpucci-Department sind. Kommen. 46 zu positiv. Ja, PD46. Kommen Sie bitte auf die Minus 1 hinten auf den Hof und helfen Sie ihm kurz Westen rüber zu bringen. Kommen. Kommen Sie bitte mit. Kommen Sie bitte mit. So, dann habe ich ja mal einen mit. Alles klar. Danke. Schreife 11, 10.30, wir fliegen. die Schreife 11, 10.30, wir fliegen. Ah, bring mich ab, Scotty. Danke. Streife 2, aktiv festzulassen. Check. Also nice, wenn man Türen aufmacht und die Animation nicht mehr abbricht, ne? Die bricht ja dann immer ab, das ist ein bisschen blöd. Okay. Warte mal, doch. Okay. Ist der gleiche Schrank? Okay. Der gleiche, oder? Der gleiche Schrank jetzt? Ah, ja. Gut. Veraltet, ja. Gut. Hier in den Schrank. Ja, da sind die alten drin. Packen Sie die neuen da rein. Okay, ich darf mein Alter mitnehmen gleich. Genau. Einfach fliegender Wechsel. Ja, dann tausche ich auch direkt. Oben, ne? Wo die oberen, genau. Einfach oben und dann die alten wieder mitnehmen, ja? Die alten wieder mitnehmen. Die alten wieder mitnehmen, genau. Sie, wenn Sie eine alte haben, können Sie die jetzt eben switchen. Gut. Ja, legen Sie die dann auf den Stapel einfach drauf. Leitstelle für die PD99 kommen. Leitstelle kommen. Haben wir gerade noch eine Einheit, die gerade beim Vespuche-Department helfen kann kommen? So ein Negativ-Wenn, dann nur die Streife vor, aber die ist auch die Streife noch nicht. Ja, Jack, PD99. Kusser aus Mexiko vom Zonk. Gut. Bleib mal alles jetzt auf hier. Einfach immer in den Schrank wieder packen, ja? Jo. Das gehört auch dazu, Leute. So ein Tier-RP. Das ist halt, wenn man jedes, jeden Gegenstand als Item hat. Wer macht denn hier die Garage zu, Digga? Lass sie doch auf. Lass sie doch auf. ... Ich glaube, es wäre ein bisschen sinnvoller, wenn Sie den LKW reinfahren würden. Das wird sehr viel Zeit sparen. Kann ich machen, wenn Sie wollen. Ja, warten Sie kurz. So. Haben Sie auch auf neue Frauenwesten? Ja, perfekt. Ja, wunderbar. Okay. So. Ja, Moment. Dann fahren Sie den mal lieber wieder rein. Das spart ein bisschen Zeit. Vorsicht, der LKW bewegt sich. Der fährt den... Warten Sie, warten Sie. Gehen Sie wieder zurück. Der LKW fährt wieder rein. Dann geht es schneller. Kommen Sie. Es gibt so suchende Falten mehr. Also ich habe die letzten gerade. Ja, aber die Neu... Ach so. Geht doch trotzdem schnell. Wenn wir die Neuen direkt reintragen können. Na gut, die sind nicht für viel übrig, glaube ich. Haben Sie schon Ihre neue Westerhapa? Nee, ne? Doch, der war schon. Doch, der war schon. Ich habe das Proben-Ding gehabt, da von damals. Ah ja, gut. Check. Hauen wir das Tor auf. Ach so, wäre gut. Hier ist Platz. Kommen Sie, hier ist Platz. Ja, sehr gut. Ah. Einschlagen müssen Sie. Oh, 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 oh. Mit Gefühl. Nein, sechs Leben. Das würde ich nicht sehen. So fühlst du los mit dem Mannes. Nee, ich glaube, das ist wirklich nicht sehr angenehm. So, da haben wir noch ein paar Kartons, ja? Check. Warten Sie, ich mache den Fahrstuhl. Oder so, ja. Vielen Dank. Gerne. Im Gegenzug halte ich die Tür auf. Sehr nett von Ihnen. Für den Chief doch immer. So muss es sein. So, rein da in den Schrank damit. Wollen Sie eine Beförderung oder was, Sir? Ich hoffe, dass die sowieso kommt. Voraussetzungen sind zumindest erfüllt. Das ist ja... Wer hat denn denn hier wieder... Oh. So, packen Sie mal rein. So. Ja, holen Sie schon mal die nächste Ladung, ja? Den nächsten Karton. Ich glaube, die alten sind alle raus. Genau, die alten sind alle raus. Wir haben die letzten. Ich habe die letzten, okay. Dann jetzt, genau. So, die Sheriffsschutzwesten, die muss der Smith sich dann abholen. Wobei, die können Sie mit hochnehmen, Harper. Wohin hoch? LSSD. Sie fahren auch zum Estiwinien-Hütchen, ne? Mhm. Ja. Dann bringen Sie die hoch. Hier sind noch welche drin. Dann kann... Nimm Sie Maximus kurz mit. Na ja, ja. Okay. Okay. Herr Maximus, noch eine Sache kurz. Ja. Passen Sie auf. Manchmal, das habe ich Ihnen schon mal erklärt, aus ermittlungstaktischen Gründen redet man dann den Leuten etwas fusselig in den Kopf, damit die sich widersprechen und einem entgegenkommen. Wissen Sie, das ist so ein bisschen Polizeiarbeit, ist manchmal auch so ein bisschen wie Pokern. Wenn daneben jemand aber steht und der fährt ohne Führerschein, der Kerl, und ich sage ja, dann nehme ich Sie jetzt mit aufs PD, weil das eine Straftat ist, dann, wenn dann jemand neben steht und sagt, das ist eine Ordnungswidrigkeit, das ist eine Ordnungswidrigkeit, weil Sie fördern nicht die Polizeiarbeit, sondern Sie hindern Sie und Sie untergraben eine Autorität. Entschuldige mich. Ich möchte, dass Sie das in Zukunft bitte nicht mehr machen. Wird nicht mehr so vorkommen, Tiefen. Ich weiß, dass Sie es besser meinen, aber machen Sie es nicht. Ich möchte nicht noch mal zur Staatsanwaltschaft, weil die mich irgendwie mich befragen bezüglich irgendwelcher Vergehen, wissen Sie? Ja, warum haben Sie eine Weste an? Wir haben vor 20 Uhr. Ich hatte gerade noch so viel zu tragen. Achso, ja gut, check. Okay, alles klar, Herr Maximus. Genau. Das wollte ich Ihnen noch sagen. Ich wusste auch zur Staatsanwaltschaft vorletzte Woche oder irgendwie letzte Woche. Ja. Irgendwie eine Aussage wegen irgendeiner Bedrohungsgeschichte, keine Ahnung. Bedrohungsgeschichte? Naja, von T-Stay ging es da drum. Okay, keine Ahnung. Er wurde gegen Sie ermittelt anscheinend. Ja, wie immer. Jetzt gucken Sie mal, der arme Herr Harper, der musste gestern schon die Frau Kater über die Türschwelle tragen. Der hat schon ganz wackelige Arme. Jetzt helfen Sie dem nochmal. Nehmen Sie seinen Karton und helfen Sie ihm. Haben wir noch welche drin hier? Ah, Herr Harper, so würde ich jetzt nicht. Du musst den Karton ab. Ja? Noch mehr. Aber wie sieht denn die neue Weste jetzt aus? Okay, sind keine mehr vom Esti drin. Und dann Harper, gib mal welche her noch. Okay. Junge, Sie müssen mal Ihre Weste richten hier. Gucken Sie mal. Machen wir mal. Ne? Ja, kommen Sie mal her. So. Ja? Oben auch den Kragen. Auch oben schön den Kragen richten. Machen Sie mal. Ja, selbstverständlich. Oh, ja. Ja, richtig. Super sieht das aus. Ja, so sieht das doch viel besser. Fantastisch. Gut. Wer war das, Harper? Die Frau Kater hat gemeldet, dass im Fahrhof die Fahrzeuge in die Prowehr geschoben wurden. Ja. Ich habe tatsächlich herausgefunden, wie Sie Autos besser schieben können, ne? Okay. Tür aufmachen und Handbremse lösen. Alles klar. Einfach den Arzt jetzt anrufen. Gut. Alles klar. Dann, Gentlemen, gutes Gelingen, ja? Junge! Barrikaden, Harper, Barrikaden. Vier Monate schon vor Angst schreiender Smiley, aber vier mega lustige Monate. Welche genau? Ja. Das Esti braucht auch noch zwei, drei Stück. Okay. Sonst, äh... Würden Sie, Sie machen das auf Fifty-Fifty hinzuteilen oder sowas in die Richtung? Also fünf für die, fünf für uns? Aber meinen Sie nicht, dass wir... Ja, können wir auch machen. Ja, ja. Haben die einen Transporter, ja, ne? Wir haben einen Transporter. Dann fahren Sie doch jetzt hoch mit dem Streifenwagen, kommen mit dem Transporter runter, laden um und bringen den Transport wieder hoch und fahren wieder mit dem Streifenwagen runter. Äh... Ja. Das ist ein Nigger, eh mit unserem Transporter hinterher zu fahren, mit auf den ganzen Hütchen. Sind die da alle schon drin? Haben Sie alles reingeladen? Ja. Ja, dann go. Dann machen Sie so. Let's go. Flughafen Richtung Gito. Und da war... Jo, Sam. Ja. Eine kurze Information vom Chief of Police, äh, es gibt neue Westen. Diese Westen, ähm, an alle Officer, die jetzt gerade im PD sind, auch die alte Weste haben. Bitte bringen Sie die alte Weste, äh, zu Ihrem Commander, der tauscht dann diese mit einer neuen PD 99 Ende. 66 Aktiv downtown Richtung des Butschi-PD. Kai, save. A-IN---- ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Garrett, soll ich Ihnen... Geht das oder brauchen Sie Treppenlifter? Warten Sie kurz. Ja? Sie haben angerufen. Ja, wie sieht es denn jetzt aus da? Sie sollen nicht die U-Boot-Angriffspläne planen. Sie sollen einfach nur U-Boot fahren. Wo sind Sie denn jetzt? Ich fahre U-Boot. Wie, fahren Sie immer noch U-Boot? Ja, das war mal eine Unterweisung. Ja, dann kommen Sie jetzt zurück zum PD jetzt. Dalli, Dalli. Ihr schilden Ihre Nuggets. Ich will Ihr Leben nicht umbringen. Ich fahre auch U-Boot, das wissen Sie, ne? Nee, das dürfen Sie nicht. Brauchen Sie Unterweisung. Hab ich. So. Genial, ey. Ich habe eine Angel zu Hause. 55 Funkcheck. Ja, sonst habe ich mal ausprobiert. Jack. Natürlich keinen Fisch gefangen. Ich sage es Ihnen voll bitter. Es gibt jetzt Angel zu verkaufen? Geil. Da sind wir ja viel Zeit. Da können Sie ja angeln gehen. Nicht wirklich so. Gut. Also, hören Sie mir zu. Ah, okay. Ja, okay. Diese Geste lässt da erahnen, dass sie herkommen sollen. Ja, so. Haben wir auch gemerkt. Also, wie heißen Sie nochmal? 93 Hox. Hox, passen Sie auf. Ähm, welche Größe brauchen Sie? Äh, auf der M-Reich. Lass mir die Notruf. Wollt Sie nur ärgern. Nehmen Sie, nehmen Sie sich eine neue Weste raus und Ihre alte Weste tun Sie da rein, bitte. Teil 12 Verkehrsversicherung. Der Paraphrie Ray kurz vor dem Tunnel. Am besten irgendwo unten hin. Ja, äh, haben Sie ein Post-it zufälligerweise dabei? Hm, so negativ. Ne, legen Sie, warten Sie mal, ich guck mal mit rein hier. Sonst hätte ich die einfach ganz unten, irgendwo links, rechts. Ja, tun Sie die einfach ganz nach unten, haben Sie recht. Gute Idee. Check. Check. Gehen Sie mal an die neue. So, hm, jetzt ist es irgendwie nicht so. Darf ich jetzt wo für die Leitstelle kommen? Hä? Hört sie, komm. Meinst du nochmal? Richtig. Ziehen Sie mal nochmal. Also den Dispatch anfahren, da muss ein Fahrzeug auf die Seite abgeschleppt werden. Das MD kommt da nicht durch. Ne, ich glaube, die Kleckverschlüsse sind da irgendwie ein bisschen locker. Gibt es da Unterschiede für Männer und Frauen? Ja, ich weiß nicht, was für CPD. Ähm. Check, check. Ja. Okay, also laut Etikett. Ja, passt das eigentlich, müsste es eigentlich passen. Feigen Sie mal die Weste, gehen Sie mal her. Sie sind so schlank. Ja? Feigen Sie mal die Weste. Also die sieht so aus, schauen Sie. So. Ja? Anni, komm mal her jetzt. Ich hätte, ich würde gerne was bestellen. Ja. Wir haben leider nicht mehr den achtfachen Burger, den du jeden Abend isst. Anni, komm mal her bitte. Ja, bin schon da. Kannst du mal einmal bitte diese Weste hier anziehen? Wenn die dir jetzt passt, ne? Ich glaube, dann gehe ich erst mal eine Runde weinen. Ja, Frau Hawks, dann schicke ich sie erst mal gleich zum Sportprogramm, das ist ja wohl bewusst, ne? Ja, nice. Ja. Darf ich die behalten? So. Ich glaube, ich muss weinen gehen. Frau Hawks, das ist jetzt aber ein Problem. Frau Hawks. Hux, Mann. Darf ich das alte gleich abgeben? Frau Hawks, also folgendes. Bam, bam, bam. Das ist wie mit den Kunstarmhemden. Frau Hawks, soll ich sie mitnehmen? Ich mache morgens immer richtig Sport. Nein, 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 die Frau Hawks, die zieht jetzt ein kurzärmeliges Oberteil an und dann fahren wir runter. Problem Nummer zwei. Gut, dann machen sie es mit dem Oberteil, dann fahren wir jetzt runter zum Strand und sie laufen einmal die Promenade hoch und runter. Joggen sie. Anscheinend haben sie ja fleißig gegessen. Eigentlich ja nicht. Probieren sie es nochmal. Ich bin verletzt. Was heißt, ich bin fett oder wie? Nee. Ich muss die Weste doch wieder zurückgeben. Das hat Frau Marshall gesagt, nicht ich. Wow, danke. Gib mal die Weste bitte zurück. Vielleicht dann auch eine neue. Nein. Gib ich dann meine alte bitte wieder? Alle kriegen die neue, nur du nicht. Ja, dann gib mir die alte bitte wieder. Dann müssen wir jetzt erstmal die Karte wieder, ne? Kannst du auch haben. Wern und Wein. Warum habe ich denn jetzt... Erst das mit dem T-Shirt und jetzt das. Super. Anni, ist das deine, Anni? Guck mal. Ja. Die tust du jetzt da rein und nimmst dir bitte eine neue raus. Das kann mit ihrem Hemd zusammenhängen. Die haben sie jetzt drunter, wissen Sie, aber... Müssen sie einfach mal später zurecht zupfen, wissen Sie, das geht dann so. Gucken Sie mal, ich zeig ihr mal. Also mach ich das, ich mach mal so. Und dann... Anziehen. Passt auch alles. McGarrett, ziehen Sie mal die Weste an. Ja, Sir, brauche ich erst mal. Haben Sie die neue? Die sollen sie doch aus dem Schrank nehmen, das habe ich doch heute ganze Zeit gesagt. Nein, Sie haben es gerade Marshall gesagt. Nicht mir, ich war am Telefonieren. Sehen Sie? Ja, machen Sie mal oben Ihren Kragen richtig. Hier, kommen Sie mal. Wie ich es gerade gezeigt habe, machen Sie mal. Wie wenn Sie eine Krawatte binden. Hier oben gucken Sie einmal hier. Anni, mach das auch mal eben, damit auch alles passt. Hier oben. Ja. Kragen, ne? Oh, wunderbar sieht das aus. Mein Gott. Die Weste macht gar nicht dick bei Frauen. Nee. Ja, Gott sei Dank. Also, das ist auch das Wichtigste im Dienst. Aber mit der anderen sah mir auch schon so lange aus. Oder? Gut. Ja, check. Dann haben Sie jetzt die neue Weste. Die alten Westen bitte weitergeben. Immer einem Commander Bescheid sagen, dass der es ausschließt. Und die alten Westen gehören in diesen Schrank. Ja? Anni, hast du deine alte reingetan? Ich hab die reingelegt, ja. Ja, du warst auch lang genug verletzt. Hä? Aber die muss... Nee, alles gut. Nee, nee, nee. 100 Pro Weibliche genommen. 100 Pro. 100 Pro hat er die Weibliche genommen. Eine Million Prozent hat er die Weiblichen genommen. McGarrett. Ich glaub auch, er wäre übel schmal, ne? McGarrett, haben Sie die Weiblichen genommen? 100 Pro. Ja, das sehen Sie. Ich kenne Sie doch. Ja, schuld eingestellt. Ich hab gedacht, ich bin noch in guter Form. Oh Mann, ey. Ziehen Sie mal die Ohrringe an jetzt wieder hier. Ich vermisse das bei Ihnen. Sie sahen immer aus wie so ein junger, dynamischer Polizist, der kurz vor seiner Midlife-Crisis stand. Sekunde. LSBD-Notruf, ich kann nicht dir helfen, Sala. Ja, mach ich. Oh. Oh. Mach ich, mach ich. Ich bin eh nicht mehr lange da. Ciao. Wie? Ey, ich bin ein bisschen verletzt. Ich muss mich auch ausruhen. Ja, nee, jetzt stellen Sie mal nicht so an. Wow, das hab ich dir vor einer Woche schon gesagt. So, ich muss jetzt Hanni erst mal wieder den Schiefrang wegnehmen. War eine schöne Zeit, die 20 Minuten als Chief. Ah, eine schöne Weste ist das. Die gefällt mir richtig. Hanni Marshall, Chief of Police. Als ob. So, äh. Welcher Rang war denn das vorher? Officer 1, ne? Nee, ich hab diesen Verwaltungsrang. Ja, ich weiß ja doch, äh, ich weiß ja doch. Ach, so ein Officer 1, hallo? So, Moment. Ey. Du warst gegen Officer 1-Ränge? Nein, aber ich bin mittlerweile Sachi. Aber funktioniert deine ID-Card jetzt noch? Hoffe. Das erste Mal. Muss ich mal testen, ja, warte. Ja. Ja, funktioniert. Nee, aber Hanni, du weißt, dass du die ganze Zeit ausgestempelt bist, ne? Nee, war ich nicht. Doch, ich seh das doch hier. Nee, weißt du warum? Weil du den Rang angepasst hast. Das stempelt automatisch aus. Nein, du bist die ganze Zeit... Nein, ich hab dich ausgestempelt. Ja, siehst du? Vor zwei Stunden. Nein, hab ich nicht. War ein Scherz. War ein Scherz. Du bist eingestempelt. Alles gut. Boah, die kommt gleich wieder mit Fingernägeln ins Auge. Also. Mach doch gar nicht. Gut. Was denn mit Gary? Wer war das? Was ist los? Äh, ja, hier werden die Ohren hier wieder. Aber die ziehe ich erst mal an, wenn ich meinen Bart richtig wieder habe. Mann. Das sieht gut aus. Ich finde, das steht ihnen. Aber nicht so mit dem Bart. Oh. Wenn sie mich mögen, lassen sie die an. Ich mag es trotzdem. Ja, okay. Aber nur kurz. Nee, für immer jetzt. Haha, sie haben nicht gesagt, wie lange. Oh. Oh. Gämbel! Wo sind Sie denn? Sie speichern lecker! Tatsächlich war ich gerade unterwegs, ich habe ihre Mutti besucht und... Ja, wissen Sie, warten Sie, ich stoppe, bevor Sie das weiterzählen, meine Mutter ist eine drogenabhängige Crack-Hure, die sich die Zähne rausnehmen, wenn sie jemanden anderen oral befriedigt. Bei der waren Sie. Sie wissen, das ist ein Tunnel vor lauter Krankheiten und wenn die ihren Penis in den Mund nimmt, dann bleibt nicht mehr viel davon übrig, aber ich weiß, dass bei Ihnen sowieso nichts... Was willst du? Ja, Winter, ich muss arbeiten, tut mir leid, ich telefoniere gerade. Gämbel, kommen Sie jetzt auf die Minus-3, Sie Affe, ich gebe Ihnen zehn Sekunden. Ja, okay. Ja, ja. So, was denn? Die Frau Wood trägt nur einen O-Ring. Ich weiß es auch nicht. Warum? Es ist gruselig. Frau Wood? Ja. Was ist Ihr Lieblingsbaum? Mein Lieblingsbaum? Ja. Ahorn. Ich hätte gesagt Fichte. Fichte? Ne, wieso? Weiß ich nicht. Wieso Fichte? So ein Fichtentyp. Ich mag Ahorn. Warum? Leitschrift, wie viel nachkommen? Ich finde die Blätter so schön. Jöner mit oder ohne, Tatsiki? Ohne. Ich habe die Frage nach dem Lieblingsbaum jetzt eigentlich wegen dem Nachbierer. Ja. Haben Sie eine neue Weste schon bekommen, Ma'am? Nein, habe ich noch nicht. Gut, dann warten wir mal kurz auf Schneewittchen Gamble und dann zeige ich Ihnen, wie das geht und dann können wir das machen. Trinkt er gleich sieben Sterke mit? Nein. Haben Sie Durst, Ma'am? Hat jemand von Ihnen Durst? Gerade nicht. Nein, gerade nicht. Nee? Aber ich stehe gerne trotzdem überall dein Wasser hin. Vielleicht hat dir irgendwann jemand Durst. Mein Freund hat mir gestern die ganze Zeit Wasser hingestellt. Rollen Nell von Ihnen. Ist das Wasser noch da? Oder haben Sie alles weggetrunken? Ich habe natürlich alles weggetrunken. So muss das sein, so lobe ich mir das. Gestern hat ein Nachbar von uns einfach bei uns eine Couch in der Wohnung gestellt. Eine Couch. Eine hässliche Couch. Aber wie macht er denn sowas? Ja, weil er hat halt gesagt, er zieht eine Etage drüber und ob er sie kurz bei uns abstellen könnte. So eine richtig eklige, hässliche Couch. Der Aufzug war halt schon so voll. Ich bin das ganz schön frech von dem. Ja, ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Gibt es nicht. Ich hätte immer über Tacheles erzählt. So ein Janders. Na gut, dann Frau Hox. Händen Sie bezahlt dafür, dass Sie hier rumstehen oder was ist los? Natürlich nicht. Dann raus mit Ihnen auf die Straße. Wir brauchen kräftige, deftige Polizisten. Boah, das war voll der Seitenhieb. Hallo. Hallo. Ach du Scheiße, der hat Sneaker auf einem Anzug an. Ja, ich habe Style und das Geld, ich weiß, egal. Das ist Style? Du siehst aus, als ob du 14 bist und dein Vater dir den Anzug geliehen hat. Aber Sir, wenigstens trage ich keine Quadratlatschen zum Anzug. Ja, aber das sieht doch, warum geht, warum sind denn die? Sportlich. Das ist sportlich? Das ist, ich bin nebenberuflich bei der Modepolizei. Bei der Modepolizei, echt? Ja, richtig. Wen haben die denn da gesucht? Haben die da so ein Tatbild gesucht, das sich immer selber im Spiegel ansteigt und dann soll man so nicht aussehen? Nee, tatsächlich. Moment. Ivanov, ihr hässlicher Mann steht vor mir. Wo sind Sie denn gerade? Ich bin bei Athletes, Wattesport, fahre gleich zum PD. Ich habe so eine Unterwasserwelt dort gefunden. Ich glaube, wir werden diesen dann... Okay, ich habe kurz eine Frage. Wenn ein Mann mit einem Anzug weiße Sneaker anhand, was sagen Sie dazu? Schreiten Sie hier gerade zwei Stück? Kritisch. Ja. Aber ich... Kommen Sie jetzt auf die Minus 3, los jetzt, Ivanov. Zack, zack. Nein! Bis gleich. Sind Sie der Vater, oder was? Nein, aber das hört man durch das ganze LSPD. Ja, richtig. Gerade zwei Leute schreiten sich. Ja. Oh, Gamble, mitkommen. Ja, Sir. Alle mitkommen. 52. Check. Moin. Streife Dreier, Axie, Bedurschen, Highway, Richtung Polito, SD. Oh. Da sind die neuen Westen drin, Gamble. Alle alten Westen da rein, neue Westen raus. Geben Sie der Frau Wutt mal eine neue Weste und die gibt Ihnen die alte Weste. Sehr nie. Haben Sie? Ja, ma'am. Kommt nochmal hier. Alten Westen ganz nach unten, ja? Ja. Ich hab hier tatsächlich, äh, äh, ne, ne, naja. Klar haben Sie meine alte. Oh, klasse. Ah ja. Wunderbar. Haben Sie schon ein schönes Schild hinterlegt. Klasse. Hangi, du hast schon eine neue? Äh, probieren Sie die mal bitte an. Jetzt, ja, jetzt, jetzt fühl ich mich hier. Ja, jetzt sehe ich's. Haben Sie auch so eine gelbe Weste für Police Officer, Ma'am? Äh, ja, aber die passt mir nicht. Die schlabbert so komisch. Ich glaub, die Frauen müssen alle mal zum Sportprogramm. Ja, das ist kein Problem. Ich bin sportlich. Ja, wirklich. Sportlich ist eine Definitionssache, wissen Sie? Meine Mutter hat auch gesagt, die ist sportlich. Aber, wenn Sie wissen, welchen Sport die gemacht hat, ich sag's Ihnen. Finger Wrestling. Gaumen Wrestling. Ach so, ich dachte jetzt, ja, Matratzo-Olympiade. Nach dem Sprechen hat das. Okay. Okay. Okay, haben Sie ein Problem mit meiner Mutter, Sir? Wollen wir das jetzt sofort erklären? Sie sind sowieso das Schwächere mit Ihren komischen, hässlichen Sneakern. Check. Marvod, würden Sie sagen, dass sie gut aus mit den Sneakern? Ja. Marvod ist jetzt hier, die entscheidet das jetzt. Also, ich bin ja eigentlich sehr modebewusst. Aber ich finde irgendwie, also irgendwie sieht es, es ist anders. Fünf, fünf, die vielleicht auch. Schuhe an, die wie Clowns-Schuhe aussehen, ja, die so weit nach vorne gehen. Okay, verstehe. Ich bin da zwiegespalten. Fünfundfünfzig. Also, wir sind uns einig, dass wir zu dritt sagen, dass das scheiße aussieht. Ja, wissen Sie, wer eigentlich wirklich scheiße aussieht? Der Caruso. So. Warum? Hey, das war voll das geile Outfit. Ja, also die Adiletten mit den, äh, mit den Klamotten da, mit den, mit den Weihnachtssachen, das sah schon, äh, fisch aus. Das war elf von zehn. Alles klar. Campbell, wir fahren gleich U-Boot. Ich weiß. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ich muss die Leitstelle übernehmen. Danke, Frau Wuth. Viel Spaß. Sehr gerne. Dann haben wir heute noch was anderes vor. Wir machen heute bei dieser, ähm, Schnitzeljagd mit, ne? Ja. Ja? 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 Ja. 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 Ja, von, du, äh, du hast auch ein Amulett, ne? Äh, ja, ich hab das. Streife zu aktiv sein. So, kann jemand mal den Turm auch bitte einmal ganz kurz? Frau Ivanov, warum tragen Sie solche Schuhe? Sie sehen aus wie was, was weiß ich. Warum haben Sie eine Fliege an? Warum sind Sie so? Das brauche ich nicht bei Ihnen auch manchmal. Ja, meine Koch bitte, damit es nicht so wehtut. Vor allem, warum ist denn deine Schuhe unten rot und dein Hemd ist aber blau? Ich hab keine Ahnung dran gedacht. Frau Ivanov, was sagen Sie zu dem Look von Mr. Brianna? Ich bin scho... Ich weiß nicht, ich hab mich dran gewöhnt. Schockiert haben Sie zuerst gesagt. Ey. Schockiert. Ich kann mal so hässlich sein. Scheidungsinkarminaler. Hä? Ich hab doch gar nicht gesagt, du fängst das... Ich schau jetzt was... Oh mein Gott. 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 Hört Sie auf, Herr Gamble. Können wir hier rumboxen. Herr Gamble. Ich muss dir die Frau immer noch verteidigen. Nein. Reicht. Hör auf jetzt. Aua. Wo hab ich denn reingeschlagen? Hallo Walter Weil, Schieberpolis. Ja, hallo PD47Peters. Oh, wasser 1. Ja, ist sie gut? Haben die Backbeifeln doll wehgetan? Ich hab ein Gericht mit dem Kommen. Das ist so richtig. Ja, hab ich doch im Funk durchgegeben. Sie sollen sich bei Herrn Gamble melden. Der gibt Ihnen die Veste, Herr Peters. Also die Frau Schäuble haben das so verstanden. Wir sollen uns bei einem Commander... Ja, das ist egal. Ja, ja, Herr Gamble macht das. Der ist dafür zuständig. Ja? Alles klar. Danke. Tschüss. So, ja, brauchen Sie einen Arzt? Nee. Das war doch nur eine Aufweige. Das war nur ein Backbeifel von der... Ach, die kann ich hier richtig zuschlagen. Die Ivanov, die ist so, ich sag Ihnen, die hat das Herz genau hier. Sind die echt, die Dinger? Also können Sie ganz kurz... Ja, das ist wirklich echt. Können Sie jetzt einmal bitte Ihre alte Weste holen und die eintauschen mit der neuen? Selbstverständlich. Ja, die sollen einfach alle herkommen. Ruft der Kollege mich gerade an. Hallo, hier ist der Kollege X. Ich bin Officer 1. Ich wollte nur fragen, wo kriege ich die Westen her? Hä? Warum ist der Rang da wichtig? Ja. Damit Sie wissen, wer er ist, Sir. Kontaktbeförderung, Gamble. 21 Uhr, ne? Jo. Bin ich am Stüssel, Alter. Nee, Quatsch. Bin ich gar nicht, oder? Doch, vielleicht. Ach, meine Fortbildung. Nee, scheißen Sie auf die Fortbildung. Ach so. Was für Fortbildung? Ähm. 92 Meter. Wie man einen Raum richtig sichert, ohne sich dabei Angst zu haben. Die Leute bringen sich doch irgendwann um. Warum? Weil die es nicht richtig machen. Weil die es nicht können. Ach so, jetzt hat mich der Piet das angerufen, ne? Diese alte Quatschblase. Ja, komm in die minus drei Uhr. Hässlich. Dann wechseln Sie die Weste jetzt, Ewa Dau. Ja, komm in minus drei. Ja, hier bitte. Ja, bitteschön. Hier. Dann tun Sie die alte bitte nach unten. Selbstverständlich. Hä? Die neue um rausnimmt, die alte nach unten. Manni, wann ist die Fortbildung am Sonntag? 15 Uhr. Da sind doch die neuen gar nicht drin. Denke ich auch, oder? Doch. Nein. Ja, das denke ich auch. Oh. Ja, okay. Ja, wird ja auch endlich mal Zeit, dass ich hier, ne? Mein Gott. Moment. Ja, wie lange bist du schon PO1? Mhm. Kann ich ja mal nachsehen. Ah, die alten. Ja. Halten ganz nach unten, neue oben rausnehmen. Dreck. Hm? Mhm. Sowas kann ich tatsächlich. Wewewe, 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 da. Das können wir ja ganz schnell mal prüfen. Probier's einmal an, ja? Ja. Gehen wir mal zur Seite da. Ja, okay, hast du recht. Ja. Gehen Sie mal zur Seite da. Komm rin hier. Ja. Hallo. Sie da. Mit der Nase im Gesicht. Achso, Entschuldigung. Ich dachte, ich soll es ja nicht verraten. So. Okay. So, die alte kriegen sie? Ja, richtig. Und sie kriegen hier die neue. Super, alles klar. Bitteschön. Nee, warte mal. Das ist die falsche hier. Ja, du kriegst hier neue. Kann man nur so lost sein. Ach, mein Jotto. Da sind andere neue Westen hier kommen, Chief. Was? Da ist noch eine weitere Weste, eine Unterziehweste ist hier. Nein, die ist schon länger da. Ah, ja. Mhm. Okay, wenn Sie das sagen. So. Frau Ivanov. Ja, bitte. Sind Sie bereit, U-Boot zu fahren? Oh, ich bin so richtig bereit, mich richtig zu fahren. Bitteschön. Ich fahre auch U-Boot, ne? U-Boot? Wir haben ein U-Boot, ja. Ich habe eins gekauft. Ja, hat nur 3.000 Dollar gekostet, weil das so ein Nährgericht für den U-Boot ist. Ah, okay. Nein, wir haben ein U-Boot. Sie können bei Allanties Water Spots einen U-Boot mieten. Ach so. Ja, so sehr komisch. Ich dachte schon, wieso haben wir jetzt ein PD-U-Boot? Wir haben doch Taucherausrüstung. Aber die Frau Ivanov wollte eigentlich nicht, nur nach Aufforderung. Dann musste ich leider ablehnen. Ja. Ah, okay. Ja. Obwohl das auch ein bisschen cool wäre, ehrlich gesagt. Aber ich habe mal hier ein Waffen, eine Waffen, also Wartenkammer unten irgendwo. Ein Waffen, das ist ja lustig. Und was? Oh, nicht schlecht. Das werden wir jetzt mal Auskunftschaften. Es sollte doch irgendwann noch, wir auch noch ein größeres Boot für die Border Patrol kriegen, oder? Ist das auf dem Weg oder eher nicht? Du brauchst das Geld. Haben wir nicht. Ah, ja, okay. Weiter mal. Falls. Alles für seine Zeit, Sir. Ja, ja, ach, alles gut. Die Marken sind auch noch nicht zum Auszahlen bereit, ne? Okay. Ja, hier gucken sie mal hier, Ivanov. Boah, Geilala! Hemen Sie mal wieder jetzt hier, sie. Nein. Hemen Sie her. Nein. Ja, klasse. Zeigen Sie jetzt erstmal schön ja, ihr Ausweis. Ich muss verkaufen. Okay. Hier, sehen Sie, das ist mein Ausweis. Wie steht das, das ist Ihr Ausweis? Wollen Sie meinen Ausweis mal sehen? Zeigen Sie mal. Ja, aber zeigen Sie mir den doch. Ja, ich zeig den Ihnen. Ich gebe sie Ihnen. Ja, zeigen Sie mir einfach den Ausweis. Mann, dann müssen wir hier alle erstmal ausschwärmen, oder was? Hier, bitteschön. Und die Ausweise suchen. Zeigen Sie mir doch einfach Ihren Ausweis. Hier, jetzt haben Sie mir den Führer. Ey, sag mal, okay, bist du völlig lost? Lass dich in Ruhe. Einfach den Ausweis zeigen. Was denn? Hä? Hä? Ähm. Nein! Ja, also ja, richtig. Und wissen Sie was? Ich habe heute mein Essen extra von zu Hause mitgenommen. Schön für Sie. Pausenbrot. Hier, sehen Sie? Immer eine Tüte. Immer eine Tüte dabei. Ja, cool. Haben Sie was zu trinken? Ja, habe ich. Können Sie mir das da kurz auf die Ablage stellen? Wasser, bitte. Einmal da auf die Ablage stellen. Ja, selbstverständlich. Ich möchte nicht, dass Sie mir das übergeben, bitte. Bitteschön. Danke. Mein Gott, das haben Sie immer geworfen. Bottelflip-Challenge, wer weiß. Ich zeig den noch nicht. Nein, ich bin so. Ach, Brian, ich habe noch was für dich. Das passt ganz gut zu deinem Ausweis. Das hat er dir vielleicht hier in der Tür. Das, ne, Darko. So, die Ausweis, die Ausweis-Animation werde ich immer, die muss normal rein. Das wollte ich schon immer haben, danke. Gämbel, jetzt sollen Sie auf hier zu labern, machen Sie weiter jetzt hier. Steht hier wie beim halben Drive-In hier. Ne, die Ausweis-Zeig-Animation, die muss für alle rein, Darko. Ich feiere die übertrieben. Aber, ne, ohne Scheiße, erlauben Sie diese Fortbildung, bitte. Welche Fortbildung? Ja, mit Schrohkau und so. So, erst mal, was wollen Sie denn immer? Was, was will ich immer, die Leute sollen sich nicht selbst ermorden, wenn sie in Gebäude stürmen. Bis dann. Adios. Wenn ich mit Leuten Shop-Rope anfahre, die laufen da rein wie sonst was. Ich muss die anschreien, damit die sich nicht umbringen, Herr Weiß. So, haben wir jetzt alle? War ja nur vier Leute. Ah, Darko, habe ich jetzt verstanden, ja, ja. Gut. Alles klar. Dann, ne, wir haben wir umziehen. Ja, ist da, ja, dreiviertel Stunde noch, ne, weißt du? Ja, da können wir doch noch Streife fahren. Na, dann machen wir das. Wir wollen auf umziehen. Ach nee, jetzt kommen noch mehr Menschen hier. Ja, kommt mal rein hier. Ich kann... Hallo, hallo. Guten Morgen! Hey, nimm dir eine Weste aus dem Schrank. Nur 13, aber hey, guten Morgen! So, wann haben wir denn den, wann müssen wir denn zum Elentes Motorsport? Zum Motorsport gar nicht, zum Motorsport um 19 Uhr. Ja, pack die da in den Schrank rein. Wie kann man denn so ein Heslon sein, ohne Witz? Ja, kommt her. Das frage ich mich bei dir mit mir auch. Andi, das ging jetzt voll in mein Herz rein. Ja, bei mir doch genauso. Warte, ich bin für dich ein attraktiver Mensch. Aber wenn du jetzt sagst, ich bin ein Heslon, das ist schon heftig. Weißt du, was ich dagegen argumentieren kann? Nee, erklär mal so. Guck mal hier, guck dir diese ID-Cart an. Frag mich, warum ich die noch habe. Welche? Ja, und die hast du mir so übergeben. Du wirst es gleich merken, will ich hier. Walter Weiß, ID-Cart 2 Heslon. Ist das deine? Ja, das ging auch ganz tief ins Herz, okay? Wo steht der Walter Weiß mit einem S? Weiß ich nicht, das kam so von der Bank. Das war die Karte für den Schlagen. Vielleicht funktioniert die noch. Ich bin ja auch wie den. Lass mal suchen. Da war wohl den Schlagen. Guck mal, hier ist alles offen. Warum ist alles offen? Was soll ich dir? Bitte schön. Danke. Oh, hier. Ich habe noch eine ID-Cart. Und ich weiß nicht, wo die her ist. Und hast du schon alle E-Mails sortiert? Ja, habe ich. Ich habe dir sogar ein To-Do-Chief auf Police-Ordner gemacht. Oh, ich gucke da nie rein. Was ist da? Ja, Dinge, die ich eigentlich mal weiterleiten wollte, aber keine Zeit dafür habe. Aule. Ja. Kann so faul sein. Alles ist möglich. Ich kam vor ein paar Monaten hierher und direkt auf Anni belernte, die so tolle Menschen kennen. So, ich gehe mich mal umziehen. Heini, bezahlst du heute dafür? Äh, gib dir einfach... Ich weiß nicht, was es kostet. Aber ja, ich bezahle. Ich bezahle das. Ah, super. Was bezahlen? Was kostet denn die Uwe-Tour? Keine Ahnung. Geld. Gott sei Dank ist Hanne nicht so gering für die. Ich kann das locker bezahlen, ne? Ja. Wissen Sie, ob die Bahn es heute erreichbar ist? Was haben wir heute für den Tag? Hat sie nicht letztens gemeint, Freitag ist immer ein bisschen schwierig? Aus Sandy's Diner wird Honey's Diner. Ja. Das ist jetzt mein Diner. Da gibt es nur noch Gyros. Ja. Gyros, Gyros-Suppe. Zum Nachtisch gibt es dann griechischen Joghurt mit Honig. Honigbrötchen gibt es auch, so als Snack. Aha. Aha. Und für abends? Wenn du weißt, glauben sie irgendwie zu kungen oder wieso greifen sie die ganze Zeit an Hanne's Haare? Warne Milch mit Honig. Warne sind schön. Die greifen die ganze Zeit an Hanne's Haare, deswegen war ich gerade verwirrt. Die riechen so nach, ähm, Honig. Braucht irgendeiner von Ihnen noch irgendwas? Aus der Kammer? Nee, ne? Lebenswillen. Achso. Lebenswillen? Aus der Kammer? Lebenswillen. Warum trägst du eine Fliege? Oh. Die gehört mittlerweile zur Dienstkleidung, aber nur bei Fee. Achso. Und dann ist ja okay. Das ist ja okay. Das ist ja okay. Steht für heute irgendwas Spezielles an, Chief? Nee. Ich bin von 19 bis, wie viel Uhr weg? Null Uhr. Null Uhr sind wir, sind Brian Gamble, wer noch? Frau Ivanov, Anni und ich U-Boot fahren und Schnitzeljagd. Machst du auch mit bei der Schnitzeljagd? Äh, nee, ich hatte mich nicht angemeldet dazu. Oh. Warum nicht? Äh, weiß nicht, bin ich so der Schnitzeljäger. Aber Schnitzel sind toll. Weil bei Schnitzeljagd Ja, lecker. Weil bei Schnitzeljagd hat sich wirklich immer, dass man am Ende nur Schnitzel bekommt. Da war ich enttäuscht, dass es eben keiner mehr gab. Naja. Mein Gott. 18, Rachel Check. Wer war das? Wie kann man so sein? Dudi. Herr Dodi, Sie schwingen Ihren Arsch sofort auf die 5. 99, Ende. Ich hab doch krass gefragt, ob irgendwas Spezielles ist. Ganz vergessen. Kief, haben Sie noch einen Taser bei oder zurück mit einem neuen holen? Äh, der ist bei mir oben im Schrank. Ja, klasse. Warte mal. Ich hab noch immer noch einen Taser. Gämbel mitkommen und wie heißt der andere? Winters mitkommen. Winters. Ja, ich mach erstmal einen Taser. Winters Krawatte anziehen. Das ist ein offizieller Kündigungstermin. Oh, oh. Lassen wir aber die Hutschnur hier. Oh, 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 lieber. Komm rein hier. Sie müssen mich mit auf die 3? Ich muss noch was, ein Utensil holen, um meine Aussage jetzt gleich kräftig deftig zu unterstreichen. Oh, was hat der denn gemacht? Das wirst du jetzt gleich hören. Da bleibt dir die Spucke weg. Gar kein Bock. Ich muss noch ein Utensil holen. Oh, die feiere ich auch, oder? Nein. So, wo haben wir die Krawettsche hier? Achso, Chief, ich hab noch den Personalausweis von der Frau Sorkin. Erstmal noch behalten, bitte, ja? Ja, genau. Der ist bei mir im Spinnen. Okay. Also passieren kann nichts. Okay, okay, okay. Check. Mal los. 302, Aktiv, Downtown. FD 74 vom Check. Check. Oh, mitkommt, Dodi. Herr Dodi. Wie lange sind Sie Police Officer? Seit acht oder neun Monaten. Gut. Was ist das, was ich in der Hand halte? Eine Marchette mit... Ist das Marmelade oder Blut? Das ist gleich Ihr Blut, weil ich Ihnen den Gottverdammten Kopf abschlage. Und warum? Denken Sie mal darüber nach. Warum könnte das der Fall sein? Weiß ich nicht, Chief. Ich bin gerade wieder da. Ich kam gerade aus dem MD. Was ist passiert? Erinnern Sie sich, dass Sie eine Akte erstellt haben bezüglich Frau Sorkin und dessen Entführung? Ja, das ist korrekt. Warum haben Sie in der Akte reingeschrieben, warum haben Sie Ihre Belehrung reingeschrieben und Sie haben die Belehrung falsch gemacht? Ergo ist die Aussage des Tatverdächtigen, der uns zu allen anderen Beweisen führt, nichtig und der Fall ist geschlossen. Welche Belehrung war denn falsch? Was zur Hölle? Miguel Ramirez, Sie haben ihn als Zeugen belehrt, nicht als Täter. Weil Sie nämlich so doof waren, Herr Dudi, dass Sie in Ihrer Akte Ihre Belehrung reingeschrieben haben, die doch falsch war! Inizia war er doch auch erst noch als Zeuge, weil er... Nein, er war der Täter! Er war hinter Gittern! Kann ich in die Akte noch mal kurz reinschauen, bevor wir jetzt hier eskalieren? Rufen Sie Oberstadsan Wilson an, versuchen Sie, den zu erreichen. Wilson? Ja, okay, ich spreche mit ihm. Aber das ist ja... Tatsächlich müsste man... Aber das ist schwierig, oder? Also vom Vorgang her, oder? Also ich kann mich erinnern, war das nicht der Fall, wo die Frau Sorkin an den Ölfeldern von uns gefunden wurde, Chief? Ja. Okay. Tatsächlich kann man es ja auslegen, wie man will, auch zugunsten von Herrn Dudi, glaube ich, weil der Herr Ramirez war ja... Also in erster Linie hat er ja darauf plädiert, dass er nicht daran beteiligt war und hat ja in erster Linie als Zeuge fungiert. Nein, 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 nein. Stimmt nicht. Er hat gelogen in seiner ersten Aussage, hat seine Aussage revidiert und dadurch wurde er zum Haupttatverdächtigen und saß deswegen in der Zelle. In der zweiten Befragung von Mr. Dudi dann, die er folgte, weil PD05 hat damit begonnen, hat Mr. Dudi die Rechte falsch verlesen. Und das Problem ist, Mr. Dudi... Also die zweite Befragung. Ja, und Mr. Dudi, das Problem ist, Sie haben Ihre Belehrung sogar mit in die Aussage reingeschrieben und das war falsch. Was? Rufen Sie Oberstaatsanbult Wilzen an. Ja, ich spreche jetzt mal kurz mit ihm und gucke noch mal kurz in die Akte rein. Ne, beten Sie, dass er herkommt und uns das allen nochmal und ihn genauer erklärt. Ja, mache ich. Meld mich bei ihm. Ich rufe ihn jetzt an. Das müssen Sie, warten Sie. Gut, dann lassen wir ihn noch kurz in die Akte rein, schon, dass wir mal einen Überblick haben. Das ist ein bisschen her. Kann ich da kurz den Rechten... Gehen Sie an den Computer. Gehen Sie raus an den Computers, ja. Dadurch werden alle Beweise, alle die ganze Indizienkette, alles bricht zusammen. Richtig schön. Also, aber, also, welche Aussage war das jetzt genau, welche er da falsch gemacht hat? Also, wir haben ja, wir haben den ja im Auto getroffen, ne? Schief. Wissen Sie, was das Problem ist schon? Machen Sie. Wilzen, können Sie mal ganz kurz zum LSPD kommen? Ich habe hier den Police Officer, der für diese falsch, für die Scheiße da verantwortlich ist. Können Sie den einfach mal, können Sie kurz herkommen? Klar kann ich. Gut, dann kommen Sie in die Lobby und jemand bringt Sie auf die 5. Ja, danke. Alles klar. So, folgendes. Passen Sie auf. Das Problem ist, selbst wenn er ihn falsch belehrt hat, dass er so dumm ist und die Belehrung sogar da reinschreibt. Ja, ja, ja. Mit der falschen Belehrung. Das stimmt ja schon. Ja, das stimmt schon. Aber was wichtig wäre, ist ja, welche Befragung das jetzt war. Weil der Herr Ramirez hat ja schon bei Ihnen und mir in dem Gespräch gesagt, was wir beide ja bezeugen können, da hat er ja schon gelogen, als er sagte, ja, er hat die Frau Sorge nach Hause gebracht. Man kann das jetzt als Richter so auslegen, dass die Datenschutzaufhebungen auf die Aussage von Mr. Ramirez basieren, als er sich selber belastet hat und widersprüchliche Aussagen getätigt hat. Allerdings, wenn die Belehrung falsch ist, ist somit auch die Datenschutzaufhebung für die weiteren Dings nicht dick und somit, weil das stützt alles auf diese Aussage. Verstehen Sie? Ja, 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 ja. Also wenn es sich genau darauf stützt, dann ist es natürlich richtig scheiße. Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Da müssen wir jetzt mal gucken. Das ist alles so schwierig. Weil dann kann ich Ihnen sagen, kann er sich, also wirklich, ich sage Ihnen, wie es ist, er kann sich vorne vor allen Kollegen hinstellen, wenn das so ist, und kann sagen, ich habe den Fall verbockt und deswegen wird der Täter von Frau Sorkin niemals bestraft. Das muss er dann so sagen. Ich nicht. Schwierig, ja. Ich gehe mal ganz kurz an die Frau Iwanhoff. Herr Faye, brauchst du was ganz Dringendes, oder? Ja, aber können Sie dem Winters mal sein, da sollst du die Frisur wieder ändern? Ja. Nochmal, nochmal. Was ist das mit dem Herr Hunter? Was? Das ist doch im Urlaub. Die Freundin vom Herrn Hunter. Nee, wie, warum? Warum was hier? Oh, die ist halt einfach aufgelegt. Fängt schon an wie sie, Chief. Ich mag den Dudy, Janne, aber er ist so lange im LSPD schon und dann solche Fehler. Nein. Ja, das ist echt blöd. Das ist echt richtig blöd. Und er wurde schon 20 Mal degradiert von mir. Ich hatte heute mit Melanxi noch ein Gespräch. Dazu komme ich gleich. Mhm, okay. So, Dudy. So. Der Staatsanwalt ist auf dem Weg. Ich sage mir jetzt ganz ehrlich, die Staatsanwaltschaft zieht sich jetzt einen Satz da drin hoch. Ich meine, ich beginne mit der Befragung nach der ersten Belehrung. Und nur weil da jetzt noch mein Satz drin steht, wo ich mich verhasst mit habe in einem Gespräch, ist dieser ganze Scheiß jetzt hinfällig, oder was? Warten Sie mal. Haben die eine Macke? Nee, 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 nee. Nicht die haben eine Macke. In dem Fall haben Sie eine Macke. Also, Herr Dudy, folgendes. Hä? Jetzt hören Sie mal zu. Warum schreiben Sie Ihre Belehrung denn da rein? Das ist nicht die Belehrung. Das ist ein ganz normaler Satz. Die Belehrung fand vor der Befragung statt. Welcher Satz ist das denn? Lesen Sie mal, sagen Sie den Satz. Er hatte gefragt, warum er denn hier ist. Körperverletzung, ja, mit Gegenstand, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, genau, du bist hier als Tatverdächtiger. Ich habe das nochmal extrem erklärt. Du bist hier als Tatverdächtiger in dieser Befragung. So, und dann habe ich mich bei der Belehrung verhaspelt. Ja, es geht, ja. Aber das ist ja nicht die eigentliche Belehrung. Aber warum ist denn die verhaspelte Belehrung denn dann da drin? Weil das der Protokollant so mit aufgeschrieben hat. Wer war denn der Protokollant? Die 05, wenn ich mich richtiger will. So, wenn der das mit Aufschlag da einfügt. Ja, eine Rekrute zu dem Zeitpunkt, ne. Belehrt tue ich den Tatverdächtigen doch, bevor ich loslege mit der Befragung. Das ist nicht die Belehrung, die ich gemacht habe. Welche Akte ist das denn? Die 05. Ich weiß schon. Nein, brauchen Sie nicht, Winters. Alles gut. Lassen Sie den Wilson herkommen. Der hat das gestern alles durchgearbeitet. Der macht das jetzt mit Ihnen. Schief, ganz im Ernst. Die Belehrung mache ich nicht falsch. Die mache ich vorher und nicht mittendrin. Das ist doch Quatsch. Gute, ich mag sie eigentlich. Aber wenn jetzt der Fall deswegen zusammenbricht, ne. Ich sage Ihnen ganz ehrlich. Ich kann für nichts garantieren, weil der Punkt ist. Warten Sie kurz. Ja. Ich bin in der Lobby, die gleiche Stelle telefoniert gerade. Deswegen schicken Sie gerne jemanden auf. Ja, Moment. PD66 für die 69 kommen. Können Sie bitte einmal den Oberstaatsanwalt Wilson abholen unten in der Lobby und auf die 5 bringen kommen? Ja, check für mich. Komm. Ja, bitte die 99. Also, es geht so. Passen Sie auf. Es geht darum, dass eine Polisofficerin, eine Polisofficerin, die aus Sorkin, wurde brutal gefoltert. Der Herr Winters und ich haben ihr das Leben gerettet. Die lag oben in irgendeiner verranzten, abgehalfterten Sandgrube mit Verletzungen, was weiß ich nicht alles. Und der Herr Winters und ich haben explizit gesagt, dass bei diesem Fall alles richtig sein muss. Wir haben sogar die gegeneinander ausgespielt. Alles war bombenfest. Und jetzt bricht der Fall wegen eines Verwahrensfehlers. Das ist doch kein Verwahrensfehler, nur weil da ein Satz drin steht. Die Belehrung, das ist doch nicht die Belehrung an sich. Die Belehrung findet immer vor den Aussagen statt. Immer. Grundsätzlich. Aber warum haben Sie ihn dann nochmal belehrt? Habe ich nicht. Ich habe es Ihnen nochmal verdeutlicht, dass er als Tatverdächtiger da ist. Und habe ich dann im Satz verhaspelt. Na gut, warten Sie. Das passiert doch mal. Das ist doch kein Verfahrensfehler. Aber dann hätten Sie die Scheiß hinterher nochmal prüfen sollen. Wenn das eine Rekrutin aufschreibt. Aber ey, die hat sogar ihren Verhaspeler aufgeschrieben. Also hat sie es eigentlich gut gemacht. Sie hat es komplett voll protokolliert. 1A. So, da ist er doch, der Wilson. Ich habe heute noch Plack hier, wirklich. Also es bricht doch jeder Fall wegen einem Schreibfehler demnächst zusammen oder sowas. Ist ja kein Schreibfehler, ist ja ein Aussagefehler. Ein Aussagefehler. Die Belehrung hat vorher stattgefunden. Frau Marshall, bringen Sie bitte den Herrn Wilson rein. Also, jeder Scheiß... Stellen Sie sich mal neben Winters hier. Kommen Sie, dann kann der Wilson mal... Genau. Und jetzt mal bitte höflich in Ton hier. Natürlich, Entschuldigung. Kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Danke, Hanni. Alles gut. So, also. Herr Wilson. Hallo, Herr Wilson. Guten Abend, die Herren. Jetzt erklären Sie noch mal hier die Geschichte. So, Herr Dudi, guten Abend. Guten Abend. Ich bin gestern in die Fallakte durchgegangen wie 20.09. 20.21. 0.1. Ganz kurz dazu, der Oberstaatsanwalt Wilson und ich sind dort die Ermittelnden. Ja, wir haben im Hintergrund, was viele nicht wissen, sehr viele Beweise angestrebt und auch sehr viele Datenschutzaufhebungen und Zusammenhänge. Ja, also da sind wir relativ weit. So, jetzt können Sie weiter machen. Genau. Es gab Datenschutzaufhebungen, die bereitgestellt wurden. Wir haben ermitteln können. Wir haben SMS- und Handyverläufe erhalten können. Sehr viele Beweise. Und ich bin gestern Abend diese Fallakte Stück für Stück durchgegangen, um für mich einmal zu prüfen, wie würde die in der aktuellen Anklageerhebung aussehen und wie ist aktuelle Status der einzelnen Aussagen. Dabei bin ich darauf gestoßen, dass die erste Beschuldigtenvernehmung bei Herrn Ramirez dokumentiert wurde, wie belehrt wurde und das auch falsch belehrt wurde. Denn es wurde dort der Satz gefallen, noch dokumentiert, dass er die Wahrheit sagen muss. Der Beschuldigte muss nach der Miranda-Belehrung gar nichts sagen. Er kann schweigen. Wer die Wahrheit sagen muss, ist der Zeuge oder auch die Zeugin. Sie muss zur Wahrheitsfindung beitragen. Allerdings nicht der Herr Ramirez, der in diesem Fall der Beschuldigte war. Genau, der hat das Recht zu schweigen. Richtig. Aber Sie haben gesagt, er muss die Wahrheit sagen. In der Belehrung. Und Sie haben auch in dem Satz explizit nochmal geschrieben so rum. Das heißt, dass Sie im Vorfeld wahrscheinlich, so die Vermittlung meinerseits, die Belehrung wahrscheinlich nicht gänzlich so vorgelesen oder verlesen haben, wie sie verlesen werden musste. Die Belehrung, die ich Ihnen verlesen habe, ist der Satz, den ich immer bei Beschuldigten sage. Es gibt die Zeugenbelehrung, es gibt die Beschuldigten. Die Beschuldigtenbelehrung ist im Prinzip, Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen kann und wird gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt, können Sie sich keinen leisten, wird Ihnen einer gestellt. Ist kein Anwalt erreichbar, müssen Sie sich selbst verteidigen. Haben Sie Rechte verstanden? Das steht aber nicht in der Fallakte. Nein, natürlich nicht, weil die Belehrung eigentlich auch nicht aufgeschrieben wird. Die Belehrung findet ja vor der Befragung statt. Das bringt uns allerdings in dieser Situation gar nichts. Stopp, Sie verstehen das problemlich, Herr Dodi. Der Fakt ist, dass es da drin steht, dass Sie es falsch gemacht haben. Das steht da drin, wortwörtlich, Buchstabe für Buchstabe. Und das ist das Problem. Hat Akten einen sich gefordert und weiß darum. Das heißt, er weiß, dass die gesamte Aussage, all die Informationen, die genannt wurden und auch im schlimmsten Fall all die Datenschutzaufhebungen, die darauf basieren, nichtig sind. Das heißt, eine Anklageerhebung könnte halt schlichtweg zu nichts führen. Es gibt einen Beweiszettel. Wissen Sie von dem Zettel? Wieso? Ich kann Ihnen doch sagen, sagen Sie mir die Wahrheit oder Sie müssen mir die Wahrheit sagen. Aber wenn ich die Miranda-Belehrung sage, Sie haben das Recht zu schweigen, die tatverdächtige Miranda-Belehrung ihm quasi sage, kann ich doch danach auch sagen und blöffen und sagen, du musst mir die Wahrheit sagen. Können Sie ja? Dann ist es doch eigentlich komplett hinfällig, oder? Nein, aber nicht, wenn die Sätze im Zusammenhang mit all den anderen Sätzen der Miranda-Belehrung dokumentiert wurden. Die Miranda-Belehrung wird doch nicht dokumentiert. Die Miranda-Belehrung wird doch nicht dokumentiert. Sie ist aber dort dokumentiert. Genau in der Form. Nein, das ist keine Vollständige, mit dem gar nichts. Können Sie das einmal genau vorlesen? Sie können auch gerne an meinen Computer gehen, wenn Sie möchten. Lass uns mal darüber stellen, damit wir so mitbekommen. Ich vermute eher, dass er da einfach gesagt hat. Sie müssen mir die Wahrheit sagen. Sie müssen nämlich nachvollziehen, ein Richter wird es in der Form nie zustimmen. Ich lese das jetzt vor. Moment. So. Welche Nummer war das jetzt? So, kein Fall, ne? 20-09 21-01 Miguel Ramirez, Miguel Ramirez, Tyler Harris, Freiheitsberaubung. Da ist es doch. So, mhm, 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 mhm. Check. So, PD 16, PD 25, so. Du wirst hier als Beschuldigter vernommen, das heißt, du musst... Ja. Ja. Da steht's. Ja, er steht da drin, aber das ist nicht die Belehrung. Du wirst hier als Beschuldigter vernommen, das heißt, du musst hier die Wahrheit sagen. Du hast das Recht auf einen Anwalt und wenn keiner da ist, wird dir keiner gestellt. Und wenn keiner erreichbar ist, dann musst du dich selbst verteidigen. So rum. Wenn du dir keine leisten kannst, dann wird dir einer gestellt. Hast du deine Rechte verstanden? Richtig. Doch, das ist eine Belehrung. Du wirst hier... Nochmal. Du wirst hier... Ich hab's verstanden. Du wirst hier als Beschuldigter vernommen, das heißt, du musst hier die Wahrheit sagen. Du hast das Recht auf einen Anwalt und wenn keiner da ist, wird dir einer gestellt. Und wenn keiner erreichbar ist, dann musst du dich selbst verteidigen. So rum. Wenn du keinen... Wenn du dir keinen leisten kannst, dann wird dir einer gestellt. Hast du deine Rechte verstanden? Hast du deine Rechte verstanden? Ergo, der Satz impliziert ja, dass das auf den Teil davor... Ne? Also somit ist das genau richtig, was der Herr Wilson sagt. Es ist... Ja, als ob ich die Belehrung mittendrin mache. Das ist doch... Ja, aber das steht da drin. Aber das ist doch ganz am Anfang. Oder nicht? Nein, das ist mittendrin. Das ist... Moment, ich mach nochmal die Akte auf. Wie viele Dinge hat der Ramirez denn das Jahr? Wissen Sie übrigens von dem Beweiszettel, den es gibt? Welcher Beweiszettel? Es gibt einen Zettel, der im Besitz von Miguel Ramirez ist. Der ihn wohl belastet. So, nochmal. Pass mal auf jetzt hier. Also, der Tatvorwurf ist hier, die Freiheitsberatung im Körperverletzung mit Gegenstand. Er mit Gegenstand. Mit was für einem Gegenstand? Mutmaßlich mit einem Messer. Und dann... Herr Gämbel, was machen Sie denn da? Ohne Scheiße. Frag ich mich auch. So. Was machen Sie da, Herr Gämbel? Nichts. Haben Sie einen Schaden oder was? Was machen Sie denn für Sounds? Ich bin... Achso. Ja, ich hör grad... Bok, 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 bok. Ich denke, was ist denn los mit dem? Was ist denn los? So hört man sich also an, wenn man lange unter Vögeln ist. Also, ganz kurz jetzt. Herr Dudy. Wir haben da hart reingeschissen. So, und ich sag Ihnen was. Ja. Das Problem ist, dass all das, was der Herr Wilson und ich uns erarbeitet haben, nichtig ist. Mhm. Toll. Toll. Super. Ich kotze ab, ganz ehrlich. Wieso einem Bullshit, als ob wir hier... Ja, wieso wir? Sie! Wieso wir? Ja, ich. Ja, ich. Chief. Ja, wieso denn wir? Erklären Sie, wer ist jetzt dran schuld, außer Sie? Nein, natürlich ist das scheiße. Klar ist das scheiße. Das ist riesengroßer Bullshit. Aber meinen Sie, dass mir das auch egal ist? Ist es nicht? Ich habe auch stundenlang an der Scheiße dran gesessen. Ist die 50 Funkcheck. Also, folgendes, ich sag Ihnen was. Ja. Ich werde Sie nicht kündigen. Ich werde Sie auch nicht degradieren. Sie kriegen eine viel schwere Aufgabe von mir. Mhm. Aber bevor die Beerdigung ist und alle Police Officer hier sind, werden Sie sich oben auf den Pult stellen und erklären, dass Sie reingeschissen haben. Sie erklären das, nicht ich. Sie erklären, ich habe die Akte versaut und den Beweis. Das ist Ihre Aufgabe. Ich trage diese Verantwortung nicht. Denn wir haben hier Police Officer, ich sage Ihnen das, die an Selbstjustiz gedacht haben, die sich rächen wollten mit Frau Sorkin und gesagt haben, Herr Weiß, ich baue große Stücke auf Sie, dass Sie diesen Fall lösen. Denn Frau Sorkin war eine gute. Und jetzt möchte ich bitte, das ist Ihr Ding. Damit habe ich nichts zu tun, Herr Dodi. Ich bin nicht der, der die Hände sich blutig macht. Sie wissen, schauen Sie, Sie waren Detektiv, Sie sind lange Police Officer und jetzt ist die Situation, dass wir, der Herr Wilst und ich, wir haben uns den Arsch aufgerissen. Wirklich. Wir haben uns mit einem Richter in vierfacher Form angelegt. Alles. Damit wir Herrn Nepia hinter Schloss und Riegel kriegen. Das ist alles geschlossen. Gleichstelle Ende. So. Wir hätten die Leute gekriegt. Wir hätten die Leute gekriegt. Das ist so zum Kotzen. Ja. Es tut mir leid, Herr Dodi, aber da müssen Sie durch. Es tut mir leid. Also hören Sie, ich mag Sie. Sie sind ein guter Kerl. Aber können wir ihn nicht einfach nochmal vorladen und nochmal verhören? Nein, hören Sie, wissen Sie, was relevant an dieser Aussage ist? Dass er in dieser Aussage widersprüchliche Aussagen getätigt hat. Und diese widersprüchlichen Aussagen haben zur Datenschutzaufhebung der anderen geführt. Richtig? Sie können aber gerne nochmal den Staatsanwalt fragen, ob er eine Idee hat. Kurze Frage. Kurze Frage. Ist es nicht eigentlich jetzt interessant, herauszufinden, ob das überhaupt alles so jetzt schwerwiegend ist? Weil im Endeffekt hätte ja dem Richter beim Prüfen des Antrages zur Datenschutzaufhebung das eigentlich auffallen müssen. Oder? Also jetzt, um den Ball mal so ein bisschen, um den Ball ein bisschen hin und her zu spielen. Also das Thema, was halt ganz am Ende passieren kann, ist, dass der Anwalt vom Herrn Ramirez, weiß man, wer das ist, Herr Wilson, wissen Sie das? Der Herr Goldbaum. Ja, dann. Letztere für die erste Künftung kommen. Ja, aber der Herr Goldbaum, der weiß, der Herr Goldbaum, also ja, da hören Sie auch zu lachen, das ist jetzt nicht witzig hier. Ja? Ja. Der Typ ist so lost, der kriegt nicht mal mit, Darum geht es gar nicht, aber den Punkt wird er finden. Ich würde Streife 13 besitzen kommen. Aber dann ist es doch ganz einfach, dann kann man doch ganz einfach argumentieren. es wurde von dem Herrn Budi während dieser Aussage einfach nochmal falsch gesagt, ja. Und? Ja, aber die Belehrung davor ist doch richtig. Welche Belehrung denn davor? Ja, die ihr wohl ganz am Anfang gemacht habt. Aber die steht nicht da drin. Schreibe doch nie auf. Muss ja auch nicht. Nein, 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 nein. So läuft das. Nein, nein, nein. 0.22, 3. Punkt der Belehrung. Hallo, in welchem Tunnel leben Sie denn? Moment. Also, nochmal. Die schreibt mal, der Funk, ich kriege hier gleich einen Harry. Also, Sie können nicht sagen, ich habe hier die erste Belehrung richtig gemacht und die zweite dann falsch. Dann sagt der Richter, wer sagt denn, dass Sie dann die erste richtig gemacht haben, wenn Sie die zweite ja auch falsch gemacht haben? So können Sie doch gar nicht argumentieren. Hä? Das ist doch gar keine Argumentationsgrundlage. Aber die kann ich im Spat auch sagen. Naja, darum geht es ja nicht. Aber, also, prinzipiell haben Sie da recht, Chief. Aber die Frage ist ja, dann kann das ja jedes Mal jeder Tatverdächtige ankreiden. Dann muss jeder die Belehrung mitbekommen. Seien Sie jetzt mal ruhig, Herr Dudy. Schauen Sie, die Belehrung schreiben wir ja nie rein, sondern es steht ja oben immer nur der Text. Ja, ja, check, 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 check. Sie haben recht. Aber, wissen Sie, was das Fatale an dieser Geschichte ist? Bei dem steht es drin. Richtig. Wenn es nicht drinstehen würde und der Herr Ramirez, also, ne, ist jetzt auch nicht so richtig, aber wenn der Herr Ramirez sagt, der hat das nicht richtig argumentiert hier, der hat die Rechte falsch verlesen, dann sagen wir ja, Moment, stimmt da gar nicht, ne? Es gibt keinen Nachweis. Es gibt keinen Nachweis. Gut, gut. Aber hier ist der Nachweis da. Er ist da. Okay, jetzt haben wir gesehen, ist reingeschissen. Okay, jetzt sollten wir vielleicht mal ergebnisorientiert handeln. Wie kriegen wir den Karren aus dem Dreck gezogen? Ich sage es noch mal ganz kurz, es gibt einen Zettel, der Ramirez belastet. Ja, wo ist der? Was denn für einen Zettel? Es gibt einen Zettel. Ich hatte mit ihm noch mal ein kurzes Gespräch. Es gibt einen Zettel. Ja. Wo ist denn dieser Zettel? Ja, das ist die Frage, wo dieser Zettel ist und was da draufsteht. Ja, woher wissen Sie denn, dass er den Zettel belastet? Weil er mir das gesagt hat. Ja, und wo ist, er sagt Ihnen, ich habe einen Zettel, der mich belastet? Hä? Es gibt da einen Zettel, ja. Aber, Moment, Moment, ich weiß nicht, was da draufsteht. Ja, warten Sie, warten Sie, warten Sie. Okay, wir machen das nochmal von vorne. Also Sie sind Kopf. Sie sind Kopf. Dann kommt ein Tatverdächtiger einer Polizistin, die er entführt hat, zu Ihnen und sagt, ich habe einen Zettel, der mich belastet. Warum sagt er Ihnen das denn? Das ist ja vollkommen dumm. Nein, passen Sie auf, ich habe mit Ihnen nochmal telefoniert, ein Gespräch geführt. Ja. Ja. Und das war, ich glaube, war das nach dem her aus dem, das ist schon ein bisschen her, auf jeden Fall. So, und dann meinte er, ja, es gibt doch was, so einen Zettel, den habe ich jetzt hier und da stehen Dinge drauf, sind nicht gut. Was steht da drauf? Ja, er hat so ein bisschen, weil er, weil er selber Angst hatte wahrscheinlich, was weiß ich denn, keine Ahnung. Das ist ja das Gleiche, das ist ja das Gleiche, wenn ich sage, ja, ich bin, ich habe niemanden umgebracht, aber es gibt in meiner Wohnung nur noch eine Axt, da ist Blut dran. Ups. Und das sage ich doch keinem Polizisten. Hä? Ja, passen Sie auf. Manchmal kann man mit Leuten auch im Vertrauen sprechen, wissen Sie? Jetzt nicht von Kopf zu Kopf, sondern von Mensch zu Mensch und dann ist die Gesprächslage eine ganz andere. Das ist, das funktioniert, das mache ich sehr häufig. Ich bekomme sehr viele Sachen raus. So, und eigentlich wollte ich mit ihm auch treffen und wollte über diesen Zettel sprechen, zum Treffen kam es aber nicht, noch nicht. Also, ich glaube, hören Sie mal zu. Passen Sie, können wir wieder darüber gehen, ganz kurz? Ich fühle mich ja eingehängt. So. So. Also. Wir fassen jetzt mal zusammen. Herr Dodi, dieser Zettel wird uns nicht weiterbringen, weil er Ihnen den Zettel nicht geben wird. Ja? Wenn der Zettel ihn belastet, ist er der dümmste Mensch, Ihnen den Zettel zu geben. Wenn auf dem Zettel draufsteht, dass er was gemacht hat und dieser Zettel kann schon längst zerrissen sein, was macht er denn da jetzt? Das ist ja das Ding. Der Zettel kann schon zerrissen. Das ist die Frage ja vorsichtig. Er kann ihn vernichten. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass der Fall ihrer Aussage diesen ganzen Fall ja zu Bruch gebracht hat. Das müssen wir überlegen. Wie machen wir weiter? Und wir können ihn jetzt nochmal vorladen. Er wird mit Goldbaum kommen, aber er wird in dieser Aussage, er wird keine Aussage tätigen. Das wird er nicht nochmal machen. Da war es tatsächlich, dass es auch frischer Tat war. Deswegen hatten wir ihn an den Karren. Ja, das war, der Fall war geschlossen. Der war geschlossen für uns. So. Wegen diesem Verfahrensfehler kann jetzt ein Richter argumentieren, ja Moment mal, die ganzen Aufhebungen basieren ja auf dieser Aussage. Und diese Aussage ist ja ein Verfahrensfehler. Ergo können Sie diese Aufhebungen gar nicht nutzen, weil, ne, die Indizienkette gebrochen ist. So, und jetzt müssen wir schauen, wie wir den Mörder von Frau Socken kriegen. Wir wissen, wer es ist. Wir können es nicht anwenden, weil wir keinen Beweis mehr haben. Uns fehlt der Beweis jetzt. Sie haben uns durch Ihre Aussage, durch die Belehrung, haben Sie uns den Beweis genommen. Sie haben uns den Beweis genommen. Welchen Beweis habe ich denn genommen? Die widersprüchliche Falschaussage von ihm mit der Lüge. Aber wenn das schon der Beweis war, warum ist das dann nicht fertig alles? Hä? Hä? Nee, nee, nein, nein, nein. Es geht darum, der Herr Ramirez hat diese, also Ihre Vernehmung, ja, wo Sie den Fehler jetzt gemacht haben. Einfach nüchtern betrachtet. Auf diese, also da haben Sie den Fehler gemacht. Jetzt ist irgendjemand hingegangen, egal wer, und hat gesagt, ah, die Aussage da, die da, darauf wollen wir jetzt aufgrund dieser Aussage möchten wir eine Datenschutzaufhebung oder ein Durchsuchungsbeschluss oder was auch immer. und der Richter sagt, aha, liest sich das durch, ist so, ja, hat es selber nicht gesehen und sagt, okay, ich genehmige das. Jetzt im Nachhinein, ja, fällt dann eben Herrn Goldbaum irgendwann auf, richtig. Hören Sie mal, da ist ja was falsch drin, dann wird der vielleicht verurteilt, ja, der Richter sagt, okay, er wird verurteilt, dann geht der Herr Goldbaum aber hin in Revision und sagt, das ist ein Verfahrensfehler, Und führt den Oberstaatsanlern Hülsen vor. Richtig. Der das Gott sei Dank früher entdeckt hat. Das ist das Problem. Ja. Und ergo, der Fall bricht zusammen. Ne, haben Sie jetzt verstanden den Standpunkt? Ja, habe ich verstanden, natürlich. Gut. Was mich ein bisschen schockiert hat, Dodi, Sie sind so lange im LSPD, Sie wissen, wie es läuft, Sie waren Detective. Und dann, also wirklich, in so einem Fall, da so schlampig zu arbeiten, verstehe ich nicht. Was heißt denn, ich habe ihn doch korrekt belehrt, es steht, es steht 0,022 Zeitpunkt der Belehrung, und es steht ein beschissener Satz drin. Nein, Sie verstehen es immer noch nicht. Herr Wülsen, ich bin Ihnen das mal als neutrale Person einmal bitte erklären. Er versteht es nicht. Ich verstehe es, aber es steht ein bescheuerter Satz da drin, aber das ist nicht belehrt. Ja, aber Moment, Moment, dann kann man ja sagen, dann kann doch, wieso, dann kann doch der Tatverdächtige sagen, ja Moment, ich habe gesagt, ich habe sie abgemockt, ist auch nur ein bescheuertes Satz, das habe ich so daher gesagt. Ne, verstehen Sie? Jeder kann, natürlich, aber das ist doch genau der Punkt, das kann jeder was behaupten. So, aber wir schreiben es doch rein, Zeitpunkt der Belehrung, 0,22 Uhr, vor dem Gespräch, bei jeder, oder müssen. Sie verstehen es, Sie verstehen es noch nicht. Sie müssen nüchtern betrachten, selbst wenn Sie sagen, Sie haben die erste Belehrung absolut richtig gemacht, ja, dann ist ja ein absolutes Argument für den Anwalt der gegnerischen Seite zu sagen, ja, warten Sie mal, der mag vielleicht das erste richtig gemacht haben, wissen wir ja nicht, weil drinnen steht es nicht, es wird oben nur behauptet. Richtig. Jetzt geht der natürlich zum Herrn Ramirez und sagt, ja, Ramirez, Sie brauchen einfach nur sagen, ja, auch die erste, da hat er genau dasselbe gesagt, wie in der zweiten, was er da geschrieben hat. Dann liest er dem das vor, die sprechen sich auch noch ab, zack ist der raus, die sind ja nicht blöd. Und dann sagen Sie, ja, aber ich habe die erste richtig gemacht. Dann sagt der Herr Goldbaum, naja, also die zweite, die Sie reingeschrieben haben, die ist schon falsch. Na, ich glaube nicht, dass die auch die erste richtig ist. Genau, richtig. Das heißt, Sie haben, wir glauben Ihnen ja vielleicht. Herr Goldbaum hat den Beweis, dass Sie verkackt haben. Sie sagen, aber ich habe nicht verkackt, in der ersten Belehrung habe ich es ja richtig gemacht, aber Sie haben keinen Beweis. Haben Sie, wissen Sie? Das gilt dann aber für alle Fallakten eigentlich. Nein, 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 Moment, Moment, dann kann man doch bei jeder Akte sagen, weil wir die Belehrung nicht draufschreiben, ich wurde nicht belehrt. Nein, eben nicht. Nein, es steht jetzt nicht. Ja, kann man schon, aber es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, weil Sie schreiben ja da die Belehrung nicht nochmal rein. Wenn wir beide vernehmen jetzt jemanden, Sie und ich, so, wir belehren den und dann beginnen wir das Protokoll. Erst ab dem Punkt, wo ich ihm die erste Frage stelle und der kommt im Nachhinein und sagt, naja, der Winters, der hat mich aber nicht richtig belehrt. Dann sage ich doch, der Herr Dudy hat aber mitbekommen und wir haben das richtig gemacht. So, dann ist die Sache gegessen, weil wir die falsche Belehrung ja nicht noch mitten ins Protokoll geschrieben haben, die wir eventuell gemacht haben. Deswegen niemals die Belehrung ins Protokoll schreiben. Richtig. Oder nicht einfach mittendrin nochmal wiederholen, weil das ergibt ja gar keinen Sinn. Sie haben es ja beim ersten Mal schon gemacht. Wenn der beim ersten Mal schon ja sagt, habe ich verstanden. Warum sagen Sie es denn da mittendrin nochmal und dann falsch? Das ist ja der Punkt. Warum, Herr Dudy? So, haben Sie es jetzt verstanden, Herr Dudy? Ich habe das die ganze Zeit schon verstanden. Nee, haben Sie nicht. Gut, dann sollten wir darüber nicht mehr diskutieren, weil wir wissen jetzt, das ist scheiße gelaufen. So, Fakt. Was können wir jetzt machen, Herr Wilson, dass wir da jetzt irgendwas gedeichselt kriegen und wenn wir jetzt mit Dreck spielen müssen, spielen wir mit Dreck, ist mir egal. Hat der Typ schon in die Akte reingeguckt, der Anwalt? Hat schon reingeguckt, ja. Zwei bei der Akteneinsicht gefordert. Ja, gut. Also können wir das nicht gerade biegen. Sind die Datenschutzaufhebungen, also was für Anträge wurden gestellt bei der Richterschaft? Explizit Datenschutzaufhebung für das Telefon von Herrn Ramirez. Okay. Moment, ganz kurz, Moment, 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 Die Datenschutzaufhebung von Ramirez hat die Datenschutzaufhebung von Tyler Harris und vom Nachfolgenden noch geklärt. Das heißt, die basieren aufeinander. Ja, ja, ist die Frage, wurde denn diese Aussage, die der Herr Dudy da verschriftlicht hat, wurde die als Begründung im Antrag genannt? Ja, wurde sie. Wenn Sie sich erinnern können, ist der Antrag der ersten Datenschutzaufhebung von Herrn Henker verfasst worden. Genau, abgelegt worden. Und er hat sich explizit auf die Widersprüche bezogen, die Herr Ramirez genannt hat. Und das ist auch einer der springenden Punkte der Argumentation, die uns jetzt leider wegfällt. Ja, aber die hat er ja nicht nur nach der Belegung genannt, sondern auch schon davor im Gespräch, oder nicht? Das war doch... Ja, uninteressant, uninteressant. Es geht nur, was auf schwarz auf weiß steht, Dudy. Ja. So. Weiß. Also. Und die einzigen Widersprüche, die jetzt gelten, wo ich eine Chance sehen würde, juristisch betrachtet, sind die Zeugenaussagen von Herrn Weiß und Herr Winters. Herr Winters. Wo es einige Widersprüche gibt. Sie wissen doch noch. Wir sind ja runter in die... Wir haben den ja in die Zelle gebracht, ne? Wissen Sie noch? Mh... Ja. In der vordersten Zelle. So. Und da hat er doch gesagt, er hat die Sorge nach Hause gefahren. Also er hat er ja schon vorher gesagt. So, da hat er gesagt... Das hat er schon vorher gesagt, genau. Dann hat er die Sorge nach Hause gefahren. Dann haben wir die in die Zelle gebracht und dann haben wir doch zwei andere Typen von den Pacinos da aus dem Dunstkreis dazugeholt und die unter Druck gesetzt. Dann hat er doch... Vlado... Vlado Vukovic und Mitch Malone. Genau. Aber da war ich nicht mehr bei. Wir waren dabei, wir waren dabei. Da war ich im Bettchen schon. Boah, an dem Abend, wer war dabei? Oh, da waren auf jeden Fall... Wir beide waren da richtig lange auf Streife, aber als wir die ins PD gebracht haben, bin ich nämlich außer Dienst gegangen. Ähm, da war Smith, müsste dabei gewesen sein. Smith war dabei, glaube ich, ja. Ich muss fragen. Ja, weil der ist nämlich noch mit seinem Sheriff-Wagen angekommen, der Smith. Das weiß ich noch. Und eine Streife. Also zwei Officer mindestens auch noch. Oh, nein. Ja, ich sag ihn. Ich sag ihn, also... Ich glaube, der Drop ist gelutscht. Ja, aber jetzt, wie schätzen Sie unsere Chancen jetzt noch ein? Schwierig. 20, 30 Prozent, wenn ich es auf Zahlen runterbrechen müsste. Also ich werde jetzt die Aussagen nochmal explizit prüfen. Wer weiß, warum ich Sie gern bitten würde, ist, Herr Smith dazu zu bitten, eine Zeugenaussage zu machen. Ja, ich versuche, die mal zu erreichen. Und dann werde ich da Stück für Stück nochmal durchgehen und schauen, welche Möglichkeiten es gibt. Gehen die ran, vielleicht nachher. Bin heute noch länger da. Okay, ich kümmere mich drum. Gut. Okay, sehr gut. Herr Dudy, an Ihrer Stelle würde ich eine sehr gute Rede vorbereiten. Natürlich. Genau, bitte zukünftig, das können Sie, Herr Weiß, auch in Ihre Officer weitergeben, nehmen Sie ruhig das Gesetzbuch in die Hand, wenn Sie die Belehrung machen. Also lesen Sie es ruhig eins zu eins ab, wie es dort steht. Und viel wichtiger. Das ist nicht peinlich, ein Gesetzbuch in die Hand zu nehmen. Es ist sicherer. Es ist wichtig, das in die Hand zu nehmen. Ich mache das ja genauso, ne? Also es ist ja keiner vom Freigeschrieben, keiner ist eine Maschine. Aber viel wichtiger wäre ja, viel, viel, viel wichtiger wäre ja, warum wurde bei dieser zweiten Verhörung nicht direkt die Staatsanwaltschaft nochmal dazugeholt? Weil das zu spät war, glaube ich. Ach, okay. Das war übrigens übertrieben spät. Ja, dann ist es natürlich kein Vorwurf. Okay, weil da möchte ich nur nochmal darauf hinweisen, dass wir das bitte wirklich so oft wie möglich... Ja, definitiv, mache ich immer. Wir wollen Ihnen auf die Eier gehen. Ja, mache ich immer. Wenn Sie die anrufen, dann sollen die sich denken, boah, ey, schon wieder so eine verfickte Aussage beim LSPD. Und Sie sagen dann, ja, kommen Sie vorbei. Das ist das, was der Herr Wilds nämlich hören will. Scheiße. Ja, okay. Gut. Alles klar, ich gehe das U-Boot fahren. Gut. Herr Dodi, Herr Winter... Hier, Herr Gamble, wann ist die Beerdigung? Wissen Sie das, oder Herr Winters? Wissen Sie das? Äh, am siebten oder sechsten? Sechster oder siebter, ne, Brian? Wie bitte, nochmal? Mein Gott. Die Beerdigung von Harley. Was? Redest du hin? Mann, was? Die Beerdigung von Sorkin. Äh, die ist tatsächlich am siebten, äh, elften. Siebten, dreizehnten. Um 17.30 Uhr. COH bist du, Junge. Nicht COP, du bist... Kommande auf Hässlichkeit, Junge. Mann, halt dein Maul, du Hässer. Wenn Sie so läuft, was Sie beim LSPD. Das ist die Führungsriege des LSPDs, Herr Wissen. Seien Sie froh, dass Sie Günter Netzer bei sich haben. Ist der noch bei Ihnen? Was ist das da eigentlich für ein langer Gegenstand an Ihrer Hose? Warten Sie mal ganz kurz. Wieso? Was ist er? Er ist suspendiert. Warum? Warum? Laufende Ermittlungen gegen ihn. Oh nein, Mann. Der hat sich den Schnäuzer extra wachsen lassen, der Junge. Er hat sich doch die Haare verändert. Echt? Ja. Ey, manche M.D. machen da auch mit, ne? Der stand neben mir und sagte, na, Herr Winters? Kennen wir uns? Ja. Sie kennen mich doch. Und dann hat er so zwei, drei Namen rausgekommen und beim Letzten sagt, aka Günter Netzer. Also er hat sich selber schon damit identifiziert. Ach du meine Güte. Ja gut, was für ein Gegenstand meinen Sie? Weiß ich nicht, wöre ich ihn denn? Zeigen Sie mal, geben Sie mal her. Nee, ich gebe Ihnen das nicht. Geben Sie es her. So. Nee, geben Sie es her. Sie meinen das hier, oder? Meinen Sie das hier? Ja, genau. Das ist Marmelade. Das ist Marmelade. Das ist eine, das habe ich als Requisite bekommen von Mr. Daniels. Das ist eine Machete zur Halloween. Da ist Kunstblut dran. Hier, fassen Sie an. Damit keiner erzählt, ich würde jemanden abschlachten. Aber gleich ist das Blut von Mr. Doody da dran. So, das ist ja schon mal ganz gut. So. Super. Deswegen hol ich es lieber ab. Nein, 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 nein. So einfach funktioniert das nicht. So, Herr Doody. Ich muss mir jetzt was überlegen, weil das ist ja schon echt ein Vergehen. Du trägst keine Uhr, Brian. Ich weiss einfach rein. Dann habe ich nämlich deine Szene. Brian Cameron ist einfach der Inbegriff von Dummheit manchmal. Also folgendes. Was? Also jetzt können wir mal ein bisschen ernsthaft dichardieren. Der Oberstaatsanwalt steht hier und sie benehmen sich wieder wie die letzten Assis. Also ganz kurz. Mr. Doody, Sie werden vor der Beerdigung eine Rede halten und erklären, was für ein Versäumnis Sie an den Tag gelegt haben und Sie werden bei der Beerdigung ebenfalls sich daran beteiligen. Sie werden vor Ort sein und ich werde Sie für drei Tage suspendieren. Ab jetzt? Ab jetzt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Darf ich dann? Also ich... Nein. Darf ich dann nur eine Idee zu äußern? Nein. Wär aber wichtig? Nein. Wär aber wichtig? Nein. Oh. Okay. So, bringen Sie Mr. Doody bitte einmal zusammen in den Schrank und Mr. Wilson können Sie nach unten bringen, ja? Ja. Haben Sie noch offene Akten? Ja, die wollte ich eigentlich noch alle abarbeiten jetzt. Gut. Können Sie mich ab 20 Uhr suspendieren? Ja, genau. Darf ich den Vorschlag machen? Weil sonst bleibt der nächste Rest liegen. Wenn Sie um 20 Uhr noch hier sind, fahre ich mit dem U-Boot unter Wasser, fahre ich trotzdem aus dem Wasser raus und komme hierher gefahren mit dem U-Boot. 20 Uhr eins, wenn Sie hier sind, Herr Doody. Dann ich mache jetzt meinen Aktenkram fest, dass das übergeben werden kann und ab dafür. Dann raus mit Ihnen. Genau. Schicken Sie alles auf etwas welchen Prüfen und schreiben Sie in die Anmerkung rein, was mit der Akte passieren soll, ja? Alles, so mache ich das. Right, right. Dankeschön. Und wenn Sie eine Akte haben, wo ein Officer beteiligt war, also ein anderer neben Ihnen, dann übergeben Sie die Akte direkt an diesen Officer und schreiben Sie es dem auch direkt, ja? Und Sie schreiben mir ins Anmerkungsfeld, dass ich die Akte an den Officer übergeben soll und Sie den schon informiert haben. Müssen los, Gäppel. Danke. Ja, ich weiß. Gut. Viel Spaß Ihnen zwei, ja? Ja. Ich bin halt hier die Stellung. Können Sie den Herrn, ja, können Sie den Herrn, ähm, du dir einmal dann, äh, den Herrn... Ich bringe den Herrn Wilsner mit runter. Ja, genau, er kann den Herrn Wilsner mit runternehmen. Danke, Herr Wilsner. Ja, schönen Tag noch bis später. Alles gut, ne? Danke, Herr Wilsner. Bis dann. Warte mal hier. Mein Gott. Uff. Puh, 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 puh. Oh, nee. Was hat er denn denn jetzt hier? Aus Ihrer Kammer? Das ist mein Badezimmer, Sie vollidiot. Was für eine Kammer. Nee, da hinten auch in der Ecke stand der, weil da... Das ist der Urin vom Dude am Boden, oder was? Ich hab da... Oh, 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 oh. Ähm, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Ich hab da letztens, ich saß hier vorne am PC, morgens früh um 5 Uhr und hab dann gesehen, wie der, wie der, wie der, wie der Herr Gämbel in Badelatschen, einem weißen Bademantel aus dem Continental Hotel hier oben in Weinwood, einer Fluppe, einer Zeitung und dann, ja, keine Ahnung, irgendwo oben in Weinwood-Dullewaar und unten einem frischen Kaffee, den er sich von ihren Automatendingen da gezogen hat, aus ihrem Badezimmer kam, während der Dampf rauszog. Weiß ich, dass er sich das niemals trauen würde, weil er weiß dann, dass ich ihn kastriere, mitten im, am Stadtpark. Okay, das ist eine interessante Story, Aiden. Ähm, wollen wir mal gucken, wann du, wann du dich eingestempelt hast, ob das wirklich um 5 Uhr war? Ja. Wenn wir jetzt los... Raus aus meinem Beruf, wenn das! Oh Mann, ey. Letztlich ein Vogel. So. Oh, was war das denn? Hey, jetzt selber kriegt's gleich eine. So, wollen wir los? Ja, ja. Was denn für'n Look? Ja, viel Spaß euch. Erstmal mit High Heels ins U-Boot, gar keinen Bock. Erstmal mit High Heels ins U-Boot. Viel Spaß, ich fahr runter. War ne Ohrfeige. Au! Ne, es war nur ne Ohrfeige. Ah, meine Brille hängt da unten. Scheiße. Egal. Hast du ja diesen Laden manchmal. Ganz ehrlich. Wollen wir die Motorradhosen anziehen? Von PD. Was ist denn jetzt mit der los? Was ist denn mit der los? Der kreift hier so durchs Gebäude, meine Fresse. Ja, da hat er rechts. Ey, immer diese Iwanoff, ey. Immer fällt die negativ auf. Ja, Alter. Euch ist klar, dass das die Zeit von Tanktop Walli ist, ne? Tanktop Walli? Mhm. Oh. Cool! Tanktop Walli ist der asoziale Walter, das ist euch bewusst, oder? Ja, geil, Alter. Ich hab leider nichts hier, oder? Hab ich irgendwas hier? Du willst jetzt echt mit einem Anzug in den U-Boot steigen? Ja, warten sie doch mal die Zeit, pass mal auf. Was hab ich denn hier so schön, net? Ja, klar, klar, klar. Was hab ich denn hier so schön, net? Ich hab nur noch den Parker bei. Ja, zieh mal an. Ja, passt doch. Los geht's. Ey, das steht ihm halt eigentlich richtig gut, ne? Das ist das Problem. Was war das denn, Alter? Ja, so wie du grad geredet hast, ey. Der hässlichen... Bitter mit Sorgen. Äh. Ja. Wir müssen auf die Minus-Eins. Haben wir ein Auto hier? Ich hoffe, wir müssen jetzt mal stecken. Ich muss mich noch austragen. Ja, mach das auf der Minus-Eins! Haben wir ein Auto hier, Walter? Oh. Keine Ahnung. Ja, ich nicht. Ja, bestimmt. Komm. Na, lauf doch mal. Sechzig sind raus. Alles klar. Na. David, ich bin mal wiederkommen. Wir sind mit dem U-Boot abgesoffen, weil die Eva noch fährt. Ja, schick sieht hier aus. Ach du Scheiße. Oh ja. Danke. Bis nachher. Bis nachher Winters. Bis nachher, viel Spaß euch. Wenn irgendwas ist, wirklich, wenn irgendwas ist, anrufen. Ja, ich bin erreichbar. Ja, klar. Nur wenn die Scheiße wirklich... Schießt da rein, alles, ja? Aber wirklich nur, wenn wirklich was Schlimmes ist. Ja, ich gönne euch das. Macht ihr mal ein bisschen Zeit zu viert und so. Nee, trotzdem anrufen. Das ist eine Anweisung. Ja, wenn Pacino hier rein... Frau Wuth, wenn hier irgendwas brennt, wenn irgendwas ist, schießt da rein, alles. Hallo, ich hab das verstanden. Rufen Sie mich an, ja? Ich ruf Sie an. Ja, wenn es brennt, ruf ich Sie an. Nee, Sie rufen ihn an. Bis dann. Bis dann, Shit, irgendwie noch. Wo sind denn die anderen jetzt? Ja, nach unten irgendwie, keine Ahnung. Aber die fahren mit ihrem Auto... Wir haben ja auch nur zwei Plätze. Ich hab gar kein Auto hier. Ja. Mein Auto ist beim ACLS. Was? Nehmen den Streifenwagen. Juhu. Check. Ein Taxi rufen. Geld? Ja. Ah doch, ich hab 19 Dollar. Ja, ich hab auch was. Ja. Hallo, Honey Marshall hier. Wir bräuchten einmal ein Taxi beim Vespucci PD, bitte. Check. Alles klar. Danke schön. Ciao. Okay, eine Fahrt noch vor uns. Hm. 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 Was war jetzt mit Dudi? Ach. Ist er gekündigt? Nee, aber drei Tage suspendiert und darf an dem Tag der Beerdigung von, ähm, Frau Sorkin eine tolle Rede halten, dass er dafür verantwortlich ist. dass, ähm, der Fall von Frau Sorkin geschlossen ist. Nein, oder? Ja. Was? Er hat in eine Aussage eine, etwas reingeschrieben, was nicht richtig war und, äh, dadurch ist der Fall jetzt gebrochen sozusagen. Also er hat praktisch dafür gesorgt, dass es einen Verfahrensfehler gibt. Das ist schlecht. Äh. Oh, siehst du eigentlich so aus, als ob du gleich jemanden überfallen willst? Ich kann. Hm. Vielleicht will ich auch jemanden überfallen. Wen denn? Ja, Ladendiebschein oder so. Ja, Ladendiebschein oder so. Oh, ja. Oh, ja. Oh, lass machen. Oh, ne, Uzi mit. Sag mal, hast du eigentlich mal den Bischloff wieder gesehen? Nee. Nee. Aber guck, wir können doch einfach mal einen Shop-Bob machen. Wo hast du das denn hergezogen? Weißt du? Ja. Hey, deswegen hab ich den Hoodie an, weißt du? Ah. Ah, ja, klar. Nee, ich hab letztens tatsächlich... Deswegen sieht es so krumpig aus, ja. Ja, ja, genau, richtig. Nee, ich hab tatsächlich letztens die Erfahrung gemacht. Ich, ich hab so'n, ja, es war so'n Film, den ich angeguckt hab, mein Handy eskaliert schon wieder. Ähm, da ist jemand tatsächlich, der hat was überlebt, einen Angriff, nur weil er eine Brechstange dabei hatte. Deswegen, hm, ja. Was, nochmal. Es hat in einem Film, den ich letztens gesehen habe, ich... Wie hieß der Film denn? Das hab ich vergessen. Auf jeden Fall hatte jemand überlebt, nur weil jemand eine Brechstange dabei hatte, weißt du? Deswegen hab ich dir jetzt immer dabei. Hallo. Hä? Hm. Hörst du dich einfach mal auf dein Scheiß-Handy draufschlagen, so richtig, dass dieses... So richtig. ...dieser Virus aus deinem Handy verschwindet, so richtig draufhauen? Ich weiß nicht, ob's das besser macht. Wie heißt der Virus denn? Ja. Ich nenn' ihn Gin Tonic, weißt du? Hm. Ja. Der macht einen nämlich auch irgendwann ein bisschen Baller-Baller im Kopf. Weißt du, mein Handy, don't show. Wie mit Alkohol. Irgendwann bist du nicht mehr zurechnungsfähig. Kulturweinwut. Hä? Okay. Oh, Mann, ey. Streife 2 aktiv. Soll die uns im ACLS fahren und wir holen ihn den Wagen ab? Trafen wir das noch? Check. Ich hab' denen eh schon gesagt. Wir kommen später. Okay. All right. Boah, ich hab' so Bock auf die Schnitzel direkt heute Abend, ne? All righty. Ja, wird gut. So ein Tipp. Hallo Herr Shepard. Alles gut. Ab 19 Uhr, äh, ist jetzt hier Feierabend. Hallo Herr Shepard. Nochmal, nochmal, nochmal. Was wollen Sie? Ja. Maxi. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Können Sie einmal, äh, zum Meteor Street fahren? Meteor Street. Meteor, ja. Ja, da weiß ich sogar, wo das ist. Das ist super. Wann sind Sie denn Taxifahrer? Bin? Jetzt seit knapp einer Woche. Alles klar. Na gut, dann müssen Sie ja auch die ganzen Ordnissen kennen. Wann Sie, äh, waren Sie los? Nachmittags so. Ah. Ja, kleinen Moment. Ich muss das nur kurz einmal einstellen. Ja, perfekt. Ähm, hatten Sie denn schon einen schönen Tag? Ja, klar. Wenn Sie wüssten. Einen gekündigt, einen vom Gebäude geschmissen, war bis jetzt ein sehr erfolgreicher Tag. Ach nein. Ja. 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 Haben Sie einen Führerschein? Ja. Meinen Sie mal kurz. Hanni, leg mal auf jetzt! Herr Sheppard, ich muss leider auflegen. Ich muss leider nicht veranwalt und du mein Chef. Ja. Guten Abend. Wer ist denn Herr Sheppard? Tschüss. Das ist der Herr von Eddard Transit, der sich bemüht, dass der Interceptor... Wir haben gesagt, wir wollen unter dieser Woche keine Kundschaft. Ich weiß, ich habe sie alle herangezogen für dich, aber heute nicht. Bitte einmal, dass MD anfahren zwecks Aufnahme einer Aussage, die Teilzeugvertrag kommt. So. Äh, Streifen 15 mit 10, 40, MD, Aussage oben hin. Also. Ähm. Äh, let's still in. So, was haben Sie, was haben Sie gesagt? Haben wir einen schönen Tag hatten? Ja. Ja, Sie meinten gerade, es hätte niemand vom Haus gestorben. Check. Nein, das war mit einem Metapher, Sir. Mem. Mem. Ach Gott. Okay, gut. Ich hatte gerade schon einen Schock. Äh. Nein. Um Gottes Willen. Haben Sie gesucht oder so? Nee. Also nicht, dass ich wüsste. Na, ist es doch schon. Darf ich Sie hier direkt rauslassen? Ja, sicher. Ja, ja, ja. Okay. Perfekt. Ich danke Ihnen, ja. Sie sind wirklich ein super... Das sind einmal 8 Dollar, bitte. Auf jeden Fall 50 geben, ne? Wir wollen ja nicht so knausrig sein. Wir wollen ja nicht so knausrig sein. Sag mal. Mhm. Das ist ein... War das... So... Das ist ein Mann oder Frau? Eindeutig eine Frau. Eindeutig. Eindeutig. Dann ist ja gut. Oh, guck mal, wie schön hier dekoriert wurde. Was schön war. Mal einfach einen Bademantel dahin gehen. Aber da müssen wir nach oben gehen. Ah, stimmt. Wollen wir nur ein T-Shirt holen. Ich war echt nachgelebt, ey. Ach, hier ist heilreich ein Immobilien. Eindeutig. Eindeutig. Das heißt, ich war einfach nur Micah oder Malen mit ex Lic分. Drei für vier Jahre aktiv E-Sill man. Äh, zehn dran spontan ist. E-Rochen bei E-Sill man. Gernot Local-M nice contact. So! Oder? So erkennt mich doch keiner. Warte mal, du musst auch irgendwas anziehen, wo man dich nicht erkennt. Ja, wir sind auf dem Weg. Ich muss mich noch kurz umziehen. Alles klar, bis gleich. Ich geh noch kurz auf Toilette, ja? Ja. Ich hoffe, es kommt kein Polizeieinsatz. Du sollst nicht umziehen, andere Klamotten. Hey, da kennt mich auch keiner. Hey, du hast aber deine Mütze aus. Streife 4 für die Leitstätte, komm. Streife 4, Höhe, komm. Einmal das Wifi, die anfangen, komm. Check. Streife 4, 1040, WPT. Leitste Lender. Ich geh sofort wieder da, check. Streife 2, 1030 im Weg. Check. Beidents wigs. Beidents wigs. 5�에, 45, 20, siebenlしょig. Check. Check. Beidents wigs. immature fühlen bei 100 reportage útlas krankovathet sucked und vielleicht entregvere sind von kanz visit nrstep ort albo Vielen Dank. Es ist okay, ne, ist mega, ich gehe jetzt so. Okay. Dann mal los. Let's go. Beim Iva-Unterfruf gerade an und fragst du ja, wo bleibt ihr? Ich sage, ja, das Taxi kommt nicht. Ja, jetzt kommen wir da jetzt zwei Vollidioten an. Du bist ein Vollidiot. Haben wir überhaupt Essen und Trinken für die U-Boot-Fahrt? Äh, ja, ich hab was. Okay. Stell dir dann einfach die Flasche Wasser neben dich ins U-Boot, okay? Ja, kannst du machen. Cool. Wir werden halt von einigen Leuten gesucht, jetzt sind wir undercover, ne? Uns wird keiner erkennen. Ja, hoffentlich. Du siehst aus wie so ein It-Girl aus Weinwood, was gescheitert ist und ich sehe aus wie ein Säufer. Mit dem Bart. Was? Was war's? So. So eine Bad-Taste-U-Boot-Fahrt. Und dann kommt Fee mit ihren High-Heals in der Fliege. Warum fährt eigentlich Frau Ivanov das U-Boot mit High-Heals? Bescheuert. Und jetzt nehmen wir noch den Säufer von Pee-Dee, oder? Würde ich sagen, oder? Den kennen auch die wenigsten Leute, glaube ich. Ich mach mal ein T-Shirt, das repräsentiert. Das ist wie wenn man eine Röntgenbrille anhat. Ach, ja. Ist auf jeden Fall sehr geschmackvoll. Oder? Warte, was. Ich hoffe, es kommen gleich keine 10,99 dazu und wir müssen so zum Einsatz. Das wäre unangenehm. Wird ich ausgestempelt? Äh, ja. Okay. Hab ich. Ich bringe ihn extra nochmal mit runter. Moment. Müssen wir da nehmen. Atlantis-Water-Spots nach Westputschem. Ah. Kannst du mal das Navi hauen? Ja, hab ich schon. Wie schleift da hinten was? Bin mir wohl nicht sicher. Schleift was? Hä? Oder? Ich weiß nicht. Nicht, dass ich merken würde, hören würde, wie auch immer. Wie willst du das Auto eigentlich? Ja, nicht schlecht. Hier ist dein Gewissen runtergefahren? Ja, mein Gewissen. So kann man es auch nennen. Also 14, 20 für dich. Nur die Frage, welches Gewissen? Check. Die war noch nicht bekannt, dass ich einen Papp. Für keins. Nee. Vielleicht bei uns mal. 1340. Für Wurzeln-Wir. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Abend unschön endet. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, ich... Keine Ahnung, wie du auf so das kommst. Ich meine, die letzten Abende, wo wir privat unterwegs waren, die waren total gut. Immer super, ne? Immer Tutti. Also ich meine, bei den letzten zwei Mal, waren wir am Ende in der Schießerei. Also... Bin ich schon okay. Kurz hier rein oder die nächste? Nee, 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 nee. Die... Warte, warte, warte. Noch eins weiter. Was ist da bei diesen Wendehammer? Äh, habe ich... Habe ich das komplett beschissen respektiert? Alter. Wo jetzt? Ähm... Hier rein. Ja, ja. Und hinter dem Gebäude ist der Parkplatz. Oder der Parkplatz hier. Keine Ahnung. Das letzte Mal, als wir hier waren, ist Gämmel mit Winters auf dem Boot gewesen. Kann das sein? Ja, ja. War auch ein bisschen ein unangenehmer Abend. Warum? Winters hat sich einfach von seiner besten Seite präsentiert. Ach, das war der Abend, ne? Das war genau der Abend. Mit dem Hund. Aber mir fällt gerade mal was auf. Hier, warte mal eben. Vorbei, Pasha. Ja. Alles gut. Streife 13 und Streife 5 für die Leitstelle kommt. Streife 13, hörst du, komm. Okay, die haben sehr gute Laune. Streife 15, 30, in die Luft. Was? Ja, Streife 13 einmal, Kühleralarm, Harmony anfahren. Aktuell kann es hier sehen, wird nicht vorkommen. Also, bevor sie stehen. Ja, Checkstand, bleibt zustande. 47, Harmony, Schreiber, Alarm. Das ist okay. Manchmal fragt man sich halt, wohin das alles noch führen soll, Hanni. Setz dich doch hin. Ja, unter Wasser soll das führen. Ja, unter Wasser soll das führen. Ja. Und ebenfalls anfangen. Ja, schön. Glaubst du, die beiden erkennen uns nicht und kommen deswegen nicht hierher? Mein Gott, nee. Ja, Streife 4, 10, 40, stille Alarm. Jetzt kommen. Ja, korrekt, du bist ein Streife 12. Wie sehen Sie denn eigentlich aus? Ich hab ein Röntgenbild an. Wo ist denn das U-Boot? Davor, ich kann es aber nicht aufmachen. Wo ist denn der Mensch? Keine Ahnung. Da hinten stehen noch welche. Ja, Ivanov, rennen Sie mal dahin jetzt. Ja, machen Sie, rennen Sie. Nee, Sie sind hier der Kapitän. Ich bin der Kapitän, ich muss das Boot vorbereiten. Ich sitz vorne. Ich sitz vorne. Warum? Okay, machen Sie das. Man sitzt auf. Ich muss Atlantis anrufen. 314, 314. Guten Morgen, Gabriel Ivanov. Ich hab ne Schlüsselkarte für die Avisa, aber ich krieg das nicht auch. 240 Punkt, check. Check. Okay, ich bin gleich da. Ich bin gleich. Ich würde sagen, das startet schon richtig gut. Mann, du. Was ist los, Gimbel? Ja, weiß ich noch nicht. Was? Ich hab ein bisschen Angst. Warum? Weil ich viel fährt. Wollen wir uns den Spaß erlauben? Welchen denn? Wollen wir einfach irgendwann nichts mehr sagen und so tun, als ob Gas ausgetreten ist und wir alle bewusstlos sind? Wäre gerne so cool wie Eminem manchmal. Gimbel! Hä? Kommen Sie mal her. Kommen Sie mal hier rüber. Ich wollte ein Foto machen. Gehen Sie mal da vorne an den Steg. Vorsicht, es ist eng hier. Einmal ein Steg. So, ich mach mal ein Foto von unserem Trip hier. Weiter nach hinten jetzt. Ja. So. Also ich zieh meine Hose nicht mit der Kleifklange. Äh, äh. Kleifklange zu. Ja, sieh mal hier an hier. Weiter rüber jetzt. Ja, ja, okay. Weiter rüber da jetzt, Gimbel. Das war einfach. Das war einfach. Ah, Mann. Kommt denn die mehr raus? Wie ist das der Säu? Wo ist der? Der steht ja da drüben. Das war einfach. Der bewegt sich halt so motiviert. Ja. Wenn er noch schneller läuft, sind wir übermorgen da. Ja, richtig. Und? Feeling fresh. Ja. Fährt mal wieder super organisiert. Ich sag, wie es ist, ne? Jetzt haben wir organisiert. Wären wir jetzt schon längst mit dem U-Boot wieder da. Echt? Dann wären wir schon wieder hier. Ja, das ist auch Sinn und Zweck der Sache. Dass man schnell wieder da ist. Dann geh ich mal kurz ins Wasser pinkeln. Hat Fede schon mal gefahren? Hallo. Letzt dich. Hier, kannst du dich setzen. Nee, alles gut. Alles gut. Wir sitzen gleich sehr lange. Wie lange fahren wir denn? Gimbel, wir müssen jetzt mal eine Strategie für die Schnitzeljagd heute Abend haben. Sir, wir werden einfach nicht in unsere Karten gucken lassen und einfach Detective-Arbeit machen. Ganz einfach. Wir brauchen ein schnelles Auto. Hier sitzt er. Hier sitzt er. Ja. Korvette. Beide Stück. Herr Weiß! Tja, das ist jetzt aber schlecht gelaufen. Herr Weiß! Da war jetzt schlecht gelaufen, Ivanov. Wir können das Ding nicht mal bewegen. Wie geht das denn? Ja, du hast keine Schlüssel. Oh, Herr Weiß! Herr Weiß! Okay, ich möchte dir nur sagen, ich habe gerade ins Wasser gepieselt. Nein, habe ich nicht erwartet. Herr Weiß! Er will doch nicht, wer hat noch? Jetzt kommt die Ficke, warte, wo die da rauskommt. Okay, let's go! Immer noch! Okay, let's go! Okay, let's go! Wir treiben! Ich strecke sie auf! Warten sie die Tür zu! Nein! Herr Weiß! Ich hasse sie! Wie kann man das so sein? Gehen sie mal kurz die Karte. Wir treiben raus! Kennen sie mal die Karte jetzt? Nein, ich gebe die Karte nicht! Ja, wir treiben raus! Herr Weiß, strecken sie raus! Wir treiben raus! Geben sie mir die Karte! Nein, gehen sie raus! Ey, bis wir rausgekriegen sie, ne? So, das ist ein bisschen. Wie ist das Ding denn an hier? Ja, da fehlt ja die Karte. Ja, da fehlt ja die Karte. Hier drin ist es ein bisschen was! Meine Güte! Kommt rein, meine Güte! Ich will nach vorne! Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Phantasialand! So! Oh, ja, Herr Weiß, Herr Weiß, Herr Weiß, hier! Phantasialand? Ja, Phantasialand, hä? Machen wir denn jetzt hin hier? Wir fahren alle mal gemeinsam aus Deutschland und gehen da hin, oder? Ich schreibe nicht, was cool ist, warum ich diese komische Asservatenkammer gefunden habe. Hä? Was lagerst du? Alles gut. Ich habe keine Ahnung, sage sie mir rein, dann fahre ich da hin. Hast du überhaupt einen Bootsführerschein? Ja, oder eigentlich muss ich sogar Helikopterführer anschauen. Ich fahr zurück! Dann weißt du aber, dass du viel zu schnell fährst, ne? Ne, ich fahr nicht so schnell. Nur ein bisschen. Denn! Hm. Voll gut, dass das Ding echt wasserdicht ist. Ja, das Ding jetzt wirklich wasserdicht ist. Klasse! Achso, übrigens, wenn Hafteln für unser eigenes... Das heißt, wenn sie verwecken, dann kann ich Audix dafür tun. Klasse! Das sagst du uns jetzt, wo wir hier schon drin sitzen, oder was? Ja, klar! Ich dachte, wir reden vom schnellen Auto. Aber viel sitzt da reichst. Ne? Oder wir fahren mit zwei Autos. Ja, wir fahren mit zwei Autos. Mit zwei Corvettes, Re-Corvettes. So, wie viel man das haben möchte, ne? Ja. Ariane, wir brauchen dein Auto. Nein! Ist das reichbar? Okay, schau mal. Nein, wir brauchen... Ariane, das Auto geht zu langsam. Ariane, wir brauchen doch dein Auto nicht. Doch, wir brauchen das. Wir machen das zusammen. Warte mit deinem Auto, das ist kaputt. Was ist das abgefackelt? Was ist denn los mit dir? Leg mal auf, jetzt sind wir noch zu festen U-Boot, du doofen. Leg auf! Herr, schlägt auf, Gülink! Was ist los mit Ihnen? Nein, wir hatten vorhin so eine richtig lustige Idee, Schieferwisch. Ach du meine Güte, ja? Silber und Bischof heiraten doch am Sonntag, ne? Mhm. Hast du gestern mitbekommen, wie sie sich echauffiert haben, dass da auch die Beförderung ist? Nö. Haben sie? Haben sie. Auf jeden Fall. Danach hat Silber gemeint, sie hätten gerne eine Kokette, damit die mit der zur Hochzeit fahren können. Dann habe ich nur vorhin gemeint, das wäre doch ganz witzig, wenn wir einfach am Sonntag karraten und mit einer Kokette dahin fahren. Wir... Also, Chieferwisch... Wir... Ja, 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 ja. Ja, geil! Das ist ja von was weiß. Das... Das wäre sehr lustig. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir das machen. Ich habe nur gesagt, das wäre sehr lustig. Das wäre die schönste Hochzeit für sie, wirklich. Aber die wird ja gar nicht stattfinden. Jetzt ist mal das Steuer her. Nein! So ist es doch nicht, Sir. Stopp! Einfach abgerissen und rübergeguckt. Jetzt ist sie immer noch. Wo fahren wir denn jetzt hin? Äh, da fahre ich, da fahre ich, da fahre ich, da fahre ich, da fahre ich. Nein! Äh, zum... Wie heißt das? Pier, und da gibt's was Schönes. Okay, fahren wir zum Pier. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ich kenne mich hier in der Unterwasserwelt tatsächlich nicht so gut aus. Ja, das ist schlecht. Ja. Wo fahren Sie denn dann? Hä? Ich... Tut mir leid, ich fahre nicht so auf Streifen unter Wasser. Kennen wir ein U-Boot für Speedly organisieren? Ja, richtig geil. So Leichenfische, ne? Ja, weil jetzt kommen Haie. Ja. Das ist ja schön. Mhm. Klasse, ich freue mich, ja. Oh ja, Haie! Ich wollte dann auch auf Hayak gehen. Die bringen dich um. Oder so ein Wal oder so. Ja, okay, dann ersaufen wir alle. Echt, willst du schwimmen? Guckst du mal, rechts von uns sehen sie... Was ist das? Ach so, ja. Algen. Also das ist so ein Steck, so ein alter Steck. Einmal hoch. Ich will mal wissen, wie das von oben aussieht. Wir fahren mal hoch. Hoch? Ja. Woah. Woah! Die Wurstpumpe! Man konnte es kurz erspähen. Wir flogen sind wie ein Delfin. Ja, geil, ne? Na ihr Loser, wir sind alle in einem U-Boot, ihr Geringverdiener. Immer noch, jetzt zeig uns doch mal hier was. Ja, fahr doch mal ein bisschen tiefer da. Ja, ich suche ja diese Stelle. Jetzt runter mal mit dem Ding hier. Runter. Ja, tief. Runter ist nach unten, ne? Nicht nach oben. Tiefer. Ja, sag, 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 egal. Schau mal, da vorne ist ein Boot. Da. Ein Schiff. Wo? Unter uns. Also vor uns. Siehst du das da unten nicht? Äh... Weiß ich nicht. Oder ist das nicht so ein Schiff? Mal runter jetzt hier. Rechts. Ja, ich fahr doch runter! Ja, weiter! Ja, weiter! Ey, was ist denn mit Ihnen, Ivanov? Was ist denn mit Ihnen? Ja, mach doch mal die Glottkorken auf! Rechts! Rein! Was ist denn das hier? Das ist doch sowas wie ein Schiff, oder sind das hier nur Pflanzen? Gehen Sie doch näher ran bitte mit dem Gesicht? Ich. Weiter runter, wir müssen ganz runter an den Grund. Richtig. Ne, wir dürfen nicht an den Grund. Warum? Warum nicht? Weil das Ding nicht an den Grund darf! Äh? Das hat man mir so gesagt! Ach, als ob. Aber wir sind... Was steht denn hier auf der Anzeige? Wir sind 120 Meter tief gerade. Was für Meter? Da steht hier Meter, das europäisches Modell. Oh, äh, äh. Können wir wieder hochfahren? Ja, ich klicke. Ich klicke. Ich klicke. Ich klicke. Ich klicke. So ist okay. So reicht's. Ja, so ist okay. Ähm. Jetzt soll ich wieder ganz nach oben. Einfach die Höhe halten, du Dulli-Kopf. Ja, ja, ja. Ich wollt nur ein bisschen... Ach, guck mal, wer da ist. Wo? Rechts von uns. Rechts von uns. Oh nein! Was ein Zufall! Komm, wir rammen den. Putz, 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 putz! Was passiert, wenn wir den rammen? Wollen wir den mal rammen? Nein, wir rammen kein Hai mit dem U-Boot und sterben wir hier auch. Nein, das U-Boot stirbt. Äh nein, der Hai stirbt. Der Hai stirbt. Der Hai stirbt? Ich glaube nicht, dass der Hai stirbt. Wer weiß. Hut mal. Oh, wir sind ziemlich weit raus aus den Dings, ne? Ähm. Der ist gefährlich, ne? Das macht mir ein bisschen Schiss. War der TÜV hier beim Gucken? War der TÜV schon gucken? Funktioniert das Ding denn überhaupt hier? Klingt irgendwie alles so... Hä, so tief sind wir gar nicht, hä? Ja, wir können ja noch viel weiter runter Ivanov. Kommen Sie runter. Einmal runter Mexiko durch. Auf geht's. Wollen wir nach Mexiko fahren? Wollen wir nach Mexiko? Ne, wir werden abgeschossen, wenn wir nach Mexiko fahren. Unter Wasser? Wir sehen das doch gar nicht. Wir haben da bestimmt so Sensoren. Oh, der Hai. Oh, oh. Wo denn? Hier links. Wo denn? Ach, guck mal, unter uns. Links. Hallo. Ja, toll. Ja, toll. Ein Hai. Ich hoffe, der erstickt. Ich hoffe, der rammt uns. Nein. Rammen Sie den mal, Ivanov. Nein, ich werde kein Hai nennen. Wollen Sie mal hinterher da, hinterher. Wir sind schneller. Hier Schutzgesetz. Egal, scheiß drauf. Bei Haien können wir es... Bei Haien können wir es machen. Der Hai ist schneller als wir, ne? Nein. Sie fahren einfach nur schlecht. Was machst du denn da oben? Fährst du da oben? Ja, das Ding macht das automatisch. Ahja. Uuuu. Aschloch! Ey, Aschloch! Das Ding, der ist wahrscheinlich noch... Aschloch! Der denkt sich eher so... Boah, lecker essen, ey! Das ist nicht. Was fahren wir denn jetzt nach oben? Hey, was ist denn mit dir? Kannst du das Ding nicht beginnen? Wer fährt denn dieses U-Boot? Das Ding fährt immer nach oben. Das ist ein bisschen problematisch. Nee, du musst gerade ausfahren und nicht nach oben. Das geht nicht! Wie? Doch, siehste, geht doch! Nein! Hä, das... Geht doch! Nee, nein, wir werden... Wir treiben trotzdem nach oben. Ja, du sollst ja auch fahren und nicht treiben. Halt die Chance wirklich. Komm, fahren wir jetzt den Heiler um. Los! 100 Dollar, wenn sie versuchen, den zu rammen. Nein, ich werde ihn nicht rammen! Ach, wehe, ey! 1000 Dollar. Keine Eier. Nein, wir rammen keine Tiere. Der ist schön. Der rammt uns! Ey, Aschloch! Wo ist der Hässliche? Hinter uns. Hinter uns. Da ist der... Sind die blind oder so? Ne, hören Sie mal auf, hier zu bewegen! Bleiben Sie mal still! Ich will mal wissen, was der macht! Oh, ist ja gut! Einfach ruhig bleiben! Blup, blup! Der denkt bestimmt, wir sind einer von seiner Sorte. Das stimmt! Der paart sich gleich mit uns, ja. Oh Gott! Wo ist er? Über uns! Oh, über uns! Blup, blup! Blup, blup, blup! Wir treiben automatisch nach oben, wenn wir ja grad merken. Dann versuchen sie dagegen zu stehen. Hui! Oh, diese Geräusche, ne? Also die machen sich besser, ey. Man hat mir übrigens gesagt, ich fahre sehr gut. Echt jetzt? Ja. Kann ich nicht verstehen. Wahrscheinlich sind die anderen noch schlimmer gewesen. Nein, das war die Atlantis Motorsports Instruktion Meisterin. Instruktion? Ja. Nee. Aber wo fahren wir denn jetzt hin? Keine Ahnung! Wann die ganze Zeit am Hai hinterher? Du hast nen U-Boot-Schein. Wo fahren wir denn jetzt hin? Ich hab nen U-Boot-Schein. U-Boot-Schein? Warte, ich muss ja kurz auftauchen und mich orientieren. Okay. Wir sind auf dem Wasser. Kuckuck! 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 Nancy, danke. Oh, ja? Was können wir? Ah, ich wollte nen Angel kaufen. Ich hab eine zuhause. Ich brauch nen Mehlwurm. Ja, wir können wir doch bei diesem Angel Shop kaufen, oder nicht? Wo denn? Äh, äh... Ja, warte, bleib mal oben jetzt! Okay, da bleib ich an oben mit einem Wurm. Fragen die mal, ob sie... Fragen... Ja, wir sind doch oben, da können wir doch Telefom. Du bist so ein Losti, ganz ehrlich. Nein, die bleibt jetzt oben. Okay. Unter was hat man... Unter was hat man auf einmal keinen Empfang mehr? Ja, man hat keinen Empfang. Die haben von 17 bis 22 Uhr auf Alamosee. Ja, wir können... Ja, Alamosee ist in der Mitte, da kommen wir nicht hin. Da kommen wir nicht hin. Da kommen wir an. Also, da kommt man wach hin, aber da kommt man... Ich mach die Delfinen-Sprüge über den Damm. Nee, jetzt rufen wir uns doch erstmal da an. Ich gebe mal die Nummer jetzt hier. Äh... 400, 400. Die waren jetzt alle in Angelschein. Let's go! Ja... Versichert. Hier sollen wir uns abholen. Hier kommen wir mit dem U-Bow. Ich bin am Telefonieren, fahren sie wieder hoch! Mach die, Alter! Wo sind die am Alamosee? Haben die denn heute geöffnet? Äh... Ja, von 17 bis 25. Geht keiner ran an dem Telefon. Ja, weil wir unter Wasser sind. Kein Empfang. 100 pro. Toll. Oh, P-Alarm. Eure Rettung und Lusche, wirklich! Hä? Ja, was? Hä? Komm, wir fahren zum... Aaaaah! Komm, wir fahren zum Alamosee und gehen alle einen Angelschein machen. Nein! Ohne den Boot! Ohne das U-Boot! Okay! Das U-Boot kann nicht in einen See reinfahren, weil der See geschlossen ist, die Dovi! Ich spring da einfach drüber und Delfinsprünge, Herr Weiß! Mein Gott, ey! Pfff! Die Fee ist auch so ein Delfin. Und man nen Seestern. Ach komm, er hat den mir vorhin gezeigt. Ruf die Bahns jetzt mal an. Wir sollen uns abholen. Wollen sie mal hoch! Oh, schön! Lass uns mal ihre Nuggets! Wir haben U-Boot hier gemessen! Ja, so spektakulär ist das jetzt nicht! Ja, wow! Wir haben das U-Boot gemietet! Und haben eine Antenne dran! Und Notfälle! Blub, blub, blub! Morse-Code! Blub, 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 blub! Das war kein Morse-Code! Da ist Boden! Und der Boden ist Lava! Aber ein Würfel, wie kann man das so sein? Ach, hör auf jetzt, okay! Gibt's aber nicht so! Frau Bahns? Nein, ich mache nicht bei der Schnitzeljahr mit! Ich komme nicht mit! Nee, Sie kommen jetzt gleich mal mit hier! Wir haben ein Event! Nein, ich kann nicht! Ich kann gerade nicht! Was machen Sie denn? Ich war heute voll! Was machen Sie denn? Ich weiß jetzt, ich bin die! Danach muss ich eine Maske abholen! Danach muss ich Zeug machen, was ich Ihnen nicht sagen werde! Warum nicht? Weil es Privates hier weiß! Du bist so eine Langweilerin, ne? Ich sag's Ihnen! Ich hatte hier einen Angelschein mitgemacht! Was macht sie denn gerade? Irgendwas, sie muss zum MD, dann muss sie eine Maske holen und dann muss sie was Privates machen! Check! Schlechtsverkehr wahrscheinlich! Mit Larry oder was? Mit Larry oder was? Ja, eben eben! Weglaufen kann er ja nicht, der Arme! Oho! Ihr weiß! Wie freut das doch, Ivanhoff, dass der im Krankenhaus ist! Was? Nein! Nehmen Sie mal das Ding aus dem Mund! Nein, Entschuldigung! Ich hab so lange nicht mehr Lust gehabt! Ich denke, muss ich da! Was essen Sie denn da schon wieder? Ich hab Chips in meiner Hortentasche! Das glaube ich! Mann, 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 Mann! Brauch, 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 brauch! Ja, wir versuchen Sie mal 400-400 anzurufen! Wollen wir nach Mexiko? Nee! Okay! Wir würden das U-Bot jetzt weg und wir denen alle einen Angelschein machen! Oder? Manni! Ich brauchte noch 2000 Dollar von dir! 2000 Dollar! Ne, wie viel kostet das Ding? Ne, nicht 2000 Dollar! Ich hab die Kostion bezahlt haben! Geht keiner wann! Aber Scheid drauf! Da fahren wir da trotzdem hin, oder? Ja! Und wann ist denn diese Schnitze-Jagd eigentlich? 22 Uhr! 22 Uhr! Rudern muss ganz schön aus! Ich würde so aktiv sein und schwimmen in Richtung IPV! Das ist so unentspannt! Was denn? Ja, hier, Fee! Ja, Fee! Ja, das ist halt Fee! Ja, das ist halt Fee! Hm? Ich muss heute Nacht noch wegfliegen, das ist ein bisschen problematisch. Ja! 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 Wir dürfen erst von diesem Boot runter, wenn sie die OHK-Fortbildung genehmigen! Nein! Fahren Sie! Weil ich hab ne Knarre dabei, sonst knallst Sie ab und übernehmen das U-Boot! Ja, geil! Ja! 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 Und dann schau's! Einen Tag des Ocean Fishing ist Cody Jackson! Wo steht denn das? Sie wissen, dass's die heute aufhaben! Na Oeffnungszeiten 17 bis 22 Uhr, Mittwoch Ruhetag! Ja! Ja! Ja, wir haben jetzt den Ort? Wir haben jetzt den Ort, aber wir jetzt den! Ja! Hast du's sehen? Dings, äh, Walter tankt! Nee, Honey tankt! Nee! Äh, ja doch, Fanny kann auch tanken. Ne, Gable darf nicht tanken, weil er jetzt auf dieser Seite sitzt. Soll ich jetzt hier über deinen Mann drüber springen zum Tanken, oder was? Nein, geh auf deiner Seite raus! Ich komm hier nicht raus, leider, tut mir leid. Ich auch nicht. Ich hör auf. Jetzt geh raus. Mhm. Warum denn nicht? Das ist jetzt nicht gelaufen. Los! Los, mach endlich! Ich hasse euch so. Blub, blub, blub. Blub, blub. Ich hab ein bisschen spiciness in die ganze Sache reinbringen. Ähm. Ja. Äh. Was denn? Nix. Blub, blub, blub. Sprich lauter, du meine Fresse! Da funktioniert so nichts! Okay. Wir saufen ab. Ja. Gut, dass die Tür auf ist. Jetzt. Blub, 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 blub. Ähm. Ähm. Kannst du noch den Motor ausmachen? Jaaa! Jaaa! Blub, 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 blub. Ich hab wieder grantig. So. Ja klar bin ich grantig. Aber ihr habt mich runtergekickt von diesem scheiß U-Boot. Ja, weil du tanken musst. Also es macht gar kein sicher, dass ich tanken muss. Tank doch jetzt einfach! Ja, ist doch okay. Hier ist fertig. Let's go! Wow! Kannst du das nicht sagen? Oh mein Gott! Wir saufen ab und die Tür ist auf. Blub! Äh, Sekunde, Sekunde! So. Blub, 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 blub. Oh, falsche Richtung. So lang. Hu, hu, hu. Ich kann U-Boot fahren, ja? Ja, hu. Hallöchen! Seeck! Ich kann ja auch U-Boot fahren. Hat man gemerkt, ja. Hey! Wir leben noch, ok? M currywann! Wir müssen kurz zum ACLS. Boah! ja nur ein auto abholen ist schon alles geklärt und dann fahren wir zu nach sind die chance machen alle einen angelschein das wäre so geil wenn wir viel angeln hätten mann ich hab einen barsch ich muss tatsächlich mit ich fahre aussteigen ich helfe dir kommt ja dankeschön ich bin nur ein bisschen nass geworden das ist auch nicht mehr viel hat sich voll gelohnt ja war doch mal cool das zu machen dafür muss man sich mehr zeit nehmen aber ich habe es los auf dem angelschein ja merkt man merkt man wirst du denn dann mal los mein drogen obanz wo ist ihr auto ein auto ist jetzt da wo sie es nicht kriegen ich brauche ein auto leihen sie mir das doch mal bitte ich bin doch nicht wahnsinnig so wie sie autofahrt kommt der weiß wird nein ich war wirklich gut wir tauschen dann kurz ich habe mich da bitte ab ich habe gar nichts zu tun kommen sie mit den angelschein machen die immer noch ist auch hier dann können sie doch nicht kommen sie jetzt wo müssen wir sie abholen wo müssen wir sie abholen verbanns nein nein also rein nein welchen weinen denn wir fahren kurz zum arzt ist oder kannst du die anrufen die sollen zum arzt ist kommen ich würde den die aufte reparieren einfach tauschen kommt ihr zum arzt das ist liebes sein ihre worte waren brian ist ohne mich weggefahren das ist ja nicht über die straße gelaufen das ist ja nicht über die straße gelaufen mhm 4 4 ist ein check wenn geht denn da sein fahrsicherheitstraining in die nächste runde tage ja oh mein gott check wenn ich kommen sehen check ich glaube ich stehe ich glaube ich stehe ich würde gerne mal ein auto abholen ich würde gerne mal ein auto abholen hallo das ist aber schön dass die auto abholen wollen dann brauchen wir was besser ja wenn sie so hin und her wackeln kann ich aber nicht erkennen ja ist doch gut jetzt hier so ist das die challenge ja das ist die challenge ja wunderbar ja gut jetzt kann ich es erkennen wenn sie den glatten aber wenn sie den hin und her schwanken ja verstehe ich so das würde dann 310 dollar machen ja genau wenn sie das per karte ja das wäre super bevor sie ihn noch in der gegend rumschmeißen ähm karte oder bar karte wäre super karte wäre super dann machen wir das ne ja was soll ich zum t-shirt sagen da einmal sd 84 funk check ja karte bitte ja weg jawoll ist doch gut dann können sie kurz warten für den wagen ja achja wir gucken wann vier und brian hier auftauchen ja nein mir dann fährst du kurz mit dann bringen wir den anderen wagen zum pd ja ok mach ich den schlüssel ja kranko danke schöner abend heute ja hofft der inlöck nicht wieder so schlafe 23 für die leitstelle kommt und er wartet schlafe 13 höher ja schlafe 23 einmal stillen alarm südlich portland kudo anfangen komm ja check schlafe 13 1040 stille alarm portland kudo ja guck uns an schlafe 23 1040 stille alarm check oder ich weiß gar nicht warum ich das habe schau mal gamble an hier wo der jetzt ist ich bin immer noch schockiert dass wir einfach sagt der jetzt nicht nur so gamble ist der unfall wo sind sie denn wir sind auf dem weg zum acls da geben sie gas was heißt was bist du überrascht ich bin immer noch ein bisschen schockiert dass wir einfach sagt rein lassen wüben sohn oh wie wird das ach das ist ja meins ja kurze frage ihre position aktuell kommt aktuell bei der können der frau marshall einmal den schlüssel geben ja check leitschein für sie zu info wir wären gerade höhe anfang west highway und könnten da ebenfalls mit anfangen und dann haben wir den wagen und den wagen ja dann haben wir die die challenge heute haben schon gewonnen weil wir schnell sind gut den grauen und den kometern hätte auch mal echt auf so einen charakter so illegales street racing bock ne so mit illegalen straßen wo die cops anjagen boah ich hätte so bock drauf wie bei need for speed strafe drei jagen die downtown richtung gute für dich check der brake schreibt hier mit einer nachfrage an die leitstelle hat er gemeldet war der shophort in schumasch oder meinen sie den direkt östlich er ist vom portland gründen fahren sie weiter ja rufig die es kommt ja check wir fahren dann rufig die es geht ja 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 Was ist das denn? Warte, 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 warte. Was ist das? Achso, der Schlüssel. Willst du deinen Schlüssel noch haben? Ja, einfach die Abwand in Einheiten aufgotrugen können. Der hilfreich glaube ich. Bitteschön. Dankeschön an die Marschel. Bitteschön. Luckt auch einfach keinen, dass hier ein Typ in dem Muskelschild steht, ne? Nö. Niemand privat aus SPD-Eigentum. Ne, ich mein mit dem Komet. So. Service 12.13.10.20. Stiller Darm. Ach ja. Ach ja. Sagste. Am Alamo See ist das eigentlich? Weiß man das? Oder müssen wir jetzt einmal um den kompletten See? Ne, guck mal bei Venture Sites, da siehst du ein Bild an dem Standort, wo das ist. Warte, 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 warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Tadam. Julio. Ich bin gespannt, ob da jemand ist. Weil ich von hier vorne sehen kann, soweit alles clear, hinter der Tresenbereich und die Regale hinter rücksten alles. Ja, Jack Wergenberg mit dem anderen Kollegen. Frau Barnes, jetzt kommen Sie in Angelschein machen. Ich habe mir extra ein Sixpack T-Shirt gekauft. Ja schön, jetzt hören Sie mir zu, Sie könnten, ich habe einen Viertürer für Sie organisiert, wenn Sie einen haben wollen, noch ein Stratum. Ja, aber da muss ich ein anderes Auto für abgeben, ne? Nein, äh, der Herr, ähm, van der Lindel, der Gerald, der wird Ihnen sein Stratum leihen. Okay, wo? Äh, dann müssen Sie jetzt zum MD kommen. Wobei, wir haben zwei schnelle Autos, da ist ja sinnvoller bei der Schnitzeljagd, oder? Ja, müssen Sie nur gut kommunizieren, aber warum, hä, ja, was fragen Sie denn dann? Ja, weil ich dachte, Sie fahren mit. Nein, ich wurde aber, äh, gefühlt auf 20 Schnitzeljagden, 20 Schnitzeljagdengruppen eingeladen. Ja, aber Sie kommen bei der coolsten mit. Nein, ja, nein. Kommen Sie! Auf Ahns, wir gewinnen es! Ich habe es, es geht nicht. Auf Ahns! Wir verlieren das. Nein, kommen Sie jetzt, wo sollen wir Sie abholen? Beim MD. Nein, Herr Weiß, ich kann jetzt nicht, ich muss hier, ich muss hier, ja, ich habe Drama in meinem Leben, wissen Sie? Nein, ich habe auch Drama in meinem Leben. Aber wir müssen die Schnitzeljagd gewinnen, es gibt nichts Wichtigeres. Ja, dann müssen Sie die Schnitzeljagd auch später mit uns allen machen hier. Wie? Wie viel sind Sie denn? Ja, mit meinen Freunden auch. Wie viel sind Sie denn? Wir sind, ähm, zu dritt, wir sind mindestens zu viert. Mit Barbara. Okay, passen Sie auch, wir machen das so, Sie sind ja nicht angemeldet, ne? Oder ist einer von den vier Leuten angemeldet? Achso, und da wollen Sie uns jetzt nutzen, damit Sie dann den Preis einheimen können, oder was? Nein! Ist einer, ich... Ja, jawohl, weil Sie das... Ich habe doch gehört, wie Sie jetzt kurz gestoppt haben! Nein, der Preis... Boah, ich weiß nicht, ich kenne Sie ja so gut, aber der ist ja... Passen Sie auf, ich weiß, was der Preis ist und der ist für uns beide irrelevant, sage ich Ihnen. Ja, was ist der Preis? Soll ich Ihnen sagen, was der Preis ist? Es ist, äh, dass man samstags zum Varité kann. Es geht nur darum, dass wir gewinnen. Achso, ja, die Horrornacht, ja. Ja. Ja, dann müssen Sie später mal anrufen, wir müssen trotzdem Feuergarten mal ganz kurz sachen machen. Okay, 22 Uhr, bis gleich. Nutzen wir sowas weiter. Und die werden wir nutzen, die werden für uns die Augen aufhalten. Die mobilisieren alles, wir sind jetzt zu acht. Was? Mhm. Wollen den Daniel jetzt anrufen, aber den Kowalski auch noch bei uns drin haben kann, weil der kann Pferden lesen. Ich rufe sie mal an. Stell 5 4, Rückmeldung über die Kleidungssplan Route 68, keine Person angetroffen, alle Einheiten ab. Andertschel wieder frei, Code 4. Straf 4. Janne Kowalski, ich dachte ich hätte den im Funk gehört. Straf 13, Aktiv, Grenzenauer, Desert. Vielleicht geht der auch nur bei dir nicht an. Oh, das ist gemein. Ja, aber kann ja sein. Wo sind denn die anderen jetzt? Also, viel würde jetzt da... Ne, viel fährt, ne. Straf 13, Aktiv, Grenzenauer, Desert. Anfahrt Richtung Sandyshows. Check. Also, die Schnitzeljagd ist ja so aufgebaut, dass wir so Amulette finden müssen. Warte mal, hab ich mein Amulett dabei? Ne, wir kriegen ja die Amulette vorher schon. Ja, aber eins brauchen wir, glaube ich. Um die zusammenzusetzen, die vier Stück. Also, wir brauchen... Wie war das? Die Amulette haben alle eine unterschiedliche Farbe. Das erste Amulett sollen wir wohl auf einem Weg nach oben finden, wo es nur eine... wird fehlen nicht mehr ans Telefon. Oh. Was machen die denn immer, ey? Komm, dann holen wir eben das andere Amulett. Wo seid ihr? Sagt die hier noch irgendwie poppen? Oder kommt die auch irgendwann nochmal hier zurück? Nicht dem Er... Oh. Wow. Euer Ernst? Was denn? Ja, die ist doch kacken. Nein. Ja. Ja, wir sind nicht mehr an für die. Ja, das ist jetzt eure Challenge, Horns zu finden, wo wir sind. Ja, wir holen das Amulett. Wir holen das Amulett bei Daniel. Nein! Äh... Streifel zu, aktiv rein und Richtung hier. Ach du... Hä? Du willst jetzt und die Schnitzeljagd anfangen? Äh, die fängt doch erst um 22 Uhr an, der Trottel. Na, ich rede mit dir, Alter. Nein, wir holen das Amulett und dann gehen wir angeln. Ach so. Ne, tun wir nicht. Wo sollen Brian und wir hinkommen? Für uns am Apartment. Welches? Ähm... Oh, was ist ne Aussage, ey. Yo, ey. Ähm... Zu dem Loft. Könnt ihr mal zum Loft kommen, wir treffen uns nah, ok? Bis gleich. Das war jetzt wirklich eine böse Aussage. Die Spieler sind gerade auf dem Server, Leute. Zu welchem Apartment sollen wir denn kommen, Allah? Geil. Die Leitstelle mit einer Information, der Rollcar-Felste, findet heute nicht statt. Leitstelle Ende. Die Dominik ist zu kurz, oder? Ja. Könntest du mal umparken. Littplatz und das Sandwand. Deine Leit Deiner und Rollcar-Felste Hast du eine Maske, eine Gruselmaske? 2.12 für die Leitenschule, komm. Dann, glaub ich, im PG. Kannst du erfüllen? Ihr Kennzeichen, komm. Nee, grad nicht. E-9-E-X-A, komm. Ich hab jetzt erstmal genug Essen mit, ne? Ich hab hier aber einen Hut, die kann ich zum Angeln anziehen. Ich brauch einen Mehlwurm. Wo kriegen wir einen Mehlwurm her? Hoffentlich nicht aus unserer Küche. Ja, aber wie kriegen wir einen Mehlwurm her? Überleg mal. Ja, aber wenn der nicht geöffnet ist, dann muss ich doch auch irgendwo einen Mehlwurm herkriegen. Ja. Muss mal überlegen. 1.12.20. Guck mal hier. Check. Bestimmt Durst, ne? Ja. Das ist lieb von dir, dankeschön. Ja. Ich muss den Kopf vielleicht aufmachen, wenn die jetzt herkommen. Ah, Mehlwürmer, ne? Wo hab ich denn das Amo... Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Wo hab ich denn das... Ah, das hab ich... Mein Gott, ey. Das ist unmöglich. Stone! Ey, ey, Walter, hast du gesehen? Sie müssen was für mich rausfinden. Und zwar? Wo ich einen Mehlwurm herkriege. Einen Mehlwurm? Ja. Haben sie welche unter den Armen? Nein, äh... Ey, vielleicht beim Genkis. Ich hab... Oh mein Gott, sie sind so ein... Ich ruf sie gleich zurück. Warten sie kurz. Nein, warten sie bitte. Das ist wichtig. Beim Genkis. Die haben nur Heuschrecken. Wie kein Mehlwurm? Wie hieß denn die Telefonnummer? Ich guck mal. Genkis, hier. 1-4-7-1-4-7. Guck, die haben nur Heuschrecken. Das ist Kröger. Genki, guten Tag. Hallo, guten Tag. Ich hatte eine Frage. Haben Sie Mehlwürmer? Streife 12, 20, 25. Nee, Sir. Check. Mehlwürmer hab ich noch nicht. Wissen Sie noch nicht? Wissen Sie, woher man die bekommt? Äh... Nee, aber die sind sehr gut, wenn man die paniert. Ich hab bisher auch noch keinen Laden für vor. Nee, weil ich wollte heute Abend einen Mehlwurmkuchen machen für meine beste Freundin Betty. Denn die war tatsächlich vier Jahre in Australien. Und die kommt heute tatsächlich wieder, weil sie hat heute auch Geburtstag. Wissen Sie? Er nährt sich nur für Protein. Das ist ja eine Geste. Das sind ja auch sehr proteinhaft, die Würmer. Richtig, sie ist Bodybuilderin. Danke, Sir. Ich wünsch Ihnen noch was. Haben Sie noch einen schönen Tag, ja? Ja, gleich was. Kannst du mir Betty mal vorstellen. Kann ich machen. Wöchentliches Boxen auf dem Campus. Boah, scheiße. Ich muss mal boxen gehen. Was man alles machen kann, ey. Ja. RGB-Lackierung gehen endlich nun wieder. Ja. Ach nee, du. Ich brauche einen Mehlwurm an die Marschall. Ich überlege schon, wo man eine herkriegen könnte. Was war die Nummer von denen? Was war die Nummer? 400? 400? Ob der jetzt angeht. Ja. Ich packe wieder die Telefonstimme aus. Wie ist der Gämpel denn jetzt? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Soll ich den nochmal anrufen? Roman. Wo bist du denn? Hä, wir stehen vor ihrer... Ja, kommen sie doch rein auf 01! Die Tür auf. Die Tür auf. Die Tür auf. Ja. Also. Ich bin ja ein netter Gastgeber, ne? Wir müssen einen Schlachtplan entwerfen. Ich bin ja ein netter Gastgeber. So. Wir schießen einfach unsere Mitstreiter. Wir haben da drüben. Komm, wir setzen uns da hin am Tisch. Mhm. Los geht's. Jeder am Platz hier. Na? Hier. Leg mal da rüber. Ja. Ein Wasser. 06, kurz 10, 30. Ich hab leider keine Sprunk oder sowas hier. Noch ein Wasser. Das ist ein sehr gesunder Haushalt. Danke. Die Hanni für dich. Dankeschön. Sehr schön. So. Also. Meine Damen und Herren. Wir haben uns heute hier versammelt, um einen Schlachtplan auszuarbeiten. Ne? Darf ich... Darf ich flachten? Nein. Es geht darum, dass wir... Guten Morgen, Gabriel Ivanov. Das gibt's doch nicht. Wenn das jetzt die Arbeit ist, Ivanov, ne? Ich komm mit der Machete. Ja, äh... Es geht um meinen Helikopterschein. Ach du Scheiße. Ja, das wäre ganz nett von Ihnen. Halt den nicht von an deinen Hals. So, geben Sie mir das Telefon jetzt. Legen Sie auf jetzt! Ah, Ivan! Scheiße, Ivan! So. Geben Sie mir mein Handy zurück. Nein, das Handy schmeiß ich jetzt da hinten hin. So. Liegt da irgendwo jetzt. So. Das ist aber ein Helikopterschein. Das Wichtigste ist jetzt tatsächlich, dass wir... Dass wir tatsächlich die Schnitzeljag gewinnen. Tatsächlich, ja. So. Pläne. Hat jemand Vorschläge? Mit einem Auto fahren, damit wir alle rausspringen können und direkt wissen, wo was ist? Oder mit zwei Autos fahren? Ich hätte nämlich ein Auto vom Viersitzer. Also grundsätzlich, glaube ich, ist die Idee, mit zwei Fahrzeugen zu fahren, besser. Man muss sich aufzuteilen. Ja, vor allem, wenn wir zwei Ideen haben, dann kann das eine Team da, das andere da und wir sind effizienter. Gut. Besser. Die müssen uns inoffiziell helfen, zu suchen. Aber die gehören nicht zu uns. Die sind nur unsere ausgenutzten Beuteltiere. Und unser erstes Ziel haben wir potenziell schon. Wen? So. Ich hab von Mr. Den jetzt einen Tipp. Das erste soll wohl auf einem, auf irgendwo sein, wo es nur eine Straße hingibt. Ein Weg. Enckerdorf. Enckerdorf? Ja. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Okay. Da gibt's auch nur den Highway. Telefon, Telefon, Telefon. Stone! Ja, Sie haben gesagt, Sie rufen zurück. Ja, kommen Sie, wo sind Sie denn gerade? Ich bin jetzt gerade auf der Minus Eins. Ja, kommen Sie zum Loft auf der Eins. Bis gleich. In den Weinen Hotels, La Casablanca hätten wir als einzige Straße. Wir hätten nördlich Ententeich. Was für ein Loft? Am Viehtheater, Chorcenter. Es gibt viele. Ja. Es gibt wirklich viele. Oder zum Beispiel bei dem, bei dem See, wo... Ja. Also, Gamble. Wir nehmen jetzt Ihr Telefon an und rufen Sie die Bahns jetzt an. Ja? Und sagen Sie, die Bahn soll jetzt herkommen. Sagen Sie, sie kriegt 1000 Dollar, wenn sie herkommt. Wer soll anrufen? Wer soll anrufen? Ja, wer soll anrufen? Du! Mach doch jetzt! Oh! Sag, es ist wichtig. Geht um Leben und Tod. Jetzt schweiß Telefon! Wer fiegt es? Na, 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 na. Na, 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 na. Du kommst jetzt sofort zur Loft von Walter und Honey. Es geht um Leben und Tod. Du kriegst 1000 Dollar. Ariane, du kannst, oh nein, ich krieg ein Kind, ich krieg gerade ein Kind. Wir müssen es heimlich, schnell. Ah, er hat aufgeregt, ich hasse sie. Gut zu wissen, 42. Nein, die kommt nicht. Was für ein Fotze. So. Sag ich auch schon nicht so hier. Bann. Telefon. Ja, aus der Kommandozentrale. Ich weiß nicht, wo sie sind. Wer ist denn wir? Sie, habe ich gesagt. Ja, ich, ich weiß nicht, wo sie sind. In so einem Loft. Was für ein Loft? Wie heißen Sie? Frau Stone, schauen Sie. Sie wissen doch, wo wir wohnen, ne? In dem, wo Sie wohnen. Ja, in Woodgarden. So, und da holt der Herr Gamble Sie jetzt ab, privat, ja? Aber ich bin im Dienst. Dann gehen Sie außer Dienst, Ma'am. Ich soll außer Dienst gehen? Bis gleich. Ich geh los. Dauert ja sowieso lange, bis du da bist. Gute Reise. Meine Fresse, ey. So, Ivanov, was ist denn jetzt dein Plan? Mein Plan? Also, ich habe, ich denke... Ich habe, ich denke, ich will. Das geht nach Homel, ne? Ja, ich erreiche den Daniels nicht. Ja, was auch immer. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass wir Richtung Norden fahren und da vielleicht wirklich Henkerdorf... Wo fängt denn die Schnitzeljagd an, in der Stadt? Ich habe keine Ahnung. Ich schätze bei Paradise. Aha. Okay, ansonsten würde ich noch vorschlagen... Ne, das sind zwei Straßen. Hier, wir werden erstmal die krassen Theater abhorren. Und, äh... Wo bist du an, Hanni? Wir werden gleich. Hallo, Hanni Masche hier. Ähm, ich wollte mal kurz fragen, wo nachher die Schnitzeljagd startet. Check. Alles klar. Perfekt. Weiß ich Bescheid. Dankeschön. Ciao. Verstanden bei Paradise. Wer hat es gedacht? Wir brauchen tatsächlich... Kowalski. So negativ gerade noch... Ich bin in den Schattenleser. Ja, das ist gut. Check. Ich mag den. Oh, ich will... Ich will was vom Esti für zwei Wochen. Aufräumen. Nein. Wir sind jetzt hier nicht wegen der Arbeit hier. Wir sind wegen anderen gewichtigen Sachen jetzt gerade hier. Ich leg den mal so lange hier auf den Tisch, den Taser. So. Ähm. Aber das steht wie nur eins, ne? Ja. Ja. Ich behalte den jetzt hier. So. Gamble! Hi. Jetzt fahren wir kurz auf Gamble. Hm. Das wird dauern. Wieso? Der ist doch voll schnell unterwegs heute. Ich gucke es pinke. Jaja. Jaja. Ja. Okay. I can be your hero, baby! Okay, Entschuldigung. Geht weiter? Nee. Ich? Okay. Okay. Was machen wir denn jetzt? Hey, Klaus. Verstehst du auch, Kerr? Ja. Alle, ist das Bett klein! Äh. Oh. Ja, natürlich. Natürlich. Ich bin jetzt... Nein, ich stelle mir tatsächlich nicht. Hey, doch. Was? Ja. Nein! Doch! Was machen sie denn da? Wer trägt jetzt Hut? Warte, ich zieh mich mal kurz da aus. Was? Pff. Ich weiß nicht. Oh. Was denn? Professionell. Ich dachte, der fang mit so einer Webcam-Piepshow an und ich gehe krass. Soll ich den Hut jetzt anlassen? Ja. Okay, gib mir andere Schuhe. Ich weiß nicht, was ich hier habe. Das sind immer meine Klamotten. Ja, ich nehme mir irgendwas raus, ja? Sind nicht deine Klamotten? Also, ich habe die alle von Miller bekommen. Da sind keine Schuhe dabei. Oh, wo sind denn die Schuhe? Wir können in die andere Wohnung gehen. Jetzt siehst du dich in der andere Wohnung. Hier sind noch Schuhe. Oh, M. Äh, für Männer meine ich M. Ja. Sieht nicht an wie ich? Wow. Der hört wahrscheinlich auf. Warte, Leute. Ich bin Detective. Äh. Okay. Okay. Ich bin Detective. Wir sind kurz drüben in der anderen Wohnung. Ich glaube, die soll scheißern. Ich bin drilled sechs wieder aktiv ab BPD. Check. Vielen Dank. Vielen Dank. Check. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Genau. Okay. Genau. Okay. Kurze Frage ist, da dürfen nur vier Leute mitmachen, ne? Ja. Genau. Okay, weiß Bescheid. Ich danke Ihnen, ja? Sehr gerne. Tschüss. Straße 12, aktiv, Graveseed. Ja? Wo seid ihr? Ähm, Meteor Street. Wir müssen, wir müssen Outfits planen. Zurück. Für unsere Vision. Aber wir kommen zurück. Hey! Was ist aus diesem Fotoshooting, Alter? Ich hoffe, die kommen gleich hier so rein. Ich hoffe, die kommen gleich hier so rein. Das Min, raus hier. Streife 3 für die Leitstelle, komm. 3 für die Leitstelle, komm in. Ehrenjet. Greg, es gibt einen Raubüberfall im Graveseed an der Tankstelle. Es wird gesucht, ein roter Club mit einem Hack-Spoiler hinten drauf. Befuhr plötzlich weg Richtung Wilson fahren. Ja, Leitstelle ist so verstanden. Streife 13 unterstützen Sie, Streife 12. Trennung, Streife 4 für die Leitstelle, komm. Was macht denn da die Leitstelle? Das macht er gut. 42 wieder aktiv. Streife 4 für die Leitstelle, komm. Oh, viel hört. Ja, aktiver Raubüberfall, Sub-Open-Alter, bitte anfangen, komm. Ah ja, check, wenn ich mein Schreifenwanderbinder machen, fahren wir Sub-Open-Alter an. Aktueller Shop-Raub. Ja, check, Leitstelle Ende. Streife 5 für die Leitstelle, komm. Streife 5 für. Ebenfalls Sub-Open-Alter, anfangen, komm. Check, Streife 1540, Sub-Open-Alter, Raubüberfall. Leitstelle Ende. Mit, komm, mit, komm, mit, komm. Raubüberfall ist Sub-Open-Alter, das ist hier um die Ecke. Ist das Ihr Scheiß-Erro? Ich sage, wir sind Sub-Open-Alter-Anfahrt. Ja, go, 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 go. Voll gut, keinem ist im Dienst. Doch, ich. Also, nee. Ich komme sofort wieder, Moment. Hallo, toll. Aber es ist noch ein Navi, es ist noch ein Navi, es ist noch ein Navi. Einmal, einfach noch nicht drücken. Schau, ich soll das Navi reinfallen. Rechts, ne? Rechts, ne? Rechts, ja. Weg. Ich hoffe, denn hier ist es. Ich hoffe, dass rechts spreche ich immer noch. Glaubt ihr die jetzt bestimmt, dass sie koppelt? Links, sicher. Rechts, sicher. Unter der Kasse, sicher. Ist leer. Check. Maskierte Personen sind vor dem Laden. Also, negativ. Das ist PD99, hat den Funkspruch mitbekommen und war in der Nähe. Komm. Ja, check damit. Hallo. Ma'am? Schraube 13 schließt sich der Nahberrechtsverhandlung an. Keiner drin oder? Was ist denn da los? Haben Sie sich verletzt? Fragen Sie mal die Lady hier, die stand hier schon, als wir angefahren sind. Okay, was kriege ich da für? Was habe ich denn? Ma'am, hallo. Alles gut, Wannscherz. Das MSP, hier wurde gerade ein Überfall gemeldet auf den Laden. Haben Sie irgendwas gemerkt? Ich wollte eigentlich da kann einkaufen gehen. Gut, dass Sie mir das sagen. Okay. Aber Sie haben nichts Auffälliges bemerkt, ja? Nein, nicht. Die Dame, die Dame an der Bushaltestelle. Die stand da, als wir angefahren sind. Ja. Bus. Okay. Entschuldigung, Ma'am, Sie mit dem Kleid? Ja. Und da haben wir noch. Ja. Ja, vielleicht falsch. Achso, okay. Okay. Warte, Bus. Achtung, warte, warte, die Dame will noch mitfahren. Gut. Danke, Ma'am. Okay, aber du warst, Brian, du warst drin im Laden, oder? Ja, mit Jeep waren wir zusammen drin und haben wir gesichert. Alles gut. Okay. Danke, bitte. Alles da. Ja, es ist schon der Meer... Was denn? War der Raum, Alter, kommen wir hier so weit. Ich habe ein T-Shirt von meinem Körper angezogen. Check. Okay. Äh, gut, wir fahren weiter. Ist ja dann so ein 6. Aber es war auch soweit, alles ruhig bis jetzt. Okay, check. Ne? Bis später. Ciao, ciao. Achso. Ganz kurz nur, äh, Sie zwei ganz kurz, äh, Gamble ganz kurz, ne? Äh, nur eine Kleinigkeit, dafür wollte ich Sie aber eigentlich nicht anrufen, aber jetzt, wo ich Sie sehe. Ähm, ich habe mit der Frau Hotchins gesprochen. Wir haben für die Leute, die bei der Schießerei dabei waren, Reem Lynch, Ivory Carter, Max Andrew, Lama Davis, hier aus NBB, äh, da haben wir alle jetzt Durchsuchungsbefehle bekommen und die Staatsanwaltschaft hat, äh, gesagt, dass sie da gerne bei wäre. Wir haben Zeit bis zum 7.11., ähm, aber ich habe mal ihr gesagt, Sie sollen mal nachfragen, weil das Problem ist ja, wir müssen erstens mal herausfinden, wo die wohnen, weil ansonsten müssen wir alle vier gleichzeitig erwischen, was sehr unwahrscheinlich ist und wir bräuchten halt dann eventuell vielleicht jemanden vom Schlüsseldienst, wenn wir wissen, in welchen Wohnungen die sind, dass wir auch rein können, ohne dass die da sind, weil wenn wir nicht alle vier gleichzeitig kriegen, sondern nur zwei auf einmal, dann sind die anderen gewarnt, genau, das heißt, eigentlich müsste es der Weg sein, dass wir, wir müssen wissen, wo die wohnen und wir müssen am besten, wenn wir das Planen, jemanden vom Schlüsseldienst direkt dabei haben, dass wir auch, wenn derjenige dann in dem Moment nicht aufgetroffen wird, dass wir trotzdem in die Wohnung reinkommen. Wie ist denn die Aktivität im Süden heute? Alles ruhig soweit, also wir haben bis jetzt den einen oder anderen Shop-Raub gehabt, also ein ausgelöstes Alarmsystem, vor ca. einer halben Stunde bis dreiviertel Stunde oben an der Route 68 am Klamottenladen und jetzt der hier. Ansonsten ist es bis jetzt aber ruhig geblieben, also sonst auch keine weiteren Einsätze, außer eine Schießerei am Del Piero Pia auf den Herrn Vinacci. Aber das war genau in dem Moment quasi, wo sie raus sind. Also, wir haben wohl auch nichts mehr. Der ist wohl jetzt im MPI. Okay, und, äh, ja. Er wurde da operiert und, ja. Weiß man, wer es war? Weil ich weiß nicht, nee. Herr Johnson, sind doch im Gewässer unterwegs, ne? Ja, ist ja. Wo kriege ich Milwürmer her? Im Angelbedarfsladen, vielleicht auch im, ähm, hier bei, bei, bei U-Tools oder so. Ja, ich hab bei LS Fishing gerufen ich die ganze Zeit an, da geht keiner ans Telefon. Äh, wo sitzen die denn? Äh, die sitzen halt, äh, einmal Alamossee, einmal, das ist der Hauptkomplex, und die haben auch noch für die Anlegestelle, ähm, im normalen Haupthafen was. Weil wir wollten nämlich heute alle einen Angelschein machen, aber es geht keiner ans Telefon. Oh, Prü, Angelschein. Ja. Aber Jackson ist meistens aber auch ein Insaster. Aber auf der Webseite steht, äh, ne, ne, warten Sie mal. Auf der Webseite steht, Montag ist freitags geöffnet, von 17 bis 22, äh, ne, bis, bis 19 Uhr. Aber, dann steht da, Mittwochs Ruhetag. Oh nein, ich würd vergoldern schon wieder. Also, wie gesagt, wir haben, wir haben ihn nur als Kunden bei uns geführt, halt, tatsächlich. Ähm, aber eigentlich ist Jackson, eigentlich immer am Wochenende ganz gut zu erreichen, tatsächlich. Also, dass die... Wie heißt der denn mit vollem Namen? Cody Jackson. Cody Jackson, danke. Ich wollte jetzt nicht, dass er Aiden Jackson heißt. Oh nein. Ja, deswegen frage ich. Haben Sie die Nummer von diesem Jackson? Ich muss hier mal kurz nachgucken. Äh, ich greife hier mit Info, gemeldete Überfall, Suburban-Orter, Code 4, nichts anzutreffen, alles clear. Wir sind wieder frei, ab Suburban-Orter. 4. Dann mal die 400, 400, klar, ne? Ja. Ja. So, jetzt muss ich aber einmal kurz gucken. Äh, das war von der Anwältin. Äh, das war von der Anwältin. Äh, das war von den Kollegen aufgesammelt. Ich hab den nämlich nicht eingespeichert. Jetzt äh, die Pflichtung. Obwohl, doch vielleicht schon, oder? Check. Ach, Cody Jackson, Alice Fischel, da haben wir ihn doch. Hm? Bin doch manchmal nicht so dumm, wie ich bin. Und zwar, drei mal die fünf? Ja. Acht, sechs. Ja. Zuh, neun. Ja. Zuh, neun. Nee. Verdammt. Schloss 13, Verschreife 12. Wir haben für dieses Wochenende, keine Idee. Machen wir auf jeden Fall die Wortsetzung. Dann fahren wir wieder zurück, ja? Ja, gut. Zehn Minuten Autofahrer. Gut. Viel Spaß, ne? Alles gut, ja? Ja. Tschüss, bis schnell da. Ciao. Ja, check, Schreife 12, womit. Sag eins, Schreife 12, womit. Ja, ich bin auch da. Schreife 12, womit. Hä, Fee und ich sind Detektive, okay? Wir haben eine Schlitzerjagd, wir wollen es fühlen. Mhm. Wo ist mein Gut? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß doch die Cap aus. Ja, gut, das stimmt. Sieht aus wie Piercen. Nein, braucht noch irgendwas. Hat einer von euch gerade unbekannt angerufen? Nee. Nein. Warum ruft mich jemand unbekannt an? Keine Ahnung, Stone. Das frage ich mich auch ständig. Vielleicht ist es Jerry. Jerry, bloß nicht. Jerry? Oh, liebes Komm, ey. Dann kann er irgendwie auch Sonnen rufen. Hey. Wer weiß, wie sehen Sie es auch? Undercover. Okay, ich werde wieder angerufen. Für unbekannt, aufpassen. Geh sie ran. Ja. Das ist irgendjemand, der keine Hobbys hat und irgendwelche komischen Geräusche macht. Okay, er hat aufgelegt. Was für Geräusche hat der gemacht? Keine Ahnung, wie so ein Schnabeltier. Hey, machen Sie mal nach. Wie macht denn ein Schnabeltier? Ja, keine Ahnung, ich kann, so ganz komisch, wie so eine Klapperschlange. Hey, machen Sie mal nach. Ich kann das nicht. Lachen Sie mal. Okay, es kann sein. Hat sich nicht gesund am. Ungefähr so, wie Ivan hat das gemacht, dann. Genau. Okay, ruft doch nicht immer unbekannter hier an. Hä, wenn mich mal unbekannt anruft, dann kommt keiner hier in Geräusche. Was soll das? Ich werde unbekannt angeklingelt. Einmal bisher, aber das war's. Dann rufe ich immer an und sage, ich weiß genau, wo du bist. Okay, cool. Bei mir ist das immer so ein tiefes Atmen und auflegen. Und das war ich, ich bin mit dem Arsch auf das Hände gekommen. Dreimal. Ja. Wer weiß. Das ist nicht schlecht. Warum bin ich jetzt hier, weiß? Also ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe Hunger. Hunger? Ich habe mir bitte jemand was zu essen gegeben. Ja, kommen Sie, wir gehen rein. Ja, wir gehen rein. Ich werde doch fit. Ja, klar. Moin. Hast du wieder zu? Ja. Oh, ich habe die Wohnung noch gar nicht gesehen. Ich sollte die eigentlich mal besichten. Ah, nichts ist schöner als zu Hause. So. Gut sehen Sie aus. Teil 12 sind lustig. Ich wollte eigentlich eine lustige Geschichte erzählen, deswegen hatte ich angerufen. Dann erzähl mal. Also das ist eigentlich gar nicht lustig, wegen meiner Akte. Die haben das jetzt wegen Befangenheit oder sowas, haben die da jetzt reingeschrieben, das soll entweder zur Führung oder zum DOJ. Und wenn das DOJ die kriegen, dann legen die doch 30 Haft dann hinten oben drauf. Ey, was nochmal? Diese Akte gegen mich, wegen Belästigung, wegen der Kirchensache. Ja. Ja, die haben deswegen Befangenheit, weil ich die Ausbilderin von dem damals war, will er da nichts machen, hat das dann zur Administration geschickt und dann hat er da reingeschrieben, entweder zur Führung oder zum DOJ. Okay. Ja, dann einmal zur Führung und dann ist, ne? Ja. Das ist gut. Das war ein Faktiv-Einheit. Du dumm. Also, Frau Sohn, Sie haben eine Aufgabe gleich. Ich habe eine Aufgabe, gleich rausfinden, wer mich mit einer Klapperschlange anruft. Nein, ich fühle mich perverser, wer weiß, wo sie reingemacht sind. Die Leibschule kommt. Hast du dich bei diesem Loft-Ding da angemeldet? Boah, da ist ein Loft-Ding, ne? Safe. Nee, habe ich nicht. Wir müssen der Stone in 9 suchen. Nee, ich bin nur Frauen. Ja, okay, okay, Moment. Ich bin dran. Ja, hier bin ich. Hi. Nein. Wir warten immer noch. Ich warte immer noch auf unseren Kaffee. Die Ivanoff nimmt alles, was nicht... Also, Moment. Das stimmt allerdings. Willkommen auf dem Weg zur Liebe. Ihr erster Schritt in eine romantische Zukunft ist getan. Wir begrüßen dich herzlich in der Loft-Family. Bevor wir starten können, benötigen wir ein paar Infos von dir, um deinen Seelenverwand zu finden. Weiß das stimmt, die hat... Hast du dich da echt angemeldet? Nee, oder? Habt ihr? Ja, warte. Ich habe bestimmt auch eine Mail bekommen. Habe ich eine Mail bekommen? Ich glaube nicht. Ja, habe ich. Ruf er jetzt an. Hallo, was kann ich Ihnen sagen? Bist du damit einverstanden, dass wir dich für Blinddates vermitteln? Mein Name ist Walter Stone. Ja, von mir. Und meine Schwester... No, ich weiß, wie Sie eißen. Ach, verdammt. Also, schauen Sie folgendes. Ich habe... Wo sind Sie gerade, Ma'am? Ich habe eine Kundin für Sie. Jetzt wirklich kein Quatsch. Wirklich eine richtige, gute Kundin. Ist das wie bei die letzte Marke? Nein, 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 nein. Wirklich nicht. Okay, ich bin gerade bei uns in die Büro. Wo ist denn Ihr Büro? Gegenüber von die Bahama Mamas, die rechte Bürogebäude. Gegenüber von Bahama Mamas, die rechte Bürogebäude. Wir kommen vorbei. Oui. Okay, dann bis gleich. Stone, wir melden Sie da jetzt an. Feli, kannst du mir mal meine Telefonnummer sagen? Selbstverständlich, Brian. Ich habe jetzt also Fremdata. 545-283-691. Nein, ich wollte nur die E-Mail haben. 283... 283-691. 124... Die Speckröhrchen sollen was anderes flirten mit allem möglichen. Was nicht bei 3 auf dem Bauch ist, genauso wie meine Ehefrau. Also wir fahren da jetzt hin, die wartet auf uns. Ich bin selbst mit den Leitfasten gefahren, keinen weiteren Beteiligung. Ja, wir sollten was miteinander anfangen. Wirklich? Ja. Was ist los? Ja, klar. Wie ernährst du dich? Ich esse doch alles. Ich esse doch alles. Einfach alles Fresser. Moment. Wie sieht dein perfektes Zelt aus? Oh Gott. Nicht vonhanden. 2 wird 12 für die Leitstelle kommen. Scheiße 12 hört. Eine Frage benötigen Sie, dass Emdi kommt. Frau Stone, haben Sie Durst? So negativ. Ja. Allerdings wahrscheinlich ein Supervisor. Komm. Frau Stone, haben Sie Durst? Nee. Ich hab Ihnen was hingestellt. Hier, nimm sie ruhig das Wasser. Ach Herr Weiß, dankeschön. Oh. Oh. Passen Sie auf. Sie kriegen auch was von mir. Okay. Es ist so wie du, so wie du drauf bist, die Katze. Hier, bitte. Oh, das ist sehr nett von Ihnen, Frau Stone. Wirklich. Ja, ich weiß. Das ist echt nett. Hm. So, wir müssen jetzt los, Herr Gamble. Ja, auf geht's. Los. Alles Geld. Wir haben beides nicht. Doch, eigentlich schon. Nee. Natürlich. Wo ist denn Ihr Auto, Frau Stone? Ja, bei mir in der Wohnung. Dann holen Sie das mal. Okay. Was haben Sie für ein Auto? Den Kasko, natürlich. Ich weiß nicht, was das ist. Der von Jerry, der blaue. Der ist nice. Ja, Team. Klasse. Was denn? Ja. Nix. Alles gut. Was? Ja, Sie haben die Freisprechanlage im Fahrstuhl angelassen. Das stimmt. Mhm. Gamebild ist scheiße. Ach, Alter. Fahr's weiter. Dann fang ich was mit Honey an, ne? Ja, lebt zwar. Okay. Boah, was ne eklige Scheiße hier wieder. Wo ist denn das Bar, Mamas? Jetzt wird es ja peinlich, ne? Ja, glaube ich. Und die fahren uns jetzt die ganze Zeit hinterher, ne? Wie doof die sind, guck mal. Ne, echt doof. Oh mein Gott. Ist das bei jeder Gelegenheit? Ich glaube, es wäre komplett egal, was für Mist du jetzt hier zusammenfährst, ne? Warum? Die würden trotzdem mitfahren. Ich bin mal gespannt. Vielleicht haben die ja direkt eine Frau verhebten. Sein, ja. Ach so, Brandschutzbegehung lief übrigens super. Ja, aber... Hast du das Zertifikat? Ne, noch nicht. Er muss erst einen Bericht schreiben. Aber er hat gesagt, er hat nichts zu beanstanden. Wir können es uneingeschränkt nutzen. Perfekt. Und Fee ist immer noch unsere Brandschutzbeauftragte. Das ist wirklich so. Ist wirklich so. Und die haben sich sogar gemerkt, die meint so, ja und Brandschutzbeauftragte ist immer noch die Frau Ivanov-Gembel. Ich so, ja, die Frau Gamble Ivanov. Richtig. Die macht das ja auch gut. Ja. Vor allem macht sie das total freiwillig. Guck mal, auf den ganzen Parkbanken kannst du jetzt auch Werbung machen. Ja? Ist ja optimal eigentlich, wenn dieses Scheiß Wallis raus jetzt funktioniert. Aber nein. Über Rainis mal anrufen. Guck mal da an. So, jetzt soll hier gegenüber ein Bürogebäude sein. Ist das hier? Das sieht hier so danach aus, oder? Ja, oder da bei der Maze Bank, dass da Büros mit dabei sind. Weiß es nicht. Wir schauen einfach. Das wäre aber knapp gewesen. Oh mein Gott. Ja. Ich hatte ihnen das Gehirn rausgezimmert, ne? Was ist los mit ihm? Geht ihr da rein an den Rand bei Rainis? Was? Ähm, ich hab's jetzt erstmal bei Ava Moon probiert, aber die ist nicht erreichbar. Warte. 25, wieder tief, wieder unten. Und die für die Nummer... 40, 50, 60. Was jetzt? Wir warten kurz. Ne. Geht nicht mehr dran. Da soll irgendein Bürogebäude sein. Da ist das drin. Ich glaube da drüben. Ja, hier drüben. Ja, bei der Maze Bank da, oder? Ja, bei der Maze Bank. Mit mothers waiting? Ich habe ihn gefühlt, hat's noch was passiert. Danach als Supervisor Schreife Richtung Palito Bay, Officer in Wurf KXL. Hello. Apple hat keinen Hut. Oh mein Gott. Apple hat einfach keinen Hut. Mac, ist das schon ein Apparat? Mac? Wir müssen ja nicht alle maskiert rumlachen, wir können. Gut. Beim Ponsen bis, oder? Ich bin 25. 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 Check. Richtig peinlich. Hier, Lauf, Partnervermittlung. Einer. Ich muss mal fix auf Toilette dann gleich, ne? Mhm. Guten Morgen, wo ist hier ein Kloch? Äh, ihr? Einfach geradezu, da. Da kommen sie. Okay, danke schön. Lasse sie. Danke. Ich holen mir immer noch Dinge. So, das hier ist die Frau Stone, ja, Witwe. Hallo. Und Frau Stone hat sich dazu entschlossen, den Vater Liebe einzuschlagen und sucht eine hübsche, attraktive junge Frau. Okay, ausgegebenen Anlass. Miss Stone, sind Sie freiwillig, ihr? Ja, natürlich. Ausgegebenen Anlass? Ausgegebenen Anlass? Anlassstücken, ma'am. Okay. Sie wollen sich ein Profil anlegen und eine nette Dame kennenlernen? Ja. Nee. Miss der Weiss, Sie waren doch die letzte Mal dabei. Ich schicke doch einfach nur etwas per Vetscher los. Ja, aber Sie müssen ja auch mal ein paar Beratungen geben, was darauf muss Frau Stone achten. Gibt es Tipps? Können Sie das Formular hier zusammen ausfüllen? Ja, vor allem für die Profilerstellung, ne? Können wir machen, natürlich. Eben. Also, darf man auch da drin lügen? Sie können generell lügen, aber ob Ihnen das verdrängt, ist die Frage. Ja, ne, ich frage für einen Freund. Oh, ich frage Sie, weil Sie mir geschickt haben, zurück Ihre Sachen und da wahrscheinlich nur 50% stimmen, oder? Nee, nee. Also, ich mag tatsächlich Hausschweine. Nee, das dachte ich mir. Wir füllen das jetzt hier aus mit Ihnen, ma'am. Nee, wir füllen das jetzt hier aus. Sie, ja. Gut. Wie ist April Stone, richtig? Ja. Ihre Telefonnummer? Ja. Sekunde. Schon so eine kleine Datenkrake, Ihr System, ne? Natürlich. Ich weiß gerne über alle Leute Bescheid. Das merke ich. Äh, 108-368. Ja, Pisch. Ihre Geburtsdatum? Der 72. Ich gebe Ihnen einfach meinen Ausweis, dann können Sie einfach alles nachdenken. Nein. Ich habe alles von Ihnen. Ich muss den Ausweis nicht zeigen. 95. Das müssen Sie nicht machen, Frau Stone. Okay. Und, äh, Sie suchen eine Frau. Ja. Wo kommen Sie her? Aus Seattle. Eigentlich aus den Eltern, aber. Wenn, dann aus der Mutter. Wo wohnen Sie zu Hause? Ja, man kommt auch irgendwie aus seinem Vater, oder nicht? Oh ja, aber so ganz und gar so. Füßig so. Äh, was ist Ihre Arbeit? Ich arbeite bei der Wäscherei. Wäscherei. Mhm. Ja, deswegen ist jetzt Ihr Oberteil auch zu groß gewaschen. Äh, was ist mein Oberteil gar nicht so groß? Nein. Die, äh, Streit 1 für die Leitscheidung. Ähm. Welche Größe brauchst du? Einmal das BPD anfahren. Bitte. Aufgrund einer neuen Einteilung. Äh, ich weiß nicht. Habe ich Hobbys weiß? Ja, ich habe die, ich kann dir da Hobbys sagen. Äh, Leitscheidung. Wolfen. Schach. Stimmt, ja. Schach ist auch schön. Unter Wasser Mikado. Und tatsächlich, äh, das dritte war, was haben wir letztens gemacht? Ach ja. Bungee Jumping. Da hatte ich aber ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber für die Sterne interessiert sie sich auch. Die ist gerne am Observatorium. Ja. Was ist Ihr Lieblingsstern nochmal, Frau Stone? Natürlich der Nordstern. Der Nordstern, ja. Ja, ja. Herr Stone? Ja? Können Sie mir zeigen doch mal Ihren Ausweis? Wieso? Ach, nur so. Ich habe den zu Hause vergessen. Ja, jetzt mit einem anderen Tag. Ich kann das nicht. Nein, warten Sie ganz kurz. Nein, ich heiße Carson. Hier, bitteschön. Albert Carson. Aber der, genau. Sie ist dabei, ist wieder Stone. Richtig, ich bin wirklich gebürtige Stone. Der Mann ist verstorben, das war ein ganz, ganz tragischer Unfall, wissen Sie? Der ist tatsächlich ausgerutscht. Können Sie bitte aufhören, darüber zu reden? Tut mir leid, April. Ich weiß nicht. Ich muss da mal ganz kurz. Was ist das denn? Sie können mich gerne an. Sie sind ja... Wie mache ich? Mein Gott. Wir sind nicht hier, um Sie zu verarschen. Wirklich. Nein, wirklich nicht. Ich bin nur von den letzten Mal so irritiert, deswegen... Ach scheiße, ich muss über 100 Dollar beweisen, ne? Wie müssen Sie auch? So. Sind Sie Raucher? Ja. Trinken Sie Alkohol? Manchmal. Gelegentlich. Vielleicht doch ein wenig mehr, ich schreibe dazu. Vielleicht doch ein wenig. Also Sie, Frau Stone, Frau Stone ist... Es gibt eine extra Marihuana-Sorte, die inzwischen Mrs. Stone heißt. Ja, wahrscheinlich. Mrs. Stone, wenn Sie so richtig stoned werden wollen, okay. Beschreiben Sie sich mal ein wenig. Ich bin hübsch, manchmal ein bisschen dumm. Hübsch und dumm, okay. Ja, und ich habe gehört, das ist gut im Bett, also passt das eigentlich, oder? Hübsch und dumm und gut in die Bett. Haben Sie auch andere Qualitäten außer Horizontal? Ich bin äußerst witzig. Ja. Wie witzig? Das ist super, dass Leute, die witzig sind, das wollen sich behaupten. Die sind immer richtig witzig. Okay, erst bumsen und dann lachen. Sind Sie ja nicht verstanden, dass ich Sie vermittle für Blind Dates? Ja, ja! Warum freue ich mich überhaupt? Das ist doch der Sohn auf Frauen. Naja, wenn Sie überweisen und mal ausschicken Ihre Formulare, dann kriegen Sie bestimmt eine Blind Date mit Stone. Frau Stone steht auf Frauen. Ja, ich nehme mir nur Frauen. Wie? Ich habe mit Männern abgeschlossen. Ihr Ex-Mann hatte einen kleinen Penis, das war das Problem. Nein, das... Das wäre ja keine große Penis, der war groß. Das war Anaconda-Karsten. Normal, ich bin alles Fresser. Obwohl, ich esse keine Tomaten, keine Oliven. Ja, vor allem Anacondas, ne? Tomaten, keine Oliven, wer kennt sie nicht, diese... Und vor allem bitte keine Hawaii-Pizza. Wenn die Person Hawaii-Pizza mag, dann bin ich raus. Und die muss Knoblauch mögen. Äpfel magst du Oliven? Nein. Knoblauch. Aber haben Sie nicht... Ach, keine Oliven, hatten Sie gesagt. Wie sieht denn so Ihr perfektes Date aus? Ich weiß es. Oh nein. Das ist viel Anaconda. Okay, hier ist die Liste. Also. In die Schlangenpark. Ich höre mir das an und bestätige oder bestätige nicht. In die Schlangenpark? In die Schlangenpark, okay. Nein, 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 nein. Doch. Eines... Was? Woher wissen Sie das denn? Er ist auf jeden Fall oben beim Observatorium. Eines Abends ist Frau Stone, April Stone, am Strand lang geschlendert, hat über ihr neues Buch nachgedacht. Zwei Augen und eine Seele. Und sie wollte eigentlich nur eines, die große Liebe finden. Doch, der edle Ritter, der vorbeiritt auf einem weißen Pferd, stolperte. Das Pferd hat mit den beiden Hinterbeinen Frau Stone ins Gesicht getreten, deswegen hat die heute immer noch diese Behinderungen. Und deswegen ist das ziemlich schwer. Ihr Mann ist eigentlich gar nicht verstorben, er hat sich getrennt, weil er nämlich damit nicht mehr klarkam. Manchmal hat man das Gefühl, wenn man morgens ungeschminkt neben Frau Stone wach wird, dass ein Zyklop einen anschaut. Okay, das ist ganz schön gemein jetzt. Ich habe auch Gefühle. Das beantwortet irgendwie auch nicht meine Frage. Also auf jeden Fall ist dieser edle Ritter entlang des Strandes gegangen, ist gestolpert und ihn sind zwei Joints aus der Tasche gefallen. Also ihre perfekte Date ist also, sie wollen Kiefern an den Strand. Ja, mit Pferden und Anaconda. Richtig. Ihr Lieblings-Radiosonder ist Kissa FM. Lieblings-Mariana-Sotte? Lieblings-Mariana-Sotte? Sorry, jetzt abschauen wir mal in der Bar. Übrigens habe ich schon den letzten Mal in der SMS gekriegt. Was ist meine Lieblings-Mariana-Sotte? Das wäre reine Scherz. Sagen Sie mir, wo würden Sie ein Lieblings-Innen reisen? Hin reisen? Auf Hawaii. Aber wenn es da gibt Pizzen, dürfen Sie nicht essen. Bitte, was darf man dann? Jede Pizza in Hawaii ist Pizza Hawaii. Gut, dann ist da keine Pizza. Auf Hawaii ist sie nur steak. Okay. Welche Tiere, beziehungsweise welche Tiere würden Sie bevorzugen? Und Katze, Pferd, Amster, Vogel, Schlange, Spinnen oder Ausschwein? Äh, Spinnen. Ich hätte jetzt eher gedacht, die Schlange, okay. Ich dachte, Schlange, wie? Ja, Schlange war erst kurz der Gedanke, aber dann dachte ich mir, so eine süße Vogelspinne ist schon ziemlich niedlich. Ich kreuze trotzdem an, weil können Sie auch mehr. Ja, dann nehmen wir Schlangen und Spinnen, ja. Keine Ausschwein. Ausschweine sind schon cute, aber die werden mir zu laut, weil wenn man die anpackt, dann fangen die an so rumzuschreien. Das klingt, Gamm, Gamm, schrei mal, genau, genau so, ja. Nun teilen Sie mir bitte mit, wie ihr perfekter Partner sein soll. Wie ist die Geschlecht? Sie suchen eine Frau, sagt man sie ja schon. Genau, ja. Wie alt der? Ähm, nicht jünger. Älter ist egal, aber auch keine 60. Also, auf jeden Fall unter 47. Ja, genau. Bis 47. Genau. Oder halt kurz vorm Tod. Ja, dann muss sie aber reich sein. Ähm, solltet ihr die Hobbys teilen oder welche besonderen Arbeiten? Ja, nee, die Hobbys, die müssen wir nicht teilen. Okay, das ist egal. Kann auch andere Hobbys haben, ja. Spürt es für sie eine Rolle, ob die Person raucht? Ja, Nichtraucher sind manchmal echt anstrengend, siehe Gamble. Also, Nichtraucher mag das, wenn zwei Aschenbärche aufeinandertreffen. Ja, ich mag das, das spiert immer so. Ich rauche nicht, du blöde Ziege. Ja, deswegen sage ich ja, nichtraucher sind anstrengend. Äh, trinken, Alkohol? Ja, aber sollte kein Alkoholiker sein. Vielleicht doch Alkoholiker. Tätos, ist das okay für Sie? Ja, ich bin selbst zu tätowiert. Äh, ja. Na, alles gut. Äh, ja, und bei Ihnen, Sir? Folgendes, ich habe eine Info wegen dem Sorgchenfall. Seht bei dir heute? Ja. Seht bei dir heute? Ja, ähm, der Sorgchenfall, der wird nicht zu Ende geführt. Weil ein Policemitarbeiter, das soll er am besten selber sagen, ein Formfehler in dieser Aussage, äh, eingefügt hat. Und dadurch sind wohl alle Beweise, die Mr. Wilson und ich gesammelt haben, ähm, nicht mehr brauchbar. Und der Fall bricht in sich zusammen. Ich wollte dir das nochmal persönlich sagen, damit du Bescheid weißt. Es ist nicht die Schuld von Mr. Wilson, nicht die Schuld von meiner Person. Wir hatten die Tatverdächtigen eigentlich zu 100 Prozent, ähm, in Handschellen. Aber eine Aussage hat leider all das kaputt gemacht. Wenn du dir die, äh, die Akte durchliest, dann findest du vielleicht den Hinweis, welche Aussage das ist. Okay. Ja, ich wollte dir das nur von mir aus sagen, damit du Bescheid weißt. Ich habe denjenigen, den Police Officer dazu angewiesen, dass er am Tag der Beerdigung, ähm, eine Rede zu euch halten soll, indem er erklären soll, warum, äh, dieser Fall nicht Ende gehandelt wird. Und er soll, er ist jetzt mehrere Tage suspendiert. Und ich stand kurz davor, ihn zu kündigen, weil, ähm, für mich ist das ziemlich schwer, weil ich habe beschworen, diesen Fall zu klären. Und ich habe ihn auch geklärt, ich weiß, wer dahinter steckt. Aber wir haben keinen Beweis. Wir wissen, wer es war, aber der Beweis, der all das uns ermöglicht hat, zur Aufklärung, ist weggebrochen. Was ist jetzt da zu sagen? Ich habe keiner, ich... Ich dachte, es ist, glaube ich, ganz gut, wenn ich dir das selber sage, oder? Es war irgendwie nicht besser. Warum? War es gut. Ja, weil es ein Haufen Scheiße ist. Ja, definitiv. Es war auch heute ein sehr, sehr unangenehmes Gespräch mit denjenigen. Also von meiner Seite aus. Wäre ich kein Policebeamter und es wäre tatsächlich jemand, der, äh, also Frau Sorkin hat mir sehr am Herzen gelegen, aber wäre das jetzt jemand, ähm, wäre ich nicht, wäre ich kein Police Officer, sondern es wäre jemand aus meinem Umfeld und ich wüsste, es wäre egal, wenn ich ein Gesetz breche, dann hätte ich den Police Officer die Fresse poliert. Nur, dass du es weißt. Ich wollte es dir einfach nur sagen, ähm, dass du es von mir, die Info von mir bekommen hast und ich will, dass du dir nicht so in den Kopf machst. Ähm, ja, ich... Wer hat das, wer, wer stand unter Verdacht? Wer der Tatverdächtige ist. Mhm. Also, ähm, der Fall basiert auf einer, äh, Kette. Und zwar, ähm, gibt es eine Person, die das eingefädelt hat und, äh, Frau Sorkin an einen Ort gebracht hat. Es gab eine zweite Person, die wiederum Frau Sorkin wie ein Paket von, äh, B nach C gebracht hat, dann von C nach D und D war dann derjenige. Und D ist Joseph Napier. A ist Miguel Ramirez. Miguel Ramirez hat Frau Sorkin unter falschem Vorwand, so ist unser Ermittlungsstand, in einem Fahrzeug gebeten. Ähm, er hat uns gesagt, er hat sie nach Hause gefahren, hat sie allerdings nicht nach Hause gefahren, sondern er ist mit ihr zur Tankstelle gefahren. Ähm, dort hat er dann, äh, SMS weggeschickt und zwar eine SMS an einem Herrn, äh, Ra... Ach, ich hab den Namen gar nicht mehr im Kopf, ist alles so ein bisschen durcheinander. An einen Herrn geschickt, ähm, Jala Tanke war die Nachricht, dann, äh, zu dem Zeitpunkt, das war der Codeboard, ähm, das Codeboard, dann fuhr ein Motorrad und ein schwarzer Wagen vor, die haben Frau Sorkin entführt. Die haben dann Frau Sorkin zu einem Ort gebracht und am Schluss wurde Frau Sorkin oben an einem, ähm, in East, in East LS an einem, ähm, Sand, an so einer Sandbucht gefunden, wo sie dann, äh, schwer verletzt lag. Ja, es ist nicht geklärt, ob der Todespunkt, also ich hab den forensischen Bericht, ich weiß, ähm, ich weiß, warum, warum, Moment eben ganz kurz, bleib mal am Telefon. Ich bin mal ganz kurz draußen, ich telefonier kurz, ich komm sofort wieder. Ja, wo ist er? Nicht Fernando Mack. Ähm, wo bin ich denn jetzt? Moment, warte. Streife 1, aktiv, downtown. Also ich kann dir den Fall einmal komplett erklären, wenn es dir hilft, ja? Ja, pass auf, ähm, und zwar, und zwar ist es so, dass Frau Sorkin am Abend mich angerufen hat und immer wieder sich beschwert hat, dass ich so viele Leute, äh, abgezogen habe für eine Polizeiübung, ja? Ähm, ich habe dann Frau Sorkin immer angemerkt und gesagt, ja, lassen Sie mich jetzt mal machen, ich will das jetzt hier erledigen. Da wollte ich sie ein paar Sekunden später zurückrufen oder so eine Minute später ging sie nicht mal ins Telefon und ich fand das sehr, sehr komisch. Warum sollte man jetzt von hier auf gleich jetzt nicht mal ins Telefon gehen? Ich habe immer wieder versucht, immer wieder versucht, der Anruf ging durch, aber es ging keiner ran. Und dann habe ich die Information bekommen, dass Miguel Ramirez Frau Sorkin mit einem grünen Musclecar vor dem LSPD in Vespucci abgeholt hat. Und, ähm, wir konnten durch eine Kollegin dann herausfinden, wo Miguel Ramirez ist und er hat dann beim Antreffen unserer Streife gesagt, dass, ähm, Frau Sorkin von ihm nach Hause gebracht wurde und sie sich über das PD beschwert hätte. Er bekam dann aber wenige Sekunden später einen Anruf von einer laut ihm unbekannten Nummer und, äh, diese unbekannte Nummer hat ihm gesagt, dass ein, äh, ein, ein Mensch, äh, in East Ellis an den Ölfeldern liegt. Wir haben das natürlich mitbekommen, wir haben Miguel Ramirez derweil festgenommen, äh, Mr. Winters und ich haben einen Overwatch besetzt und sind dorthin gefahren, äh, beziehungsweise wir ließen einen Overwatch besetzen und, ähm, es stellte sich dann heraus, dass, äh, Herr Winters und ich dann die Frau Sorkin schwer verwundet gefunden haben. In der, genau, während Miguel Ramirez dann unten in der Zelle saß, haben wir dann, ähm, habe ich die gegeneinander ausgespielt und habe zwei Leute der Pacino-Familie festnehmen lassen. Die habe ich dann wiederum als Karte benutzt, um Miguel Ramirez in eine Angstsituation zu bringen. Er hat sich dann verplappert und hat dann, äh, uns einen Namen genannt. Dieser Name führte uns dann zu einem weiteren Ermittlungsstrang und, äh, dadurch haben wir eine Datenschutzaufhebung bekommen. Von dieser Datenschutzaufhebung haben wir eine weitere Datenschutzaufhebung bekommen, die dann zu Joseph Napier führt, der tatsächlich wohl der Peiniger von Mrs. Sorkin ist. Er steht da in den ganzen SMS-Verläufen drin, ich habe sie noch alle. Da steht drin, dass er, äh, er hat sie mehrmals, er hat denjenigen, den Transporter praktisch mehrmals angerufen, genau in dem Zeitraum, wo Frau Sorkin entführt wurde. Genau in dem Moment. Das alles reicht nicht aus. Nein, weil, das Problem ist, die Aussage, die allererste Aussage, die die weiteren Ermittlungen praktisch anstrebt, ja, also die die Datenschutzaufhebungen ermöglicht hat und so weiter, die basiert auf die Aussage, die jetzt nichtig ist. Das heißt, das war ein, äh, wie so ein Domino-Effekt ist das jetzt. Willst du wissen, welcher Officer das war? Und was er gemacht hat, oder willst du es nicht wissen? Ich denke, besser nicht, nee. Okay. Ich kann dir aber sagen, warum die Akte nicht Ende geführt wird, denn er hat in der Aussage reingeschrieben, ähm, er hat in die Aussage reingeschrieben, dass, also er hat die Belehrung falsch gemacht. Er hat reingeschrieben, dass der Tatverdächtige die Wahrheit sagen muss, was nicht stimmt. Und das ist ein Formfehler. Gebittert das auch ist. Das kann man doch aus dem Scheißgesetz lesen. Wie man das sagen muss. Das ist doch nichts Schwieriges. Und das Problem ist, selbst wenn er es falsch gesagt hätte, ne, ist nicht das Problem, sondern dass es schwarz auf weiß in der Akte protokolliert wurde, dass er es gesagt hat und wie er es gesagt hat. Ja, ist okay. Also ich kann dir leider den Mörder von, oder den, den Entführer von Mrs. Sorkin nicht bringen, so wie ich es dir versprochen habe. Aber mir sind die Hände gebunden. Ich versuche jetzt gerade mit Ober... Mir war es wichtig, mir, für mich war es schon fast eine Lebensaufgabe, diesen Fall zu lösen, weil wir wären, wir hätten die drangekriegt. Wir hätten sie wirklich drangekriegt, aber ich bin einfach auch selbst unfassbar schockiert und verärgert darüber. Und das ist jetzt für mich so, dass man das verdrängt, indem man jetzt einfach andere Sachen macht. Gerade weil mich ärgert das einfach so sehr. Ja, alles gut. Gut, ich wollte dir das sagen. Ich wollte, dass du das von mir weißt. Und wenn du was brauchst oder darüber reden möchtest oder irgendeine Info brauchst oder so, kannst du jederzeit anrufen, ja? Okay, alles klar. Ich danke dir. Hab noch einen schönen Abend, okay? Ja. Mach's gut, ciao. 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 Ja, Check Schreiber 1 für die Leitschule, komm. Hört sie, komm. Einmal Rocky Hair & Fucy anfangen, wurde gerade überfallen, komm. 10-3, wo? Rocky Hair & Fucy, der Friseurladen in Rockford Hill, komm. Check 10-40, Friseurladen Weinwood, komm. An die Leitschule, komm. An die Leitschule, komm. An die Leitschule, komm. Ach. Funkfeuer. Bei 10-3. Befrage, Funkfeuer. Gehen Sie mal alle Einheiten durch, Systemat. Ja, Check. Statusland und wieder Einheiten, Streife 1 beginnen. Streife 1, 10-20, Friseurladen Weinwood. Streife 200, Impulse 10-20, Friseurladen Weinwood. Schreiben Sie mal vor, der Walter sitzt hier und es kommt einfach der Knusmann und sagt, setzt sich hin und sagt, Ach, Walter. Ja? Äh, wo bist du? Ähm, ich hab grad ne unwichtiges Telefonat gehabt. Ich bin jetzt, ähm... Okay, Streife 5 übersprungen, Streife 11. Auf... Ach so. Weißt du, wenn man gegenüber von Papahama machen was, zurückfährt, Richtung Wasser, Richtung Pier, da ist ne Bank, da bin ich einfach. War mir ein bisschen zu hell da drin, meine Augen waren ziemlich grell. 12, 10-20. Okay. Ähm... Ja, ich warte im Tieranbau auf euch, ja? Motel Palito Bay. Ja, bis gleich. Bis gleich. Streife 13, 10-20, Siebseite Motel Palito Bay. Ja, Leute, von mir ist vermutlich keine Funkfeuerung. Die Streife 1 unter Fahndung nach zwei Flüchtigenpersonen, äh, diesen Double T, Fluchtrichtung Norden von Diamondcast Richtung Golfplatz, äh, trugen ne Belena, unten Helm, tragen Flüchtlinghosen und allgemeinen Freistiklamotten. Die 22 mit einer Nachfrage, welche Farbe hat er das Bandana? Nicht bekannt, nur dunkel. Check, 15 Sekunden. Die Streife 2 für die Leitstellung. Fertiger. Die Frage, ihr Kennzeichen, komm. T-J-0-M-T, komm. Fertig. Fertig lidt made. du bist nicht alleine mensch wir sind doch es war ziemlich hell da drin ja das stimme ich ihnen ausnahmsweise zu ich musste gerade nur der isabel collins ist mit dem sorgchenfall erklären was da passiert ist oder was ja was denn passiert also die ist man nicht drüber reden die frau sorgen die ist ja leider nicht mehr unter uns und sie wurde ein tag vorher wurde sie ja oder ein paar tage vorher wurde sehr schwer verletzt aufgefunden oben an den ölfeldern und der herr winters und ich haben sich tatsächlich gerettet und auch ihr das leben gerettet die hatte sehr sehr starke verletzungen und werden einen punkt also in der person da wussten wir wer der anhaltspunkt ist der person hat uns drei weitere anhaltspunkte gebracht und wir hätten die leute allesamt mit diesen ganzen beweisen ins gefängnis bringen können das problem ist das ein mitarbeiter des lspd eine falsche belehrung gemacht hat und daher werden alle aussagen höchstwahrscheinlich ineinander fallen und der sorgchenfall wird möglicherweise niemals vor gericht kommen falsche belehrung wurde der als solge belehrt oder was ja man hat gesagt der tatverdächtige darf also muss die wahrheit sagen muss er ja nicht die falsche belehrung genau das ist ja alles schon darauf vorbereitet worauf die schnitzel ihr auch april du bist unterstützende einheit ja also wir brauchen auch keine karte folgendes folgende sache sache ich ganz ehrlich ne man müsste sich einfach nur mit einer laserpistole hinstellen man wird geld ohne ende machen also an die wo ist denn unser auto ja warte unser auto steht immer noch da wo du es abgestellt hast weil du den schlüssel dafür hast und wir noch keinen zweiten haben dann lassen sie sich doch rüberfahren von hannier vom fee ja von milwanhoff let's go ich könnte noch rummachen mein gott und das sagt sie auch immer zu mir ja 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 klar muss ich erst mal ariane fragen was also wir hätten ich weiß nicht ehrlich gesagt wie weit die akte gegangen wäre aber wir hätten auf jeden fall miguel ramirez angekriegt den hätten wir safe gehabt den hätten wir so safe gehabt wenn ich hier eigentlich brauche ich auch noch mal ein graues sack hoch ppd können wir gleich noch hinfahren ja da bin ich meine dienstwaffe mitnehmen nein ja und dir okay wir schießen einfach die anderen truppen ich hatte eine andere idee soll ich sagen meine idee war dass wir uns maskieren und ich mit dieser blutigen machete auf die zu rennen die rennen weg okay machen wir noch in den kopf ab Hm. Tüttlütüt. Bob so Bock, Leute hab's geknallt. Oh. Was? Du hast schon ein bisschen Akkassionsprobleme, oder? Ohne Scheiß. Hey, was ist denn überhaupt passiert? Das ist immer. Was? Ja, stimmt was, das ist passiert. Oh, Rachel. Rachel. Das ist Rachel. Keine Ahnung. Die Hutmacherin. Deine Affäre. Der hat ganz viele, wissen Sie? Ist die Hutmacherin. Ja, okay. Ich will ein Hut. Das ist ja die Hauptverkehrsstraße in San Andreas hier, mein Gott. Na klar, na klar. Ja, ist es. Ja. Ich kann's dir genau sagen, was für ein Hut sie mir verkauft hat. Und zwar ist es ein hellgraue Kaschmir Fedora. Theodora. Theodora, sondern Fedora. Anglerhut reicht für dich. Ich kann das sehen. Leute, das hier ist die Substraße. Let's go, Chad. Let's go. Mach die 3500 voll und am Sonntag ist in den nächsten 12 Stunden zu liegen. Ich kann mich auch. Nehmen La-Kathrina. Komm mal hin. Ja, ich weiß, worum. Okay, bis gleich. Zeig, wir holen uns jetzt auch so einen Detective-Hut und dann setzen wir ihn auf. Dann sind wir an der Cover. Und mein Chaos-Sacko holte ich noch vorher. Und ihr Sako aus dem PD. Ja. Ja. Lass die Apple einfach hier stehen, die telefoniert, ja. Apple, du brauchst auch einen Hut, ansonsten das ist ein Team. Apple braucht auch so ein Ding. Bis dann. Ja, so. Und die muss sich andere Klamotten anziehen, nicht ihre Brüste zeigen. Ja, ich ziehe mich komplett schwach. Hey, meine Brüste sind schön. Na ja. Hey, was heißt denn hier? Na ja. Ja. Der hat meine Tiki schon abgetastet. Oh, Quatsch. Hier ist er jetzt hier auf dem Punktkreis. Oh je. Er hat so einen Angelhut für dich, oder? Angelhut? Mhm. Wo fährt der denn hin? Zum PD, der Dovian. Erst zum PD und dann dahin, oder nicht? Ja, weil ich mal einen Sako holen. Das ist so. Das ist so. Check. Warte ruhig kurz hier eben. Äh, ich müsste tatsächlich noch mal kurz an meinen Spind, wegen den komischen Masken da. Okay. Die sind da drin. Kommen Sie mal wieder. Kommen Sie mal wieder. Das ist okay. Ich kann gerade echt nicht reden. Ich muss einfach noch ein bisschen abschalten. Okay. Und jetzt willst du alleine irgendwo hin, oder was? Ich will einfach noch ein bisschen Motorrad fahren. Ganz normal. Aber ich muss einfach gerade ein bisschen den Kopf frei kriegen. Das kriege ich nicht im Dienst hin. Kannst du auch jetzt nicht Motorrad fahren? Ich mach da keinen Blödsinn. Ich mach da keinen Blödsinn. Wirklich nicht. Ich will einfach nur ein bisschen durch die Gegend fahren. Irgendwann eine Uzi versteckt oder so? Ich kenn dich doch. Ich wünschte. Dann würde ich am Little Italy vorbeifahren, aber nein. Alles gut. Ich glaub, da musst du erstmal ganz woanders anfangen. Alles gut. Ich muss einfach nur ein bisschen... Ich hab ein kleines Trostpflaster für dich. Auch wenn das mit dem Pfeil nichts zu tun hat, aber wir haben Joseph Nepp hier erwischt, wie er eine Shotgun bei sich im Kofferraum hatte. Und er wird wahrscheinlich deswegen ins Gefängnis gehen. Aber ich weiß nicht, ob dir das was hilft. Also ich hab's versucht, Buran zu erklären. Das, was mit den Kollegen immer passiert und dieses nicht lernen können, das ist einfach frustrierend. Was meinst du? Also was passiert? Das mit Sorkin zum Beispiel. Oder das damals mit Sanchez und Dawson. Dann diese Schießerei am Samstag. Aber soll ich dir was sagen? Frau Sorkin hat sich in Filde begeben, die ihr irgendwann um die Ohren flogen. Und ich habe davor gewarnt. Und es gibt sehr viele Kollegen, die daran Mitschuld tragen, Isabel. Weil es gab damals eine Erpressung gegenüber Frau Sorkin. Und man hat ihr, ähm, ein Schutzgeld musste sie zahlen. Und damals hat keiner der Kollegen es für richtig gehalten, sie zu schützen. Einer. Ich war nicht dabei, deswegen, ich habe das im Nachhinein erfahren. Und ein Herr Pearson zum Beispiel hat mir dann mit auf den Weg gegeben, dass wenn er reagiert hätte, der sich in die DTU eingemischt. Und da habe ich ihm erklärt, was Moral und Menschlichkeit und Arbeit betrifft. Und die Moral und Menschlichkeit steht vorne, bevor die Arbeit kommt. Weil da war ein Menschenleben in Gefahr. Das hat er bis heute nicht verstanden. Und, äh, auch Herr Bischloff, da waren einige, sie haben sie da runter nach Vespucci gehen lassen. Und sie musste dort einen, ähm, sie wurde erpresst und musste dort eine Summe bezahlen, um sich da frei zu kaufen, sozusagen. Und das waren die gleichen Leute, die Frau Sorkin jetzt entführt haben. Ähm, ich habe es ihr, ich habe es ihr gesagt, sie soll sich dort fernhalten. Aber ich habe es auch den anderen gesagt, dass es ein fataler Fehler war, sie da alleine hingehen zu lassen. Sie stand ein paar Blöcke entfernt, die Kollegen, aber, ja. Ähm. Oh, es mag sein, dass sie daran schuld ist, aber es macht es nicht besser. Verstehst du? Es macht es nicht irgendwie weniger schlimm. Habe ich dir ja den Obduktionsbericht erklärt, warum sie verstorben ist? Weißt du den Grund? Ja, den habe ich mitbekommen, ja. Okay. Hatte sie irgendwas bei sich? Ja, einen Ausweis. Wertgegenständen oder so? Einen Ausweis und einen Schlüssel, aber der Schlüssel, der ist irgendwie, der Geist hat irgendwo rum. Streife 12 für die Leitstelle, komm. Streife 12 für die Leitstelle, komm. Streife 12 für die Leitstelle, komm. Ja, alles gut. Und es wurde ein Schiller-Alarm in Grape-Seed gemeldet, komm. Ich komme später in den Dienst. Streife 12 für die Leitstelle, komm. Bei Isabel, Cops Leben und Cops Sterben. Das ist, das ist unser Leben. Das muss klar sein. Für mich ist es Familie gewesen. Es ist für mich nicht einfach irgendein Cop gewesen. Ich habe, ich habe Frau Sorkin damals eingestellt, als sie unten in der Zelle stand und mir so lange auf die Nerven ging, bis sie den Post bekommen. Das ist ja nicht. Aber, ähm, aber mich frustet es am meisten, dass ich weiß, dass wir eine Erfolgsaussicht hatten. Zumindest, ich weiß nicht, ob wir alle Hintergittern bekommen hätten, aber einen schon. Und das hätte mir schon gereicht. Und der wäre sehr lange hinter Gittern gegangen. Und wenn dann der Oberstaatsanwalt, der wirklich, ich muss es wirklich sagen, Mr. Wilson und ich, wir haben Ewigkeiten. Es sind unfassbar viele Mails, unfassbar viele Telefonate, Treffen, daran gearbeitet, das zu lösen. Und wenn man kurz vorm Durchbruch steht und jemand bricht dir das Genick, dann ist für mich, sage ich dir ehrlich, der frustrierteste Fall in meiner Karriere. Ja, aber du hast gerade heftig, deftig dich verschluckt. Ja. 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 Ja, ne. Ja, ne. Ja, ne. Ja, ne. Ja, ne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich würde sagen, ich kann leider trotz Pflicht nicht dabei sein. Wollte ich noch mal kurz anmerken. Ich habe gerade keine Zeit dafür. Ja, ich wollte es so sagen. Ich habe sie mal mit. Was ist mit dem Schiff abgeklärt? Ja, legen Sie mal auf. Ich muss auflegen. Also, ich erkläre Ihnen jetzt mal was. Schauen Sie. Ich habe heute eine etwas sehr schlechte Nachricht bekommen im LSPD. Eine Kollegin ist verstorben. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, Frau Sorkin. Und der Fall rund um Frau Sorkin ist tatsächlich jetzt gebrochen, weil es einen Verfahrensfehler seitens eines Police Officers gibt. So, und jetzt müssen Sie sich vorstellen. So, und jetzt müssen Sie sich vorstellen, Ihr einziges Problem gerade ist Ihre Hochzeit. Ich habe gestern vernommen, dass Sie, oder mir wurde zugetragen, dass Sie gestern bei einem Rollcall sich darüber beschwert haben mit ziemlich patzigen Antworten, dass Sie während Ihrer Hochzeit eine Beförderung machen. Ich erkläre Ihnen was, Ma'am. Schauen Sie. Das hier ist eine Polizeibehörde, die im Staat des San Andreas ist in Amerika. Denken Sie, eine Polizeibehörde steht still, weil eine Person heiratet? Nein. Natürlich ist es so, dass ich jetzt nicht sagen kann, hey, Kollegen, wissen Sie was? Es ist so, all diese Kollegen, die hier arbeiten, jeder Police Officer ist jetzt auf Ihrer Hochzeit und deswegen wird die ganze Polizeiarbeit eingestellt. Nein, denn Ihre Hochzeit ist wichtiger. Der andere Punkt ist, wenn Sie nächstes Mal bei einem Rollcall schnippige Antworten geben und das Ihr einziges Problem ist und das der Haupttenor des Rollcalls ist, dann kündige ich Sie, weil Ihre privaten Sachen, die Sie in Ihrem privaten Zeitraum machen, interessiert mich einen Scheiß. Das hier ist ein Polizeipräsidium und ich bitte Sie, in Zukunft darüber nachzudenken, was Sie wo sagen. Sie können heiraten, wie Sie wollen, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Ich sage es Ihnen. Genau wie wenn ich heirate und ich lade jeden ein, aber der Police Officer sagt, ey, ich möchte aber meinen Dienst weitermachen, dann ist das so, weil die Polizei muss weiterarbeiten. Wissen Sie, jeder Kopf muss eigentlich arbeiten und die Beförderung ist schon ziemlich lange angesetzt. Warum eigentlich am Sonntag? Ich nehme Ihnen gerne die entsprechende Überraschung ab. Also eigentlich war es geplant, dass wir nach der Beförderung Sie und Ihren Ehemann entführen und zu dieser Gruselgeschichte da oben im Norden in diesem Camp bringen. Wir wollten Ihnen eine Freude machen. Wenn Sie aber so schnippisch da stehen, weil Sie denken, dass Ihre Hochzeit ein Staatsereignis ist, wo dann tatsächlich jeder Mensch dabei sein muss, dann habe ich aber ein ziemlich großes Problem. Und es tut mir leid, dass ich Ihnen diese Entscheidung und diese Freude und diese, wie sagt man, diese Überraschung vorwegnehmen musste. Ich danke Ihnen. Sie können jetzt in den Dienst gehen oder auch nicht, wie Sie möchten. Ja, gut, danke für die Info. Bitte. Werde ich mir so, werde ich so mitnehmen. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Bis dann. Okay. Gut, ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich nur mal Hallo sagen. Hallo. Und soweit alles an sich bei Ihnen, okay? Bei Ihnen allen? Sie sollten mit Ihrer fünftigen Frau reden. Ja. Alles klar, mache ich. Gut, dann wünsche ich aber trotzdem noch einen schönen Abend. Danke. Bis dann. Wie ist Gaston denn richtig abgekackt bei dem Rogue-Holt? Die hat doch die ganze Zeit irgendwas in den Dings überall rumgekackt und so. Wo ist denn Manni jetzt? Keine Ahnung. Erklärt auch, wieso sie danach gefühlt, also Silver und Bishop eine halbe Stunde auf den drei Standen geredet haben. Als ob das LSPD, also jetzt stellen Sie mal vor, es heiratet jemand im Staat des San Andreas oder auf der Welt und die Polizei sagt, ich stelle die Arbeit ein. Das war gestern so schlecht gelaunt. Ich bin rein, ich bin so zu Silver und so, ey, ich bin gar nicht eingeladen. Dann schreit sie irgendwie so, ja, weil du in der Scheiße stinkst du. So, ich so, okay. Ruhig, brauner. Ihr wisst nicht, wo Hanni ist, oder was? Nein. Wir müssen jetzt zum Hutmacher. Die hat eben mit der Hutmacherin, glaube ich, telefoniert. Wie ist denn die jetzt angekommen? Nein, die ist nicht erreichbar. Die ist gerade rausgegangen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, das ist nicht gut, wenn sie alleine rausgeht, oder was? Nein. Okay. Guten Abend, Frau Vickus. Mein Gott, geh doch nicht an deine raus. Nein, die Mayhems wollen dir die Kehle aufschlitzen und du läufst sie an deine... Oh ja. Ja, oh ja. So. Okay. Mayhems werden sterben, wenn sie irgendwas an ihr antun. Was ist mit den Mayhems? Was habe ich verpasst? Ah, die sind Huren und Söhne. Okay. Schreibe ich mir so auf. Mayhems sind Huren. Wirklich, Herr, weil, soll ich irgendwann Straftaten begehen wegen sowas, dann dürfen sie mich auch kündigen. Das ist kein Problem. Ja, wenn sie Straftaten begehen, dann kündige ich sie, da haben sie recht. Was ist das denn von Ihnen? Fragen Sie mal Frau Stone. Dürfen Sie mich dann aber irgendwann wieder einstellen? Frau Stone habe ich ja auch eingestellt. Frau Stone hätte ich... Aber Frau Stone hätte ich auch eingestellt, ich würde auch Herr Carsten einstellen. Habe ich ihm damals gesagt. Das heißt, ich darf Straftaten begehen und keine Ahnung damit... Nein, es kommt darauf an, was sie tun. Wenn sie freigesprochen werden, dann ist alles easy. Aber Frau Stone, selbst wenn Frau Stone damals schuldig gesprochen wäre, wegen Besitz von Drogen, hätte ich sie wieder eingestellt. Nee, das war ja Strafvereidlung. Ich glaube, das wäre schwieriger gewesen. Was macht Gammel da eigentlich mit den Skeletten? Geschlechter, Herr. Kommen Sie doch mal wieder, Moment. Wo bist du? Ja, drin. Ich soll ja nicht raus. Komm mal bitte kurz raus. Hinten in Richtung Burgershot. Komm doch mal raus. Opa 6. So, jetzt hör mir mal bitte kurz zu. Also, schau mal. Weißt du noch, als wir das mit den Mayhams hatten und ich mit dem einen Typ zur Seite gefahren bin? Änderst du dich? Ja. Gut. Das werden die mit dir machen. Aber es endet so, dass die dem Typen auch was tun. Beziehungsweise dir was tun. Du darfst nicht so leichtsinnig sein. Ich weiß, dass dir das auf die Nerven geht. Babysitter und so weiter. Ich verstehe das auch. Das ist das Gleiche bei mir auch. Aber da vorne, wo du gerade standest, alleine, wurde damals Jeremiah Carson vor dem LSPD brutal niedergestochen. Davor. Die scheißen da drauf. Ich meine, das ist ja nicht mal böse. Ja? Du siehst aus wie Michael Jackson. Ja. Richtig so. Ich habe dein Pferd in Les übrigens organisiert. Ehrlich? Hast du den erreicht in der Kowalski? Oh nein. Ich meine, das ist nicht böse, aber du hast das gerade in Anschlüssel mitbekommen, ne? Nee. Ich habe die Dings gerade zusammengefaltet. Die Frau von Silver. Ja? Ja, als ob... Nimmst du die Sachen überhaupt ernst, die ich dir sage? Ja, natürlich. Aber was soll ich denn jetzt machen? Aufpassen. Ein wenigstens ein bisschen. Ja, deswegen bin ich auch reingegangen. Sag dir, ich glaube, du bist so ein Mensch, du musst das erst erleben, damit du weißt, was da passiert. Ja, möglicherweise. Ja, aber das ist ja dumm. Ja, ist es. Ja, dann mach doch so einen Scheiß nicht. Ja, ist doch in Ordnung. Es tut mir leid. Soll ich jetzt die Zeit zurückdrehen? Dein Anfang. Ja, wow, warte, mach ich. Funktioniert leider nicht. Du bist vorhin auch einfach weggelaufen. Ja, aber guck mal, ich erkläre dir was. Ja, bitte. Also, die haben McGarrett gefoltert und nach deinen Namen gefragt, nicht nach meinem. Du stehst auf der Abschlussliste, nicht ich. Und das sind Leute, die aus dem Norden kommen und diese Leute, die sind rabiat, die schlitzen dir die Kehle auf, die nehmen dich auseinander und schmeißen sich in die Wüste, die scheißen auf dich. Keiner wird dich wiederfinden. Und wenn wir das doch vermeiden können, dann müssen wir es doch ernst nehmen, jeder von uns. Nur ich bin... Ja, ich werde nicht mehr alleine rausgenommen. Nein, 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 warte, warte. Du bist von hinten herzustanden, ja. Nein, 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 ich habe den Punkt ja verstanden. Ich weiß genau, was du meinst, was dich stört und zwar, dass du keinen Schritt eben wohin machen gehen kannst, ohne dass jemand auf dich aufpasst, korrekt? Ja, ist auch so. Gerade eben, was heißt gerade eben, heute Mittag, es war ein Einsatz, ich war in einer einzigen eingeteilten Streifen und da heißt so, ach nee, dich will ich da jetzt nicht hinschicken. Ja, cool. Ja, aber ist ja auch richtig so eigentlich. Warte kurz. Ja, aber was soll ich denn machen? Warte kurz, warte kurz. Walter Weiß, hallo? Ja, Bischofi, ich wollte mich nochmal entschuldigen für mein Vielverhalten. Ähm, naja, ich bin ein bisschen gestresst, deswegen mache ich auch 20 Stunden und ich weiß, dass das hier nicht hingehört. Äh, genau, deswegen wollte ich mich entschuldigen und ich hoffe, dass sie definitiv auch wissen, dass ich meine Arbeit ernst nehme. Das weiß ich. Aber sie sollten vielleicht ihren Vertrauen mal, äh, ihren Kollegen mal Vertrauen, äh, schenken, weil wir haben uns was für sie überlegt und sie haben sich das selber kaputt gemacht, das ist schade. Sie gehören zum LSPD und dann sollten sie drüber nachdenken, warum bestimmte Entscheidungen so getroffen werden, wie sie getroffen werden. Vielleicht wurden sie ja irgendwo mit eingeplant. Bewusst. Ja, wie gesagt, das, äh, mit dem Vertrauen übe ich noch. Gut. Äh, um es nicht so auszudrücken. Komm, Bischofi, ich weiß Bescheid, ich danke Ihnen, ja? Ja, ein schön Abend noch. Ihnen auch. So einfach geht's. Also, hat sich jetzt entschuldigt. Ähm, nee, schau mal, guck mal. Ich weiß nicht, warum du, also die Leute tun mir nichts, aber die wollen dir was tun. Ja. So. Ich hab, ich hab den Punkt verstanden. Ja. Hab ich, aber... Aber ich weiß, was du meinst, damals, als ich einen Tag suspendiert war und ich bin rumgelaufen, ich hatte drei Kops um mich herum, egal, wo ich hingegangen bin, es war so nervig. So nervig. Ja, es ist auch verdammt nervig. Ja, aber wenn wir zusammen sind, schau mal, wir sind ja jetzt gerade nicht im Polizeidienst, aber ich hab meine Dienstwaffe dabei. Ich kann uns ja verteidigen, wenn was passiert. Aber wenn du dich da alleine draußen stellst, wir standen alle gerade da und haben uns gefragt, wo du bist, du bist auch nicht ans Telefon gegangen. Und dann machen wir uns halt Sorgen. Geht schlecht, wenn ich telefoniere. Und die haben ja gesehen, wo ich hingelaufen bin. Ja, die haben gesagt, du bist rausgelaufen, wenn nicht. Ja, es tut mir leid. Mehr kann ich nicht machen. Ja, aber nimm das doch mal an und sag ich immer so... Komm, wir fahren zum Hutmacher. Wo sind sie? Wo? Du machst mich fertig, ohne Witz. Hey, ich hab da einen Spurenleser hier. Wo ist hinten? Da ist er doch, da vorne. Gucken Sie, guck doch den Bus. Ja, ich folge den Spuren, Kowalski. Das war eine Telefonstimme, das gibt's gar nicht. Kowalski. Hallo. Äh, Chief. Wie geht's Ihnen? Herr Marshal. Ja, danke schön, danke. Sehr gut. Wo ist der Schnäuzer? Sehr gut sehen Sie aus. Schnäuzer, hab ich doch. Ne, der richtige Schnäuzer, den ich habe. Für den müsste ich normalerweise 10.000 Dollar bekommen. Dann nehmen Sie den Arm jetzt mal runter. Also, folgendes. Kowalski. Ja. Sie sind doch ein Büffelschwein, oder? Ey, wenn Sie einen Trüffel irgendwo verstecken, ich rieche ihn bis auf 10 Meter. Passen Sie auf, wir machen an einer, ähm, wir machen an einer Aktion mit. Sind Sie mit dem Camper hier? Bitte sagen Sie nein. Nein. Gut. Perfekt. Kowalski, wir müssen einen Hut für Sie kaufen. Also, Herr Kowalski, Sie sind ein Undercover-Spurenleser jetzt. Und zwar folgendes. Ähm, wir haben, und Sie sind auch der Gewinner. Ja, das heißt, wenn wir gewinnen, kriegen Sie den Gewinn. Aber ich sage Ihnen nicht, was der Gewinn ist, weil es ist eine Überraschung für Sie. Weil Sie so ein guter Kerl sind, okay? Also, folgendes. Hauptsächlich einfach nur da, um zu sagen, dann hast du gewonnen. Nein, 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 folgendes. Passen Sie auf. Es ist so, ähm, wir machen an einer Schnitzeljagd mit. Gleich, ja? Oh Gott, ich dachte gerade, die fanden ineinander. Wir machen bei einer Schnitzeljagd mit. Von Paradise Entertainment. Okay? Ja. Ja. Und eigentlich ist die nur zu viert. Aber ich habe mir ein Netzwerk aufgebaut von überall von Menschen. die ich auf Abruf irgendwo hinschicke und die Infos zusammensuchen. Ja? Das heißt, Sie sind ein Spion jetzt. Wo kommen Sie denn mal aus Frankreich, ne? Aus Polen. Aus Polen. Polen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, wenn ich ehrlich bin. Ja, Moment. Wo war es die Folgendes? Ich habe eine Kappe. Ja, nee. Nein, Sie brauchen so einen Hut, so einen Detektivut. Haben Sie einen Anzug? Achso. Äh, nee. Haben Sie gar keinen Anzug? Sie brauchen keinen Anzug? Ach, Moment. Nee. Warten Sie kurz. Wir brauchen einen Anzug für Sie. Aber ich habe eine Anzugshose und Schuhe. Ich brauche nur einen Sakko. Das hemmt, das wärt ihr nicht. Frau Barnes, wir haben hier einen Notfall. Ja. Wir auch. Wir haben nur noch eine halbe Stunde Zeit. Er weiß, ich bin ganz sehr unter Zeitdruck. Wir fahren gerade wieder ein sehr langsamer Auto. Wie, was machen Sie? Was ist in einer halben Stunde? Wir gehen doch zum Gruseldorf jetzt ganz schnell. Das macht euch zu. Nein, gehen Sie nicht zum Gruseldorf. Machen Sie das nicht. Doch. Nein, aber das wäre dumm. Hören Sie zu, das Gruseldorf ist auch am Sonntag. Das wollten wir alle zusammen machen. Am Sonntag ist der Höhepunkt. Nehmen Sie sich doch jetzt nicht die Vorfreude. Nein, Herr Weiß, ich bin jetzt hier mit meinem Freund. Aber die können doch am Sonntag mitkommen. Nein, ich kann wahrscheinlich am Sonntag überhaupt gar nicht das Wohnung verlassen. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich kann jetzt aber nicht. Der Herr Kowalski braucht einen Stylingberater dringend. Oh, da können wir dann später hinkommen. Nein, jetzt. Wir haben nur noch 31 Minuten. 21 Minuten. Wir brauchen... Dann kommen Sie zum Gruseldorf. Das ist so weit weg. Da können wir nicht hin. Das schaffen wir zeitlich nicht. Ich bin aber ein Palito. Ja, dann fahren Sie... Palito! Oh, nie. Ich kann hier nicht weg. Wir sitzen im Partybus, Herr Weiß. In einem Bus? Ja, es ist so langsam. Wo ist der Bus denn gerade? In Palito! Gäbe! Auf den East Highway! Wir sind ganz oben auf der Insel. Okay, Pans. Ich brauche eigentlich... Sie sind ein Teil des Netzwerks. Ich bin... Ich bin gegen da kein Netzwerk. Da ist schon mal was mit gebrochen. Doch. Wir haben nämlich ein Netzwerk aufgebaut. Gäbe! Wegen der Schnitzeljagd gleich. Ich habe heute Dennis angerufen. Es dürfen nur vier Leute... Warum rufen Sie den denn dann an? Sie dumme. Das war doch gar nicht der Plan. Warum rufen Sie den denn dann an? Weil wir eine eigene Gruppe machen wollten, Herr Weiß. Ja, aber Sie sollen helfen. Weil Herr Kowalski den Gewinn kriegt. Wieso kriege ich denn den Gewinn? Ist das getögt? Nein. Wir machen das so, dass wir alle daran suchen und Herr Kowalski ist der Gewinner. Herr Weiß, entweder kommen Sie jetzt gleich in die Nähe des Gruseldorfs und wir werden da die Haare machen. Wir sind nämlich alle mit dem ganzen Team hier im Bus. Wir machen gerade einen Ausdruck. Nicht Haare, er braucht Kleidung. Kleidung? Wir können ein Umsteining gleich machen, Herr Weiß. Dann kommen Sie zum LSPD. So. Gamble! So, Gamble dann rufen. Können wir jetzt Hüte? Ja, Moment. Sind schon ein Team. Was haben Sie? Haben Sie einen Viersitzer, Kowalski? Ich habe einen Zweisitzer. Gamble, haben Sie einen Anzug? Ja, natürlich habe ich einen Anzug. Also noch einen Anzug übrig für Kowalski. Ja, müsste ich noch zu Hause haben. Einfach nur einen Sascha. Ja gut, dann kommen Sie zum PD. Bringen Sie die Hüte alle mit. Komm, bringen Sie alle Hüte mit. Wir haben mein PD. Bis gleich. Dalli, Dalli. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, ja, ja. So, schwarzer Anzug kriegen Sie Kowalski. So, körperfrei. Also soll ich Ihnen den Gewinn sagen? Äh, ja. Ne, 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 ne. Das kriegen Sie am Schluss gesagt. Alles klar. Ja, dann sind wir wenigstens nicht traurig, wenn wir verloren. Äh, äh, was? Aber Kowalski, wichtig. Ja. Sie gehören nicht offiziell zum Team. Sie sind der Joker. Ich bin nicht der... Ja, alles klar. Kein Problem. Wir rufen Sie gleich an und sagen Sie, wo Sie gucken müssen. Und zwar, Sie müssen nach folgendem Ausschau halten. Ja. In einer anderen Farbe. Gucken Sie sich das mal an. Timber! Orangenes Amulett-Buchstück. Amulett. Ja, das steht da dran. Richtig. Nur eine andere Farbe. Ja, das hat eine andere Farbe. Aber es gibt verschiedene Orte. Will ich zurück? Äh, ja. Hier, Gucken Sie mal hier. Ich hab's hier noch. Probieren Sie mal das hier. Ziehen Sie mal an. Timber! Ja, und was sehen Sie drunter an? Gar nichts. Nein! Nein! Sonst buchte man Sie nur ein, weil Sie... Ach, du Scheiße. Ja, immerhin. Das ist schon mal ein Anfänger. Also, ich hab noch was. Ich hab noch was, was Sie mal anziehen. Timber! Scheiß drauf. Warum soll man auch in die Hose reintun, ja? Wie ist das, Mann? Ja. Setz Sie doch auf, die Mütze. Ja, ist schon. Nee. Nee. Hey? Sicher? Ah, jetzt. Mein Gott, Sie sehen aus wie so ein perverser Fotograf. Ja. Wenn ich einen langen Mantel hätte, dann könnte ich auch... Nein. Bitte nicht. Das ist Überraschungsglockenspiel. Timber! Soll nicht die Glocken läuten? Surprise. Soll ich zwei Pferden bläst? Also, Sie waren ja mal, Sie haben ja so ein Survival-Dings gemacht. Haben Sie einen Tipp, wie man im Wald besser Spuren findet? Ja, mit einer Taschenlampe. Na gut, das ist krass. Timber! Das ist kein Problem. Taschenlampe haben wir dabei. Wo sind die denn jetzt her? Ja, die habe ich auch dabei. Das ist ja gut, ich habe keine dabei. Das ist sie. Das ist auch nicht. Ich habe immer eine dabei. Die musste ich mir privat kaufen, weil mein Chef mir keine geben wollte. Timber! Ich habe 750 Dollar dafür aufgegeben. Es kommt drauf an, was Sie suchen. Wenn Sie einen Menschen suchen, wenn Sie hinter einem Menschen her sind, dann muss man natürlich auch auf die Fülle achten. Wir suchen ein Ammolekt! Ja, das ist schwierig. Ja, das kann man doch bestimmt. Sie können sich nicht Metall rufen oder so. Timber! Aber es geht doch darum, dass, ein Metalldetektor vielleicht, aber es geht ja darum, dass der Mensch her irgendwo... Haben Sie einen? Nein. Gut, passen Sie auf, Kowalski. Wenn Sie ein Draht haben und zwei Batterien und dann könnten wir einen basteln. Passen Sie auf, Sie fahren jetzt gleich in den Norden. Timber! Sie stellen sich in Sandy Shores hin und sobald wir einen Tipp haben, fahren Sie dorthin und suchen. Ja? Alles klar. Sie suchen alles ab, aber Sie dürfen niemandem sagen, dass Sie zu unserem Team gehören. Nee, ich bin einfach nur da und... Timber! Es ist einfach nur ein Typ, der sich da so umguckt. Sie gehen spazieren. Ja, im Sakko mit einem gelben Hemd und eine Mütze. Kariert. Ja, das ist... Dann ein Hemd. Gut. Dann fahren Sie schon mal nach Sandy Shores, Kowalski, ja? Alles klar. Bin schon unterwegs. Wie fahren die denn hier lang, alle, die Bescheuerten? Unglaublich. Alle Lackesoffen. Wir können los, Herr Kowalski. Bis später. Sie geben mir einen Anruf und ich lege los. Ich rufe Sie an und gebe Ihnen einen Tipp. Alles klar. Timber! Ich bin so gut. Ich habe überall Leute. Merk schon. Also eigentlich nur einen. Aber egal. Ich konnte übrigens deine Waddis Brause Angelegenheit mehr oder weniger klären. Und? Die warten immer noch. Nein! Das Design für die Dose. Hä? Wenn wir eine Ariane Bahn fast machen lassen wollen. Nein! Ja, dann solltest du mal unter der 555 273923 bei der Frau Manoa anrufen, weil die wartet auch schon seit Wochen auf deinen Rückruf und probiert es schon mehrfach. Ich wurde noch nie von der angerufen. Dann rufst du sie vielleicht mal an. Hören wir die Nummer. 555 273 923. Aber du hast es doch denen geschickt, Musi, oder? Timber! OMG, 14 Monate, ich kann es nicht glauben. Jedes Mal nur von der Firma Rania durch jeden Tag. Guten Tag, Sio Wallis. Ah, das muss ich noch üben. Hallo, guten Tag. Ja, schön. Wie geht es Ihnen, Ma'am? Alles gut? Ja, mir geht es soweit gut. Schön, dass ich Ihre Stimme mal höre. Ja, wunderbar. Hören Sie, wie sieht es aus mit dem Gesüpp? Timber! Ja, und zwar folgendes. Wir haben noch ein Problemchen. Und das ist bisher der Grafikauftrag für die Frau Barnes. Ja. Da die ja keine Grafikaufträge mehr bearbeitet, bräuchte man da jemand anderen, der das macht. Okay, aber das Rezept und so, haben Sie alles fertig? Soweit ich weiß, ja. Okay, es liegt nur am Design der Dose. Ey, Musi, ey! Wenn Sie sich ja noch mal nachschauen, geben Sie mal ein kleines... Wenn Sie sich ja, also ich meine, das ist doch schon fertig. Ja, braucht die... Ist das schon... Wir haben nichts weitergeleitet bekommen. Ich habe jetzt einen Sack. Also die Rezepte haben wir soweit auch schon alle. Wenn ich das... Ja, machen wir schon alle. Nein, nein, nein. Alle drei fertig. Musi, was machst du denn? Da liegt alles an dir! Es wurde schon alles abgesprochen, meiner Meinung nach. Und wir bräuchten eigentlich nur noch die Grafiken. Okay, ich kümmere mich drum. Ich habe da so eine billige Grafikdesignerin aus Thailand organisiert, die das aber gut gemacht... Ja, aber gut investiertes Geld war ein... Die hat das aber gut gemacht, wissen Sie. Ich habe gehört, das sind die Arbeitskräfte teilweise billiger. Ja, richtig. Gut, und wir bräuchten tatsächlich noch einen Termin mit Ihnen, damit wir da alle restlichen geschäftlichen Sachen noch besprechen können. Haben Sie Mittwoch Zeit? Schön. Mittwoch, ja, wie viel Uhr denn? Ja, sagen Sie mir, 21 Uhr oder was? 22 Uhr? 21 Uhr am Mittwoch, dem 3. November. Treffen wir uns dann in so einem Restaurant, machen dann Geschäftsessen, soll ich einen Laptop mitbringen? Und dann kommen so schwarz gekleidete Männer noch mit rein. Richtig. Nee, äh, Sie können auch gerne, entweder Sie kommen zu uns aufs Gelände, das wäre uns eigentlich, glaube ich, am liebsten. Okay, dann komme ich einfach zu Rainy's um, am Mittwoch um 21 Uhr. Genau, richtig. Ich bringe meine Mit-Dings hier mit, die andere da. Die, äh... Genau, die andere dann. Die Koreanerin. Die Koreanerin bringe ich mit, ja, richtig. Ja? Okay. Alles klar. Ich danke Ihnen, ja. Wir sehen uns. Bis dann. Jo, bis dann. Tschüss. Die haben alles für Wallis Brause, nur das Design nicht. Ja, habe ich dir doch gerade gesagt. Mittwoch, 21 Uhr haben wir den Termin. Rezepte, alles fertig. Hast du gerade gesagt, ich wäre eine Koreanerin? Nein, ich habe gesagt, dass die Designerin, ich habe eine Designerin aus Korea beauftragt, so eine billigere. Okay. Gut. Äh, die kommen jetzt wieder hierher. Gambler-Krall, 1700 Dollar für Hüte ausgegeben. Na, soll ich mal nicht so anstellen. Und der hat auch andere Hüte besorgt für euch. Wallis Brause, es kommt einfach. Ja. Hast du ein Wasser? Soll ich es dir irgendwo hinstellen? Gib immer ein Wasser, gib immer ein Wasser. Ich stelle sie da drüben hin, okay? Ja, stell mal hier hin, hier drauf, hier. Ja, ja, ja. Hier, hol es dir. Hä? So, jetzt pass mal auf. Ja. Das, Honey Marshal, warte. Das könnte Wallis Brause sein. Das hier, guck mal. Ja. Dieses Wasser hier, leuchtet es mal mit der Taschenlampe an. Anleuchten, warte. Ja, ja. So ein richtig Triumph fallen. Warte. Diese Flasche wird unser Energy Drink, unsere Eintrittskarte in noch neun weitere Immobilien. Voll gut. Das wird sein. Irgendwie muss man ja die Wohnungen bezahlen, ne? Das ist Wallis Brause. Voll gut. Hätte nicht gedacht, dass das noch... Die haben alles fertig, nur das Design nicht. Ja. Wollten die dir eigentlich schon vor langer, langer Zeit sagen. Und haben dich nicht erreicht. Toll. Ja. Naja, jetzt. Müssen wir uns was überlegen, ne? Wir müssen... Wir brauchen einen Anwalt oder sowas, der mit uns dahin geht. Der gute Geschäfts... Der gute Geschäftssachen aushandelt. Kennst du den guten? Ich kenne mich mit den Anwälten. Ich bin der Stadt nicht so außen hier. Also, von dem ich dir abreden würde, wäre Foley. Goldbaum-Oviant. Wenn ich letztens Prozess verloren. Hey, Chief. Ihre Anwälte, die Sie hatten. Sind die auch im Wirtschaftlichen gut unterwegs? Äh, ich glaube schon, ja. Wie hieß der eine? Bennet, ne? Ja. Der andere? Haben Sie zwei oder ein? Äh... Oder drei? Ne, ein. Ja, also McKinley gehört noch dazu. Dann gibt's da noch Shaw. Ach, das ist so eine Kanzlei, ne? Vermeer ist eine ganze Kanzlei. Ja, ja. Aber am besten ist halt McKinley und Bennet auf jeden Fall. Bennet, okay. Hanni, schreib dir mal die Nummer auf, bitte. Ja, mach ich. Redest grad mit einem Multimillionär, Winters. Ach Gott. Waddis Brause wird am Mittwoch final. Ach Gott, okay. Winters! Äh, Sie wollen... Ja, 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 ja. Sie wollen die Nummer... Ich mach, ich sag Ihnen eins. Okay, warten Sie. Sie haben ja einen Flugschein, ja? Ich werde, wenn ich eines Tages einen Zeppelin habe, wo Wallis Brausewerbung drauf ist, fliegst du den Zeppelin. Aber ich bin mit drin. Aber du fliegst ihn. Ja, okay. Okay. Ja, gut. Machen wir. Deal ist deal. Deal ist deal. Äh... Äh... 833... 833... 833... Danke, Winters, ne? Das ist die Kanzlei-Nummer. Gerne, Beschwerder-Chief. 833... 833... Nicht erreichbar. Verdammte Scheiße. Piddy, das Piddy wird so fett. Die werden alle diese Scheiße saufen. Wir können ja noch eine zuckerfreie Variante machen. Honey, wir haben einfach unseren eigenen Energydrink. Wo mein Kopf drauf ist. Noch nicht. Frau Barnes. Frau Barnes. Sitzen Sie gerade wo, wo Sie sich festhalten können? Ja. Nein, ich sitze nicht. Ich stehe. Ich wende. Gehen Sie mal kurz irgendwo hin und halten Sie sich mal fest. Oh mein Gott. Hier ist ein Stein. Ja, Herr Weiß. Ich halte mich fest. Am Mittwoch ist es soweit. Okay. Was ist denn am Mittwoch soweit? Wallis Brause. Nein, wirklich? Ja. Warum sagt sie mir das? Herr Weiß, manche denke ich wirklich, wir sind Geschwister oder so. Sie müssen mir noch die Grafik machen. Die Werbegrafik, Frau Barnes. Für den Zeppelin. Für den Zeppelin. Steht hier, Brian. Ich habe einen Zeppelin organisiert, wo mein Kopf drauf ist. Gehst du dir mal den grauen? Nein. Oh mein Gott, ist da wirklich ein Kopf drauf? Oder er kann auch den schwarzen nehmen. Das fühlt sich dann wirklich wie ein Überwachungsstaat an. In den Augen sind Kameras, aber sagen Sie es, Simon. Oh mein Gott, das glaube ich Ihnen sogar sofort. Oh mein Gott. Ja, Herr Weiß, dann schreiben Sie mir. Ach mein Gott, Sie wollten ja die Grafik, die ich schon gemacht habe, einfach nur abgeändert, oder? Ja, schicken Sie mir die nochmal, ja? Ja, schicken Sie mir mal Fotos, wenn ich brause. Ja, check, machen wir. Okay, bis dann. Das ist ein moosfarbener Mottleinenhut. Nein, ich will so einen Hut haben wie die Imanov. Mottleinenhut? Ja, so einen haben wir hier. Moment, Telefon, Telefon, wichtig. Banz? Ja, bitte einmal noch in der Nachricht schreiben, dass Sie mich beauftragen für 800 Dollar. 800 Dollar? Ich nehme regulär 1500. Ich zahle Ihnen 2000 Dollar, wenn Sie mir bei der Schnitzeljagd helfen. Ich überweise Ihnen jetzt gleich das Geld. Gleich, jetzt gleich. Frau Banz! Ich kann nicht, der weiß nicht, ich kann nicht. Doch, Ihre Netzwerkleute können 2000 Dollar, 2000 Dollar. 2000. Gamble legt auch nochmal 2 drauf. Nein, das tut er nicht. Ich habe gerade 1700 Dollar bezahlt für die Mützen. Gamble, voll cool von dir. Gamble legt auch nochmal 2000. Dann fehlen nur noch 4000 bis zu dem Supersportwagen bis zum 9. Schmeißen Sie Gamble raus, dann mache ich mit. In Gamble soll ich rausschmeißen, dann machen Sie mit. Das ist jetzt natürlich dumm, dass der gegenübersteht und ich das wiederholt habe. Ja, dann weißt du mal, wie das ist, wenn man über jemanden redet. Ne, passen Sie auf, Frau Banz. Folgendes. Was wollen Sie für ein Auto haben? Herr Weiß, es hat schon... Was für ein Auto wollen Sie haben? Sentinel Classic, ne? Äh, nein, Sentinel Cadrio. Was kostet das? Was das kostet? Ja. Ähm, 27.000. Ich gebe Ihnen 10.000 Dollar, wenn Sie helfen, wenn Sie helfen, das zu gewinnen. 10.000 Dollar. Mach doch so noch nichts. Dann möchte ich gleich schon mal eine Anzahlung von 5.000 haben. Ne, ne, das Ding ist, wir müssen das gewinnen, ne? Der Deal ist, überweise ich schon 2000, aber die restlichen 8.000 kommen nur, wenn wir es gewonnen haben. Ich habe niemals von dieser Abmachung gehört. Okay, Frau Banz, kriegen Sie das jetzt hin. Bewegen Sie Ihren Arsch in die Stadt. Wie lange dauert es? Ja, ne, ich bin jetzt gerade im Dorf. Ja, es fängt in 6 Minuten an. Es fängt in 6 Minuten an. Ja, okay, ne, das schaffe ich. Das schaffe ich. Ja, tschüss, 10.000 Dollar. Ja. Ob es das wert war? Ich nehme den Hut. Ja, den schwarzen. Wie soll sie Ihnen helfen? Die Frau Banz, sie hat keinen Plan von dieser Stadt. Ja, spielt doch keine Rolle. Es geht darum, dass wir die Leute wohin schicken, sie, Dulli-Kopp. Was soll ich jetzt hier mit dem Dings? So, wir haben... Pass auf Folgendes. Ja, ich mache einfach so. Pass auf Folgendes. Wir haben Kowalski, den Fährtenleser, ja? Der ist unser Joker, der ist im Norden, okay? Das bedeutet, wenn wir was im Norden prüfen müssen, dann schickt man den Kowalski in. Aber inoffiziell, niemals weitersagen, ja? Ja, klar. Los. Gut, wir brauchen noch jemanden. Wir brauchen noch jemanden. Carson. Stone, Stone, Stone. Die ist auf dem Weg. Ja, wir müssen jetzt schon los. Wir müssen los. Das fängt in 5 Minuten an. Weiß es nicht? In Paradise Entertainment. Nimm die Maske ab, du Dulli. Ja, ist doch... Nimm die Maske ab. Wir fahren jetzt zu Paradise Entertainment. Ja, los. Das ist seit außen, steht auf der anderen Seite. Okay, cool. Cool, 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 cool. Let's go, honey, komm, los geht's. Mach die doch nicht. Die macht ja nicht mit. Wo muss ich hin? The Paradise Entertainment. Einfach den hinterher. Die werden schon hinterher. Ich werde die immer noch werden. Ja, also... Hält sich aber auch an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Immer, immer. Vorhin auch schon so langsam gefahren. Ey, wenn ihr da steht, der Hut übelst. Oder? Die Hüte sind doch cool. Ja, ist doch gut, ey. Du bist ja die einzige Kundin da wahrscheinlich. Ja, und? Ja, ist doch gut. Ich bin Trendsetter. Ihr habt jetzt alle nämlich einen Hut. Das ist eine thailändische Designerin, ne? Ja. Ich wusste, dass man sich nicht auf die verlassen kann. Ja, aber... Mosey... Mosey... Mosey-atist hieß die. Echt jetzt? Ja, das klingt ja schon sehr komisch. Bisschen. Oh, hier ist ein bisschen was los. Scheiße, wie viele! Ja. Bezahlungs-Social-Leute machen mit. Emil! Das ist falsch. Wir müssen die Autos so weit vorne packen, wie es geht, weil wir müssen sofort reinspringen. Ja, Zeit ist Geld. Ja, ich merks schon, ich merks schon. Leute! Der Taktiker. Anni, du musst jetzt dein Gehirn anstrengen, ne? Ich weiß, das ist schwierig, aber du schaffst das. Welches Gehirn? Wir stellen uns einfach zwei, drei. Ja, guck mal hier, ganz offen. Ganz kackengreis. Alter, sind das viele. Ach, du heile, die Scheiße. Was ist das? Da steht ein Einhorn. Ja, willst du auch ein Einhorn sein? Moin. Hallo. Hallo. Wann ich gar nichts? Ja, Mann, ich... Bin ich hier auf eine... Bin ich hier auf eine Raver-Party gelandet, oder was ist das hier? Ich wollte gerade sagen, was ist hier los? Was ist denn hier los? Ich bin Emma. Ja, it's Halloween und so. Hi, wie ist Emma? Hä? Wer ist jetzt Emma? Ach, du Scheiße. So, schönen guten Abend. Dodi, sind Sie's? Hallo. Guten Morgen. Wer sind Sie? Dodi? Darf ich Sie kurz stellen? Oh, no. Ich will doch mal, wer sind Sie? Mein Name tut nicht zur Sache bei dieser Geschichte. Ist es eine polizeiliche Anordnung? Nein, natürlich nicht. Wer sind Sie denn? Mein Gott, Sie sehen aus wie... Dad, bist du's? Nein. Ich bin der Herr aus dem Totenreich und möchte gerne Ihre Anmeldung überprüfen. Okay, ich hab hier übrigens Geräusch überfliegen. Oh mein Gott. Ja, gut. Ja, äh, das Amulett... Wollen Sie bestimmt, oder? Ja. Haben Sie alle Ihr Amulett? Nein. Ich hab einmal gesagt, äh... Wer hat denn noch kein Amulett von Ihnen? Ich? Ich? Ich höre einmal ich. Also fehlt Ihnen nur ein Stück? Muss ich Ihnen das zeigen? Ein bisschen schwer, Herr Weiß. Ja, was haben Sie für ein kleines Kostüm, Herr Daniels? Daniels! Sehen Sie denn aus? Wir sehen alle so aus. Ich geb Ihnen 20.000 Dollar, wenn Sie mir das Kostüm schenken. Das ist nicht von mir, es tut mir leid, Mann. Ja, ich geb Ihnen das doch. So, bitteschön. Mann. Ich auch noch bitte. Ja. Gut. Alles klar. So, Lordi, was machen wir denn jetzt? Bezahlt haben Sie auch schon? Wie? Wie viel? Ja, 60 Dollar pro Person. Ja, gern, wir machen Sie mal. Wo soll ich jetzt 60 Dollar herkommen? Ja, ich... Ja, die müssen ein bisschen Muffins gefunden. Also, 240 Dollar. Genau. Ist die Teilnehmeranteil nicht begrenzt in der Gruppe? Ja, vier. Ja, vier. Okay. Das DOL hat sich mit drei Teams angemeldet. Ja, die Gruppe macht. Was? Hä? Wie jetzt? Ja, die haben das Team Durchhalt, das Team Ordnung und das Team Leidenschaft. DOL. Ja, wir sind einfach nur die Gewinne. Aha. Glühne Fliege. Genau. Wir nehmen drei verschiedene Teams rein. Ah, die schummeln doch. Hey, wie sagst du ihn? Wie spät haben wir denn? Ich würd sagen, wir warten... Eigentlich wollen wir jetzt starten, aber wir können auch mal fünf Minuten warten, falls wir Dachzugler haben. Was in Hölle ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn mit ihnen? Sind sie Glory Hole? Haben sie denn schon einen Gruppennamen? Ja. Ja. Ja, wir sind die Unfassbaren. Nein, 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 nein. Unser... Wir heißen... Die... 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 Die Coolen. Wow. Nein! Drei Engel für Walli heißen wir. Drei Engel für Walli heißen wir. Drei Engel für Walli und Brianna. Dann zwei Engel für Walli plus Brianna. Genau so mein ich das. Okay, ich warte das so notieren. Ja, okay. Wir haben auch noch kein Amoled. Worum sollen wir gehen? Honey, magst du dir mal einen Teil geben? Hab ich schon, hab ich schon. Guck mal in deinem Portemonnaie. Ah! Ja. Wer müssen wir uns jetzt eigentlich melden hier? Was? Okay. Alex vielleicht? Wo ist denn Alex? Wer ist das denn hier? Nimm sie mal den... Nimm sie mal den Dings ab hier. Boah, macht mich ja schon ein bisschen geil. Wir sind dein schlimmster Albtraum. Ja, das stimmt. Wir sehen aus wie eine Mutter aus New York, Uwe. Wir haben es noch nicht gemeldet, Alex. Was? Hallo? Was bitte? Ja, wer hat sich noch nicht gemeldet? Hallo, wer ist da? Kartoffelsalad auch nicht. Das geht sie genau einen Scheiß an. Und wenn sie meine Frau weiter belästigen, dann finde ich sie. Einen schönen Abend noch. Was? So, sie haben sich schon... Welche Frau habe ich denn belästigt? Was? Kann ich mich auch noch melden? Ja. Perfekt. Dann ist hier ihr Ammonet. Nehmen sie mal bitte, ich will nur einer wissen. Geben sie mir einen Tipp, wer sie sind. Haben wir jetzt alle eins? Deine Mutter. Erkennst du mich nicht? Nein. Niemals. Nee. Wer ist das denn? Ich bin meine Güte. Du musst deine Mama erkennen. Aber die ist dicker. Ich habe abgenommen. Du schaffst kein Geld mehr. Herr Weiss. Was machen sie denn hier? Ja, wir sind Aliens. Ich muss mich schnell wieder verkleidern, sonst erkennt man mich. Und wer ist das? Er ist einfach zu Daniels nochmal gehen. Er hätte gedacht. Ja, wer ist das hier? Das ist Herr Gamble. Das hier ist Herr Gamble? Aber Herr Gamble steht doch... Wer ist dann Herr Gamble? Wenn das Alien Herr Gamble ist, wer ist dann Herr Gamble? Danke schön. Haben sie das einstudiert? Ich bin das. Hallo. Bitte Mann! Hier geht's. Zieh wieder lieber andere Dinge. Das ist besser. Nein, nicht. Verklopper dich gleich. Ja, ist ja gut. Reicht jetzt. Ist ja, ich habe verstanden jetzt. Ist ja gut. Sie werden verlieren. Ist ja klar, ne? Es geht doch nicht immer ums Gewinnen oder ums Verlieren. Attention, attention. Attention. Ich hoffe, Sie können mich alle hören. Jeder, der sein Amulettstück schon erhalten hat, geht bitte einmal rüber auf die grüne Wiese zu den Laternen der Toten und wartet dort auf weitere Anweisungen. Okay. Die Wiese ist lünen Wiese. Der Hase. Auf dich weg. Boah. Ich glaube, wir sind... Warte, komm mir mal nicht so nah. Hoch. Frau Barnes! Hier sind zwei... Frau Barnes, hier sind 200 Leute! Alle verkleidet in einem Kostüm! Kommen Sie her! Warum nicht? Lecker, lecker. Gamble! Gamble? Ja, Gamble? Da. Wo sind die anderen? Da. Ja, hier vorne. Ja, warum stellen die sich denn zu anderen Leuten hin? Wir sind ein eigenes Team. Komm mal rüber hier. Scheiße. Weißer reden. Ich hab grad einen Anruf bekommen. Ich hab grad einen unbekannten Anruf bekommen. Wenn sie noch einmal meine... Von einer Frauenstimme... Wenn sie noch einmal meine Frau belästigen, dann finde ich sie. Ich hatte... Wir hören sie auch damit. Ja, welche Frau denn? Wen hab ich denn belästigt? Hallo? Ja, und du sagst, ich stehe auf der Abschied. Ja, warte. Ja, warte. Alles klar, warte. Ayo, schon sieben Monate Mafuyula. Einzigen belästiger ist Brian. Echt? Fee? Was hast du damit zu tun? Ey, warum sind das so viele? Scheiße! Was hab ich getan? Ja. Ich hab ne Idee. Hat jeder von euch einen Polizeifunk dabei? Ja klar. Nein. Ich darfst nicht mitnehmen. Wollen wir einfach auf Funk-Kanal 3 gehen? Ja, dann holen wir das. Sollen wir die Kollegen irgendwo hinschicken? Und sagen... Warte, ich hab ne Idee! Sollen wir sagen, wir schicken die Kollegen wohin und die sollen den Einsatzort absperren und dann können die Leute alle nicht dahin und wir gehen da rein? Nein, das wäre rasend. Aber... Aber wir können tatsächlich wirklich die Funke mitnehmen. Ich könnte April Bescheid sagen, die Spinde von Hanni und Fee umschreiben. Äh, ja! Nein. Nein, 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 nein. Das machen wir lieber nicht. Machen wir lieber nicht. Okay, dann nicht. Schade. Aber wer kann... Warte mal jetzt ganz kurz. Wer kann das denn sein? Wenn du noch einmal meine Frau belästigt, finde ich sie. Welche Frau denn? Ja. Wen hab ich denn belästigt? Keine Ahnung. Haben die Erdneutungen gemacht oder so? Nein! Wirklich nicht. Da hatte jemand... Hier, ne 1026 und jemand hat sich auf den Schlips getreten gefühlt. Was hier hat mir öfter? Ja, kein Mut mehr, wenn ich anbrüste... Warte mal, Moment. Eine Frau, eine Frau... Eine Frau hat mich angerufen und gesagt, wenn ihr... Wieso? Wenn sie nochmal meine Frau geht es mal her. Ich hoffe, sie können mich alle gut verstehen. Schaffen wir einen Halbkreis hier um die Laternen? Nein. Schaffen wir das? Das ist super. Dann würde ich nämlich einmal kurz die Anwesenheit mit ihnen überprüfen. Ich gehe einmal kurz die Teamnamen durch. Sprechen sie sich dem Team einmal ab, wer der Teamcaptain ist. Und äh... Genau. Dann starten wir. Sehr gut. Warte, ist der Scheiß-Erstmann? Ja. Gut. Einfach einmal groß... Moment, ich höre gerade, da hat immer noch kein Amulett. Sie haben noch kein Amulett? Kein Problem, habe ich dabei. Au, miau, miau. Ja, das ist ja der Teamcaptain von uns. Er wäre wohl. Ist das wohl ne Frage jetzt hier. Unser Team heißt zwei Engel und Rihanna für Walli. Ja, richtig. Also... Ja. Also ist doch ganz klar... Sie haben alle verloren, sie wissen es nur noch nicht. Ha! Oh Gott. Haben sie eine Art? Ja, sie haben verloren. Am Arsch. Ja, sie haben... wie am Arsch. Sie haben verloren. Sir, haben sie ihre Marke bei? Ja. Ja. Ich auch. Danke dir. Danke dir. Polizei, die Jumbachs noch. Oh mein Gott. Und dann gibt's eine Anzeige wegen uns. Ah, toll. Ja, wie so. Wir machen Perlen für uns. Gut. Ihr habt zwei bekommen. Ihr habt zwei bekommen. So, ja, hallo. Mein Name ist Daniels von der Firma Paradise Entertainment. Da vorne ist meine Kollegin, die Rebecca Lewis. Ich wusste es doch, dass er das ist. Wir machen eine kurze Überprüfung der Anwesenheit. Ich sag einfach die Teamnamen auf. Team Spooky Flamingos. Ach du meine Güte. Die Schlummer-Truppe. Ach du meine Güte, das wird immer schlimmer. Ich frag nochmal nach, die Schlummer-Truppe anwesend. Welche Teilnehmer? Die Penn noch. Okay, Schlummer-Truppe ist nicht da, alles klar. Zwei Engel für Walli. Ja, sicher. Da fehlt noch was. Aber da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Ja, danke. Danke. Die Irren. Das ist korrekt. Team Kartoffelsalat. Was denn hier? So. Lost Banditos. Oh mein Gott. Ja. The Brain and the Beauty and the Beast. Jawohl. Sehr gut. Sie, die ich hier gerade aufgerufen habe, jetzt gut aufpassen. Sie sind Gruppe A. A. Campbell, schreibt mal auf. Genau. Merken Sie sich nach Ihren Buchstaben. Ja. A wie. Anus. A wie. Also. Spooky Flamingos. Zwei Engel. Die Irren. Kartoffelsalat. Lost Banditos. The Brain. Nein. Ihr seid Gruppe A. Jetzt wieder so eine Maschine, wie er es geplant hat. Herr Goldstein. Sind Sie da? Der ist auf dem Weg. Okay. Wie ist denn Ihr Gruppenname? Sie haben ja noch keinen genannt. Team Seiler. Sie heißt jetzt Gruppe meldet sich noch. Das ist jetzt Ihr Name. Später. Genau. Ne, genau. Das ist gut. Ihre Gruppenname nennt sich einfach Später. Gut. Gruppe Später ist da. Team Lost. Yes. Da könnte Honey drin sein. Sehr gut. Die Höllen hummeln. Vielleicht ziedle ich noch über. Ja. Ein Leg auf dem Bild jetzt. Dann habe ich hier noch ein Team ohne Namen. Ginny Carter, Nalani, Oshiyara, Fia O'Connor. Sind Sie da? Ja, wir sind alle hier. Wie heißen Sie denn? Wir heißen die Skulls. Sie sind die Skulls. Das Team die Schwarzen Panther. Ja. Und das Team Cypress. Die liefern ja nicht pünktlich. Ja. Sehr gut. Sie sind alle Gruppe B. So. Haben Sie gehört? Sie sind alle Gruppe B. Ja. Sehr gut. Herr Weiß, welche Gruppe sind Sie? A. Sehr gut. Gut. Alles klar. Jetzt geht weiter mit Gruppe C. Ich wollte nur gucken, ob Sie aufpassen. Ja gut. So. Gruppe C. Achtung. Die Nachbarn. Ja. Sehr gut. Team Durchhalt. Team Ordnung. Team Leidenschaft. Sehr gut. Dann ist das Duell auch da. Ähm. Glotz Kowski. Was? Sehr gut. Wurstpumper. So kling ich immer wie auf Globus. Und das Team McGill. Was war das? Sehr gut. Sie sind Gruppe C. Sehr gut. Also. Zur Erklärung. Wir starten jetzt eine Schnitzeljagd. Sie kriegen jetzt gleich von uns hier noch von meiner Kollegin einen Einführungstext. Wenn Sie mal nicht weiter wissen, dann können Sie zu der ersten Station gehen und dort noch mal einen Hinweis ackern. Das erfahren Sie gleich alles von meiner Kollegin in einem Einführungstext. Wir starten in drei Gruppen. Einfach damit es sich nicht so knüllt. Verstehen Sie? Mit einem Abstand zwischen 10 und 15 Minuten. Äh. Das ändert nicht Ihre Erfolgschance. Denn am Ende bei der Wertung schauen wir auch, ob sie die ersten aus Gruppe A, B oder C sind. Das heißt, die Zeit wird am Ende wieder abgezogen. Machen Sie sich also da keine Sorgen. Sie wissen ja, es gibt auch einen kleinen Preis. So. Ich würde sagen, wir starten mit Gruppe A. Und deswegen gehen jetzt alle, die Gruppe A sind, in das Büro von Paradise Entertainment durch die zwei Laternen, durch die Tür mit meiner Kollegin, äh, Frau Luis, die ja auch von den Untoten ist. Und lassen Sie sich Ihre Einführung geben. Oh toll. Super. Los geht's. Lass Sie was einführen. Gruppe A. Bitte folgen Sie Frau Luis. Ich wiederhole. Spooky Flamingos, Schlumbergruppe, zwei Engel, die ihren Kartoffelsalat, Lost Banditos und The Brain bitte ins Büro. Was auf Lucky 5 immer wieder los ist, ne, an Möglichkeiten, es ist so verrückt, Alter. Einmal gelbe Wand in den Chat. Oh meine Hübsche. Nicht? Okay. Na gut, sie lacht. Noch. Satan, Sie sind's ja schon wieder. Wir haben uns ja gestern schon gesehen. Ja, in einem wunderschönen guten Abend. Ich hab was für Sie. Entschuldigung. Hallo, Vater. So, hier ist jetzt nur Gruppe A drin. Ist das korrekt? Wer von Gruppe B oder C hier drin ist, wird disqualifiziert, Leute, ne? Wir nehmen das hier ernst. Oh, danke. Es ist ein ernster Wettkampf hier, ja? Ja. Sehr gut. Okay, ich übergebe das Wort an Frau Louise. Mein Gott, ich will diese Maiske haben. Also, in der Horrorschnitzeljagd von Paradise Entertainment könnt ihr nicht nur spannende Abenteuer erleben, kleinere und größere Rätsel lösen, sondern auch eine in dieser Stadt einzigartige Belohnung erhalten. Was genau die Belohnung ist, das findet ihr am Ende unserer Halloween Horror Quest heraus. Hey! Kimmer! Lasst euch nur so viel sagen. Keine Spannung, kruselig und es wird mysteriös. Der Startpunkt befindet sich am Delpero Friedhof. Dort wartet Alma heute auf euch und braucht dringend eure Hilfe. Alma. Geht und seht, ob ihr dem kleinen Mädchen helfen könnt. Solltet ihr mal feststecken, wird sie euch im Gegenzug natürlich auch helfen. Sie wartet geduldig am Friedhof auf das, was sie sich sehnlichst wünscht. Doch Vorsicht! Könnt ihr ihr bis 0 Uhr nicht bringen, was sie dringend braucht, läutet die Geisterstunde im Dorf des Schreckens und des Horrors am Ende aller Dinge ein. Also eilt jetzt los zum Friedhof und helft so gut ihr könnt. Und ihr werdet eine unvergessliche Kraft erleben. manuscripts sem met determineer der Wurde. Oh nicht! Ihr seid so lost. Jack welcoming, Sie sind scheinbar. Ihr seid so lost. Wo ist der Friedhof? Hau den Friedhof rein du blöde. Hau den Friedhof rein. Hau den Friedhof rein. Oh mein Gott. Das ist der? Hau den Friedhof rein, am�ney Eversteil. Hau den Friedhof rein, am� SOUND. Doch, 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 in die Richtung, oder? Eine Höhe, eine Höhe, eine Höhe, ist rechts. Alman, wir müssen zur Alman. Alman, Alman Abdallah, wo ist der? Wo jetzt, wo jetzt, wo jetzt, links oder was? Rechts? Wir müssen einfach nur gucken, wo Napier ist. Geradeaus, geradeaus. Da, da. Alman, wo bist du? Komm, 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 los, 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 los. Lass einfach die Karre da stehen. Alman, wo bist du? Wo bist du? Ihr geht links gucken, Ibanov, wir gehen rechts gucken. Check. Hä? Alman? 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 Ah! Oh! Eilmann? 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 Allmann Scheiße Ich kann nicht mehr, lauf Wo ist denn Allmann? Wo ist der Allmann? Da hinten stehen die alle Wo? Wo? Da geradezu Da hinten stehen die alle Rennen sie, Chief Ich kann nicht mehr Ja Sie sucht ihre Mutter im verwunschenen Garten Im wo? In welchem Garten? Der verwunschenen Garten, ich habe keine Ahnung Der verwunschenen Garten Was ist denn der verwunschenen Garten? Ich habe keine Ahnung Bist du doof? Hört noch zu Gämpel, wir müssen zum verwunschenen Garten Ich weiß nicht, wo das ist Ja Ey, warten Sie mal kurz Warten Sie mal hier Stopp, stopp, stopp Ah Oh Mann Ah Ah, machen Sie mal kurz Fenster runter, bitte Ah, so ist doch klar Ist ja auch Schmerzensgeld Ah, machen Sie mal Fenster runter, bitte Wo ist es los? Was ist der verwunschenen Garten? Wissen Sie das? Finden Sie selbst raus, Mann Ja, das ist ein Spiel Ach, scheiße Ja, warum fahren die Ivanovs denn weg? Wir fahren den einfach hinterher Hey, ich bin der Pfeifeld Ruf Kowalski Ja, ruft Kowalski an Kowalski, was könnte der verwunschenen Garten sein? Ivanovs, was ist der verwunschenen Garten? Labyrinth 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 Korzenter Ja, ja, ja Check, 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 check Hau rein, ins Gabi, hau rein, ins Gabi Oh, ich hab einfach ausgeweckte Arme Mach, 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 mach Ja, ja, ja Boah, wenn ich die Polizei jetzt heute wäre, ne? Ich würde sie ja reinhalten Das gibt 1060 ohne Ende Boah, jetzt die rein, oder was? Hat keiner gesehen War schon ein bisschen gemeint, dass alle da über den Friedhof rennen, ne? Ja, jeder deiner Kollegen, der dich bestrafen wird, wird gekündigt, ganz einfach Amtsmissbrauch Sie sucht ein Amulett-Taxi, sie sucht ihre Mutti und sie war im verwunschenen Garten Aber woher weißt du, dass das hier ist? Hä? Ich hab, ich hab das gar nicht gesagt, irgendwen anders hat dir das gesagt Warte, stopp, das passt Das passt Das passt Hat der nicht uns gesagt, dass da nur eine Straße hinführt? Oh mein Gott Oh Gott Polizei, bleiben Sie auf dem Boden legen, sofort Verweis, das bringt mir nichts, ne? Scheiße Gehen Sie weg, Alien-Frau Warte mal Warte mal Alles klar, ich weiß doch, wo er war Ey, wenn Sie mir sagen, wo es ist, dann fahren alle Cops ab sofort nur noch Taxi Ach man Ach man Nein 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 Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's Die soll irgendwo eine Ecke, soll ein Kollege Bill sein oder irgendwo eine Ecke soll ein Amulett finden sein, das müssen wir Bill geben Ich hab die alte gefunden, komm her, komm her, komm her Das heißt raus aus dem Labyrinth Ne, ich weiß nicht, da mal, stopp, stopp, stopp Ey Geht's hier raus Scheiße Ist der falsche Weg Ja Ja Ja, was denn hier, soll ich jetzt drin bleiben oder raus Ne, suchen Sie irgendwas in der Ecke Ach so, okay Ja Hallo, LSB, stopp, stopp, stopp Hallo Haben Sie, haben Sie, haben Sie Ja, Hanni ist da Geht man auf, komm Ja, wir kommen an der Nähe raus Ja, ach so, komm, ja Hä Bin ich bloß, bisschen Herr Reis Ja, wahren Sie doch, wir kommen wieder raus Gehen Sie mal weg hier alle Jetzt weg, Platz hier Ja Ja, ich sitz im Auto, steck doch einen Ja Okay, 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 gut So, was denn? Hä Passt du auf? Ja, ich bin so Warum sehen Sie denn aus wie die Wir sollten zu dem Auto kommen Wo sind denn die anderen? Ja Aus wie Hanni Warte Wo ist denn die Kompo? Los Nee, Hanni ist da Ja Michael Das ist Fee, oder? Und? Ja, das sind noch zwei Das bringt nichts Wo sind noch zwei? Das sind noch zwei andere Der hat gemeint Habt ihr meine anderen beiden Kollegen schon gesehen Nein, dann sucht ihr und dann kommt wieder zu mir Ihr seid so dumm Ja, los Gamble, du Ficker, komm Ich geh von oben spotten und ruf euch an Ja, sehr gut Oh mein Gott, ihr habt die anderen zwei noch gar nicht gefunden Ich hatte die anderen zwei schon Links Hier Oh Tolles Aufhine Entschuldigung Also Fett vor allem Ne, hier ist falsch Hier Hier drüben Kommt her, kommt her, kommt her Hier drüben Kommt her, hier drüben Hey Hallo Hallo Wir sollten vorhin kommen Willkommen in dem irren Garten Wo Dunkelheit und Schaut erwarten Einst ein Mädchen war verirrt Als man es fand, war es verwirrt Man fand sie leider erst nach Tagen Und die Leute hatten Fragen Das Mädchen, das einst lieb und nett Jetzt nur noch sprach vom Amulett Was ihr sucht, könnt ihr hier finden Und am Ende dann verbinden An der Zahl der Stücke vier Einste Teile gibt es hier Doch wo könnte es sich verstecken? Sucht in allen dunklen Ecken Bindet den Kollegen Bill Und bringt ihm das, was er gern will Blauscht seinem kleinen Plausch Mit Glück erhaltet es zum Tausch Nun eilt und suchet hier geschwind Und besiegt das Labyrinth Gut, Bill, wir brauchen Bill Bill, Kost Ja? Wie viele Personen müsst ihr finden? Eine, Bill Okay, ihr wart im Labyrinth Ja, der soll im Labyrinth sein, der Bill Okay, das sind Leute Da stehen ganz viele bei irgendeinem Typen Wo, 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 wo? Ja, wo sind sie? Ich bin jetzt im hinteren Labyrinth-Teil Okay, ich sehe sie nicht Haben sie eine Taschenlampe dabei? Äh, hier Hanni Komm mal her, Hanni Komm mal her, Hanni Mach mal eine Taschenlampe an Ist das Hanni? Nein! Wo ist Hanni? Hat jemand eine Taschenlampe? Nein Taschenlampe, leuchten, leuchten, leuchten Zack, 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 schnell Ja, ich mach das Mach doch die Ich glaub, sie stehen da auf einem Haufen, ne? Ja Sind sie da alles zusammen? Ja, 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 ja Ich seh sie Okay, sie laufen jetzt, ähm Mann, wir sind links jetzt Links haben wir aber in Richtung wir Okay, sind sie bereit Nicht jetzt da unten, wohin? Sie laufen jetzt runter nach Westen, okay? Nach Westen, nach Westen Nein Ich seh sie nicht mehr, ich seh sie nicht Nach Westen Und jetzt biegen sie die rechts nach Süden ab Westen und dann nach Süden Äh, Ost Westen Wir haben's Perfekt Oh Wo ist der denn? Weiß ich das, die haben ganz viele Leute Ich seh das Oh, da kommt noch wer So, jetzt reden sie mal, hier kommt Dachlis So Seid willkommen in den Hecken Wo wir sich jeder kann verstecken Wo wir fanden einst ein Gör Das bedauern Weger sehr Ihre Story war dramatisch, doch Wir sehen das pragmatisch Traft ihr meine beiden Kollegen schon? Ja Ja Traft ihr schon, gut Nun folgt der ersehnte Lohn Süß und saures brauche ich Danach ihr kriegt, was eins zerbricht Gebt es unserer Chefin hin Erfahrt von ihr den weiteren Sinn Die wartet an den Eingang vorn Ist nicht versteckt Hier bei den Dornen Süßes oder saures Sollen wir die jetzt geben? Süßes und saures Braucht meine Chefin Weil die ist ein bisschen, ne Die, weil die uns was zu essen haben Ne, müsst ihr hier bringen Damit ich wieder früher Feierabend krieg Das muss ich länger arbeiten, wenn die nicht zu essen krieg Ich hoffe du versauerst hier Was wirst du noch machen? Was süßes und was saures Ja Wollen sie wissen, wie sie wieder rauskommen? Ja Aber ich sehe schon, sie habe es schon gefunden Oder? Gehen sie doch Nein Sie sind draußen Helfen sie Ok, wo sind sie? Ich habe keine Ahnung, ich kotze gleich Ich habe eine Idee, warte So Ich komme nicht raus Ich komme nicht mehr raus Hier sind immer Ich 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 habe es, ich bin draußen Ok, ja ich sehe sie da hinten Ok, perfekt Wo müssen sie jetzt hin? Ich habe keine Ahnung, so süßes oder saures So süßes oder saures Süßes oder saures Süßes oder saures Irgendein 24D maybe Warten, wir müssen ihnen was zu essen gehen Moment, Moment, Moment Warten sie kurz Mann, ich mache selber Geh mal weg Was denn, was denn, was denn? Was braucht ihr? Ich habe was richtig süßes Was braucht die denn, die Tante? Was süßes oder saures Jank Evanoff, gib da alles Ja, super Sollte kriegen was Oh Gott Habt ihr auch was süßes oder saures für mich? Wir haben was süßes für sie, ja Ich brauche was süßes und was saures Und was saures Und was saures Nee, der hat nur gesagt was saures, weil du jetzt saures bist Sind sie Bill? Willkommen wir da jetzt was für? Ich bin nicht Bill Gempel, los Ab nach vorne mit ihnen Hören sie auf, da rumzustehen und zuzugucken Ich komme nur an ihnen nach vorne Ich habe nur was saures Machen sie mal alle Platz hier Wir haben jetzt hier schon Ich kann ihnen ein Zettel geben Können wir ihnen was geben jetzt? Ja Sie müssen erst den Chief of Police durchlassen Weil der muss ja nicht gucken, ob die Damen aus was hat Okay, jetzt stellen sie sich bitte einmal Eine Gruppe hier hin Ja genau Wir stehen jetzt hier Eine Gruppe dahin Genau Von uns haben sie schon was süßes und was saures bekommen Das stimmt nicht Du wisst ihr, ich habe beides in einer Der steht beides drauf Aber wenn wir so eng aneinander stehen Bombe, dann ist die Bombe Diese Gruppe, bitte Habt ihr auch was oder nicht? Wer, wir? Ja Ich habe einen Mix Ich habe einen Mix Ich habe tatsächlich einen Mix aus beiden Ich komme da nicht vorbei leider Ja So ich habe was für sie Es gestaltet sich sehr schwierig Können wir alle ein bisschen weggehen? Hier Ma'am Was ist das? Das ist süß und tatsächlich sauer Die Erdbeeren in den Gämbel gut Äh Süß Aber die ist abgestandene Milch Also ist die Milch sauer Sehr gut Ja ist egal So und jetzt Was jetzt? Okay Ich glaube es war noch jemand da Der war süß und besser aus Okay Ja sie gehen alle jetzt schon mal weg hier So So Ist gut die Dame zu blockieren Ja machen sie mal Platz Ich bin jetzt hier vorm LSPD Machen sie mal Platz Herr Räusch Ja Jeder Der irgendwas Von einem Mädchen geredet hat Der geht bitte da drin meine Mitarbeiter fragen Die wissen da mehr Die schneiden da drin die Hecken Ist das jetzt der Step vor süßer oder sauer? Ja ja das ist der Step davor Okay Ne wir gehen jetzt nicht nochmal suchen Okay Ja wir haben äh Darf ich da bitte mal durch? Die Info mit den Dornen Alien Kopf machen sie mal Platz jetzt hier Alien Kopf ist ein Punkt und wir sind ein Punkt Ja der Rest muss weg eigentlich So Der Rest geht mal weg hier Jede süß-sauer Gruppe bitte Hier, hier, hier und hier aufstellen Okay Das klappt ja gut Das klappt doch Ja gut Ey sieh mit der Voicemaske darf ich sie haben Ich geb ihnen 1000 Dollar Ich hab von jedem jetzt was süßes und was saures bekommen Ja Ich habe an der Zahl der Stücke vier Aber nur das zweite bekommt ihr hier Geht und macht es komplett Bringet ihr das Amulett Okay 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 geben sie her da Dingin Wo führt eure Reise fort? An einem schaurig dunklen Ort Wo man hört der Bäume knachen Tiere mit den Pfoten schachen Wo des Vaters ganzen Stolzes Stapeln sich die Berge Holzes Komm Gehla Aus, 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 aus Ich geb euch noch die Amulettstücke Ja gebt sie her da Dingin Muss jeder eins von uns haben? Oder reicht ein Teammitglied? Ja okay Jeder eins So scheiße Ich nehm auch eins Ich werde sie auch einmal nicht verhaften Wenn sie mir das jetzt geben Ja ich, ich auch Ich aber noch nicht Ich geh schon mal ins Auto Ich geh auch noch nicht Hast du zwei? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich geh mir einfach als letztes Das denn? Alter Geht's noch? Deutschkorb, du So Kowalski anrufen Kowalski anrufen Stone anrufen Nicht erreichbar Ey, willst du unbekannt beim LSBD anrufen Und sagen, dass hier grad ne Bombenbring ist? Kowalski einmal beim Sägewerk bereit heißen, ja? Bis gleich Nee, das kann ich nicht machen Wieso, die sperren dann alles hier ab Und die anderen sind dann aufgehalten? So Wohin? Sägewerk Wo ist jetzt? Was? Der Strom ist weg, oder? Sieht so aus Geh, Sägewerk, hau rein Ich scheiß auf den Strom Was ist denn jetzt los? Äh, Sägewerk, Sägewerk Mach da Sägewerk rein! Ich, ich weiß, wo ist es hier? Ein Palito Ruft die Bahn zu an, ruft die Bahn zu an, die ist da oben Ruft die Bahn zu an, mein Gott Imanov, der Strom ist aus Der Strom ist aus, oder was? Der Strom ist aus Der Strom aus Verbrechen Okay, äh, wohin fahren sie? Sägewerk, Sägewerk Sägewerk, Sägewerk Sägewerk, okay, ja Ah, Ariane, warum klietsch? Oh mein Gott, klietsch ich Klietsch bitte nicht so Kannst du mal zum Sägewerk gehen, bitte Und dich da bereithalten? Die hat einfach nur geklietschert aufgelegt Rucht die jetzt an, hier Fahr, fahr, fahr Ja, ich muss telefonieren, du blöde, Jan Mach schneller Letztes Mal ist der Strom ausgefallen, sind Leute aus dem Knast ausgebrochen Oh oh Das ist gleich wieder die Psychopathen, der Menschenfresser mit am Suchen Ist nicht der, der tot ist? Ist der tot? So, du musst zum Sägewerk Ja, ich fahr doch schon Ja Ja Ja, aber Gib an auf Sägewerk, wir fahren Kassi und da haben andere Sachen nicht gut, ok? Er hat gesagt, da wo Holz und so was alles ist Holz ja und den Abend zu kommen Ja da wo alles rufen, legen Fernseher in Laubbahnen und die Ich bin hier los, losloslos los Ok, ok weiß ich bescheid, danke dir Wer ist denn da dran? Äh Ja und hofft die alle auch, was die kaputt Warum Kowalski? Ja easy mach's Okay, bis gleich. Komm. Äh, es gibt mehrere Spotter. April war ja oben, hat geguckt in dem Labyrinth, da standen einige. Telefonierst du noch? Nee. Das war ne Info für dich. Hast du am Labyrinth? Ja, da waren wir doch jetzt gerade schon. Ja, aber es gibt mehrere Spotter. Wir sind nicht die einzigen. Hast du den Kowalski angerufen? Ja. Ist der auf dem Weg zum Segelwerk? Ja. Fahr doch schneller, du Scheißkarre. Ich will mir nicht, dass wir ein wirklich schnelles Auto einfach kaufen. Elikopter. Ja. Aber da ist mit Landen manchmal schwierig, oder? Können uns da abseilen. Ja, okay. Aber er kommt nicht mehr hoch. Richtig. Müssen wir gleich tanken. Die ist voll in meine Karrel gefahren, oder? Ja, blöde Nuss. Einfach mal verhaften, oder? Körperverletzungen mit Gegenstand. Ich habe einen Schleubertraume. Aber die Schütze haben am Ende. Ja, natürlich. Aber die müssen verhaftet werden. Die Bahns, wir brauchen die Bahns, ey. Die ist in Palito. Die ist nur reingegangen und hat gequietschen. Und dann hat die auch gelegt. Mann. Geht in die ran. Was ist hier los? Hier kommen wir mit dem Auto nicht rein. Doch. Was ist mit die Ariane? Ja, aber wo soll ich denn jetzt gucken? Warum? Hä? Ich weiß nicht, ob die heute oder ob die Drohnen genommen hat. Vielleicht doch beides. Wenn der Weg hier gleich endet, ist vorbei. Ja, aber da kann man hochfahren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck dich mal um, guck dich mal um. Ja, mach ich mal um. Wir hätten echt ein LSVD-Fahrzeug nehmen sollen. Wir hätten die alle hier rausziehen können. Wir hätten uns den Hinweis geben können, danach hätten wir die verhaften lassen. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Ruf mal Ivanov an. Wir sind jetzt oben am Sägewerk, aber wir sehen hier niemanden irgendwie. Nee, nicht auf den ersten Blick. Am Casino? Wieso Casino? Nun abgewogen Richtung Nord. Wieso Casino? An dem großen Gebäude vorbei. Äh, Epsilon Pro-Burm. Ja, dann fangen wir mal das Casino an. Warum fangen die das nicht an? Hier, 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 hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben das. Wir haben das. Hallo? Ja. Wer sind Sie denn? Wie kann ich Ihnen helfen? Arbeiten Sie hier? Arbeiten Sie? Kann ich Ihnen helfen? Wir haben einen Hinweis bekommen. Ein Amulett. Ja. Wir suchen weitere Teile. Ah, dann hören Sie gut zu. Warten Sie kurz. Stopp, 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 stopp. Stopp, warten Sie. Das ist hier ein Polizeieinsatz. Gehen Sie auf Abstand. Der ist wahnsinnig. Gehen Sie auf Abstand. Scheiße, reden Sie weiter. Ja. Nochmal. Es begab sich der Eis in dem finsteren Wald. Aber sangen die Sägen, wo Hölzerne schallt. Da gingen die Leute bergauf und bergab. Und kamen dabei zu einem Grab. Ein schlimmer Sägewerksunfall. Ganz nah, hier bei diesem Stall. Der brachte eine Frau zu Fall. Und riss sie jung und zart fort. Zur falschen Zeit, am falschen Ort. Ihr Mann verzweifelt unter Tränen. Unter Schock nicht zu erwähnen. Gloss mit seiner Arbeit hier. Und vertiefte sich so wie ein Tier. In seine eigene Anderswelt. Und merkwürdig er sich verhält. Mein Kollege wie von Sinnen. Klingt ja richtig an zu spinnen. Dies Verhalten soll ich heute bringen nahe zu eurer Beute. Seht, dass ihr euch gut umschaut. Nun geht und holt's. Wenn ihr euch traut. Und dabei mit etwas Glück bekommt ihr euer nächstes Stück. Okay, wir suchen euch ein Ding zu legen. Max Mann! Ey! Hört ihr sie schreien? Sie schreit noch irgendwo. Oh! Wo, Hanni? Wo, wo? Ich kann die nicht anrufen. Dings ist ausgefallen. Ach, das Telefon ist ausgefallen. Verdammte Scheiße! Ihr hättet wirklich in Funkkanal 4 gehen sollen. Scheiße! So, was machen wir jetzt? Wo? Ja, in den Stall suchen. Du hast eine Taschenlappe. Haben sie es? Die kommen von da alle, komm! Oha, fuck! Was ist das denn? Ah! Wo ist da jemand drin? Oh, du meine Güte! Hallo? Mein Vater. Wir haben irgendwie hier was gefunden und sind dann weiter gefahren. Ah! Was? Schenken Sie mir Ihre Maske? Was? Das ist die? Sie... Bitte! Anschließend? Aber nicht jetzt! Bitte! Bitte! Ich bin das Biest! Ach, Mann! Haben Sie eine Ahnung? Gar keinen Plan! Achso! Ich will auf ihn alle hinterher! Der hat auch keinen Plan! Ist es nicht gefallen? Wo soll die denn sein? Grabe! Scheiße! Insegelberg oder nicht? Gibt es doch nicht! Wo soll die Scheiße denn sein? Ha! Ja! Okay! Und was gefunden? Nein! Leider nicht! Oder Sie sagen es mir nicht! Was? Nicht? Nämlich jeder ist so bösartig wie Sie! Warum denken Sie ich bin bösartig? Weil Sie sowas zu mir sagen! Ganz oben! Ganz oben! Ganz oben! Sie müssen den Berg hoch! Okay! Vielen Dank! Dankeschön! Und er brachte eine Frau zu Fall! Und riss sie jung und zarten fort! Zur falschen Zeit am falschen Ort! Ihr Mann verzweifelt! Unter Tränen! Unter Schock nicht zu erwähnen! Beschloss mit seiner Arbeit hier! Vertiefte sich so wie ein Tier! In seine eigene Anderswelt! Und merkwürdig er sich verhält! Mein Kollege wie von Sinnen! Der Finger richtig ans Spinnen! Dies verhalten sie euch heute! Bringe nahe zu eurer Breite! Seht, dass ihr euch gut umschaut! Nun geht! Und holt's! Wenn ihr euch traut! Und da wer mit etwas Glück bekommt! Euren Nächsten! Komm mit, komm mit, komm mit! Hast du? Ne, du? Wo? Was? Wohin? Wohin? Jetzt haben die anderen das mitbekommen! Ah! Hallo! Oh mein Gott! Ah! Guten Abend! Geht's Ihnen gut? Ey, ich hab auch eine! Gucken Sie mal hier! Geht es gut! Und? Auch eine! Okay! Seid ihr eine weitere Truppe? Ja, der hier mit dem, der hier, der Olaf Schulz, der gehört nicht zu uns! So, der gehört nicht zu euch! Nee, der gehört nicht dazu! Der gehört der besseren Gruppe tatsächlich! Ja, gehen Sie mal weg jetzt hier! Wir haben die zuerst gefunden! Ist nicht so schlimm! Wir zahlen uns einfach den Preis! Okay! Ähm, einmal die Beute, der Lohn, für den Herrn! Ich glaub, der gehört zu der Dame, ne? Ja! Den Notizzettel hat die Dame schon bekommen! Dann würde ich sagen, sie beide gehen einmal und lesen sich den durch! Das ist der Hinweis für den Nächsten! Hören Sie die schreiben! Hast du den Notizzettel? Ja, ich hab den nicht! Ich hab gesagt, die soll noch hin! Hast du den Zettel? Ja! Was steht da drauf, du blöde Ansack? Da steht drauf, Seefahrer folgen des Nachts dem Licht, doch über die Holzbrücke kommen sie nicht! Gut, keine Ahnung, wo wir hin müssen! Rein! Warte, nochmal was? Nochmal was? Nochmal! Mädchen wartet auf die Ammonie! Bei allen! Seefahrer folgen des Nachts dem Licht, doch über die Holzbrücke kommen sie nicht! Gut, keine Ahnung, wo wir hin müssen! Leuchtturm! Ja, da ist ne Holzbrücke! Leuchtturm! Wo, wo, wo? Leuchtturm! Ich liebe dich! Nicht! Hau rein ins Navi! Ja, 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 ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei! Ach, scheiße! Wo ist dieser Spektleuchtturm? Aber mach jetzt immer die Leuchte ohne Aufrunde! Wer gewinnt das, Huddy Marshall? Wer gewinnt das? Wir haben schon drei Stück! Was ist denn das Leuchtturm? Der ist auch für The Brand Seed! Was ist das denn? Ich hab keine Ahnung! Und diese Notrufe, ne? Wir brauchen... Wir können die nicht erreichen! Gamble und Seed! Wenn die das nicht kriegen, bringt das alles nichts! Ha, Geringverdiener! Hat Gamble das PD-Funk an? Oh mein Gott, du bist so clever! Guck dir mal an und sagt, er sagt, er kann halt hier gehen! Herr Warte? Welche PD-Nummer hat der nochmal? 74! PD 74 für die 99 kommen! PD 74 für die 99 kommen! Scheiße, ist nicht drin! Aber wir müssen tanken, fuck! Da kommt ja noch eine Tankstelle da vorne! Da sollte noch eine kommen, ja! Ich bin echt so ein Miststück, ne? Die sind alle in die Richtung, glaub ich! Nein, nein, nein! Geht das über! Ja, weil mir kam auch eigentlich und sagt, er muss den ganzen Berg hoch! Und er noch vielen Dank! Hahaha! Und es fehlt halt echt nur noch eins, ne? Ja, aber es bringt ja nichts, denn unsere ganze Gruppe muss abliefern! Ja, ja, ich weiß! Aber komm, sie waren zu zweit unterwegs! Oh! Ja, dann haben sie Tank gemeldet! Gehört's hier, links, ne? Aha! Nee, das... Warte! Ist das hier richtig? Keine andere Leute! Ist richtig, ist richtig! Ja! Oh mein Gott! Ich hab's gefunden! Denk gleich mal mit an Tankstelle, ja? Äh, ja! Na ja, nicht ganz! Läuftum ist hier links, du Juli-Kopp! Und wo jetzt? Er hat nur... Warte, über die Brücke, Brücke, Brücke! Gibt's hier irgendwo ne Brücke? Nee! Doch April hat gemeint, hinter uns ist ne Brücke! Oder? Er ist aber halt durchgefahren! Was steht genau da drauf? Auf dem... Auf dem Zettel steht ganz genau... Wo ist er? Hier! Seefahrer folgen das Nacht im Licht, doch über die Holzbrücke kommen sie nicht! Welcher Holzbrücke? Da ist ne Holzbrücke! Hier! Links, 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 links! Nicht da hinfahren! Nicht da hinfahren! Achso Stone, bist du das? Ja, ja, ja! Wo ist die Holzbrücke? Die ist doch hier direkt! Die sind wir drüber gefahren! Hä? Ja, aber wo soll denn hier einer sein? Keine Ahnung, guck mal unter der Brücke vielleicht! Ich treibe 1, bitte! Ich treibe 1, bitte! Probeerwies Überfall anfangen. Guck! Hier ist die Holzbrücke! Check! Und wie das kommt? 1, bitte! Probeerwies... Probeerwies... So, wir sind dann alles! Die Leitstelle ist jetzt stationär im Vespucci PD... Die bisherige Leitstelle... Das heißt, dieser Leitstuhl jetzt alle Informationen mit über die Streifen, wer in der Streife ist und was die machen. Ja, wir brauchen eine Übersicht. Treffer zu 10.5. Hier nicht, ne? Stone! Ja? Fahren Sie mal da hinten hin, zu diesem Schiffscamp da. Ja, ja, da wollte ich gerade hin. Los, 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 los. Kowalski, ruf mal den Kowalski. Ach, scheiße, das Telefon geht nicht. Das Telefon geht nicht. Eine Info an alle Offizier. Es wurde vorhin an RTW getafert, sowie die Uniformen. What? Zusatz von zwei Wattchen Uniform. Von zwei Wattchen Erdnussendung. Ab dem Funk an, es wurde ein Rettungswagen geklaut. Ja, Frage, da sag ich so, wie das erste wird kommen. Es gibt ja verschiedene. Da nochmal gucken, wo die hinlaufen. Habt ihr das Strandoffizier dürfen, doch? Wir müssen da hin, wo April hingefahren ist. Ja, kann sein. Oder sie sind irgendwo gestrandet. Da wird wohl sehr spannend. Welche Holzbrücke denn? Vor allem über die Holzbrücke kommen sie nicht. Aber das heißt ja dann... Ist ja die Holzbrücke hier. Ja, ja, aber das heißt ja, sie kommen da nicht drüber. Das heißt, es muss ja weg davon sein. Weitere Richtung läuft so. Aber halt nicht zu dem Ding. Hier ist eine Holzbrücke. Hier? Hier ist eine Holzbrücke. Ja, ja, ja. Nee, das ist keine Holzbrücke. Nee, die ist so stark. Wir wollen dem Licht, aber das kann ja nicht nur der Leuchtturm sein. Aber jetzt sind wir ja ewig weit weg davon. Siehst? Weiß ich nicht. Hast du? Da ist jemand, da ist jemand. Oh Gott, warte. Oh Gott, warte. Warte, mach Licht aus, damit es uns kann. Unser Team ist einfach nicht da. Fallfett, Fallfett, Fallfett. Oh Gott. Hier ist schon jemand ein Scheiß. Wir sollen uns gleich wieder eine Streifen gesetzt und nur die Konkurse der Streifenkennung. ...edet ihr fündig. Dort müsst ihr heute ganz alleine finden alle Rätselzweige. Die Geschichte wird dort enden und ihr alle Teile binden. Fuck. Nein! Nein! Ich erwarte kein Strom mehr, Leute. Aber ey. Wenn wir einmal drüber reden, wie geil das Event bitte aufgezogen ist, Chat. Wir werden jetzt einmal loben. Am Sonntag machen wir einen Stream bei 3.000... Wie viele Subs habe ich denn jetzt? Am Sonntag, Chat. Am Sonntag gibt es einen Besuch im Gruseldorf. Das ist extrem. What the fuck ist das? Was ist los, du Heslon? Twitch Prime. Ja, sollen die Leute mal bei mir lassen? Hast du recht. Ja, hier auch, ne? Hashtag denn jetzt loben. Was steht hier oben für eine Zahl links in der Ecke? Boah, aber in der Stadt brennt es übelst, oder? 3094. Leute, danke schön für den Support. Danke schön. Geht wieder das Server? Ja, ja, ja. Dreck wieder rein, dreck wieder rein, dreck wieder rein. Dreck wieder rein. Komm, 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 komm. Ich will das jetzt gewinnen. Ey, wir sind so gut. Einmal gelbe Wand in den Chat, Leute. Und einmal Hashtag Daniels loben. Also das Team, ne? Auch das Dorf loben. Ey, nichts sagen. Ich will nichts wissen. Die Stadt brennt und der Chief von Police macht Schnitzeljagd. Aber der Chief darf doch auch ein Privatleben haben. Ja. Nein. Oh mein Gott. Honey, wo bist du? Die hat einen übelsten Bambus-PC. Wo bleibt die denn? Oh, Dorf ist geil. Liebe, grüße Paaren. Danke. Aber nicht spoilern, Leute. Oh, Digger, was macht die denn jetzt? Oh, Digger, was macht die denn jetzt? Schreifer 1 meldet. Einsatzstille-Alarm for very close here. Schreifer 1 wieder aktiv, da will ich. Wo ist die denn? Musst du jetzt auf die Toilette gehen, ne? Genau jetzt. Lieber Limit. Ja, ja. Oh mein Gott, der ist sprit. Wir sind fast am Arsch. Nein. Egal. Ey, wir gewinnen das. Also, wir beide gewinnen das. Leider, leider fehlen uns die anderen. Ja, die sind, die sind schon ungefähr. Ey, Vorsicht! Scheiße, die haben schon die Info bekommen. Wir hätten einfach hinterherfahren sollen. Sag's dir. Ja, aber, naja, vielleicht ist es auch bei dem hier unten das Ding. Ich muss den Spritwagen ausmachen. Ja. Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Obendrauf, obendrauf der. Sekunde. Ich glaube, der war kurz auf dem. Der hört den Beat. Ja, der springt, glaube ich, gerne Trampolins da. Kommen Sie mal kurz her, hier. Stone, hier, haben Sie was zu essen. Lecker. Dankeschön. Bitte. Hast du auch ein bisschen Benzinkanister für uns oder so? Was ist jetzt? Was müssen Sie jetzt hier machen? Weiß ich nicht, was der Hayopay da oben sagt. Bin ich euch wenigstens ein bisschen an der Hilfe? Ja, sehr gut. Okay, perfekt. Jetzt kommen Sie mal runter, Kapitän. Hi, ihr Landratten. Hallo. Ja, selber Landratte. So. Hier, wir brauchen Hinweise, Hinweise. Hi, ihr Ratten hierzulande. Was euch führt zu unserem Strande, ist eine schaurige Geschichte, die ich euch hier heute berichte. Einst ein Mann verlor sein Kind. Er war verirrt im Labyrinth. Was geht L-U-L. Doch wie man hört auf unserem Kutter, lag die Schuld ganz bei der Mutter. Als man dann die Kleine fand, war hinforte ihr Verstand. Die sprach nur noch vom Amulett. Die Leute waren auch nicht nett. Der Mann, wie es konnte, nicht ertragen. Hörte ständig all die Fragen. Fing vor Zweifel an zu wüten. Und die Leute sich zu hüten. Als die Schmerzen dann zu groß, legte er so richtig los. Vertiefte sich ins Hacken, Schlagen. Bis die Bäume alle lagen. Doch als ob das nicht genug, kam das Schicksal nun zum Zug. Als ob ein Fluch auf ihnen lege, fiel die Frau in eine Säge. Man hört sie heute gar noch schreien. Doch sie schläft nun bei den Haien. Vor lauter Angst erbracht sie her und warf den Körper in das Meer. Ob es half, weiß ich nur vage. Zunächst und nun zu unserer Frage. Drei der Teile habt ihr schon. Und das vierte, unser Lohn. Sofern ihr könnt uns richtig sagen, was die Antwort unserer Fragen. Was bin ich? Ich trotze der Schwerkraft, doch fliege ich nicht. Ich hab keine Knochen, doch hab ein Gesicht. Ich trage einen Panzer, doch klärt dieser nicht. Nennt es Ritz und löset mir und bekommt ein Stück dafür. So eine Idee. Ich glaube, wir müssen diesen Panzer machen. Hörst du mal hier rüber. Also ich würde sagen Geist, oder? Er hat keine Knochen, aber ein Gesicht. Ja, Geist. Er trägt einen Panzer. So. Hast du das noch gesagt? Er hat ein Gesicht, er hat einen Panzer, der gerade verpascht hat mich. Keine Knochen. Kein Geist. Aber wo hat ein Geist einen Panzer? Lass mal gucken, was die anderen antworten. Ja, ja, ja. Ein Stück dafür. Heiße. Habt ihr eine Lösung? Wir haben eine Idee. Hey. Hey. Stopp. Sie sind's doch. Wie geht's Ihnen, mein Freund? Hey, alles gut. Wenn Sie meinen Tipp geben, dann soll ich dafür, dass die nächste Runde im Yellowjack Ihnen auf mich geht. Jetzt hab ich leider nicht. Also gehen wir nicht zum Yellow. Was bin ich? Palito. Genau. Wenn wir die Antwortmöglichkeit sagen, haben wir da noch eine Chance? Endlose Chance? Sie haben endlos Chancen, müssen Sie mir die richtige Antwort liefern. Geist. Es ist leider falsch. Scheiße. Auch nicht. Du musst noch mal hören. Nicht den ganzen Text, nur den letzten Teil, bitte. Natürlich, du Landratte. Ich trotze der Schwerkraft, doch fliege ich nicht. Ich hab keine Knochen, doch hab ein Gesicht. Ich trag einen Panzer, doch klebt dieser nicht. Was bin ich? Der Panzer klebt nicht? Kleert nicht. Kleert nicht. Der Panzer kleert nicht. Oh, Gottes Willen. Panzer. Was hat denn ein Panzer? Matrose, willst du diesen Tauge nicht so vielleicht mal helfen, damit wir hier weiterkommen? Helf geht doch schon. Fisch! Sie haben da angelt. Fisch, 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 Fisch. Fisch, Fisch. Fisch. Nein, Sie noch nicht. Sie gehen erst mal weg. Wir gehen erst unserer Forte. Aber Sie haben doch noch nicht gelöst, oder? Doch, wir haben gelöst. Gehen Sie weg. Gehen Sie weg. Sehr gut gemacht. Fisch, es ist ein Fisch. Es ist ein Fisch. Ja. Und jetzt, was passiert jetzt? Jetzt gebe ich euch euer Teil. Ja, los. Einmal da. Wo ist denn hier die nächste Tanke? Da. Einmal da. So, und was machen wir jetzt? Was passiert jetzt? Ja, warte. Weiter geht's. April Gellehut. Oh, bitte schnell, machen Sie. April Gellehut, danke. Ebenso. Ob der Mann gut oder sündig im Horrordorf, werde ich ja fündig. Dort müsst ihr euch ganz allein finden, alle Rätselzweige. Die Geschichte wird dort enden. Im Horrordorf. Ich weiß, was du es kaputt hast. Und ihr alle Teile finden. Das vierte Teil macht es komplett. Und dann habt ihr das Amulett. Bringt es dem Mädchen, was es sucht. Und brecht damit den bösen Flug. Seid gewarnt im Dorf der Schrecken. Werdet ihr den Rest entdecken. Fahrt in den Mohn hin und findet dort der Story Sinn. Wo ihr wirklich richtig steht. Dort, wo die Rakete steht. Wie geht dann unter der Bahn. Dann kommt ihr direkt im Dorf an. Ey, ihr Landraten, hier ist es. Jetzt aus. Setz eure Segel. Ja, hau die, hau die. Stone, du fest vor. Wir müssen tanken. Scheiße. Die richtige Antwort ist Schildkröte. Schildkröte. Wo ist das scheiß Dorf? Wir brauchen erstmal ne Tankstelle. Das ist doch in diesem, in diesem Nackcamp, oder? Ja, oder? Dieser alte Touristencamp. Rufen wir die Bahn. Geht das Telefon wieder? Es geht nicht. Ah, ich hasse mein Auge. Was kann dein Auge? Was ist die umsicht? Ich habe einmal ne Ballist. Der ist ja dann. Äh, ich leg den Berg an, um den Checker-Band-Nord. Ich habe einen dritten Tankstelle. Keine. Wir brauchen dritten ne Tankstelle, Hanni. Wirklich jetzt. Ja, ich weiß nicht, wo hier ne Tankstelle ist. Ich bin nicht im Norden. Ich darf nicht jetzt jetzt. Ja, hau mal, hau mal, such mal dieses. Wo ist denn das? Das Nackcamp. Oh nein, es piept schon. Oh nein. Oh nein. Wo ist das Nacktcamp? Ich kenne kein Nacktcamp. Bist du ein... Hey, warten Sie mal, shop. Ich trage mich nicht mehr baufrei. Warum soll ich nacktcamp kennen? Wie in 39. Oh mein Gott. Das hier, hören Sie. Ich bin jetzt mal so nett. Das hier ist falsch. Sie müssen nach Sandy Shaw zum Sheriff Department. Das hier ist falsch. Oh, scheiße. Lach nicht. Ja, wir müssen zur Tankstelle. Tankstelle, fahr, 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 fahr. Tankstelle! Balli-Ton. Balli-Ton. Brauch' ne Tankstelle. Tringend. Fährt die, fährt die nicht mit nem Viersitzer? Ja. Komm raus, wir lassen die Karri hier stehen. Mach auf! Alter! Warf, 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 wasf, warf, 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 warf. Okay. Wo ist das dran? Oh mein Gott, ist das Ding langsam. Ich weiß es nicht. Wie fahren sie denn Auto? Es ist ein Paliton. Es ist so ein kleiner Tunnel und dahinter ist ein komisches Camp. Ah nein! Wo ist das nochmal? Oh mein Gott, der freie Norden, der freie Norden! Wo ist das nochmal? Im Hacker-Camp. Hier, frei! Äh, 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 ähm. Hier runter, hier runter, ruhig, hier runter. Habt ihr auf Fenster nicht das Bild vom Horror-Camp? Ja, go, 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 go! Ja, und, und es meinten, ja, die Verwendung für Dings arbeitet. Drück mal auf die Dase! Ja, ich drücke doch komplett! Ich war scheiß Washington, Alter! Warum hört's denn sowas? Können wir ab? Ja, dann kann man. Gott, du brauchst mir mal was anständiges, das ist das Pferd nicht geholt. Ja, ja, ich hab den, ich hab den Kasten, der fährt 100, das ist okay. Der F stand da grad einer? Oh mein Gott! Da stand keiner. Doch, auf dem Motorrad saß da einer im Dunkeln. Echt? Ey, ich war grad in der Hühnerfabrik, auf einmal gibt das Licht außen, ich wurde ganz alleine in der Hühnerfabrik und das war so dunkel. Moment, ich muss kurz überlegen. Ne, ist glaub ich links, 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 links. Scheiße, April. Rück jetzt, rück jetzt! Lass mich mal fahren, bleibt mal stehen, bleibt mal stehen! 0824 kommt. Setz dich rein, Schwester! Hopp! Oh mein Gott! Können Sie noch das Kennzeichen rausfinden, komm! Oh nein! Oh nein! Alles gut! Wieso? Alles gut? Alles gut? Das ist hier mein Elbomba! Tschüss! 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 Ich merke schon, für das Abonnent tut sie alles! Ja, es wäre geil, was mit ihnen ist! Stone, einfach so ein Reifengesicht! Nicht die Tür! Autsch! Ich bin total rein, ich hab dich nicht verlassen! Was ist wohl mit Gable und Eva noch? Keine Ahnung! Wenn sie nicht gestorben sind, dann sind sie immer noch beim Diamond Casino an der Pferde drin worden! Ja! Er meinte, das ist wegen Geld und das wird aus Holz gemacht! Die Dollar werden ausgebaut worden, die kann man waschen! Ja, das ist so hoch! Es ist so hoch! Ja, der Spitze ist noch da! Hier links! Hier ne? Der Strom geht hier auch wieder! Die Kassen wurden abgenommen! Kann natürlich sein, dass jetzt auch APBs geclout werden! Oh mein Gott, was ist das denn? Das sind War-Hor-Clowns! Oh nein, das sind Clowns! Bei Clowns bin ich wirklich was, ich fall einfach bewusstlos um! Die Käse haben auf alle Stücke gepasst von einer Dealerin und Leute jetzt auch der Name. Der Fahrer muss stehen bleiben! Ich mein dich! Mach weiter, Hanni, mach weiter! Alter! Ist das jetzt nicht? Hören Sie auf jetzt! Sie? Das ist wichtig hier! Fahren Sie jetzt einfach weiter! Das haben Sie nicht gesehen! Das sind Horror-Clowns! Wir müssen gucken, was hier los ist! Ja, dann... Oh Gott! Weißt du was? Das sind scheiß Clowns! Ich geh da nicht rein! Ich geh doch nicht da rein! Ich geh da nicht rein! Wir geh da jetzt rein! Wir haben eine Schuldbedarf! Ich hau ihn aus Marmel! Da geh ich doch rein! Guck dir das doch mal an, du Wahnsinnige! Alles Mann muss mit euch sein! Zeigt ihn mir her! Und vielleicht lass ich euch dann rein! Füll ihr nicht rein! Was ist das denn? Was ist das denn hier? Lass sie mal ausrauben! Ich will jetzt das Tum haben! Wem muss ich was geben? Einen Talisman wollen die! Der Wächter wäre ein Talisman! Mach mal deine ganze... Hab alle gegeben! Und vielleicht... Lass ich euch dann rein! Ja, du musst zusammenbauen! Oh nein! Können Sie den zusammenbauen, bitte? Ähm... Auf gar keinen Fall! Dann gehen Sie wieder zurück! Können wir... Können wir... Kommen Sie her! Sofort! Verdammt! Was ist denn hier los für eine kranke Scheiße? Wie... Wie kann man so sein? Fragezeichen! Ja, ähm... Welche Gruppe seid ihr? Ah! So, wir hätten sie zusammen! Ja! Das dauert ja nur zwei Stunden! Warte! Ich hab die Teile nicht! Ich hab die Teile nicht! Ja, sie müssen ja warten! Es fällt gleich was aneinander, aber egal! Hast du's, Hanni? Fast! 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 Ja, ich mogel mich hier einfach durch! Ich sag, ich bin die Beschützerin! Ich muss auf das letzte Teil hier irgendwie so ein bisschen... Das klemmt! Okay! Ab jetzt beschriften alle ihre Amulette! Beschriften? Das ist so gemein! Vielleicht der Hanni Maschallah die Detektiven draufschreiben oder was? Hanni Maschallah! Aschallah die Detektiven! Mit euren Teamnamen selbstverständlich! Was ist das für eine Frage? Wir sagen, unser Team hätte aufgehört! Okay, wir sind noch zusammen! Dem gehört das letzte Amulett! Baut zusammen, baut zusammen weiter! Oh, es dauert ewig! Was? Ich schreib einfach einen Engel... Hast du den Talisman schon? Ja! Du hast einfach alle Teile zusammengesteckt, ne? Ja! Ich sag einfach, dass wir die Teile... Reicht...reicht eins pro Team? Nein, jeder braucht eins! Frag mal, frag mal lieber! Ich frag mal eben! Oder so! Ich will auch mit rein! Ich will da nicht rein! Dann gib dir den Talisman! Nein, au ab! Komm her! Die Toten sind geduldig! Ich werd auch ein Kostüm haben! Lass sie mal ausrauben! Mach wieder einen! Scheißes Toten! Schwester, war schön mit dir! Ich hab einen Bruchstück! War schön mit dir wirklich! War schön mit dir wirklich! Ich will das auch machen! War schön mit dir! War schön mit dir! Das ist 2 Dollar! Das ist billig! Ich hab ein Bruchstück! Mach doch du scheiß Talisman! Du musst dann doch beschriften, ja? Dürfen auch wir schon rein oder müssen die anderen zwei auch hier sein? Ja, die sind doch ausgeschieden! Die mussten ganz schön los! Auf dem Durchfall bekommen! Oh nein! Ja, gibt her! Ja, haben die das doch gesagt! Ja, stimmt! Hast recht! Hast recht! Ja! Sau! Ja, ist halt scheiße, wenn man sich beim Autounfall einschallt! Oh nein, was? Ja! Was ist hier los? Wir brauchen hier ne Streife! Die können die anderen halt wegholen, weil die so... Oh Gott, guck mal in das Auto rein! Seid ihr zu dritt? Guck mal bitte in das Auto rein! Was? Ja, das will ja so Leichen sagen! Oh, oh! Ich streif dir ab! Hast du's? Fast, fast, fast! Ich würde sagen noch... Eine Minute! Ey Leute, ihr müsst euch echt beeilen, weil ich muss ne halben Stunde beim Masquerade sein, ne? Warum? Ja, ich muss meine Maske abholen! Haps! Komm, 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 jetzt lass sie noch verbinden! Ich gebe alles, warte, ich gebe alles! Mach, mach! Schaffen sie das? Na klar! Es hilft gleich, wenn sie die Rückseite anlecken! Daniel! Anlecken! Oh! Sind sie das? Ich bin sie, ja! Daniel, unser halbes Team ist verloren gegangen! Wo ist denn der Rest? Ja, die haben durchfallgekommen! Und die haben meine Amulettstücke! Ach du Scheiße! Nee, jetzt ohne Witz, wir haben durchfallgekommen! Ja, ansonsten musst du gleich... Aber ich bin verständlich jetzt mit dem Amulett! Aber, Moment, sie ist doch ein Team von Herrn Weiß, oder? Dann haben sie doch ihre Amulette! Ja, wir waren aber zu viel und die anderen waren mal durchfall! Das ist das Problem, unser Team ist nur noch zu 50% beständig! Ja gut, aber dann haben sie... Wie heißt das Team? Wie heißt das Team? Okay! Zwei Engel für Walli und Brianna! Zwei Engel reicht! Sie haben ja zwei Engel hier! Ja! Dem muss ich das denn geben? Dem Wächter, das vorne! Ich glaub hier vorne, den Wächter! So, Wächter! Im Dorf des Horrors! Und der Strecken! Wartet gefährlichst da hinten! Ja, ist ja gut! Ich hab das Team zusammengebaut! Ah, ja, ich komm los! Was ist der jetzt? Warum wurde jetzt Herr Weiß weggeschickt? Was war der jetzt? Ja, ich kann das! Zu spät! Ich weiß! Halt immer die Tür da auf jetzt! Nee, sie ist nach der Weiß! Ich hab das Amulett! Wie finden sie's denn bis jetzt? Wunderbar, du Scheiß! Wo bin ich denn gelandet? Ist das ihre Hölle? Ja, sie sind jetzt im Rechte runter! Das gehört zur Story hier! Ich hab mein Auto zurückgelassen! Das hat keinen Tank mehr wegen ihnen! Hier geht's jetzt in die Hölle gleich! Ah, ja! Hier geht's dann gleich weiter in die Türgejagd! Okay! Aber das ist bis jetzt sehr stark gemacht! Muss ich ehrlich sagen! Dankeschön! Also ich hätte gern ein T-Shirt, wo Dennis Loben draufsteht! So! Was? So! Hier, kommen sie jetzt! Nimm sie das Ding in hier! Hier! Hier, das auch! Ja! Und jetzt? Wie viele Leute seid ihr? Zu zweit! Ich hab die anderen verloren! Ja, und die haben Durchfall bekommen! Geht was, was ich zu sagen habe! Im Dorf des Horrors und der Schrecken findet ihr in allen Ecken, wie sie endet, die Geschichte Was ihr schon wisst und was noch nicht. Macht euch bereit und schreitet fort, hindurch zum Toten Wandelort. Sucht überall und findet gar, was in Wirklichkeit geschah. Bereitet euch aufs Schlimmste vor. Nun wandelt durch der toten Tor. Okay, muss los, Bruder. Tschüss. Warte, warte, warte. Guck mal, links. Ja. Ich bin nicht gesund aus. Wo sieht es bei mir also in meiner Seele aus? Ah, ja. Welche Seele? Oh mein Gott, was ist das denn hier? Alter. Was müssen wir jetzt hier machen? Das ist die vom Friedhof wieder. Warte mal, warte mal. Die wollten das Amulett haben. Hallo. Wollen sie das Amulett haben? Was für ein Amulett? Hallo. Stopp. Amulett? Ja. Willst du es immer nach? Ja. Ja, ich habe es hier. Und ich will deine Bewerbung. Ah, was mit ihm? Aber ich bin doch ein kleines Kind. Ich kann keine Bewerbung schreiben. Ich muss nur meine Mami finden. Dann wer's wo... Ah, guck mal, Homestead. Wer's wo? Dann schick mir deine Bewerbung. Was krieg ich jetzt für das Amulett? Möchten Sie denn, werte Dame? Kate, sind Sie es? Ja. Oh. Ich weiß nicht, wer Kate ist. Ja, okay, okay. Was muss jetzt Kate? Äh, Zombie-Frau. Was auch immer, was müssen wir tun? Alma, was muss man reden? Ihr müsst jetzt warten, bis es weitergeht. Bis ich meine Mom finde. Aber ich habe dir das Amulett gegeben. Ist das richtig? Mhm. Ey, Sie mit der Kettensäge sind Sie wahnsinnig? Alter. Die ist doch, ist doch kein Blatt drin. Ach so. Mein Gott, Daniel, Sie krank das Schwein. Mein Gott. Erschreien Sie sich doch nicht so. Was müssen wir jetzt machen, Daniel? Ich habe der Frau das Amulett gegeben. Was sagt denn das kleine Mädchen? Ich bin die Alba. Ja, dann müssen Sie hier warten. Aber ich habe mir die Mami nicht gefunden. Müsst ihr mir Ihre Mami suchen? Vielleicht. Vielleicht finden Sie sie. Wer ist denn deine Mami? Meine Mami ist eine schöne Frau. Da kann ich gleich zwei anbieten. Ich bin ja immer noch der Fan der Wolfsmaske, ne? Wollen wir jetzt tauschen? Ich muss sie doch wieder abgeben. Ja, aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ich glaube, jemand das letzte Stündchen hat geschlagen. Sie hat wunderschönes kurzes Haar. Welche Farbe? Kurzes Haar, kurzes Haar. Dunkeles Haar. Vielleicht wie ich? Ich weiß es nicht mehr genau. Hat sie auch Zöpfel? Nein. Ich habe gedacht, ob ich ein kleines Kind bin. Wie hat meine Mama geflochten? Da ist Ihre Mama. Das, oder? Ist das deine Mama? Pete! Und ich habe sie immer gefördert. Ich bin noch einmal. Wir hätten Mama gefunden. Hallo. Stopp, stopp, stopp. Warten Sie mal. L.S. P.D., bleiben Sie mal stehen. L.S. P.D., bleiben Sie mal stehen. Bleiben Sie stehen. Ich habe eine Taschenlampe, okay? Ich bin schön. Ich habe jetzt auch noch eine Brechstange. Bleiben Sie doch jetzt stehen. Ich bin schöner. Ich bin doch da, ehrlich. Ah, was ist das denn? Oh, mein. Mein Gott. Anja, hast du die Hose aufgemacht? Also. Nee, das ist die Spinne, ey. Ja, Vorsicht. Was macht die denn jetzt? Müssen wir eine Batterie aufziehen oder so? Hat die mal eine Idee? Ja, probier mal. Hallo? Wir müssten ja irgendwas sagen. Codewort, ein Codewort. Wie heißt die Tochter? Wie heißt die Tochter? Alma. Alma. Abdallah. Sie wollen das zu Alma, oder? Anscheinend nicht. Hier. Oh mein Gott. Mach die Taschenlampe aus. Das macht sie irgendwie kaputt. Guck mal, der da unten. Tschüss. Geil. Holger, der jetzt einfach geht mir hier. Du gehst jetzt wieder zurück. Verarsch mich doch jetzt nicht. Red mit uns. Wo gehen wir denn jetzt hin? Warte, warte. Wir folgen ihr. Mein Gott. Wir sollen warten. Gegen die Spinne gerannt. Oh, ich hab keine Ahnung. Oh, ich hab keine Ahnung. Herr Schwede, was ist das denn hier? Ist der Garten Eden oder was? Oh mein Gott, was ist denn mit ihm? Ja, ja, ist er gut. Ich muss los. Na, aus. Outgeplayed. Wo ist sie? Okay. Wir dürfen uns nicht trennen, Handy. Wir können nicht telefonieren, glaube ich, oder? Nee. Doch, Telefon, geh wieder. Ja, hier ist keiner. Alter, der Clown hat uns verarscht. Was? Hast du das? Nee. Du gehst die nicht, oder? Oh nee. Da hinten, links. Links. Da läuft sie. Ihr sagt einfach nichts. Wir müssen, glaube ich, bestimmt ein Codewort sagen. Folgt er jetzt einfach. Ey, ohne Witz. Ich mach da jetzt mit. Mämm. Wirklich. Was? Keiner lohnen? Was? Ich bin ja auch verliebt in den. Okay, Familie Gamble-Ivernov hat auch alles. Die sind hier. Oh, meine Güte, was ist denn? Ich bin hier vorne. Sir, kommen Sie mir mal nicht so nah? Das ist irgendwie unangenehm. Ja, ich stehe ein bisschen nach Verwesung. Hallöchen. Hallöchen. Doch, da. Hallo? Mama? Maim. Maim. Sind Sie die Mutter von Alma? Mrs. Abdallah? Brauchen Sie Hilfe? Brauchen Sie chirurgische Hilfe? Ich glaube schon. Die macht nichts. Haben Sie irgendwie... Haben Sie eine Münze dabei? Oder irgendwas? Ich weiß... Ich weiß nicht. Ich habe belegtes Rot mit Käse dabei. Vielleicht hilft das. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Haben wir einen Arzt? Oh, oh. Tim, los. Tim. Mach was. Wiederbelebung. Schnell. Möchten Sie was... Essen haben? Ey. Möchtet Sie vielleicht das Amulett? Ich glaube, sie will weiter. Machen wir Platz. Ne. Okay. Ich glaube, das ist... Die guckt aus dem Grabstein. Ey. Oh, was steht denn da? Madani Records. Ne. Ich glaube, das ist ein Tisch. Oh, sie ist schon wieder. Satan, verfolgen Sie mich nicht. Geben Sie mir einen Tipp. Kommen Sie. Kommen Sie. Pack jetzt. Wissen Sie was? Ich will nicht so sein. Warten Sie mal. Ich habe 6,53 Dollar. Steck dir mal 6 Dollar in die Weste. Sie sind doch bestimmt bestechlich, oder? Wir nerven dir jetzt so lange, bis sie nachgibt. Ja, das ist gleich gut. Ene, mene, mu. Money, money, mu. Jetzt helfen Sie doch mal. Kannst du Ihnen was vorsingen? Wir können richtig gut... Sing mal. Der Zombie freut sich gerade. Wer auch immer ihn küsst. Ihr geht immer wieder da rüber. Da drüben ist irgendwas. Das ist meine Spezialität. Ich sag's Ihnen. Da drüben scheint irgendwas zu sein. Geht immer da rüber. Jetzt bleibt sie wieder stehen. Sie machen mich fertig. Ist das jetzt wirklich Riptide singen? Oh, haben Sie die Mutter schon gefunden? Das würde sie wirklich fehlen. Aber das macht nix. Wo ist die Mutter? Hier, vorne. Sind Sie die Mutter? Mama? Das ist safe, die Mutter. Wo Sie mal wie dominant die ist. Möchten Sie jetzt irgendwas haben? Nee, so Bali, von dir will sie nicht. Warum nicht, Hanni? Ja, weil die mir einen Tipp geben will. Bali, gehen Sie mal weg hier. Geh weg, Mais. Ich hab' nie Idee, ich hab' nie Idee. Denn jetzt sagen Sie mal jetzt was. Machen Sie mal was mit der. Ach, nee. Wir müssen den Bali mitnehmen. Wie, ich noch was mitnehmen. Bali weiß Bescheid. Spielen Sie mit oder ich? Alle. Geht immer wieder hierhin. Warum? Weiß nicht. Schreib ins Buch. Nicht? Bist du hier? Jetzt hat sie uns verarscht. Jetzt ist das ihre Ex-Frau? Was ist denn mit der? Nein, nein, nein. Das hat noch besser funktioniert. Mal, ich gucke. Überlegen. Was? Was ist denn die Grundaufgabe gewesen? Das Amulett an das Knitchen. Gut, und wer muss sich finden? Die Mutter. Mit? Dem Amulett? Wer, wer sucht denn die Mutter? Die Tochter. Ja, und wo ist die Tochter? Ja, die standen mal nebeneinander. Alter, das hat ihr aber nicht interessiert. Sie schon wieder? Ey, warten Sie mal. Wie heißen Sie? Hey, jetzt. Sie? Ich? Ja. Oder der? Drücken Sie meine Nase. Nee, warten Sie mal klauen jetzt, ganz kurz. Das ist wichtiger. Nee, Ma'am, Sie! Ich? Ja, warum haben Sie so ein Outfit an? Weil ich das cool finde. Ja, finde ich auch cool. So. Dankeschön. Ah, Sie schon wieder. Oh, der Satan ist da. Ey, Sie! Stopp! Ja, Klauen, kommen Sie mal her. Ey, Wolf. Wolf, was ist denn? Schenken Sie mir Ihre Maske? Nee, immer noch nicht. Ach, Mann, wissen Sie was? Und Sie doch ab. Ach, Mann. Tschüss. Okay. Ja. Mmm. Um. Tschüss. Hallo. Mmm. ja hast du die tochter ich bin hier bei der mutter ich suche ja die tochter ja 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 ihr seid über die brücke gerade richtig ja ich bin hier bei der zombie der notgeile zombie oh gott oh hilfe mein gott ich bin lumina fox fox haben sie schon mal verhaftet oder so nein ok ich hoffe ich hoffe das müssen sie auch nicht was arbeiten sie wenn ich fragen darf ich möchte das gerade nicht sagen erwarten sie ganz kurz moment ganz klar hier los sind das police department ist natürlich nur aus ermittlungszwecken machen sie beruflich melden ok sagen ich bin tänzerin sie arbeiten im unicorn vielleicht ja klar dann dann was machst du denn hier dann haben sie doch ein ich glaube ich muss doch mal ein ok ich bin ein verlob einlösen die man treu Hey, sie, warten Sie mal kurz. Was, es gibt sie zweimal? Stopp, warten Sie, sind Sie auch Tänzerin im Unicorn? Hinten am Berg, am Berg und immer links bis zum Ende durch. Okay, kann ich? Ja, gut. Ganz alleine? Hör auf den Fetisch mit der Nase noch ausdehnen. Okay. Ja, am Berg und dann... Der ist zu zweimal zu dick. Ja. Da, weiter. Komm, Vater. Seid mit euch gewohnt und geht hinter dem Haus. Haltet euch ganz links bis zum Ende. Okay, danke. Ja, weiter ist los. Da ist er. Gämbel. Gämbel. Ja. Dreh dich mal um. Guck mal links neben mir. Also, ich will ja nichts sagen, aber... Oh! Oh Gott! Spinnen! Oh Gott! Ja? Äh, sie brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen. Oder sonst fall ich schon mal runter und hol sich später ab? Ja, machen sie das. Was? Ist das geil? Ich sehe einfach nichts, ist es so dunkel. Achso, hallo. Hallo, Herr. Siehst du nichts? Wirklich? Hallo? Es ist einfach dunkel. Kommt ihr euch leuchten oder was? Nein, nein, ich werde auch mal. Ich mache nichts. Das gehen wir alle in die Grotte hier, oder was? Oh Gott. Achtung, heißt man fertig. So eine fettige Grotte? Mom? Egal. Es sah auch bei mir aus, als ob ich geboren wurde. Was genau so? Äh. Schön. Ich fühl mich auf einmal so alleine mit Ihnen zu. Ja. Ja. Wie heißen Sie denn, Ma'am? Ich fühl mich auch sehr alleine. Mala? Ich fühl mich nicht alleine. Mala. Ja, doch, weil... Wie heißt denn Ihr Team? Ja, Brian. Du bist doch die Finkgeist. So unterschaubar. Seien Sie mal ruhig immer noch. Der notgeile Zombie. Sehen Sie, da sollten Sie sich ja Sorgen machen. Was machen Sie beruflich nochmal? Ich? Äh, Aphrodonis, Just White und Trek und Weg. Okay. Ich putze bei Ihnen. Also in CD. Tragen Sie da immer diese Outfits? Nö. Achso, ja gut dann. Nur manchmal. Nur manchmal. Aber nicht bei Trek und Weg. Und wie heißt Ihr Team nochmal? Die Irren. Die Irren. Ah. Da ist die Tochter. Oh. So. Jetzt müssen wir die Tochter zu der Mutter bringen. Hallo? Wie haben Sie zuerst gefunden? Na gehen Sie mal nach Hause. Nein. Äh. Ja gerne, wir machen Platz jetzt. Lass sie mal weitergehen. Ich komm nicht zur Seite. Ey. Es ist so dunkel. Kate. Einmal komm mit und gehen deine Mutter suchen. Komm mit Kate. Einmal komm. Einmal komm. Komm mal her bei der Mutti jetzt. Komm mal her, wir bringen dich zur Mutti. Einmal komm. Einmal komm. Kate, wir haben eine ganz besondere Bestimmung miteinander. Das weißt du ganz genau. Komm, wir gehen jetzt deine Mutter suchen. Los geht's. Wally. 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 Die fassen aber die Füße an. Nee, nee, nee. Wir müssen sie sentimental bringen, weil die ist komplett am Boden. Ja. Ich halte dir eine Knarre. Alma, schau mal. Deine Mutter, die hat sich jetzt so lieb. Halt mal die Klappe jetzt. Deine Mutter, Alma, die möchte gerne, dass alles wieder gut wird zwischen euch, weißt du? Du, die läuft hier rum und die sucht dich. Und die möchte, dass wir gewinnen, weil wir die coolsten sind. Ja, weiß ich nicht. Komm mal zurück, den Tunnel entlang. Einmal. Wieso gewinnen sie? Meine Sorge. Wir sind jetzt zusammengebringend zu deiner Mutti. Wir passen auf dich auf. Die Männer in Anzügen, die passen auf dich auf. Die anderen sind alle doof. Weiß ich nicht. Ja, und die möchte gerne wieder schöne Tage haben. Komm mit meinem Papi. Komm mit meiner Mami. Ja, wie heißt deine Mami? Einfach den Tunnel wieder zurück. Wie heißt deine Mami? Okay. Wenn ich das verrate, dann... Nein, das bleibt ein Geheimnis unter uns. Kann ich doch nicht machen. Doch, unter uns. Ich verspreche dir... Vielleicht will meine Mami gar nicht... Nein, das weiß... Nein, das weiß sie gar nicht. Das weiß sie gar nicht. Das weiß sie gar nicht. Nein, das weiß sie gar nicht. Ey, pass mal auf. Alma. Alma. Du bist nicht alleine. Schau mal, bald... Alma, hör... Alma, hör mal zu. Hör mir mal zu. Bald wirst du in einem deutschen Fernsehsender eine Sendung moderieren, die heißt Galileo. Ja? Es geht... Entschuldigung. Du die Arme. Alma. Oder du gehst jetzt zu deiner Mutter und du musst das nicht machen, weil wenn du bei Galileo arbeitest, musst du den ganzen Tag Fußballfelder vergleichen. Also ich würde sagen, ich bring dich jetzt... Wir, der Herr Gamble, der Brian Gamble und ich, das musst du deiner Mama auch sagen. Wir beide haben dich gerettet und haben euch wieder zueinander gebracht. Ja? Ja? Ich habe meine Mama nie so lange nicht... Ja, und ich weiß, wo sie ist. Ich bring dich hin. Du musst mir nur folgen. Du musst mir nur folgen. Ich habe eine Belohnung für dich. Aber... Ich habe eine Belohnung für dich. Aber... Mir wurde immer gesagt, ich darf nicht mit fremden Menschen... Wir sind nicht fremden. Wir sind nicht fremden. Wir sind von der Polizei. Wir sind von der Polizei. Wir sind Detectives. Wir sind... Wir sind Detectives. Jetzt komm nicht mit der Karte, weil... Das ist unfair. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist eine Polizeimarke, siehst du? Los Santos Police. Doch. Ist das aus Schoki? Die ist gefälscht. Ja, die ist aus Schoki. Willst du die essen? Würde ich dir nicht empfehlen. Hör auf. Lass es. Wir haben auch ein Amulett. Der Mann will dich verarschen. Nein, hör mal nicht auf den hier. Also... Alma, pass auf. Ich verspreche dir, dass wenn du zu deiner Mutter gehst, alles wieder gut wird. Alles wird gut. Du wirst ein viel besseres Leben haben. Und deine Mutter, die läuft hier durch die Gegend. Die sucht dich. Die ruft nach dir. Und die hat Mr. Gamble und mir die Aufgabe gegeben, dir das Leben zu retten. Deswegen, wir sind ja von der Polizei. Wir sind Detektive. Schau uns an. Wir sehen aus wie zwei Detektives auf den 30ern. Und wir haben die Aufgabe, wir wurden von deiner Mutter geschickt, dich zu suchen. Nur wir beide sollen das machen. Und wir sind jetzt hier, um dir zu helfen. Du musst uns vertrauen. Vertraue der Polizei. Und wenn du... Ich kenne keine richtige Polizei. Doch, wir beide sind richtige Polizisten. Und wenn du uns hilfst... Das gibt's gar nicht. Vertraue nie der Polizei. Ja, am besten Satan vertrauen. Das ist eine gute Idee. Ihr seid böse. Satan, sie ist... Nein, nein, nein. Wir beschützen dich vor Satan. Wir sind für dich da. Satan, hau ab. Satan, mach den Korner. Mach den Korner. Mach den Korner, Junge. Satan, hau ab. Jetzt hast du alles kaputt gemacht. Folg mir. Nein, folg nicht dem Satan. Hau ab, Satan. Hau ab, Satan. Da ist die Mami. Stopp, stopp, stopp. Nein, die rennt einfach an dir vorbei. Da ist deine Mami. Hier, hier, hier. Alma, 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 Alma. Warte, warte, warte. Hören Sie auf, auf, die alle einzureden. Alma, hier ist deine Mami. Hier, 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 hier. Hier ist sie. Nicht in die Höhle wieder rein. Hier ist deine... Stopp. Hazer die gleich. Bin die dahin. Stopp jetzt. Stopp jetzt. Wir haben sie gefunden und jetzt... So, stopp. Alma. Alma, stopp. Hör mir zu. Nein, seien Sie mal ruhig jetzt. Ich bin da... Ich hab schon den emotionalen Weg hier gefunden. Alma, setz dich mal hin. Ja, Angst vor Ihnen. Alma, setz dich mal dahin. Guck mal, da kannst du dich hinsetzen. Ich glaube, wir müssen... Alma, deine Mama wartet da vorne. Sonst kommt das Jugendamt. Setz dich da hin. Alma, setz dich mal hin. Komm, setz dich mal hier auf die Treppe. Wir machen das ganz... Wir fangen mal von vorne an. Nein. Setz dich mal hin, Alma. Alma, deine Mama ist da vorne. Die wartet. Ich hab grad mit ihr gesprochen. Die spricht nicht. Genau, Alma, dreh dich mal um. Oh, ist meine Mami. Alma, warte mal, warte mal, warte mal. Schau dir mal mein Gesicht an. Ich bin ein normaler Mensch und das sind Aliens. Du darfst nicht auf die hören. Wir sind Fliegen, Mr. Weiss. Ja, Fliegen sind scheiße, ganz ehrlich. Was? So. Die Polizei ist scheiße. Hey. Fliegen ist scheiße. Alma, komm, ich bring dich zu... Was? Alma. Du warst die ganze Zeit ganz allein. Folge dem Teufel. Du warst die ganze Zeit allein. Folge dem Teufel, das finde ich eine gute Anweisung. Und jetzt sind wir hier. Hilf. Um dich zu begleiten auf deinem schwerem Weg. Und folge der Stimme... Alma, komm mit zu deiner Mama. ...mit diesem Hut. Alma, hör mir mal zu. Alma, hör mir mal zu. Alma, hör mir mal zu. Pass mal auf, ich erklär dir was. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warten Sie, Fliege. Warten Sie. Einmal, hör mir mal zu. Warten Sie, Fliege. Einmal, pass auf. Das Ding ist, ich habe mal einen richtig hübschen Schmetterling kennengelernt. Und dieser Schmetterling hieß Kate. Der saß auf meiner Schulter. Ich habe ihn Kate genannt. Wir haben keine Zeit. Seien Sie jetzt die Klappe jetzt. Fliege, seien Sie ruhig jetzt. Ich kenne keinen Kate. Ja, warte, 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 warte. Lass mich erzählen. Lass mich erzählen. Und dieser Schmetterling, der war richtig schön. Der saß auf meiner Schulter. Und ich habe gedacht, wenn ich diesen schönen Schmetterling rette, den habe ich dann in die Freiheit wieder rausgelassen, dann tue ich was Gutes. Und weißt du, was bei dir ist? Deine Mutter hat dich auch in die Freiheit rausgelassen, weil deine Mutter wollte dir Freiheit geben. Aber du hast dann gemerkt, dass du viel Freiheit auch hast, wenn deine Mutter dabei ist. Richtig? Und deswegen, du erinnerst mich an Kate. Und ihr beide, ja, ihr müsst wieder zueinander finden. Und du darfst nicht auf Fliegen und Insekten hören, sondern hör auf die Menschen. Hör auf den Polizisten. Ja? Und ich bring dich jetzt... Ich hör nur auf meine Mami. Ja, aber warte, warte, warte. Dann lass mich doch... Warte, 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 warte. Dann lass mich doch... Mich doch zu deiner Mami bringen. Aus diesem grausamen Ort hier weg. Okay? Vertraust du mir? Ich bin mit dir in die Hülle. Ich hab dich in die Hülle ge... Fliegen landen auf deiner Haut und gehen dir den ganzen Tag auf den Sack. Es gibt eine Fliegenklatsche, da haut man entgegen. Das soll helfen? Wollen sie mich verarschen? Alma, du hast einen... Du hast einen Wunsch, ne? Einen sehnlichsten Wunsch. Ja, erfüll dir deinen Wunsch. Richtig. Wie erfüll dir den Wunsch? Und diesen Wunsch, da haben wir die Möglichkeit, wie aus Geisterhand, dich zu ihr zu führen. Aber du musst diese Geisterhand packen. Alma, vertrau uns. Nimm die Hand von dem Mann hinter dir. Hier. Alma, nimm meine Hand. Nimm die Hand von ihm. Doch. Ich darf keine fremden Hände annehmen. Ich bin nicht fremd. Ich bin nicht fremd, Alma. Ich bin von der Polizei. Ich wurde von deiner Mutter beauftragt, dich zu finden. Die macht sich große Sorgen. Okay, das kann ich nicht. Der Herr Polizist möchte den richtigen Hasen zeigen. Sie sind ein Fremder. Sie sind Satan, Mann. Satan kennt jeder. Folge mir, mein Kind. Gehen Sie nicht mit dem Mann mit Roten mit. Alma, jetzt hör mal was zu. Ich mag keine Spinnen. Alma, warte, 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 warte. Ich erzähl dir den eigentlichen Plan. Alma, hör zu. Der Herr Gempel und ich, wir wurden aus der Zukunft geschickt. Ja? Und wir wurden aus der Zukunft geschickt. Denn der Herr Gempel und ich, wir sind Zeitreisende. Und man hat uns ein goldenes Amulett gegeben. Und wenn wir dich zu deiner Mutter führen, dann sorgst du dafür, dass wenn deine Mutter und du dir die Hand gibst, dass alle Menschen am Leben bleiben. Weil wenn ihr das innerhalb der nächsten 20 Minuten nicht macht, explodiert der Erdkern und wir alle sterben. Oder ich geb den Brownie und du fährst uns. Das ist denn ein Erdkern. Das ist der... Eins, zwei, Erdkern. Drei, drei, ja genau, richtig. Das ist der richtige Weg. Das ist der richtige Weg. Bist du hier? So. Drei bin das froh. Bei dir ein Spiel spielen. Ja, gerne mit dir. Immer. Los geht's. Klingt auf vielen Ebenen falsch gerade irgendwie. Aber ja. Hier sind ganz viele Spinnen. Ja. Ah, voll eckerhaft. Boah. Bleh. Zähl doch mal die Spinnen. Zähl doch mal die Spinnen. Da ist Kippe. 23. Und dann finde ich mein Mami. 23. 24. Ich weiß nicht, wie viele. Es sind so viele. Es sind so viele. Es sind so viele. Alma, es sind so viele. So, dann gehen sie jetzt mal weg hier. Sie machen dem Mädchen Angst. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich hab gesagt, sie tasern sie. Sie hätte eher anspringen. Wo ist die Mutter? Wo ist die Mutter? Die ist hier hinten langgelaufen. Da. Alma, guck mal. Da drüben ist deine Mutter. Da. Da läuft sie. Da. Da läuft deine Mutter. Da. Komm mit. Komm. Ich heb die gleich hoch und trag die da hin ohne Witz. Ja. Alma, guck mal. Da drüben ist deine Mutter. Ja. Da drüben. Die ist ganz traurig. Ich keine Ahnung. Die ist ganz traurig. Jetzt kommt der Clown schon wieder. Hämme. Alma, deine Mutter ist ganz traurig. Da genau. Da. Geradeaus. Nicht im Kreis laufen. Nein. 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 Kommt ruhig näher. Wir beißen nicht. Ja. Ich schon. Alma, warte. Kommt alle her. Helfen sie mir mal. Los, wo bleibt ihr denn? Ich hab eine Million Dollar. Habt ihr etwa Angst oder was? Wir kriegen die Hälfte ab? Bretet ruhig alle noch ein kleines Stückchen näher. Werd nicht frech, Freundchen. Alma, komm. Ich bring dich zu deiner Mutter. Alma, bleib beim Polizisten. Und bei mir. Genau. Richtig. Beim Schierlieder, beim versauten Schierlieder und bei mir. Und jetzt hast du die Ruhe. Ja. Oh, das haben sie sogar zugegeben. Kommt alle herbei und hört an, was sie sagen. Ich hab schon genug heute, der weiß. Ich hab schon genug heute, der weiß. Mein Auto ist kaputt. Auf all eure Fragen. Ob es so ist, wie ein jeder es denkt. Oder ob jemand Fremdes Geschehnisse lenkt. Was geschah wohl wirklich mit Almas Leben? Wird sich hier im Reiche der Toten ergeben? Wird nun das Mädchen für immer verschwinden? Wird es sie endlich die Mutter gar finden? Riss seine Mutter das Mädchen hinfort? Oder beging doch der Vater absichtlich einen Mord? Kommt herbei und hört an, was sie sagen. Und findet die Antwort auf all eure Fragen. Weiß das ja auch. Mama. Mama, wo bist du? Wir finden die schon einmal. Ich hab das Amulett für dich, Mama. Mama, ich bin dich doch nur wieder sehen und es dir geben. Mama, ich kann mich nicht finden. Nein, andere Richtung. Mama. Da ist sie, da. Da, Mama. Bist du meine Mama? Da ist die Mutter. Ist es so kalt. Mama, komm hier hoch. Und ich bin so alleine. Mama. Nein, manche Stung. Mensch, Alma. Satan, jetzt heben sie die mal hoch. Mein Gott. Geh doch mal alle aus dem Weg. Im Totenmeer. Aber wo bist du? Mann. Lass die Alma durch. Gott, Mama. Oh, Gott sei Dank. Halleluja. Oh, was schmerzt auf dich. Satan, also wir beide haben es geschafft? Endlich. Endlich. In der Zwischenzeit. Auch Angst und Pange. Ich bring dir zurück, was du mir dereinst brachtest. Ich muss daran denken, wie du damals lachtest. Ja. Ja, Mama. Du wirst nur noch traurig. Wo gebe ich das her? Was? Ich bin jetzt hier glücklich. Ich brauche es nicht mehr. Alma. Du kleine. Mama. Jetzt ist es zu Ende. Was mir wird dann bringen? Des Fluches Ende. Bald habe ich ihn wieder. Ja. Alleine. Für mich. Ein glückliches Ableben. Ganz ohne dich. Was? Der Schlüssel hinaus aus der Totenwelt. Jetzt gibt es nichts mehr, was mich noch hält. Du hast doch nicht. Du nahmst ihn fort und du hast ihn vollkommen von mir weggezogen. Für dich eingenommen. Alma. Du Teufel. Er liebt dich so sehr. Ich wusste es doch von Anfang an. Und seitdem du da bist, lebt er dich mehr. Oh mein Gott. Hol den Krankenwagen. Ich wollte ihm geben, was sein Herz verzehrte. Und das Leben schenken, das er so begehrte. Ihr habt mich verstoßen. Das ist jetzt vorbei. Denn letztendlich. Satan. Das war schon ein komischer Anblick gerade, oder? Bin ich nun endlich frei. Was? Doch frei war sie nicht. Sie muss ewig hier warten. Und Alma zieht weiter in Edens Garten. Was? Was muss ich da sehen? Es riecht auseinander, dass ich hier von nun an auf ewig wandere. Ich wollte nur eines. Ich wollte nicht sterben. Ich wollte doch einfach auch nur geliebt werden. Nein! Ihr fragt euch nun, was ist der Geschichte-Moral? Wer hatte hier denn überhaupt eine Wahl? Aus einstiger Liebe wurde Hass dann auf Erden. Wodurch mussten letztendlich allesamt sterben. Doch was war nun eigentlich der Mutter-Fluch? die gute alte eifersucht diese brachte sie zum klagen und ums mit goethes faust zu sagen eifersucht die leidenschaft die eifrig sucht was leiden schafft wer nun böse oder gut bleibt euch belassen habt nur mut denkt euch euren eigenen sinn wir wünschen happy halloween alle mitgemacht haben vielen vielen dank an euch an jede helfende hand die ihr mitgeholfen hat ich hoffe ihnen hat spaß gemacht ich hoffe sie hatten viel spaß für der schnitzelagd jetzt habe ich natürlich noch einige gewinner es ist so dass wir das dann noch mal über venture morgen bekannt geben werden wer möchte kann dann morgen zu der aufführung kommen das ist ja die kleine überraschung die ihr bekommt von uns und zwar ist es dann eine aufführung von varieté wir posten die team namen die dann noch gewonnen haben im laufe des arts noch mal auf venture wir haben uns jetzt überlegt damit es fair bleibt wir haben gesehen am anfang hat es sich ein bisschen geknubbelt und wir wollen halt einfach fair bleiben deswegen haben uns entschieden dass wir die erste hälfte der teams die hier ankommen ich sag mal die sind weiter und bei der zweiten hälfte da losen wir aus einfach weil wir möchten dass jetzt nicht irgendjemand einen vorteil bekommt hat nur weil er bei der station bei barbler rind jetzt schnell herangekommen ist genau deswegen machen wir es so die ersten fünf teams die angekommen sind die sind auf jeden fall so weiter und bei der anderen hälfte die losen war aus und das ist dann im prinzip die bekanntmachung auf venture dann wo dann alle teams stehen die dann im prinzip diese diese eintrittskarte für morgen fürs varieté gewonnen haben das findet morgen um 22 uhr statt also wer da nicht kann der kann gerne vorne am einlass schon direkt bescheid sagen dann können wir den platz nämlich weitergeben an jemand anders also wenn morgen um 22 uhr nicht kann vorne am einlass beim rausgeben direkt bescheid sagen so ich wünsche euch alle wenn wir mal einen applaus für mr daniels sagen bitte ja absolut also ich will das komplette team das war keine leistung das ist ein riesenteam der förder da ist die da mitgemacht haben vielen vielen dank an mein ganzes team ihr könnt ihr auch mal nach oben kommen hier dahinten sind sie die gärtner und da vorne die frost weibs die unten die schilder auch dazu die tochter alle mal nach oben hier kommt alle hoch hier genau vielen vielen dank an euch ohne euch wäre das gar nicht möglich gewesen sind sie auch dazu genau und jetzt schaut euch gerne genau alle applaus noch mal fürs team hier leute kommen toll gemacht super vielen vielen dank sehr cool schaut euch jetzt gerne noch das ganze grusel drauf an es gibt viel zu entdecken es gibt ja auch eine kleine mine es gibt ein gruselhaus und dann wünsche ich euch happy halloween und wie gesagt die gewinner kommen auf venture und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen abend wer sind sie das werden sie nie erfahren doch elisabeth die dürfte ich mal bitte ihren ausweis sehen so natürlich nicht sie sind nicht im dienst nicht scheiße wir wissen sie das ja vorbeizt ich rede hier mit satan kommen sie mal zu mir und in unterhalb nacktisch hier die darin entschuldigung sind sie zusammen sie zwei sind sie mit satan zusammen natürlich bitter was mit der anderen mit dem blonden haben die ist mit dem werwolf mit dem werwolf mit dem grünen anzug ja gut mal versuchen so geben sie meinen tipp wer sind sie geben sie mir ecken tipp wer sind sie was ist das denn für ein satz ja kommen sie mal hier ist eine skiliederin und satan ja ich komme sofort ich komme erst wenn der satan mir sagt wer es ist dann geben sie meinen tipp wo ich ich finden wo ich sie wieder finde sie verteidigen wenn sie jetzt an sie die die satan habe ich ausgeht Das ist nochmal Just Right. Ja, das können wir uns herausfinden. Okay, wissen Sie was, Mann? Banz, was ist Just Right? Sagen Sie es. Nee, sag ich nicht. Sagen Sie es. Meine Lippen sind... Versiegelt. Just Right, ja, warten Sie mal. Meine Lippen sind versiegelt. Moment, 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 Moment. Ich bin ja Detective hier. Haha, als ob ich das nicht rauskriege. Just Right. Ja. Aha. Fahrrad. Mhm. So. Da können Sie direkt zur Hölle fahren. Jack Smith, das sind Sie doch, oder? Nein, bitte. Das hört sich an wie Herr Weiß. Das ist ganz ganz komisch. Nein, ich bin... Scheiße, Mann. Sie mit dem grünen Anzug, ja? Ja. Keiner kennt meinen Namen. Schenken Sie mir Ihre Werwolfmaske, bitte, Sir. Ich lasse auch die Finger von Ihrer Freundin in Zukunft. Ist das so oder so? Kann ich nicht schenken, da ist doch Leihgebühr drauf. Ich muss schon wieder abgeben. Ja, wie viel haben Sie denn bezahlt? Was weiß ich nicht, hat der Teufel bezahlt. Der braucht die morgen noch. Warum? Mutter, sind Sie es? Der muss nur auftreten. Ja. Mit Thriller. Gut. Satan, es hat mich gefreut, Mann. War eine tolle Kooperation mit Ihnen. Kann denn die anderen sagen? Hat mich auch gefreut. Ich gebe Ihnen noch hier was, Anne, ich habe nichts. Geben Sie mal wenigstens eine Umarmung, eine freundschaftliche Umarmung. Kommen Sie. Habe ich Sie schon mal festgenommen? Im Realleben? Tja. Das werden Sie auch nie erfahren. Okay. Satan, hat mich gefreut. Mach's gut, Mann. Aus der Reindiger. Aus der Reindiger. Oh Gott, ich kacke im Strahlen, Alter. Was ist das denn? Ja, mein Kohlenabgang zerstört. Herr Weiß, das kommt jetzt noch kurz rum. Was kostet das Ganze denn hier? Ich höre jetzt auf. Kommen Sie, Frau Barnes. Ich fahre jetzt auf die Fresse gleich. Herr Weiß, kommen Sie schnell mit? Hören Sie den Zug. Gehen Sie mit Honey und den anderen unbedingt in die Mine? War ich schon. Nehmen Sie. Haben Sie auch die Abzweigung? Haben Sie den Zug gesehen? Den Zug? Welchen Zug? Nehmen Sie die Abzweigung, die sieht man nicht, nach links. Die erste Abzweigung nach links. Was ist das? Ja, kommen Sie mit? Ja, ich war da jetzt schon ein paar Mal drin. Ich wurde, hä, die wollten uns ermorden. Wer? Ach, das, er weiß, das ist das geilste Erlebnis überhaupt. Also die Michaela Santos bin, dass das gerade alles passiert ist. Sag sie. Haben Sie das Rätsel gelöst? Wir haben nicht bei der Schnitzel mitgemacht. Wir haben den vollen... Warum haben Sie denn nicht... Ich habe es Ihnen doch gesagt, Sie tun die Kopf. Nein, Herr... Herr Weiß, jetzt... Soll ich Ihnen einen kleinen Tipp geben? Ich hatte überall Spotter. Oben, wo ich durch das Labyrinth gelaufen bin, habe ich Frau Stone oben aufs Dach gestellt. Die hat uns genau gesagt, wo wir hin müssen. Oh, Herr Weiß, Sie sind so ein Schwein, ne? Komm, geben Sie zu, es ist nicht schlecht gewesen. Gehen Sie in die Mine und gehen Sie nach links. Kommen Sie, wir gehen zusammen da rein. Wie Bruder und Schwester, wenn wir welche wären. Kommen Sie. Oh mein Gott, ich war schon mit meinem Bruder da. Kommen Sie, wir beide jetzt. Ich sehe aus wie ein Detektiv aus den 30ern. Hansi, ganz kurz. Entschuldigung, Entschuldigung, darf ich Sie nochmal ganz kurz alle herbitten? Einmal kurz herkommen, bitte, ja? Hat irgendeiner von Ihnen Lust, 1000 Dollar zu verdienen? Nein, nein, Sie müssten nur mir eine Wehrwolfmaske geben, die Mr. Daniels mir nie wieder wegnimmt. Darf ich das, Mr. Daniels? Ist doch nicht mein Problem, wenn Sie eine Wehrwolfmaske bekommen. So, sehen Sie, Sie haben es gehört. So, wer will 1000 Dollar verdienen? Ich hätte nur eine Einhauenmaske. Aber Herr Weiß, ich bin leider heute noch von der Bühne, weil es geht hier gleich weiter mit der nächsten Gruppe. Dankeschön, dass Sie trotzdem alle hergekommen sind. Stopp, kommen Sie mit. Stopp. Sie haben es versucht. Kommen Sie, kommen Sie. Sie haben eine Festnahme gut. Was? Was? Nein. Würden Sie mir die Wehrwolfmaske geben, bitte? Aber ich muss die doch zurückgeben. Ich gebe die zurück für Sie. Sie geben die für mich zurück. Ja, wir tauschen. Ich gebe Ihnen was anderes. Was geben Sie mir denn? Okay, was Cooleres. Sie kriegen eine Plastikmachete mit Blut dran. Eine Plastikmachete? Ich muss los. Mein Bus fährt. Und Sie geben... Äh, nee, ich glaube, äh, nee. Geben Sie mir doch die Wehrwolfmaske. Sie brauchen die doch gar nicht mehr. Hm. Hören Sie, ich habe tatsächlich heute Abend ein Date und ich möchte eine Frau schicken damit. Das ist lustig. Sie... Bist du dann jeweils? Ja. Sehen Sie? Jetzt haben Sie die erste Frau schon vertrieben. Das ist... Ach, die... Das ist keine Frau. Das ist, glaube ich, die hat auch einen Penis. Hören Sie, können Sie mir... Hören Sie, Sie wollen es auch. Ich will das auch. Ja, Sie wollen mir die Maske geben. Ja, Sie haben gerade noch was von 1000 Dollar gesagt. Ja, ich gebe Ihnen 1000 Dollar. Sie geben mir 1000 Dollar. Ich gebe Ihnen 1000 Dollar. Doch, das können Sie mir glauben. Die haben Sie wahrscheinlich nicht dabei, ne? Die geben Sie mir dann später. Nein, aber was? Wir machen einen Deal. Passen Sie auf. Sie kommen morgen zum LSPD oder nachher und Sie kriegen die 1000 Dollar. Ich habe da jetzt keine 1000 Dollar dabei. Ja, genau, das sage ich ja. Ja, und ich gebe Ihnen die... Ich bin ein Mann, das... Gucken Sie, wir haben hier den Totenschlechter... Wenn ich... Wenn ich... Ja, wenn ich lüge... Hier, ich gebe Ihnen die Hand drauf. Wenn ich lüge, dann darf die Dame mich mit den weißen Haaren... Darf mich dann mit der Axt oder was auch immer, die in der Hand hat, mich verprügeln. Naja, und ich habe ja hier theoretisch auch Zeugen, ne? Ja, Sie haben Zeugen. Ja, ich habe Zeugen. Okay. Äh, ich überlege gerade... Ne, die haben meinen Namen gar nicht, ne? Ich habe ja nur den Abholschein. Den kriegen Sie dann aber auch. Und Sie bringen die Maske zurück. Ich bringe die Maske zurück. Okay, und wenn die nicht zurückkommen, dann sage ich, Walter Weiß hat... Dann sagen Sie, Walter Weiß hat die Maske. Okay, ja, dann. Ja, gut, check. Dann, äh, würde ich sagen... Weil ich brauchste theoretisch... Also ich brauchste gar nicht mehr. Wofür? Ja, dann gehen Sie mal rüber, das Ding. Ja, dann bitte. Aber da kriegen Sie auch den Abholschein. Dann geben Sie mir... Ich habe eine Kettensäge. Oh Gott. Oh mein Gott. So, bitteschön. Vielen Dank. Also. Nein, das ist ja gar nicht der Abholschein. Sie kommen dann... Sie kommen dann zum... Sie kommen dann zum... Sie kommen dann zum... Sie kommen dann zum LSPD. Ja? Und Sie kriegen 1000 Dollar. Okay? Ja, ansonsten gehe ich zu Captain Kowalski. Oh Gott, lieber nicht. Ja. In der Bausaison. Sie wissen schon, wer ich bin, ne? Sie kennen mich nicht. Sind Sie die Freundin von Captain Kowalski? Nein, ich bin die Köchin aus dem State Prison. Oh. Entschuldigung. Wenn ich da mal Scheiße baue, dann machen Sie Essen für mich, ne? Ja, genau. Das kann ich da auch einspucken. Nein, sowas will ich nicht. Was? Finden Sie gerade, ich sehe intellektuell aus mit der Maske? Ähm. Also. Ja. Doch. Ja, ja. Also. Das ist toll. Sie kriegen 1000 Dollar von mir, Ma'am. Wie sagen Sie mir Ihren Namen? Äh, Arizona Cox. Sie heißen mit nachher Namen Cox. Arizona Cox. Sie heißen mit Vornamen Arizona mit nachher Namen Cox. Arizona Cox. Genau. Okay. Genau, Cox wie Fox, ne? Also, äh, C-O-X. Okay, ja gut, check. Gut. Frau Cox, dann kommen Sie. Dann kommen Sie morgen ins PD und kriegen 1000 Dollar, ja? Ja, Uhrzeit? Egal? Ist egal. Okay. Ja. Falls ich nicht da bin, fragen Sie nach Honey Marshall. Die gibt Ihnen auch die 1000 Dollar, ja? Honey Marshall? Ach, Frau Marshall? Ja, die kenne ich sogar. Ja. Die gibt Ihnen auch die 1000 Dollar, ja? Okay. Okay, dann, Frau Cox, ne? Grüße Sie mit dem Doktor und bis zum nächsten Mal, ne? Äh. Doktor Cox, kennen Sie? Nicht? Nein, nee, das haben Sie mich schon mal gefragt. Ja, kenne ich nicht. Alles klar. Macht es gut. Tschüss. Was denn da gemacht hat? Ah, ja klar. Woher? Eigentlich. Hallo? Moin. Mr. Campbell. Bitte füllen Sie ihn. Das ist für mich schon was aufhören, der Wolf, glaube ich. Ich habe gehört, dass Sie eine Krankheit haben. Ich tue es wirklich aus. Sie haben einen kleinen Penis. Was? Ich glaube, er will sagen, dass du einen kleinen Penis hast, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann das operieren. Okay. Wissen Sie, der Bass kickt so rein, man versteht nicht alles, was ich sage. Mr. Campbell. Ja? Ich. Ja, das ist... Hä? Ich habe gehört. Haben Sie irgendwie Sprachfälle oder so? Das Schlaganfall hat er gerade. Ja, Mann. Können Sie nicht, also, können Sie nicht mal mitspielen? Ach so, oh. Ja, man versteht sich nicht, wenn Sie so... Können wir nochmal von vorne machen? Man hört nicht so viel, weil der Bass so reinkickt. Können wir einmal jetzt in die Höhle da reingehen, wir müssen nach links abbiegen. Ja, da kommt so ein Zug, das ist schön. Okay, dann los. Ja, los. Ich will auch, dass wir alle geile Masken haben. Ja. Andi, zieh mir deine Maske an. Ja, klar, kein Ding. Ja, wir sind cool, seht ihr? Wir sind Team cool. Ha! Ja, wir sind Team... Wir sind Team, wir haben kein Auto. Scheiße. Kommen wir hier weg? Ja, wir fahren euch zum Auto. Ja, wir müssen Stone anrufen. Wieso? Die holen uns ab. Wenn die ein Auto hat. So fürs Team und so, weißt du, so viel. Also ich muss Kowalski anrufen. Oh, Kowalski, richtiger hier, vierundzwanzi... Ne, einunddreißiger, so hält ich. Vierundzwanziger? Vierundzwanziger? Hallo... Ein richtiger Vierundzwanziger. Wir sind ein richtiger Vierundzwanziger, ich glaube, das ist etwas Positives. Sagen Sie, der Kowalski soll mal herkommen. Das ist ja auch am 24. und so. Chief meint gerade, sie sollen herkommen. Der Chief meint gerade, sie sollen herkommen. Er ist so ein Gruseldorf. Das ist da, wo der Henker den kleinen Norden ausrufen hat. Sind wir hier richtig? Ja. Bei diesem Camp. Da ist so ein Trailerpark-Camp-Dingsrums da, ja. Geht das nicht hier drin? War das nicht hier? Ja, da rein. Ja, war es. Und ja, nee, 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 es ist tatsächlich durch. Wir sind hier am Endziel quasi. Oh mein Gott! Sind Sie Kill Bill? Ja, kommen Sie wahrscheinlich auch rein. Haben Sie einen Katana? Äh, gerade nicht dabei. Aber Sie kennen Kill Bill. Natürlich kenne ich Kill Bill. Aber ist Kill Bill eine Inspiration für Ihr Outfit? Ja. Weil dann sage ich Ihnen nur eins, Ma'am. Der Motorrad ist gerade nicht da. Finde ich Kill Bill. Wollen Sie ein Foto mit dem Werwolf haben? Weil dann habe ich ein Foto mit Kill Bill. Wir können gerne eins machen. Gut, wie heißen Sie denn? Äh, Lucy. Lucy. So, Ivanov, hier, machen Sie mal ein Foto. Ah, magst du leuchten, Honey? So, mein Handy, ne? Hier. Ja, oh, danke schön. Ihr müsst noch eine coole Pose machen. Warten Sie mal eben. Okay. Ich habe eine Lieblingspose, eine neue, kann ich Ihnen sagen. Was ich Ihnen mal sagen. So, jetzt... Spooky. Ihr bereit? Aus, oder weiß? Ja, machen Sie jetzt das Foto. Hier, mach ich doch. Ja, gut, ein bisschen näher, ruhig. So. Danke. Oh, schön, wenn Sie das aus. Jetzt haben Sie sogar meinen Namen gesagt. Sie sind so ein Dulli manchmal, ganz ehrlich. Ja. So, geben Sie mal mein Handy wieder. Alles gut. Gut. Ja, bitteschön. Scheiße, Sie sind echt aus wie Kill Bill. Ich komme darauf nicht klar. Wie heißen Sie dann richtig? Ja, Lucy Valentine. Was machen Sie beruflich, Frau Valentine? Ähm, einiges. Unter anderem bin ich Friseurin. Friseurin. Hilfe, ein Einhorn will ich töten. Gut, jetzt wird es pervers und eklig. Haben Sie doch einen schönen Tag. Gleichfalls. Ach, Agent 47 auch hier. Ey. Ist das geil gemacht, Leute, alles? Können wir das einmal bitte sagen? Ist das geil gemacht, alles, Leute? Wir müssen echt mal das ganze Team loben. Wirklich. Es ist insane, Alter. Ja, die Mapper alles. Moin. Verstehe ich. Links abbiegen, ne? Ja. Hä? 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 Ivanov? Ja. Ähm. Besser siehst du es hier so dunkel. Komm, war sie schon beim Zug? Äh. Ich wusste, äh, ich wusste OEC, dass die an sowas arbeiten. Und ich hab extra, extra nicht, ähm, hallo. Hallo. Ich hab extra den Thread davon nicht geöffnet, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte, Leute. Und die haben mich echt weggehauen, also wirklich, es ist insane. Das zeigt einfach mal, wie krass Lucky Five ein Alleinstellungsmerkmal ist, ne? Diese Mapper, die, ähm, die ganzen Devs, alle, die dabei sind, es ist wirklich verrückt. Oh, lol. Hab ich das gesehen? Oh, lol. Warten Sie mal, wer sind Sie? Ähm, ähm. Was? Ich bin Layla. Haben Sie sich verlaufen? Ähm. Nicht direkt. Leben Sie hier in der Höhle? Hm, vielleicht zeitweise. Okay. Ja, mein Name ist Mr. Wolf. Und ich lebe draußen. Können Sie kennenzulernen, Mr. Wolf. Ja, freut mich. Ich geb Ihnen mal die Hand. Hallo. Ja, peace. Okay. Ja, cool. Wie ist es da draußen so? Wollen Sie nicht mit rauskommen? Ach, ich weiß ja nicht, was da draußen so los ist. Ich find hier den dann schön. Da draußen ist ne, ist ne, ist ne tolle Welt. Da gibt's... Mond. Da gibt's den Mond. Da gibt's... Das ist irgendein Weg. Da gibt's den Mond. Und da gibt es... Andere Tiere. Halt's Maul jetzt da hinten. Aber hier gibt's doch so komische, ähm, gesprächende Geister. Wollen Sie mir die mal zeigen? Ja, erst mal muss ich was essen. Gut. Was essen Sie denn so gerne? Ach, ich hab gehört, so ein Gehirn soll ganz lecker sein. Gehirn? Haben Sie auch eins für mich? Hm. Ach. Ach, also so ein... Nicht direkt eins, aber ein belegtes. Belegtes. Belegtes Gehirn, ja, kein Problem. Also nein, ein Cent. Ach so. Belegtes Gehirn. Ja gut. Dann zeigen Sie mir doch mal Ihren... Das klingt komisch, wenn ich das jetzt sage. Gang. Zeigen Sie mir mal Ihren... Ihre Höhle. Ach, klingt auch... Zeigen Sie mir mal Ihren Gang. Klingt auch falsch. Zeigen Sie mir mal Ihr Zuhause. Ähm, ja gut. Also da hinten sind... Warten Sie kurz. Hauen Sie ab jetzt. Hauen Sie ab jetzt. Gehen Sie einfach weiter. Gehen Sie weiter. Ich bin der Wolf. Gehen Sie weiter. Ciao. So, ja. Was ist denn da hinten, wenn ich da hingehe? Ja, ich habe auch noch nicht alles erkundet. Ich weiß nur, was da hinten... Ähm... Ganz schön große Spinnen sind. Die sind ganz schön putzig. Okay, wollen wir dann das mal erkunden gehen? Ähm... Ja, wieso nicht? Dann gehen Sie aber vor. Ähm... Ähm... Okay. Okay. Oh, wie nett. Dankeschön. Was? Er hat eine Blume hier. Ja, denn... Oh. Was bedeutet das? Vielleicht hat er mich gerne. Ah, ja. Das glaube ich. Der möchte ja nicht, dass sie hier ausziehen, ne? Ja, ich glaube, der will auch, dass ich hier bleibe. Aber gehen wir trotzdem mal weiter, würde ich sagen. Ich will wissen, was da hinten passiert. Ja. Richtige Groupies hier. Sind das Ihre Fans? Können Sie singen? Können Sie singen? Sorry, Leute. Das ist einfach so unangenehm witzig. Ah! Was ist das denn? Was zur Hölle war das denn? Ähm... Ja, gut. Ich glaube, das ist der Zug nach draußen. Ich glaube nicht. Der ist ja da draußen, weil ich fährt. Ich glaube, der fährt wo ganz anders hin. Wo geht es denn da weiter? Ähm... Gute Frage. Will ich das wissen? Echt schon. Hier ist Ende, oder? Ganz schön dunkel. Hier ist Ende. Wenn jetzt wieder so zukommt, ich habe echt Angst. Ich bringe Sie jetzt raus. Ich bringe Sie jetzt in Sicherheit. Aber das sind doch meine Groupies. Ich meine ich. Können Sie singen? Hallo. Hallo, schönen Abend. Hallo. Sie sehen gut aus. Danke. Sie auch. Können Sie singen, Ma'am? War es sogar? Hallo? Dann gehen Sie mal weiter jetzt. Hä? 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 Können Sie singen, Ma'am? Ähm, ähm... Weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht probiert. Dann versuchen Sie es doch mal. Können Sie so einen... So einen Song, der passend zur Stimmung ist? Zur Höhle oder so? Horror-Song? Oh Gott, mir fällt gerade tatsächlich nichts ein. Okay. Bitte an der Uhrzeit liegen. Wollen Sie jetzt hier bleiben, oder wollen Sie raus? Ich weiß doch gar nicht, was draußen auf mich wartet. Ich bin ja lauter böse Menschen. Das sind keine bösen Menschen. Ich bin der Wolf. Ich kann Sie beschützen. Gucken Sie mal meine Zähne. Ähm, das soll mich jetzt überzeugen? Brauche ich, wenn es nicht überzeugt. Ich habe es versucht. Kommen Sie. Ich bringe Sie raus. Ja, gut. Und Sie sehen eine ganz neue Welt. Okay? Und ich zeige Ihnen etwas. Kommen Sie mit. Gehen Sie vor. Wenn es da Gehirne gibt, bin ich froh. Da gibt es ganz viele Gehirne. Wie heißt denn Ihr Vater? Auch wenn ich das wüsste. Ihre Mutter? War bestimmt auch mal irgendwann. Äh, auf dieser Welt. Äh. Oh Gottchen! Das ist Gott sei Dank nur eine Lichtshow, glaube ich. Also der ist echt, der ist echt. So, weiter. Gucken Sie da weiter. Weiter, 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 weiter. Ich habe gerade gleich neun, zwei Viertel-Vibes. Ja. Ja, ja. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Ja. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt, ne? Aber es ist einfach so unfassbar dumm. Wer ist das? Ah. Ich würde gerne wissen, wer das ist. Hallo, lieber Dennis. Hallo, liebes Lucky5-Team. An dieser Stelle ist mal kurz der beste Zeitpunkt, um Danke zu sagen. Heideltau, danke für das geile RP. Danke für die guten Mappings. Es macht immer so Spaß, euch zuzugucken und ihr macht uns immer wieder glücklich. Bleibt alle, wie ihr seid und viele coole Mappings und geiles RP. Ich liebe euch. Grüße, Sadia und Jonas, Herr und Frau Cartoon. Liebe Grüße zurück. Danke für die lieben Worte. Gebe ich ans Team so weiter. Ich kriege von Hanni gleich so einen Box in die Fresse, ne? Aber es ist, Leute, es ist mal lustiges RP. Nimm das nicht so ernst. An übelst Barney Stinson-Wipes hier. Switch Prime, Leute, richtig. Rein da, Leute! Hat's Pan denn auch gefallen, das Gruseldorf-Chat? War die DB. Ja, die wäre zu spät gekommen. Cupcake, danke für sechs Monate. Mafuyuhypi, Mafuyuhypi, Mafuyuhypi. Der nächste Stream ist am Sonntag, Leute. Frau Cartoon. Darauf habe ich doch richtig ausgesprochen. Frau Cartoon. Frau Cartoon. Frau Cartoon. Wie gefällt euch das denn mit dem Gruseldorf, Leute? Habe ich euch zu viel versprochen für den Stream heute? Jeder zwölf weiß was Besonderes. Ich glaube, ich lehne mich weitaus vom Fenster, wenn ich sage, dass kein anderer Server bei dem Event mitteilen kann. Jada. Jada. Habe ich das richtig ausgerufen? Jada. Jada. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ich, ich unterhalte nicht mit der, dann, dann funktioniert das. What the fuck ist das hier? Release. Was? Warte, oh. Ist die erreichbar, die Wäschte? Ähm. Ich finde, ich kann auch einfach mit der telefonieren, dann passiert das auch. Jetzt kommt's. Pff, warte. Wäschte, meine Wäschte, was geht ab? Ach, du heilige Scheiße. Wenigstens. Achso, ja, Kerle, weißt du, ich sitze hier gerade ab im Wagen, ich muss ein bisschen mit ihr schwätzen, weil der Chief will wissen, ob ich Dialekt sprechen kann. Ach, du meine Wäschte. Aber, der Dialekt, der kommt ja immer nur so ein bisschen raus, wenn ich mit dir schwätze. Ja, geil, das ist so krass, Kerle. Was, was geht's von dir? Was, was für Gelle? Hä, Kerle, nicht Gelle. Kerle. Oh, Mann. Kerle. Oh, Mann. Wir müssen dem echten Dialekt beibringen. Ja, Mann. Das ist so nett. Ja, aber Freilie geht. Ja, Freilie geht, das war, war. Jetzt geben wir ehrlich mal schöne Namaßen trinken. Ja, Mann. Das war der 10,60. Der ist mit 84 durch die Stadt gefahren. Ja. Also, normal für mich kann man halt, ne? Angegen. Okay. Alles klar, mach's gut. Ciao. Ich finde es krass, dass du mit einer Behinderung leben kannst. Du bist so ein Arsch. Ach, du nein. Ist ihr den überfallen jetzt hier, oder was ist hier los? Alter, der liegt ja halt. Der liegt ja am Boden. Aber wir können ja nicht hingehen, wir kriegen Geld auf Fresse, wenn wir da hingehen. Soll ich die Kollegen anrufen? Ja. Heilige Scheiße, was ist passiert? Äh, wurde umgeboxt. Haben sie den Krankenwagen schon gerufen? Der kommt gleich wieder zu sich. Äh. Ich hab keine Zeit für den Krankenwagen, der nimmt gleich einen Flieger. Ja. Wer nimmt einen Flieger, der umgeboxt wurde? Ja. Er wollte gerade das Land verlassen. Er wollte gerade das Land verlassen. Ja. Er wollte sich Urlaub machen. Ich glaub, der macht dort gar keinen Urlaub mehr. Sagen bitte, wie es ist. Er wollte fliehen vor dem Elend hier. Gehen Sie mal hinten ruhig da, Sie, aufmüpfiger Sie. Ey, von so einem Affen lass ich mir jetzt hier gar nichts sagen. Wolf, Sie Idiot. Wolf. Das ist wirklich cool. Oh, das ist aber ein komischer Wolf. Oh, der gleich ist wieder dich. Kein Stress vor dem Lulitas. Tja, ist ja gut. Ich bin doch friedlich. Kennst mich doch. Ich definiere vor dem Lulitas. Habt ihr ein Wasser? Soll ich mal eben kurz was tun? Ja, ich hab Wasser. Hab ich hier, kein Ding. Haben Sie ihn schon auf die Seite gelegt? Ja, klar. Was war denn jetzt das Problem? Warum haben Sie den jetzt denn überhaupt geboxt? Oh, weil die dumm sind. Wer hat denn geboxt? Ach, keine Ahnung. Also erstmal geht es niemand an, der hier eine Maske trägt und random dazukommt. Natürlich geht mich das an, weil ich bin der Wolf. Nein, hören Sie, ich fahr hier dran vorbei und hier liegt ein Herr. Ja, aber es sind ja genug Leute da, die ihn kennen und sich Sorgen machen. Da müssen jetzt ja nicht maskierte Leute dazukommen. Entschuldigung, aber es ist unhöflich. Und ich, wissen Sie, wer ich bin? Halloween ist morgen. Ja, toll, mein hässlicher Wolf. Ja, aber laut Sonderbeschluss, laut Sonderbeschluss hab ich Hausrecht in meiner Wohnung und darf... Oh, Gott. Scheiße, Mann. Nee, Maske bitte wieder auf. Bitte wieder auf. Bitte wieder auf. Oh, Gott, das erträgt der Kleider. Ach, du Scheiße. Also. Oh, Gott, Kenny, ich glaube, ich bin blind. Können wir mal eben bitte ganz kurz damit aufhören? So, geht's Ihnen gut? Alles in Ordnung? Danke. Ja, das ist gut, Mann. Alles gut bei Ihnen, Sir? Kleinen Fotz, ne? Ja. Was geht denn mit dir? Keine Ahnung. Nein, ach. Wer ist jetzt ne Fotze? Meine Nase. Hier, Kumpel, hast du Spaß gemacht? Er meint den Typ, der ihn umgeboxt hat. Wer hat sie denn geboxt, so? Wer war'n das? Niemand. Scheiße, denkst du, ich fragte ihn am Ausweis? Ja, aber ist derjenige noch hier, Mann? Das war meine Frage. Nein, der ist ja nicht. Ah, der hat den Deckel schenkt. Das ist doch nicht, Mann. Gut. Der ist abgehauen. Ach, nö, wir wollen doch jetzt einfach nur. Warum? Kommt die denn jetzt? Ja, perfekt. Abtruiniert. LSPD, bitte einmal, nehmen Sie mal bitte erst mal die Masken alle ab. Ja, Polizeikontrolle, Sie kennen das, Masken ab. Egal, ob es Halloween ist. Nehmen Sie die mal ab. Die Bandanas. Runter damit. Wunderbar. Nehmen Sie die mal ab. Gut. Anderson, hier liegt einer. Was ist die los? Der hat es eins auf die Fresse gekriegt. Wo? Hier. Weg vor uns. Der hier. Kann ich Sie ja mal bitte auf dem Gehweg bitten? Das sind hier gerade ein bisschen zu viele Menschen um die Person rum, ja? Da kommen wir unsere Bikes irgendwie in die Seite vor. Äh, am besten, ja. Das wäre super, wenn ich eben auf die Seite stehen könnte. Dankeschön. Äh, Chief, Sie waren vor Ort, ja? Ja, ich bin gerade dran vorbeigefahren, dann war hier eine Menschentraube und er lag am Boden. Er will aber nicht sagen. Also irgendeiner hat sich hier, hat ihn umgeboxt. Wollte aber nicht sagen, wer es war. Alright. Äh, der liegt hier vor mir, ja? Ne, der ist jetzt da rübergegangen. Schauen Sie mal, das ist der, der da sitzt. Der da sitzt. Aber da kümmert sich niemand rum. Hier werden Wohnungen ausgeraubt, da kümmert sich niemand rum. Sie wurden, äh... Ja, hier, ja. Danke. Leute, unser Flieger geht gleich, wir haben dafür gar keine Zeit. Wer sind Sie denn, Ma'am? Alter, wir hauen gleich für immer ab. Ja, Ma'am, 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 Ma'am. Ja, Ma'am, Ma'am. Ja, Ma'am, Ma'am. Ja, Ma'am, alles gut, alles gut. Die Melix, die sich den Herrn einmal an, ja? Wie heißen Sie denn, Ma'am? Einen schönen guten Abend. Lassen Sie die Melix ein bisschen Platz am besten. Ma'am? Ja, am besten mal einen Schritt zurücktreten, die hier nicht in die geht. Genau, Ma'am, Ma'am, kommen Sie auch mal zu mir. Ich bin die Freya Fox, deren E-Mail sie seitdem ignorieren, seitdem wir abgemacht haben, so, aber jetzt können Sie mal ganz kurz ruhig bleiben, so, folgendes, also, Sie wollen jetzt ausreisen, ja, scheiße, so viele Klops habe ich ja nicht mal gesehen, wenn eine Uhr schluss. Aber das Lolita, es geht doch Ihnen. Ja, nein, ich habe das an Judy überschrieben. Gut, und Sie wollen verschwinden für immer. Wo tut es denn weh? Also auf Weltreise, ja, das war eine Runde nach Hawaii. Hawaii ist schön, gut. Auf jeden Fall. Alles klar, gut. Wir wollen ganz bestimmt nicht jetzt noch Ärger, so. Sie haben ja keine Ärger, aber wenn ein Mensch auf dem Boden liegt und verletzt wird, dann kommt die Polizei und ein Rettungssanitäter. Das ist dann, äh, ich will jetzt ausreisen. Eigentlich können Sie den Herrn auch nicht mehr ins Flugzeug setzen, wer weiß, was der für einen Schlag abbekommen hat. Ja? Ja, bezahlen Sie das neue Ticket? Hey, habe ich mich geprügelt oder der Herr? Wer hat ihn denn geschlagen? Hallo? Ist der Herr denn noch zufälligerweise hier? Oh, ich muss an den Automaten. Nein, habe ich doch schon fünfmal gesagt, dass der nicht da ist. Was sind Sie denn so unhöflich? Ja, weil ich gerade gar kein Bock auf das Bestehen. Ja, dann verpissen Sie sich auf die andere Straßenseite. Gehen Sie rüber. Gehen Sie auf die andere Straßenseite. Gehen Sie auf die andere Straßenseite. Herr Maximus, bringen Sie die Dame auf die andere Straßenseite. Mein Gott, dieser Kindergarten immer. Ich will ausreisen. Ich habe jetzt gar keinen Bock mehr auf RP. So, wenn ich jetzt hier so ein bisschen auf die Nase drücke. Man kennt das. Ja, die tut schon so. Komisch wissen, ja? Aber das ist jetzt sicher. Das wild ist man. Mal gucken. Ja, ich nehme hier mal die Tamponade. Ne, klingt wie Tampon? Ganz kurz an Sie, ja. Da ist was mit dem Tampon? Ja, bitte. Was? Also, ganz kurz, danke, dass Sie da erste Hilfe geleistet haben, ja? Scheiße, das würde ich mich aber ganz krass. Das ist nur eine skurrile Situation. Der Herr wird niedergeschlagen und die Dame sagt, die will gar keinen Stress, die will auch keinen Arzt, die will einfach nur zum Flughafen und ausreisen. Die will einfach nur ausreisen. Ja, es ist ein bisschen skurril, weil der Herr gerade verletzt ist, wissen Sie? Deswegen, ich habe keine Ahnung, ob die irgendwelche Substanzen zu sich genommen hat oder so, weil wenn jemand von mir oder meinen Freunden umgeboxt wird, dann kümmere ich mich erst mal darum, dass es ihnen gut geht. Ja? Die ist nur entnergend, weil sie Angst hat, ihren Flieger zu verpassen. Ja. Ich verpasse gerade ihren Flieger, der kann nur meins. Dann verpasst ihr den Flieger, aber wenn der Herr da ihr Freund ist oder sonst was, dann sollte der doch erst mal wieder auf die Beine kommen, oder? So. Ja, sagen wir es mal so. Ich glaube, der Herr hat schon anderes mitgemacht und die zwei Schläge nocken ihn nicht so aus. Ja, ja, ich verstehe das schon. Klar. Gut. Alles klar. Wie heißt es? Herr Schiff. Ja, bitte. Sie schulden uns noch Bier, habe ich gehört. Ja, Sie schulden uns noch ein Bier. Stimmt. Im Palito oben, ne? Ja. Ja, genau. Ja. Ich bin ein Mann des Wortes. Wann sind Sie das nächste Mal da oben? Leben Sie da oben? Ja. Gut, das kriegen wir bestimmt Mittwoch oder Freitag hin. Ja, klar. Alles klar, wir nehmen Sie beim Wort. Oder wissen Sie was? Gehen Sie... Ja, doch, wir machen das so. Ja, ja. Sie finden ja bestimmt irgendwo mal eine Nummer. Die hat ja jeder in der Stadt irgendwo. Rufen Sie mich an und jetzt... Hä? 9-1-1. Ja, richtig. Lieber nicht da anrufen, weil dann ist es Missbrauch des Notrufs. Nein, das sollte aber machbar sein. Geht's? Hast du ja nicht ne, 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 besetzt. Ja, auch. Haben Sie irgendwie auch recht. Äh, nee, gibt das nur von... Maximus, alles okay? Wir waren gerade los. Ja, 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 ja. Dann haben wir es erst gesehen. Meine Güte, sie haben aber auch echt... Ich hab's im Augenwinkel. Hade ich mal kurz zur Frage stellen, was kostet denn so ein Motorrad hier? Die, äh, weiße. Ja. 26.000. Boah. 26.000. Das ist ne Nightblade. Auch schlecht. Nicht schlechtes Motorrad. Ich hatte auch mal ein Motorrad, aber da hab ich es immer noch nicht mal wieder gefunden. Wissen Sie, das ist das Problem? Das war dann einfach weg. Meinst du nicht, dass das mittlerweile dann, ähm... Vielleicht ist einfach so ein neues. Ja, ich hab schon echt öfter überlegt, mir ein Motorrad zu... Und ne Wolfsbane hatte ich mal, aber das ist ja nichts. Oder? Wolfsbane ist gut zum Anstecken. Was heißt jetzt nix? Das ist auch ein schönes Bike. Ja, der Motorrad richtet sich nicht nach dem Preis, sondern nach dem Geschmack des Fahrers. Wissen Sie, was ich aber schade finde? Viele Leute kaufen sich immer solche Supersportbikes, wie zum Beispiel der Herr da oder die Dame da drüben. Herr ist das, glaub ich, da drüben. Aber ich finde, wenn ich mir ein Motorrad kaufen würde, würde ich mir immer so ein Motorrad kaufen. Weil der Klang ist doch das, was es ausmacht. Und die klingen wie ein Rasenmäher, find ich. Amen. Wenn Sie mit so einem Motorrad fahren, das scheppert ja. Da ist ja wirklich ein Volumen im Sound, ja. Und das ist ja für mich deutlich als Motorradfahrer, glaub ich, das, was mir viel mehr Spaß macht. Was die Seele, was die Seele des Motorrads ausmacht. Wenn es Ihnen um den Sound geht, kommen Sie gerne bei uns oben vorbei, dann können Sie mal als Zombie-Shopper-Probe fahren. Das ist der beste Sound, den Sie hören können. Zombie-Shopper? Ist das nicht das Motorrad mit den roten Lichtern? Nein, nein, das ist die Sound. Was kostet denn eine Zombie-Shopper? Da gehen Sie auch bei. Da sind Sie im Beflügen. 26. Boah. Jo, 26 für Sie. Ist das so die Top-Klasse der Motorräder dann? Zumindest im Chopper-Bereich, ja. Im Chopper-Bereich, ja. Das ist mit in der Top-Spitze. Ich habe aber eine Frage. Warum haben Sie gesagt, kein Stress vorm Lolitas? Sind Sie irgendwie hier... Das ist unsere Stammfahrer. Wir haben keinen Bock, dass hier umgeboxt wird. Okay. Kann man ein Bier nicht genießen. Aber wenn Sie... Es ist jetzt eine sehr, sehr direkte Frage. Wenn Sie hier sind, sind andere Clubs hier nicht, oder? Wieso? Das eine schließt doch das andere nicht hier aus. Richtig. Also, das ist ja ein freier Laden, ja? Ja, ja. Sagen wir es so. Wenn wir hier sind, machen andere Clubs keinen Stress. Okay, das ist das, was ich hören wollte. Ja. Okay. Ja gut, check, check. Gut, dann machen wir das Ding hier fertig. Ich danke Ihnen, ja? Ja. Ist doch ein bisschen doch, wenn Sie sich nicht in der Zeit lang nicht bereit passen, wissen Sie? Ja, genau. Ja, all right. Ja gut, alles klar. Falls ich irgendwelche Rückfragen habe, dann würde ich Sie versuchen zu protektieren. Ja, einfach bin ich ja trotzdem. Ja, klar. Ja, genau. Alles klar. Dann würde ich aber am besten vorschlagen, dass Sie vielleicht mit Ihrer, ich weiß nicht, ob Ihre Freundin, Ihre Frau oder Kollegen da vielleicht von hier, ja, aus dem Bereich erstmal fernhalten. Sie sollten dringend eine Eheberatung anstreben, Sir, wirklich jetzt. Was wollen Sie mir denn jetzt hier sagen? Wie ist die Eheberatung? Ja, nee, passen Sie mal auf. Sie liegen am Boden, ja? Ja, wir wollen uns um Sie kümmern. Dann sagt die, während der Krankenwagen kommt, ja, nee, 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 wir brauchen das jetzt alles nicht. Wir wollen einfach nur zum Flughafen. Ja, hat Sie doch alles richtig gemacht, oder? Ja, aber Sir, man will Ihnen doch erstmal helfen, oder nicht? Ja, schon ein bisschen kümmern Sie mal jetzt hier nicht so auf scheinheilig, Herr Weißer. Wieso denn auf scheinheilig? Wenn Sie, egal welcher Bürger am Boden liegt, mir ist es immer wichtig, dem zu helfen. Ach, warum, Sie haben so einen guten Tag? Sir, ich bin gerade privat unterwegs, ich habe gesehen, Sie brauchen Hilfe, ich bin stehen geblieben, ich hätte auch weiterfahren können, oder? Wissen Sie, weil ich nicht könnte, ich würde Sie sofort einen Ohren ausstellen. Warten Sie, Sir, wir waren die einzigen, die Ihnen einen Krankenwagen bestellt haben. Die anderen wollten warten, bis Sie wieder wach werden. Ja, es ist sehr respektabel, ich, äh, wenn ich, äh, vorweilen lehre und meine Kubana rauche, dann denke ich an sie auch. Ja, nehmen Sie doch mal Hilfe einfach an. Ja, komm. Schöner Wagen, Herr Weiß, oh? Kann ich nur zurückgeben, Mann. Ja, kein Problem, Herr Weiß. Aber nicht rot. Natürlich, Herr Weiß. Ich meine, wir wissen ja, warum Sie einen weißen Wagen fahren, Herr Weiß, oh? Nee, eigentlich sollte er eine andere Farbe haben. Ja, ist schon klar, sie versuchen so mit, die Unschuld in Person freizugeben, aber wir wissen halt, das stimmt nicht so weit auch. Nur mal so eine Frage, ist das Ihr Auto? Nee, das ist nur geliezt, Bro. Wie verdammt hässig. Ja, genau, wo ist eigentlich Candys geputzt als Geschenk, du Wichser? Ist das so normal bei Ihnen, dass Leute aufs Auto spucken? Auf Essige Autos auf jeden Fall. Sie können froh sein, Sir, dass hier gerade viele andere Cops sind, sonst hätten sie schon längst eine Kugel in der Fresse, Sie Arschloch. Was sind's du denn, Junge? Hey, sonst, ihr den Wichser? Ah, nee, nicht das von dir da. Ah, auf den Boden. Hey, da liegt der große Mann aber auf dem Boden. Ach, nö. Dein schicker Anzug wird ganz dreckig. Wir walten doch nur zum Flughafen. Ja, du putter, du. Hallo, Hanni, na, schau mal, ich wollte noch mal am Gesichter, Vereinheiten, zwei Traverschussverletzte. Im ersten Fall, wir müssen hinterher, ne? Ja, halt, ja. Was? Das ist der, du meinst der Typ, der da gerade die Scheiße fließt auf die Bode? Ja, dann müssen wir trotzdem einmal her schicken, ja? Ne, der ist von der Polizei. Ich tue Flughafen. Okay, tschau. Ja, ja. Ja. Die Pose steht Ihnen, Mr. Weiss. Ja, die Pose steht Ihnen. Jetzt gehen Sie her voll, ey. Haben Sie Übung, was? Ja, hauen Sie auf. Ich habe. Ich habe mal ein First-Eck-Aid, ja, bleib bei ihm. Ja, mach mal, bitte. Die ist auch schon kontaktiert, die sind auf dem Weg. Händen Sie bitte einmal hier ein bisschen. War das in einem Taser-Shoes oder was? Ich will gar nichts mehr, aber ich finde es lustig. Ich kriege allen zu viel. Das ist zum Kotzen, der will nur gesehen, der holt aus und dann ... Zurück zu treten. Ja, ich hab's auch gesehen. Oh ne, guck mal was da drin. Erstmal die gleiche Scheiße mit den Idioten. Oh, er weiß. Ja, das sind drei von dir Dings, fand ich. Ja, schicken sie mir noch ne Einheit. So, hier... Jetzt tritt der auch noch gegen das Auto. Könnt ihr den mal wegcasern, festnehmen? Was wär? Ja, Foli hat gegen das Auto getreten. Oh mein Gott, ey. Ja, gegen unseres. Achso. Ja, der Kollege ist dran. Foli fest, nehmen Sachbeschädigung. So, erstmal hier gekippt. Wo hat er sich denn aufgeschlagen? Habt ihr das gesehen? Da vorne gekippt. Ah, hier am Kopf wahrscheinlich bist du, ne? Ja, ja, ja. Ach, der hat erstmal Platz für mich gehabt. Du hast den Mann... Nee, nee, nee. Ah, ja, ich seh's. Okay, er ist wieder bisschen aufgegangen. Ja, komm, hier drauf drücken. Haben die irgendwo ein Kühlpack vielleicht irgendwo was? An der Bar können wir ja gleich nachfragen. Ja, ich, ich frag mal schon nach. Ja, ich frag mal schon nach. Ach, so ein Blöds. Nee, mach du das. Ich frag da nicht nach, nein. Ja, mach du das. Bei was? An der Bar nachfragen, ob die hier ein Dings haben, einen Kühlakku. Aber wenn da drüben Ace Jameson steht, mach ich einen Teufel und lauf auch noch hin. Ja, dann ihr beide bitte. Könnt ihr da ein bisschen nach Eis fragen? Ja, ist klar. Will der jetzt hier mit Folie kuscheln oder nehmt ihr den fest? Okay. Okay. Ich beauftrag gerade gleich Rapport. Der soll nicht verstehen. Jeder zwei weiß was besondere Chat. Jeder zwei weiß was besondere Chat. Jeder zwei weiß was besondere. Nein, du hast doch von so einem nicht aus der Nase rumtraten. Der hat sich schon das ganze Ding weggekifft. So. Jeder zwei weiß was besondere Chat. Ich liebe es so. Okay, ich geh kurz zum Kollegen, zum Vorleder. Habt ihr ihn Glück, ja? Kümmert ihr euch um ihn? Ähm, Handi, hier kommt's. Ähm, Maximus, hol mal. Maximus. Maximus, kannst du mal Eis holen an der Bar oder so? Jaja, ich hol mal schon mal. Die Adams hat mich ausgenommen, Chat, ne? Irgendjemand soll mir eine Zoli hier aufhören zu kuscheln. Der soll den festnehmen, Alter. Will der dem auch noch den Arsch lecken? Ich krieg bald hier ganz zu viel. Leute, bei 3500 Subs gibt's den nächsten 12 Stunden Stream. Der ist immer besonders. Ich sag's euch. Hält eigentlich nichts mehr ein. Haben wir nur noch Arschrieche hier im PD, oder was? Twitch Prime, Ladies and Gentlemen. Twitch Prime. Jeder fünf Sub gibt's. Und der nächste Zwölfer wartet am Sonntag. Was mir vorgefallen. Was vorgefallen ist, wir sind hier angekommen. Und wir wollten eigentlich einen Zoli das was trinken. Dann lag da einer bewusstlos auf dem Boden. Weiß Gott, wie viele Leute um ihn rum. Dann haben wir euch angerufen, dass ihr herkommt. Der Typ ist dann auch wieder aufgestanden. Die wollten das nicht strafrechtlich verfolgen. Soweit war das dann gerufen. Hier, der Chief ist dann nochmal irgendwie hier rüber. Wollte mit irgendjemandem reden. Dreht sich um, will wieder zurücklaufen. Und kriegt dermaßen eine mit. Dann wurde rumgetastert. Chief wurde auch getroffen. Ja, und jetzt haben wir hier den Salat. Dann kam Foley noch die Pissnelke und tritt gegen das Auto. Tritt nochmal nach. Aber Foley hat doch aktuell wieder Bock auf Inters. Was für Tritt nochmal nach? Ich bin nicht. Keine Eisbottel. Also ob die keiner Eisbottel hat. Hat auch nicht einer auf dem Hinterkopf bekommen, oder? Was macht ihr mit dem Anwalt? Hallo. Die sind so unfähig, dass sie ihren eigenen Schiff umgeben. Das ist der Chief. Ja, natürlich ist er das. Mit seiner hässlichen neuen Friese. Würden sie sich hier entfernen vielleicht? Ich verpiss mich schon. Keine Angst. Ich weiß, dass es Andy ist auch kontaktiert und die bewegen hier. Das ist auch nicht hierher, Alter. Ich find's so geil, wie die alle tiltet sind. Ich find das auch lustig. Ey, sogar Anderson wurde sauer, Alter. Das ist auch schon krass. Aber warum der Typ jetzt auf Walters Autos gespuckt hat, er gibt für mich null Sinn. Ich hab diesen Charakter nie gesehen. Noch nie gesehen. Wer hat denn die informiert? Ja, ich! Ich, die sollten gleich da sein. Okay, dann. Zwei. Wenn ihr besucht... Fuck auf die 3,5k, das Geld haue ich seit Jahren in andere. Liegt aber nur daran, dass man auf jeden anderen Server gebannt ist und kein geiler Streamer immer auf Lucky kommen will. So, jetzt, jetzt bitte bannen, weil hier komm ich nicht mehr rein. PS nicht vergessen. Ey, warte mal, ich will nicht, warum bannt du das? Mach das mal, mach das mal zurück. Mach das mal zurück. Ich will... Ich will gerne wissen, mein Gott, ey. Kann man immer die Fenster da vom Streifenwagen zu machen? Die Scheiße kann sich auch keiner anhören. Ich will verstehen, was dein Problem ist, Mosti. Was ist denn dein Problem? Also, ich hab's nicht gelesen im Chat. Was ist denn dein Problem? Kannst du's einmal kurz erklären? Weniger Drogen würden ihn auch nicht zahlen, Froli, ey. Weniger Drogen würden ihn auch nicht zahlen, Froli, ey. Ach, nee. Für den ganz... Für... Für... Ich kann gar nicht so viel Drogen nehmen, wie ich bräuchte. Ja, das Hirn ist schon wegverätzt. Haben Sie recht. Ja, das Hirn ist wegverätzt, genau. Wer ist denn von uns der... Könnt ihr denn bitte zu schweigen, wenn ich dir auch schon? Ich will gerne verstehen, was Mosti gerade für ein Problem ist. Also, ganz im Ernst. Das ist eine ganz normatrale Frage. Welche 3,5k sparst du dir? Hä? Und welche keine geilen Streamer sind auf Lucky5? Ich verstehe gerade nicht, was dein Problem ist. Kannst du's mal kurz im Chat erklären? Ein bisschen richtig... Besser hin. Tabby! Er wurde nur K.O. geschlagen. Er wollte im Chat die ganze Zeit schon rum. Aber wegen was? Ich hab's nicht gelesen. Sorry. Wegen was denn? Nein, Tabby. Also, wegen was denn? Doch, siehst du. Wer ist denn ein geiler Streamer? Und warum ist mein Server ein Dooley-Server? Hä? Was ist das passiert? Hat jemand was zu trinken? Du wurdest getaselt. Ja, warte mal. Ich geb irgendwas. Hast du was? Nee, ich wohne nicht getaselt. Ich glaub, ich hab eins mit... Nee. Er hat... Erst hast du einen Schlagab bekommen und dann wurdest du getaselt. Ohhhh, verdammter Scheiß, Mann. Das MD kommt aber nicht. Wir hocken sie im Streifenwagen und wir bringen sie ins MD. Was ist denn hier passiert? Warum? Jemand hat gegen ihr... Der eine hat gegen das Auto... Der Foley hat noch gegen das Auto getreten. Wahrscheinlich ist jetzt eine Lampe kaputt. Und da der andere im Roten, der hat ihn von hinten... Der hat aufs Auto gerotzt und kam dann von hinten, als sie wieder die Tore gelaufen sind und hat ihnen eine mitgegeben. Also, das sollst du mir einfach mal erklären sein im Chat, was das Problem ist. Und den hab ich dann getaselt. Ey. Ach, deswegen die fette Beule. Wo ist denn der Typ, der auf mein Auto gespuckt hat? Der, der vorne vor uns bei Miller im... Also, bei uns im Auto. Lassen sie uns aber hier. Ich würd sagen, wir fahren sie ins MD, weil die kommen irgendwo nicht. Ich hoffe, der Boden hat geschmeckt. Wer sagt denn das immer? Äh, die Vollidioten hier. Ficken sie sich alle, sie Wichser! Oh, nicht schlecht. Oh man! Könnt ihr die mal wegschicken? Fick dich doch, du Beschissner! Keine Ahnung! So! So, jetzt... Da bin tiefhaft weg mit denen. Wo ist Candys Geburtstagsgeschenk? Hä? In ihrer Fozze, sie Arschloch! Sie reden mit mir. Sie reden mit mir. Haben sie das gehört? Komm doch her! Geben sie mir die Handschellen ab. Ach, dem mach ich mit Handschellen Platz. Lassen sie mich hier raus! Und somit wären wir bei Bedrohung. Glückwunsch! So, können wir fahren. Ähm... Lassen sie uns mal... Brauchen sie keine... Ist die Streife? Ja, das MD... Ja, das MD... Ja... Nee, wir fahren nicht. Nein, wir haben den Chief ohne nicht getasert. Es ist unfassbar! Okay, ey, jetzt... Es ist ein bisschen... MD braucht lange... Ja, aber lasst uns mal alle... Äh, zum Wagen auf die Höhe, ja? Dass wir hier nicht irgendwie... 30 Kreuzungen sperren, ja? Ja. Alright. Äh, Chief geht's mit dem Laufen? Ja, das geht schon. Wie schmeckst du denn nicht denn von, Walter Weiß? Frag mal deine Mutter, du Wichser! Ja, Chief, gehen sie nicht drauf an. Komm. Willst du nochmal auf dem Boot in Liegen oder was? Du sitzt im Auto als Maul. Pfff... Das nächste Mal wird es nicht die Faust sein. Ja, dann steig doch aus! Ja, machen wir die Handschellen los, dann kennen wir das. Ach, Chief. Kleiner Wichser, du. Kommen Sie. Lassen den besten Honey fahren. Ja. Lass dich nur von deiner Armee begleiten. Ich... Deine Angsthase. Ich... Mehr traust du dich einfach nicht. Sir, sind Sie bitte mal für einen Moment ruhig. Halt die Fresse. Sag doch nicht auch noch bitte zu dem Kater. Willst du ihm den Arsch kriechen? Nö. Das nennt sich aber allgemeine Höflichkeit. Und... Ich wurde so erzogen. Nein, Höflichkeit brauchst du dann. Ich geb ihm ne Anweisung. Kein Bitte und Danke, das hat er doch gar nicht mehr verdient. Was glaubt ihr, wie er ist? Gut. Naja, er ist in einer beschisseneren Position als ich grad. Von naja. Ja, aber deswegen brauchst du nicht deinen Kopf in seinen Arsch schieben. Mach ich doch nicht. Doch. Nein, das nennt man Höflichkeit. Immer noch. Ja, und womit hat er es verdient? Hallo, 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 hallo. Ich hab gemeiner Respekt den Menschen gegenüber. Auch wenn's ein Arschloch ist. Der hat auch keinen Respekt. Ja, natürlich nicht. Aber ich muss mich nicht auf sein Niveau herablassen. Ja, aber du brauchst doch kein Bitte und Danke zu dem sagen. Immer noch Höflichkeit. Worauf warten wir noch, wenn ich fragen darf? Auf den Arzt, denn ich habe Tasernadeln im Rücken. Herr Weiß? Hä? Würden Sie Hanni kurz den Schlüssel fürs Auto geben? Ja. Die SD-Streife fährt sie ins Krankenhaus und ich fahr mit Hanni. Aber ich habe Tasernadeln im Rücken. Ja, dann legen Sie sich auf den Rücken. Ich steig da nicht ins Auto ein. Wollen Sie mich verarschen? Legen Sie sich auf den Rücken. Wo ist denn der scheiß Krankenwagen? Jetzt ruf ich da selber an. Das kommt nicht. Nee, ich hab grad da telefoniert. Könntest du? Äh, folgendes. Damit wir hier nicht 50 Stunden brauchen. Äh, Marshall, kannst du den Chief ins Medica fahren? Er hat einen Nadel im Rücken. Wie wollen denn in das Auto bitte? Er muss sich auf den Rücksitz. Vom Streifenwagen. Wer hat mich überhaupt getasert? Weiß es nicht. Weiß ich nicht. Reiß ich, ich hab Martins Anschluss. Schief kommen Sie mit auf unseren Rücksitz und dann können Sie sich... Legen Sie sich hin, geben sie Hanni den Schlüssel und ich fahr mit Hanni mit dem Fahrzeug. Ja, machen Sie das so. Wir legen Sie auf. Jenderson, wo ist Ihr Auto? Äh, wir haben den Gefangenen bei uns. Gut, dann lagern Sie den um. Ich fahr bei Ihnen mit. Alles klar. Haben Sie da erstmal genug den Schwanz von Ihrem Chef in den Mund genommen? So, können wir erstmal hier weiter machen? Äh, äh, Leitstelle könnt ihr den nehmen? Naja. Ja, ist schwierig als Leitstelle. Aber man muss halt auch eine Einheit übernehmen. Okay, dann machen wir so. So, Sheriff, könnt Ihr den übernehmen? Den anderen Sheriff Scout? Was dann? Den Gefangenen bei uns? Genau, bringt ihn ins SD hoch. Am besten. Ja, bringen Sie den zum SD hoch. Bringen Sie den ganz weit weg und der soll vom SD wieder runterlaufen. Ja, check. Ja, check. Dann die Chance aus, dass Sie... Oder ne, hier, Pelito auch, ne? Ne, Crape Seed. Ja, let's go. Nö, Pelito. Wir können beim Ausstab behält, okay. Ne, mir geht einfach nicht auf Pelito, dann ist gut. Dann machen wir den dann mal um. Jo. Alright. Äh, okay, dann bringen wir Sie ins Medical, ja? Mosti, ich würde immer noch gerne wissen, was ein Problem ist. Also ganz neutral. Ja bitte. Ich fahr vorsichtig auf, Sir. Ja, ich komm mit Ihnen mit. Kommen Sie. Alright. Ja, ja, warten Sie noch. Warten Sie, der sitzt noch. Hast du jetzt den Schlüssel gekriegt? Äh, egal ob Sie irgendwie sind oder nicht. Für Ihnen ist immer was. Ja, hören Sie, da liegt ein Typ auf dem Boden, okay? Ja, ich weiß, ich weiß. So, ich helfe dem Typen, rede mit den Leuten von diesem Biker-Club, ganz nett. Dann kommt irgendein Typ, sagt, ist das Ihr Auto und rotzt auf das Auto. Hä? Ja, ja. Boah, ich hab den Typen noch nie in meinem Leben gesehen. Achtung. Was? Jetzt zieh langsam. Oh, meine Fresse, Alter. Bleiben Sie, bleiben Sie, bleiben Sie. Und Sie auch hinter die Polizei absperren. Und jetzt. Durchführen. Ja, wollen Sie direkt in den Kopf schießen, ist klar. Ja. Nö, man geht so. So, die Führer, ins Fahrzeug rein, ins Fahrzeug rein, Achtung Kopf. Wotze, ich hab keine Ahnung, wer du bist und was dein Problem ist, aber du kannst gerne deine Kritik im Chat posten, wenn du es einfach nett machst. Alright, dann kommen Sie. Geht's? Soll ich Ihnen helfen, oder? Pass mal auf, ich muss mich da so hinlegen, da hinten rein. Äh, ja, Moment. So. Auch die Verriegelung. Ja. Ist entriegelt. Oh, okay. Geht's? Ja, passt. Wo ist Adams? Die fährt bei Honey mit. Ich kann nicht einfach mal in eine Bar gehen. Es geht nicht. Ich kenn die Leute nicht mal. Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Hm, Smarty Sanchez, ein Mitglied der Blauen. Ja, die Blauen, ich scheiß auf die Blauen. Ey, ganz ehrlich. Wenn ich wieder auf dem Bein bin, ich werd da jeden Tag drüber fahren mit dem Spot. Jeden Tag. Es reicht. Ja, es ist halt echt, äh, mittlerweile ein bisschen zu viel. Hm. 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 Für die Leute, also, es sind gerade sehr, sehr viele so ein Grundschatz gegen das, äh, für die. Ja, man stellt sich da hin und erhält sich ganz normal mit den Leuten da, redet über Motorräder, dann spuckt einer aufs Auto. Wie ist das denn? Ja. Nein, Mozi, warte mal, Mozi, erklär einmal bitte in meinem Chat, was dein Problem ist. Erklär's einfach mal. Ganz neu, in einem Text neutral. Ich würd da gerne ganz neutral, äh, drauf reagieren. Hatten sie aber wenigstens bisher in den schönen Abend. Ja. Waren sie hier oben in Puketown? Ja, kann ich Ihnen kurz was sagen? Ich muss Hanni Marshall eine Milliarde, Milliarde Prozent recht geben. Der Typ, der spuckt auf das Auto, der spuckt mich, der spuckt andere Cops ins Gesicht, der bleidigt rum und die Frau Kater geht und sagt, können Sie sich bitte, können Sie sich bitte mäßigen? Also, was ist das denn? Äh, ja, ich spreck mit der Kater. Ich hab das gar nicht mitbekommen. Ne, Mozi, du schreibst jetzt doch in meinen Chat, dann schreibst du doch einfach kurz hier in den Chat oder lass es sein. Weil ich hab jetzt, entweder schreibst du es hier rein und wir klären das, oder die Sache hat sich erledigt. Ich nehm ihn raus, dann pack ich kurz Wagen. Ja, es geht schon, es geht schon. Ich bin gleich drin, ich pack um. Ja, es passt schon. Ne, es geht schon. Sie haben einen auf den Hinterkopf bekommen? Auf den Hinterkopf und Taser-Nadeln. Einen ganzen Traum. Ich sag, ich nehm heute mal alles mit. Ist ein bisschen los, oder was? Ne, wir kriegen hier die her. Hallo. Hallo. Einen kurzen Moment noch, die Kollegin ist gleich da. Ja, kein Problem. Die Taser-Nadeln, das Blut und die Stirn, das halte ich kurz aus. Ach. Ja. Schön, dass die, ja, der Platz wurde. Ich seh es gerade. So, sind sie jetzt die Ärztin, oder was ist hier los? Kommt ja auch kein Krankenwagen. Ich lieg da auf der Straße, es kommt kein Krankenwagen. Sind sie die Person mit dem, mit dem... Mit den Taser-Nadeln und der eins auf die Fresse gekriegt? Genau. Alles klar. Warten Sie noch mal einen Moment kurz? Na klar, kein Problem. Ja, das... Und dann kommt eine Karte und sagt doch bitte setzen. Also... Ja, ich spreche mit dir. Ich hab das erste jetzt gerade vom Chief mitbekommen. Es funktioniert nicht. Wer ist jetzt da unten noch? Wenn Sie jetzt alle hier oben sind. Keiner mehr. Schön, unsere Einsatzkraft ist ausgerückt, gerade für Sie. Hä, du hast mir Bescheid gegeben, dass wir hochfahren? Ja, wir können ja auch nicht zwölf Stunden dort bleiben. Du hast doch Bescheid gegeben, dass wir hochfahren. Alles, alles gut. Wir hatten aber auch nicht die Kapazitäten. Wenn Sie einfach finden, dass die Einheit wieder zurückkommt, bitte. Ja. Ja, weil jetzt jemand rausgefahren ist. War eine Misskommunikation. Ich danke Ihnen. Ich hab einem Bescheid gegeben. Moment. Alles klar. So, dann kommen Sie mal mit, ich helfe ihn. Ja, dankeschön. Verdammte Scheiße. Was ist Ihnen passiert? Ähm, ich hab Tasernadeln im Rücken und jemand hat mir auf den Hinterkopf geschlagen. Das hört sich ja nicht nach einem guten Tag an. Ja. Achieverpolis nach zum Lolitas. Ich sag Ihnen, das ist nicht so der Hit. Da glaub ich Ihnen. Ich weiß ja nicht mal, was dein Problem ist. Ich weiß ja nicht mal, warum mein Server lächerlich ist. Hier spielen am Tag 500 Leute drauf. So, legen Sie sich mal hier rauf. Am besten ein Jackett vor aussehen, das wäre vielleicht gut. Ja. Ich weiß nicht. Oh, wie eine Nadeln. Warten Sie mal kurz. Hier ist sie mal kurz. Ja. Achtung. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Wenn die Nadeln noch drin sind. Ich muss Ihnen kurz was geben vorher. Warten Sie mal. Nehmen Sie mal hier. Aber die kriege ich wieder, bitte. Okay. Können Sie rausziehen? Eins. Also das Jackett runterziehen. Eins. Warten Sie. Ich nehme jetzt erstmal die Tasernadeln raus. Ja, okay. Seien Sie, wenn es los geht. Das macht vielleicht mehr Sinn. Ja. So. Eins. Zwei. Drei. So. Aua, aua, aua. So. Jetzt legen Sie ihn mal hin. Erstmal. Auf dem Rücken. Auf dem Bauch, ne? Ne. Erstmal auf dem Rücken. Auf dem Rücken, da sind Tasernadeln drin gewesen. Die habe ich Ihnen gerade rausgezogen. Aber es blutet doch die Scheiße. Ja, aber Ihre Platzwunde blutet ja auch. Das sieht man ja. Ja, warten Sie. Warten Sie, keine Sorgen um die Blutflecken. Das machen wir nachher weg. Wo ist Mrs. Robinson, wenn man sie braucht? Holst du mal bitte Verband und Befantäne? Sie scheinen ziemlich starkes Schmerz zu haben. Von der Skala von eins bis zehn. Was sagen Sie da? Ich habe ja vorgestern schon eins gegen den Kopf gekriegt. Ich würde sagen, mein Kopf, der brummt schon auf. Das ist schon eine Acht. Das ist doch so stark. Da sind Sie ja schon fast unmätig. Ja, vielleicht ist es auch eine Sieben. Weiß ich nicht. Eine Fünf. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was eine Zehn für Sie ist. Ja, eine Zehn ist schon... Da haben Sie sich alles gebrochen gefühlt. So. Hast du die Sachen? Ja, habe ich. Ja, noch eine Hand. Okay, vielen Dank. Wir kriegen jetzt erstmal Ihre Platzrunde mit Befantäne ein. Dann werde ich Ihnen da einen leichten Verband drum machen. Das sieht vielleicht nicht so cool aus, aber... Ist mir egal. Hauptsache, die Scheiße hilft. Den können Sie morgen direkt wieder abnehmen. Ich sag Ihnen, ich bin beim Lolitas. Da liegt ein Typ am Boden. Ne? Ich bin privat unterwegs. Ich sehe das. Eine Menschentraube um den Typen. Ich halte an. Sag, was ist hier los? Wie kann man helfen? Ja, der hat sich geboxt. Der will keine Hilfe. Der will einfach nur ausreisen. Sag ich, aber ich rufe jetzt einen Krankenwagen. Der liegt am Boden. Der ist bewusstlos. Kommt ein Krankenwagen. Stehen unsere Einheiten da drumherum. Dann kommt irgendein Typ zu meinem Auto. Ist das Ihr Auto? Und ich spuck da drauf. Hä? Warum? Ja, es gibt schon verrückte Leute. Ich sag ja, drei Tage hier und ich erlebe die dollsten Dinger. Sind Sie seit drei Tagen hier eingereist, oder was? Nee, seit drei Tagen beim MD und ich habe schon mehr Sachen erlebt als manch anderer. Ja, ja, ja. Heute wurden zwei Kolleginnen entführt. Das haben Sie vielleicht mitbekommen. Oh ja, ich habe gehört mit dem Krankenwagen, ne? Haben Sie den wieder? Mhm. Ich weiß es nicht. Ich habe da nichts weiter gehört. Ein bisschen doof gelaufen. Wer entführt denn? Also wer klaut denn? Ich sag Ihnen ganz ehrlich, man kann ja viel Hass haben, wissen Sie. Okay, aber Sanitäter zu überfallen und einen Krankenwagen zu klauen, ist das der tiefste Abschaum, den es meiner Meinung nach gibt. Ja, vor allem saßen zwei Frauen drin. Die eine ist trainee seit gestern. Oh nein. Das ist natürlich kein toller Anfangsstart. Auf die Arme geht es gut? So. Ja, soweit. Das ist halt den Umständen entsprechend. So, dann legen Sie sich mal auf den Bauch. Ja, warten Sie. Ein bisschen aufpassen mit der Platzwunde. Dann kümmern wir uns um die Tasernadeln. Ja, kommt am besten schön aufs Kissen drauf, dann sollte das passen. Ja. Also ich, ja bitte, nehme ich vor. So, pass auf. Du kannst es gerne mal tun, wenn du möchtest. Ja, kann ich machen. Fühlst du dich bereit dafür? Ist es für Sie in Ordnung, dass der Junge ein bisschen was lernt? Ja, klar. So ist es kein Zwang. Aber nicht, dass Sie irgendwo reinstecken, wo Sie nicht reinstecken sollen. Pass auf. Wir desinfizieren jetzt gleich einmal die Wunden von den Tasernadeln. Das heißt, ich hole dir das Desinfektionsmittel. Oh. Warten Sie kurz. Warten Sie kurz. Ja, wir warten kurz. Geben Sie mir mal mein Funkgerät da drüben. Geben Sie mal her. Geben Sie mal her. Da auf dem Tisch. Auf das andere Bett habe ich es gelegt. Links da drüben. Ja. Links mal da rein. Geh mal runter. Ja, 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 ja. So. Ja, danke, danke, danke. Warten Sie kurz. Warten Sie kurz. Warten Sie kurz. Motorrad zu zweit Richtung Süden. Äh, Jay. Okay, äh, Schatz feiert. Können Sie das abschließen hier? Wir müssen in die Kapelle. Äh, nein, nein, nein. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Warten Sie. Alles gut. Das Motorrad ist, äh, Richtung South LS weg. Es war ein Drive-By. Die sind weggefahren. Alles gut. Ich bin im Funk, wenn hier jemand einbricht, höre ich das. Ich lege das Funk-Gräht hier hin, ja? Ich lege das Funk-Gräht hier hin. Ja. Ich lege das Funk-Gräht hier hin. Und ich habe hier eine Knarre. Sollte jemand hier reinkommen, ich sage Ihnen, ich beschütze Ihr Leben mehr als meins und ich knall die Wichse ab. Nee, ich werde jetzt erstmal die Türen abschließen. Ja, machen Sie bitte. Kommt der Scheiße, was ist denn da draußen los? Was ist denn hier los? Das ist das, was ich sage. Es ist mein dritter Tag hier in Melendee und ich erlebe es von Sachen. Wie heißen Sie, Sir? Also. Wie heißen Sie, Sir? Colin. Andersen. Kommen Sie aber erstmal mit. Wir müssen jetzt erstmal in die Kapelle. Äh, laut Schrift. Ich auch. Also einmal. Ja, Sie auch. Ach du Scheiße. Sie können uns auch da drinnen den Arsch retten. Ich habe hier, ich habe die Waffe hier. Wir kümmern uns da drinnen um die Sachen. Nein. Stecken Sie die jetzt erstmal rein. Wegstecken. Wenn Sie da drinnen behandeln. 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 Ich habe heute Satan getroffen und Dad gesagt, dass ich ein Bruder von ihm bin. Und jetzt stehe ich in der Kapelle, ich glaube es nicht. So, pass auf. Du wirst jetzt die Taser, äh, Wunden desinfizieren, ja? Ja. Danach wirst du ein bisschen Bepanthen raufmachen und Pflaster. Ja. Ich habe dir alles mitgebracht. Und dann sagst du, wenn du fertig bist. Ich gucke mir das nur heute an. Ey, Mensch, schau dir auf das Auto. Dann wird es aber langsam echt langweilig. Alter, das ärgert mich langsam. Du hast gestanden, mein Mann. Was? Was? Aber ey, 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 ey. Bevor Sie was machen, sagen Sie es erst, ne? Ich gebe Bescheid. Wie heißen Sie nochmal? Colin, ne? Conan. Ja. Buchstabieren Sie mal Ihren Namen. D-O-N-A-N. Und wenn Sie mir nämlich wehtun, dann weiß ich, was auf Ihren Grabstand steht. Nein, macht keinen Spaß. Mach dir keine Angst, du bist trainee. Das ist schon in Ordnung. Ah. Ich werde beschützt vom Start der Sandler. So. Achtung. Können wir kurz drinnen. Ah, Mann. So. Sprich einmal. Achtung. So. Ah. Ja, ja, ja. Legen Sie los, Mann. So. Schön tief ein- und ausatmen. Bereit? Ein. Ausatmen. Und... Können wir kurz drinnen. Und zack. So. Okay, okay. Zieh das mal raus. Ich leg's erstmal hier rüber. Boah. Achtung. Spitz. So. Jetzt einmal ein bisschen Creme drauf. Sieht gar nicht so schlimm aus. Hat, glaub ich, mehr weh als alles andere. Okay. So. Und nochmal ein schönes Pflaster. Perfekt. Du bist fertig oder hast du noch was? Nö, das sieht gut aus. Hat kaum nachgeblutet. Das ist wie ein bisschen im Chat. Ja, super. Dann können Sie Ihr Jackett schon mal wieder anziehen. Dann sollte das erstmal soweit in Ordnung sein. Das liegt drüben. Das liegt doch drüben, ja. Das liegt drüben, ja. Ja, wir müssen irgendwas mit dieser Autogeschichte machen. Das nimmt überhand. Das ist unfassbar. Das Ding hier wieder. Da haben wir eine freie Einheit. Komm. So, negativ. Ja, check. Achso. Ja, ich muss da rüber. Warten Sie kurz. Ich höre den Funk. Ich hab das Funk-Rät hier in Hand. Ja. Also, man kann Walter Weiß-Hass und so aufs Auto jedes Mal schießen. Also, ich meine, Leute, sorry. Das ist sowas von low. Also, verstehe ich nicht. Einmal für Olivia. Alles okay, Hanni? Alles super. Alles super. Wir sollten nie wieder irgendwo was trinken gehen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ey, ich hab mit dem Typen ganz normal gesprochen, mit den Rockern-Deutschen. Dort auch. Mit allen ganz normal. Und dann kommt ein Typ und sagt, ich spuck einfach auf das Auto. Warum? Ich hab den noch nie mal in dem gesehen. Ja, man kommt. Ja, als du dann da auf dem Boden lachst, haben wir vor den Tritt auch noch mal gegen das Auto. Und ich wette mit dir, dieser Drive-Bar war wieder auf die Karre. Ja, und dann... Eigentlich gehen wir nur noch arbeiten, damit wir den ACLS bezahlen können, dass wir die Autos wieder so, äh, reparieren, so, ne? Also... Okay, das wollte ich wissen. Dämlich. Dann machen wir das für mich gleich. Ich trau mich gar nicht raus zu gehen. Ich will gar nicht wissen, wohin die Schüsse gehen. Nee. Und dann stehen wir auch da vor Lolitas und eine Ray Carter meint mit mir diskutieren zu müssen, dass man diesen Typen auch noch in den Arsch kriechen muss. Welchen Rang hat Ray Carter? Officer 1. Ja, die hätte ich ziemlich schlecht dastehen lassen. Ich habe das ja mitbekommen. Ja. Trotzdem Höflichkeit, trotzdem Höflichkeit, trotzdem Höflichkeit. Wir sollten gleich zum PD fahren und du solltest mal mit der reden. Frage, heißt das nicht, dass ich nicht höflich bin. Aber wenn die Respekt wollen und ein Bitte und Danke haben wollen, dann sollen die sich auch entsprechend verhalten und nicht wahllos auf Leute einprügeln oder sonst was machen. Ja. Sag dir, wir beide müssen eine Koppa aufmachen. Ich sag's dir. Ich hab keine Ahnung, ob wir jetzt gehen dürfen oder so. Ich hab auch keine Klamotten, mein Oberteil ist voller Blut und das Sakko hat Löcher hinten drin. Wer hat mich denn getasert, weißt du das? Ich hab keine Ahnung, es ist irgendwie so viel auf einmal passiert. Keine Ahnung. Also wenn die wieder aufs Auto geschossen haben Leute, dann muss echt langsamer der Supporter eingreifen, weil, also I'm sorry, das nimmt aber Ausmaße, das kann's ja nicht mehr sein. So, wir dürfen einmal wieder nach vorne, jetzt erstmal Entwarnung. Hallo. Erstmal ist wieder alles ruhig. Bisschen holen. Hallo, haben Sie vielleicht ein weißes T-Shirt oder irgendwas? Puh, Olivia, haben wir ein weißes T-Shirt? Irgendwas. Krass. Also ich hab grad keins, ne? Äh, ich kann mal schauen gehen. Ja, dann kommen Sie erstmal wieder mit, wir holen Ihnen ein Jackett und alles erstmal. Ich danke Ihnen, ja. Gehen Sie euch vor. Gehen Sie auch nach oben. So, wir müssen nämlich noch leider die Rechnung abziehen. Ja, kein Problem. Da kommen wir leider nicht drum rum. Alles gut. 100 Dollar für die Taser-Nadel. 300! 100! 100, genau. Achso. Und dann ist das soweit in Ordnung. Äh, aber ich komm gleich wieder. Kleinen Moment, ich muss das Gerät holen. Ja, kein Problem. Alles gut. Äh, haben Sie gut gemacht. Haben Sie gut gemacht. Ich danke Ihnen, ja. Bitte schön, gerne. Alter, kein weißes. Ich hoffe ein schwarzes. Warten Sie, warten Sie, warten Sie, warten Sie. Ich muss mich ganz kurz nicht wundern, bitte. Achso. Alles gut. Ist das wichtig. So, bitteschön. Danke, vielen Dank, ja. Gerne. Ja, das Jackett kann ich nicht. Haben Sie eine Mülltonne hier oder so? Mülleimer? Für Kleidung oder generell? Ja, die Kleidung ist kaputt. Da sind Löcher drin und Blut. Was soll ich denn damit machen? Waschen müssen. So, jetzt haben wir jetzt. Können Sie uns in die Hand drücken. Ja, natürlich. Mach einen U-Turn. Komm wieder auf und zu. Bitteschön. Danke Ihnen, ja. Alles klar. Danke, ja. Wo ist meine Wolfsmaske? Irgendeine habe ich von Ihnen eine Wolfsmaske gegeben. Ja, ich gebe Ihnen das gleich wieder. Kleidung. Wir ziehen einmal kurz Rechnung ab. Zeigen Sie die Karte einfach durch. Gucken, ob es bestätigt wird. Ja, check. Ja, genug Geld drauf. Bestätigt ist. Nehmen Sie die zurück. Und ich gebe Ihnen Ihre Klamappen wieder. So. Das müsste alles gewesen sein. Voller Blut, warten Sie mal. Ist die okay aus? Ja, die sieht okay aus. Wenn da Blut dran ist, macht das glaube ich nicht viel aus. Stimmt, vielleicht. Ja, wenn Sie wollen, können Sie wieder mit nach vorne kommen. Ich danke Ihnen so, ja. Ihnen beiden. Haben Sie gut gemacht. Ja, ist ja kein Problem. Aber wir können loskommen. Also das dritte oder vierte Mal. Das ist jetzt das vierte Auto. Govard hat es ja gerade im Chat zusammengezählt, ne? Also ich bitte euch. Lieber mal eine coole Entführung machen oder so. Aber immer auf die Karre. Ist doch scheiße. Ja, dann wünsche ich Ihnen eine gute Besserung. Passen Sie auf Sie auf. Und schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Gute Besserung. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir hatten eine Flatrate hier. Beim ACLS auch. Krankenversicherung und Kfz-Versicherung wäre mal was. Ist das so gut, wenn wir jetzt hier alleine rausgehen? Ne, aber es ist ja dann wieder kein Ritter. Ne, doch da drüben. Ach, der ist auch durchlöchert. Guck mal an die Tür. Und wohin gingen die Schüsse? Tut mir leid. Ihr Wagen. Und unsere. Er ist Jameson wahrscheinlich. Mit noch einem Typen hinten drauf. Der fährt hier auch die ganze Zeit vorbei. Er ist gerade irgendwo allein in Richtung Norden wieder weg. Warum? Was will der denn jetzt schon wieder? Ja, was will er nicht? Er hat schon seit Wochen gekauft, oder nicht? Ne. Wir haben miteinander gesprochen. Und es ist Ruhe eingekehrt. Er wollte eine Entschuldigung für irgendwas. Ich habe ihm die Entschuldigung gegeben. Und er hat mir versprochen, dass Ruhe eingekehrt. Was ist denn jetzt schon wieder? Hä? Der fährt hier die ganze Zeit auf und ab. Aber warum? Keine Ahnung, Sir. Fragen Sie mich. Wer reist da schon? Ja, der war von unten. Er gibt absolut null Sinn. Also es waren definitiv die Schützen. Können nur die gewesen sein. Oder? Wie der Motorrad? Ja, das waren die schon, die haben Logitas? Ne, das war beim weißen Motorrad. War es schon die, die wir in Rancho angibt, das Motorrad, ne? Wer kommt da jetzt an? Ach so, das sind die Leute von... Irgendwer da. Die kommen jetzt 20 Minuten zu spät. Hm. Ja, immerhin kommen die. Alright. Ja, wir haben schon Fotos gemacht und alles, ähm... Jetzt stellen Sie sich mal vor, wie ich... Wissen Sie, ich erkläre Ihnen ganz ganz kurz, was passiert ist. Wir, die Frau Marshall und ich, wir waren oben bei diesem Horrordorf. Ach nee, geh mal hin damit, bitte. Und dann sind wir runtergefahren. Wollten noch ein Bier trinken. Wissen Sie, einfach mal so. Ohne Telefon, ohne nichts. Ja. Wir haben Lolitas gefahren, liegt da ein Typ am Boden, umzingelt von 20 Leuten. Der liegt am Boden, verletzt, bewusstlos. Ich geh da mit meiner Voice-Maske hin, hier mit der hier, extra, damit mich keiner erkennt, weil ich zivil alleine war mit Frau Marshall. Wir beide hatten eine Maske auf. Ja. So, ich geh da hin. Ich sag, was ist hier los? Ja, hier liegt einer bewusst aus. Wir wollen nur ausreisen, mein Freund und ich. Der hat sich geboxt, lassen Sie ihn wieder. Ne, wir wollen nur ausreisen. Ich sag, ja Moment, ich rufe jetzt mal einen Krankenwagen an. Dann hab ich meine Maske abgenommen, den Leuten erklärt, wer ich bin, meine Marke gezeigt. So. Dann haben die... Dann haben die Rocker, die da waren, die haben gesagt, ey, von Lolitas kein Stress. Blablabla. Die waren absolut in Ordnung. Das waren echt gute Jungs so. Ne, das waren die von den Mayhems. Das war ein anderer Club. So. Und dann stehen wir da. Wir warten auf die Behandlung. Dann kommt irgendein Typ, stellt sich vor mein Auto und spuckt da einfach gegen. Während bewaffnete Polizisten um ihn herum stehen. Hä? Der in Rot, oder? Ja. Wie kann man denn so dämlich sein? Also in meinem Ernst? Hm. Und jetzt schießen die auf ein Auto. Wegen was? Also wegen welcher Begründung? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was der Typ mit der Situation irgendwie vorhin zu tun hat. Nein. Das ergibt doch... Warum schießt man auf ein Auto? Weil wir jemandem geholfen haben, der am Boden lag? Wird jetzt auf ein Auto geschossen? Ich hab's vorhin schon zu Ende lassen gesagt. Eigentlich hättest du alle Leute, die da standen, wegen unterlassener Hilfeleistung anzeigen sollen. Und dann redet Frau Kater da. Ja, jetzt seien Sie mal gemächlich. Seien Sie mal jetzt entspannt. Ja, ich hab das... Haben Sie vorhin gesagt. Ich spreche mit ihr. Ja, ich spreche mit der. Wo ist die? Die verarbeitet gerade den... Die handeln gerade. Ja gut, holen Sie die mal zum LSPD danach, bitte. Ich reiß der den Arsch auf. Also ganz im Ernst. Was sind wir denn für eine Polizei? Wir sind ja nur noch nett. Jetzt seien Sie mal ganz entspannt. Der hat gerade den Chief umgeboxt und hat die Karre... Ach. Äh. Soll ich Sie zum Petit behaupten? Aber ich muss... Ich muss sagen, Ass Jackson stand aber auf der anderen Sprachenseite. Ehe waren die anderen da, äh, so pödlich und haben sich vor den Roten... War der auch im Lolita Vorrat oder was? Ja, natürlich. Der hat auch im Motorrad vorgefahren. Er hätte uns vorbegefahren. Der stand... Aber es kann... Es gibt... Also ich bin ehrlich. Es gibt für mich keinen Sinn, dass Ace Jameson auf mein Auto schießt. Ich hätte auch eher gesagt, die, was sich vor den roten Typi da gestellt haben. Die, die so gepöbelt haben dann. Aber er ruft mich jetzt an, ey. Ich werd bekloppt. Ja, aber der ist uns schon den Ranch aufgefallen mit den niedrigen Schuhen und den Oberkörper. Ja, schon. Der hat der Kater Bescheid gegeben. Äh... Mr. Jameson, ich hab eine Frage. Wir haben uns beide ausgesprochen. Erinnern Sie sich? Ja, warum? Was ist Ihr Problem jetzt wieder gewesen? Wieso meins? Warum schießen Sie auf mein Auto? Ich hab nicht auf dein Auto geschossen. Sie waren das nicht. Glaubst du, ich würde daneben stehen und zugucken, wenn ich auf dein Auto geschossen hätte? Wieder daneben stehen und zugucken. Ich stehe immer noch hier am MDR und gucke auf dein Auto. Ja, dann kommen Sie doch mal her. Und dann? Ja. Ich nehme Sie... Jetzt hören Sie... Ich rufe Sie an, weil ich das klären will und ich nicht glaube, dass Sie das waren. Aber es liegt der Verdacht, dass Sie es waren. Ich habe gar nichts gesagt, dass Sie das waren. Hä? Zu wem? Ja, wie kommen Sie darauf, dass wir ein Problem haben? Dies, das, bla, keine Ahnung. Wollen Sie das klären oder wollen Sie der Tatverdächtige sein? Kommen Sie her, wir klären das, weil es ergibt keinen Sinn, dass Sie das waren. Deswegen rufe ich Sie an, weil wir haben miteinander gesprochen und die Sache aus der Welt geschafft. So, deswegen ist es so, dass gerade die Cops denken, sie waren das, was aber keinen Sinn ergibt und ich versuche das zu klären, damit Sie nicht der Tatverdächtige sind. Also kommen Sie her, lassen Sie uns reden, wir erwachsene Menschen. Niemand wird Sie festnehmen. Okay? Kommen Sie her. Natürlich. Kommen Sie her oder lassen Sie es bleiben, was wollen Sie? Ja, bereit, mal gucken, ob du mich festnimmst. Keiner nimmt Sie fest, kommen Sie her. Mal gucken, ob auf dein Wort was geben kann. Werden Sie sehen. Also zuhören, ich glaube nicht, dass es der A. Jameson war. Der ist nämlich hier, steht hier nebenan und guckt, beobachtet das Auto. Der kommt auf dem Motorrad, den brauchen Sie nicht festnehmen. Ich habe gesagt, der soll herkommen. Der hier? Ja. So, Mr. Jameson, kommen Sie mal her. Machen Sie das Motorrad aus und kommen Sie kurz her. So, ich habe mit Mr. Jameson im Gefängnis schon lange ein Gespräch gehabt. Der hat da, ich gebe Ihnen mein Wort, ich glaube nicht, dass der was damit zu tun hat. Es wird auch keinen Sinn ergeben. Scheiße, was hast du gemacht? Wie siehst du denn aus? Nehme das Bandana bitte ab. Ja, Moment. So, und er wäre dämlicher herzukommen, oder? Ja, ich war hier, ich habe es gesehen. Du hast es gesehen? Die Schütze. Ich war der, der in der Seitengasse da unten gestanden ist und zugeguckt hat, wie auf dein Auto gegrossen wurde. Also ich weiß nicht, ob es dein Auto oder ob es der Bullen-Karm war. Ja, beide. Okay. Wer hat denn geschossen? Achso. Ja, aber dadurch, dass es ein Motorrad war, war mir direkt klar, dass ich das gewesen sein muss. Bei mir? Was? Ich lag im Krankenhaus. Ich habe überhaupt niemanden verdächtigt. Ja, ich weiß. Ja, natürlich. Deswegen kam mir auch der Anruf direkt hier. Ja, der Anruf kam, weil sie nämlich ein Thema waren, weil sie hier gesehen wurden, wie sie hier rumgefahren sind. Ja. So. Und wir versuchen das jetzt hier zu klären. Ich wollte doch nur wissen, dass es dir gut geht. Nach der Prügelei da unten am Lolitas. Ja, auf jeden Fall. Also. Natürlich. Ich meine, du bist mir ja ein bisschen nach Hause gefolgt vorhin. Ja, warum denn wohl? Weiß ich nicht. Weil du mit 84 durch die Stadt gefahren bist. Scheiße. Das stimmt doch gar nicht. Ja, doch, das stimmt. Das weißt du auch selbst. Ja, habe ich. Ein Foto. Mhm. Natürlich. Da ist ja der weiße Karre geschossen oder mit dem Handy. Ja, ich habe ein Handy. Meine Beifahrerin hat ein Handy gehabt. Tacho kann man genauso fotografieren, wie auch das Motorrad vor mir. Hä? Oder ein Video machen. Ist ja logisch. Scheißen sie drauf. Natürlich. Ja. Es geht doch jetzt darum, es geht nicht darum, was sie zu schnell gefahren sind. Das ist jetzt eine andere Geschichte. Es geht darum, dass die Karre zerschossen wurde. Ich versuche gerade, das Motiv von ihnen zu erklären. Für mich haben sie kein Motiv. Ergo sind sie jetzt hier. Wir klären das. Richtig. Und deswegen ist die Sache für mich erledigt. Sie können dann jetzt weiterfahren, wenn sie wollen. Okay. Eine andere Sache, Sir. Vielleicht können sie uns in einer Sache helfen, weil ich glaube, das könnte ihnen auch wichtig sein. Jemand hat einen Krankenwagen geklaut und zwei Mediziner überfallen. Sollten sie da was mitbekommen. Ich glaube, das ist gegen, selbst gegen ihre ethische Werte. Dann melden sie das bitte. Ja, die haben auch die Uniform alles abgenommen. Okay, aber die Frage ist wirklich, was denkst du, was passiert mit mir, wenn ich euch irgendwelche Sachen verraten würde? Naja, was würden sie denn sagen, wenn jetzt zum Beispiel einer von euren Jungs in Rancho liegt, schwer verletzt ist und der Krankenwagen nicht herkommen kann, weil der Krankenwagen geklaut wurde und die nicht die Möglichkeit haben und denen alles abgenommen wurde. Und ihr Kollege verblutet dann da. Dann würde ich hoffen, dass ihr jetzt einen Krankenwagen habt. Naja, ich nicht. Aber die anderen Krankenwagen sind alle woanders gebunden. Sind ja nicht viele. Einfach mal drüber nachdenken, über den Ansatz. Gut. Aber du weißt, was die Snitch ist, oder? Ja, aber die Snitch geht ja nicht... So was wie die Blow Cop Riders. Aber die Snitch geht doch nicht gegenüber unserer Person. Die Snitch geht gegenüber dem MD, weil wir wissen, wollen wir den... Wir wollen einfach den Krankenwagen wieder. Gibt's nicht auch irgendwie so ein Street-Code, dass man keine Medics angreift oder sowas? Ich? Was meinst du? Gibt's nicht irgendwie so ein Street-Code, Street-Ära, dass man keine Medics angreift oder sowas? Tja. Das kommt auf die Medics drauf an, würde ich sagen, hm? Das waren zwei Ladies. Ich meine, jeder Mensch ist für sich selber verantwortlich. Wenn... Es ist mir egal, ob das ein Cop ist, ein Mediziner ist oder... Die wollten eigentlich nur eine verletzende Hilfe leisten. Das war's. Das war's. Das war's. Ich wollte zwei Ladies und eine davon war ein Trainee. Und die hat jetzt gerade erst angefangen. Die hat überhaupt niemanden disrespected. Die war... Die wurden überfallen, weil man die Sachen von ihr haben will und nicht wegen dem persönlichen Motiv. Okay? Das sollte ja selbst gegen jeden moralischen, ethischen Wert gehen. Von jedem. Ich kann dir nur sagen, von uns war's kein... Ja. Das glaube ich. Das machen wir nicht. Gut. Wird dir auch auffallen, Krankenwagen, wenn schon eine Einfahrt, ne? Vielleicht ja. Vielleicht haben wir ja in der Garage versteckt, du weißt. Gut. So, dann haben Sie noch einen schönen Abend und danke, dass Sie da auch noch hergekommen sind, okay? Wie gesagt, ich habe nach dem Wort gefragt, was es mir gegeben und da habe ich mich jetzt mal verlassen. Und ich sehe es sich als ein. Bei uns ist ein Wort sehr viel wert. Weg. Dann können Sie jetzt ohne Handschellen wieder fahren. Alright. Bis dann. Schönen Abend. Gleichfalls. Und halten Sie sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung bitte in der Stadt. Mache ich doch immer. Ja gut, dann ist ja super. Alright, fies mal. Äh, Chief, ganz kurz der andere. Der Typ hat auch Sie angesprochen, ne? Der hat auch den Chief an. Ist der in den Zellen? Im LSPD. Und die sollen den überführen runter in die Stadt, weil ich möchte gerne wissen, was ein Problem ist. Okay. Kata, neuer Befehl, den Typen runter zum WSGPD verlegen. Wie ist es denn? Streife 3, aktiv, Frau verlassen. Alles klar. Wollen wir dich nach Hause bringen? Nee, ich würde gerne dieses Gespräch mit Kata auch noch mitverfolgen. Okay, okay. Äh, es geht los. Gut, was machen wir jetzt mit dem Auto? Äh, ATLS ist kontaktiert, die brauchen halt noch ein paar Minuten. Können wir das mal ankommen. Ja. Äh, Marshall, du hast einen Toadruck gerufen, oder? Was hab ich? Hast du einen Toadruck gerufen vorhin? Ein Toadruck, ein Abschlepper. Ja. Hinten auch. Aber ich... Ich sag Ihnen ganz ehrlich, ich kaufe mir kein Auto mehr. Ich fahre mit dem Bus. Jeden Tag. Wirklich, das sind solche kleine Hurensöhne. Ich sag Ihnen warum. Statt die mich angreifen, jedes Mal die Autos. Jedes Mal. Weil die nämlich nicht die Eier in der Hose haben, mich persönlich anzugreifen. Wirklich. Ich sag's Ihnen, wenn ich das nächste Mal... Und das sag ich Ihnen, das ist das letzte Mal, dass ich das sage. Wenn ich einen von denen sehe, wenn ich weiß wer das war, wenn ich einen von denen sehe, ich schlag denen die Fresse ein, bis die Scheiße rauskommt. Und dann gehe ich ins Gefängnis, aber ich weiß zurecht. Wieso? Hurensöhne. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Mir geht das so auf den Sack, ganz ehrlich. Mein Gott, ey. Sind die, sind die... Weißt du, wann die kommen? Ja, wie gesagt, er hat gemeint 10, 15... Man rettet jemanden, man hilft ihnen jemanden, der bewusstlos am Boden liegt und dann weht man... Ja, Chief, ich hab das vorhin schon gesagt. Das ist... Sobald die erfahren, dass sie ein Cop sind, der Chief, da ist komplett Ende. Es ist scheißegal, was die gemacht haben. Ob die, ob sie helfen oder... Ich bin gespannt auf die Erklärung von dem Typen, warum er auf das Auto gespuckt hat. Er soll's mir gleich erklären. Er soll mir erklären, warum er einfach auf das Auto spuckt. Warum? Ich hab ihn noch nie in meinem Leben gesehen. Erklär mir einfach, was dein Problem ist. Seine Antwort wird sein, was die Cops sind. Ja, dann sag ich, du... Kann auch kein... Das ist die, das ist wohl das Motiv von vielen Leuten momentan. Man ist in Uniform, man ist ein Cop. Das ist denen scheißegal, was man... Ob man irgendwie, weiß ich nicht, gutes Karma aufgebaut hat oder... Ob man Jesus persönlich kennt, ist scheißegal. Du hättest den Pack mit dem Teufel nicht schließen sollen, ich sag's dir. Den Pack mit dem Teufel? Ja, ich war vorhin oben bei diesem Gruseldorf und da war einer, der war komplett in roten Anzug und mit dem Satan-Ding, der war übelst korrekter Typ. Und ich hab mit dem... Der Killer-Klauen? Ne, 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 ne. Ne, ne, wirklich, der hatte so ne Satonsmuske auf und so und so einen roten Anzug. Okay. Das Torf ist cool gemacht, mal so kurz reingeworfen. Ja. Die fahren das, die bringen den Wagen ja sowieso zum ACLS, dann brauchen wir ja, können wir jetzt schon fahren, oder? Ich mein, da kann einer noch 120 mal reinschießen, wenn er will, ist ja sowieso scheißegal. Äh, ja... Ich hab dem Tipp vom ACLS gesagt, er soll beim PD sich melden. Ja, dann schau ich ihn kurz noch raus. Dann hol ich noch ne Streife hin, ja? Ja. Zum Abtransport? Ja. Dann hol ich die in den Schriften, oder? Ja, die kommt. Ja, halt ruhig, Hanni, ich glaub du bist ja morgen da, oder? Ja, ja, ja. Noch ein Schleifwagen, Ampipholz, Medical 6, Abtransport, Tief und Marshall. Ja. Check, Streife 13, 40, MD. Check. Aber Streife 13, 40. Äh... Ja. Ey, Anderson. Ja? Wissen Sie, was das Problem in diesem Staate ist? Dass Cops an die Wand gedrückt wurden. Soll ich Ihnen erklären, warum? Wenn wir als Police Officer eine härtere Maßnahme durchführen, wie in dem Fall Winters, wo wir uns schützen mit einer Pistole, dann kommt die Staatsanwaltschaft und sagt Verfahrensfehler. Äh, beziehungsweise Gerechtfertigkeit, ob das richtig ist. Äh, mit der Shotgun, ja? Ja, ja, aber auch bei mir. Ähm, der Typ boxt auf mich ein, während ich bewaffnet vor ihm stehe. Bewaffnet vor ihm. Und ich muss meine Schusswaffe einsetzen. Ja, ja. Und man muss sich hinterher rechtfertigen, ob die Einsetzung der Schusswaffe richtig war. Wir werden so geschwächt... Von allen Seiten. Ja. Aber es kam auch irgendwie... Also, ich weiß nicht, keine Ahnung, es kommt mir irgendwie plötzlich... Es war ja eigentlich alles gut eine Zeit lang, ne? Man hat es gut mit den Leuten und dann plötzlich... Ich hab keine Ahnung, was das jetzt da unten war. Plötzlich kam das mit diesem La Strada-Terrorscheiß da. Ja. Es kam für mich sehr plötzlich. Ich weiß nicht, ob Sie mehr Infos haben. Nein, nur Dito. Ich hab das genauso mitbekommen wie Sie. Und ich mein, welche sind da... Also, was ist denn davor passiert, dass die sich gegründet haben? Ich mein, es gab ja keine besonders... Es war eigentlich alles gut. Ja? Es gab natürlich das eine oder andere, dass es da Stress gibt an dem einen oder anderen Ort oder mit den Gangs oder whatever. Das ist aber ganz normal. Es war nix irgendwie... Es war eigentlich nur, dass wir diese Null-Toleranz-Strategie angekündigt haben, die eh keiner durchzieht. Und das haben wir erst danach gemacht. Nee, das war doch... Nein, das war das danach gegründet, oder nicht? Das war das... Da mit Pearson und mir war die Message... Nein, 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 nein. Die Null-Toleranz-Regel haben wir danach angekündigt. Ja, ja. Okay. Das war danach. Und davor war eigentlich alles easy. Genau. Ich hab keine Ahnung, was das Problem ist. Davor war das mit dem Flag, also wo Pearson und ich dort in den Hinterhalt gelockt worden sind, um ihnen da die Message zu geben. Und dann kam der scheiß Artikel, sie sollen zurücktreten. Nee, das war doch davor. Nein, das war danach. Also, La Strada war davor. La Strada war direkt nach dem Hurricane, wenn ich mich richtig dritte. Ja. Ist nicht lang her, ja. Also, ist nicht ähm... Ja, ja, ist richtig viel her, Maxi, muss ich das sagen. Der Hurricane, dann die La Strada aus dem Nix. Straf 12, 10, 50, wie bitte die. Mach's, ich mein das ernst. Können wir ja nicht vielleicht jeden Streifenwagen einfach austauschen mit so einem Militär-Jeep? Oben mit dem Schützturm. Oh ja. Das brauchen wir bald, wenn's so weit geht. 50 Kaliber hier. Ich sitz nur oben. Traumlich. Ja, ja. Oben kannst du aber getroffen werden, ne? Ey, ganz im Ernst. Oder die? Was für ne kaputte Welt. Ja. Wie oft wurden die Wagen jetzt angeschlossen in den letzten drei Wochen? Welchen von den drei Wagen meinst du? Ich hab ja sogar ein Auto schon mal gewechselt, deswegen... Ja. Äh... Ja, vor allem... Der Typ wird zum SD-Fahrzeug gebracht und dann stellt sich einer davor und alle Cops sind bewaffnet. Ja, es ist... Wir sind in Amerika, die Leute sind wahnsinnig. In Amerika... Also du wirst eigentlich erschossen, wenn du dich da in den Weg stellst. Ich sag ihnen, ich werd das jetzt deutlich anders handhaben. Kommt mir einer, stellt mich einer in die Quere, kriegt der direkt einen Taser. Ich hab da gar keinen Bock mehr drauf. Ja, das ist... Ach, der ist der ACLS. Du musst halt aber auch die Staatsanwaltschaft mitziehen, ne? Jetzt musst du das. Ja. Ja. Letztens hatten wir da Schießerei der Ferro Plaza. Äh... Wir haben die runter, äh... Down geschossen da halt, ne? Und dann kommt der andere Typ, der da die ganze rumstand, auch ein Gangbanger. Ja, jetzt verfisst euch. Der will dich sterben lassen, oder? Weißt du, was ich mein? Das... Psychopathen. Ja. Aber wir müssen den Streifenwagen vorfahren, ne? Äh... Ja, ich weiss, den Toll-Truck mal ein, ihr könnt ja den Streifenwagen weiterfahren. Die andere Einheit ist unterwegs mit dem Häftling zum Piddy. Check. Gute Besserung. Dankeschön, Frau Schau, Dankeschön. Maximus fahrt du. Ey, Digga, ich hab ganz normal mit den Bikern und allen geredet, ich verstehe es null. Also den RP-Hintergrund verstehe es halt null. Ja, Honey fehlt noch. Magst du dich schnell rufen? Na gut. Wir haben ja keine einen. Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. Geh Rufe hin. 20 Uhr. Ja. Ja, ich wollte es pfäng菜isch so machen. Fohle ist auch ein Gewahrsam. Fohle ist ein vollbefroschten Fohle. Den hatte ich heute auch schon in den Zellen. Ich mit 40 kamen hier Meilen pro Stunde in der Verfolgungsaktionsgeliefer. So jemand darf Anwalt sein. Ja, passiert ja nix, wenn sein Best Buddy hier von der Anwalts... Wie nennt man das? Fuchs zu Wiese? Ja, aber es wird jetzt bald umgebaut, also ist nicht mehr lange. Vor allem hab ich Fuchs zu Wiese schon ewig ne, wie wir jetzt hier haben. Ist er irgendwie wie im Erdboden verschluckt. Wir sehen uns bald. Schüpfchen! Schüpfchen! Wege ich ihn aus! Schüpfchen! Ausgleich! Schüpfchen! Ausgleich! Schüpfchen! Strafe 3, 10.20, BPD. Gut. Danke. Das Katergespräch führst du, weil du bist der Sergeant in dem Fall. Und ich glaube, du musst da mal ein bisschen Autorität aufbauen. Am besten nimmst du die Frau Adams mit. Ja. Ja. Ich würde sagen, hast du sogar eine richtige Uniform mit Krawatte und alles? Nein. Krawatte gibt es nur bei uns. Schon für die wichtigen Leute. Ja, nur Chief, glaube ich. Aber so eine Krawatte wäre schon geil, gell? Können wir reingehen? Ja. Ich glaube, der Kerl ist bestimmt unten. Okay. 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 Ich höre nach großem Betrieb hier aus. Frau Adams, ich möchte bitte, dass Sie jetzt gleich mit Frau Marschel das Gespräch führen, mit Frau Carter. Ich werde aber dabei sein. Wir werden aber eine Gesprächsführung haben und ich möchte bitte, dass Sie bei Frau Carter eine Suspendierung von 24 Stunden aussprechen, ja? Okay. Mangelnden Respekt gegen das Vorgesetzten. Aber lass sie das doch abhandeln mit ihm, na? Jaja, klar. Okay, alles klar. Darf ich mal durch? Danke. Streife 3, 8, 8, 10, 10, 11. Was haben die? Die Charis, die haben Galle Jacken. Ja, hat das alles Pitya auch irgendwo im Schrank. Solche? Ja, so ehrlich. Das werden wir mal so Regenjacken halt, ne? Ja, nee, nicht die, ich mein die, die... Wolki! Die sind schon cool. Hm. Naja. Bei Beinholz erst mal. Ey, das finde ich echt... Ich bin kein Fan von Beinholz. Nicht? Nee. Jetzt klappt es gleich. Wie waren Ihre Nummer nochmal? 20. Also erst die 20 und erst die 69. Genau. Krass. Warum brauchen Sie die Nummern? Warum brauchen Sie die Nummern, Sir? Ich sag's direkt von vornherein. Ich werde mein Recht des Schweigens gebrauchen die ganze Zeit. Mhm. Ich hab nur eine Frage an Sie, Sir. Das hat nichts mit einem Vorhör zu tun oder sonstiges. Ähm, ich habe Sie noch nie in meinem Leben gesehen. Warum spucken Sie auf ein Fahrzeug, was nicht Ihnen gehört? Warum? Erklären Sie es mir nur. Was ist das Feindbild? Warum machen Sie das? Gut. Äh, Sie werden heute diese Zelle nicht mehr verlassen. Auch nach den 90 Minuten nicht. Ich werde dafür sorgen, dass Sie so lange da drin sitzen, bis Sie wieder reden. Hat er seinen Ausweis gezeigt? Ja, positiv. Wie heißt der? Marty Sanchez. Marty Sanchez. Sanchez. Gut. Dann, ähm, machen Sie erstmal alles fertig. Ja? Ja. Und der wird jetzt erstmal sitzen bleiben. Wenn er nicht redet, bleibt er da sitzen. Ja. Ja. Wenn Sie das mit dem DOJ so aufklären und uns das nicht über die Ohren rauchen. Machen Sie erstmal die Sachen fertig und dann kommen Sie wieder. Los geht's. Machen Sie Ihren Job. Los geht's. Ja so. Ach Mensch. Gut. Ja. Ja. SoftBahn Incoming. Ja, er will doch gar keinen RP machen. Er will doch gar keinen RP machen. Ich versuche doch mit ihm RP zu machen. Er will doch gar nicht mit mir RP machen. Er will doch gar nicht. Er will doch gar nicht. Was soll ich denn dann machen? Warum SoftBahn Incoming? Er ist doch selber schuld. So Sir, warum haben Sie denn jetzt kein Interesse mit mir darüber zu reden? Ich will es ja nur verstehen. Ich kann es nur noch einmal sagen, ich werde das Recht zu schweigen die ganze Zeit brauchen. Und dennoch müssen Sie mir ja aus Ihrer persönliche Sicht mal erklären, Sie wurden von mir nicht belehrt. Das heißt, Ihre Aussage wird sowieso nicht verwendet. Ich würde es nur für mich verstehen. Erklären Sie es mir. Warum haben Sie auf mein Auto gespuckt? Erklären Sie mir den Grund. Ja, Sie werden jetzt hier sitzen. Sie werden jetzt hier so lange sitzen, bis Sie anfangen zu reden. Ich habe nichts vor. Sie sind ein ganz großer Hecht, oder? Sie spucken auf dem Auto und dann sitzen Sie und kriegen das Maul nicht auf. Sie haben mir doch gerade so gedroht, dass Sie mir die Fresse polieren wollen. Warum sind Sie denn jetzt so klein? Streife 3, 10, 20, 4 PD und rüstig auf. Wer sind Sie? Wer sind Sie schon, Mr. Sanchez? Wer sind Sie? Verstehe ich nicht, wirklich nicht. Ich habe Sie noch nie in meinem Leben gesehen. Ich habe noch nie ein Wort mit Ihnen gewechselt. Ich weiß nicht mehr, wer Sie sind. Und Sie spucken auf ein Auto. Erklären Sie mir nur, warum Sie das getan haben. Ich will gar nichts wissen von Ihnen sonst. Das ist der einzige Punkt. Erklären Sie es mir. Erklären Sie. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Pilger, um den RP-Hintergrund dahinter zu verstehen, aber er will es ja nicht. Ist er da in der Zelle? Danke. 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 urooglei. Ba regeneration. L Drake. 機嫌. Danke T 그�als. Traffic. dem die andere遭 teeny Sie dahin und lecken dem Mann wortwörtlich das Arschloch. Wenn Sie, wenn Sie tatsächlich eins aufs Maul gekriegt haben würden oder Ihr Freund, der Mr. Harper, sollte ich dann hingehen und sollte dann sagen, wissen Sie was, warum hat der Mann ein Handy in der Hand? Das ist das Leitstunde-Telefon. Und was kann er damit machen? Surfen oder was? Er kann ein Venture ohne Anmeldung und eben die Leitstunde, genau. Warum sind Sie nett zu Menschen, die Ihre Kollegen ohne ersichtlichen Grund niederschlagen? Da können Sie selber nicht drauf antworten, oder? Naja, nein, weil jeder am Ende, ich sag nicht, dass Sie Schuld haben oder so, aber... Wollen Sie mich verarschen? Der hat sich vor mein Auto gestellt und hat auf mein Auto gespuckt. Ich habe diesen Menschen noch nie in meinem Leben gesehen, wie jeder hat einen Grund. Wenn ich Sie umbringe und Ihren verfickten Freund sag ich dann auch, ich hab einen Grund und das ist in Ordnung. Wollen Sie mich verarschen, Frau Kater? Nein, nein. Mein Gott, Sie unqualifizierte Sie. Ich bin gerade auf der Suche, ich muss... SD ist so ein Müllhaufen, ganz ehrlich. Ist das Mist noch da? Warten Sie mal eben. Bitte noch ein... Ich verstehe Sie. Sie haben ja recht. Jeder hat einen Grund, so auszurasten. Der hat doch gar keinen Grund gehabt. Ja, vielleicht versuche ich dann noch Aussagen aus dem Ausbrück. Nein, der hat das zu mir gesagt. Die Frau Kater hat das zu mir gesagt. Gut. Adams Kater hoch in den Raum. Los. Ja. Frau Marshall geht mit, bitte. Sekunde, Sekunde. Und ich will, dass Sie hier den Arsch aufreißen. Denken Sie an die Suspendierung. Machen Sie direkt drei Tage raus. Leroy, check. Ja, alles klar. Wie viel Uhr waren die Shots? Weißt du das nur? Was denn hier? Ganz ehrlich. 31, schätze ich, ne? Die Shots waren um... Hab ich vielleicht irgendwo angerufen? 1,30. Kommt hin, 1,30, ja. Oder hatten die Shots was mit dem Fall? Ja? Fahr direkt auf die 5 mit der. 5, ich komme auch ins Büro. Ja, wir sind... Team. Ey, ist alles nur RP, Leute. Ich lache ja. Ihr hört das ja auch hoffentlich in meiner Stimme, ne? Bitte sehr. Ja. Jetzt nochmal. Was war das vor Ort vorhin? Was von dem allen ganz genau? Es geht jetzt eigentlich hauptsächlich um die Situation, als ich Ihnen gesagt habe, dass wir einem TV, der sich dermaßen aufgeführt hat, nicht in den Arm sprechen müssen, ihm kein Bitte und Danke mir entgegenbringen müssen, weil er hat sich diesen Respekt unsererseits absolut verschärzt. Höflich? Ja, das ist so richtig. Ja, wir stellen uns nicht auf eine Stufe, aber wir ziehen den Kopf aus dem Arsch und sagen nicht nur Bitte und Danke. Ja, das ist so richtig. Und auch diese Diskussion vor Ort, Sie haben meine Autorität als Ihre direkte Folge selbst selbst dermaßen untergraben, vor Zivilisten, das funktioniert leider so nicht. Vor allem, wenn ein Kollege bzw. der Chief niederschlägt. Das ist richtig, ja. Also wir können auf Kuschelkuss gehen oder wir setzen unsere Arbeit wirklich mal so durch, wie wir sie machen sollten. Jeder, der hier ankommt und sich im LSPD bewirbt, der sagt mir jedes Mal, ich möchte die Straßen sauber halten, ich möchte für Sicherheit und für Ordnung sorgen. Was bringt es uns, wenn wir dann auf Kuschelkuss gehen? Das funktioniert so nicht, die tanzen uns auf der Nase rum und wir lassen uns auf der Nase rum tanzen mit sowas. Gut, ich erkläre Ihnen mal was, schauen Sie mal. Das ist die, was ist das, in welchem Land sind wir? Amerika. Gut, wir sind in Amerika. Wo kommen Sie her, Frau Kater? Wisconsin, Sir. Gut, also auch USA. Gut, haben Sie in der Zeit einen Aufenthalt in Deutschland gehabt? Negativ. Gut, ich erkläre Ihnen was, schauen Sie. Wenn ein Mensch sich in Amerika vor einem Police Officer stellt und ihn droht oder belästigt, was passiert? Er wird auf den Boden gedrückt und wird in die...